Gesammelte Werke in drei Bänden, 3 Schrägstrich 3, Stern 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 Anmerkungen zur Transkription Der vorliegende Text wurde anhand der 1913 erschienenen Buchausgabe so weit wie möglich originalgetreu wiedergegeben. Typografische Fehler wurden stillschweigend korrigiert. Ungewöhnliche und altertümliche Schreibweisen bleiben gegenüber dem Original unverändert, und fremdsprachliche Zitate wurden nicht korrigiert. Der Autor verwendet Elysionen, die vom nächsten Wort nicht durch ein Leerzeichen getrennt sind, zum Beispiel wert ich, statt wert ich. Der Übersichtlichkeit halber wurde das Inhaltsverzeichnis, Übersicht, an den Anfang des Buches verschoben. Das Original wurde in Frakturschrift gesetzt, Passagen in Antiquarschrift werden im vorliegenden Text kursiv dargestellt. Abhängig von der im jeweiligen Lesegerät installierten Schriftart können die im Original gesperrt gedruckten Passagen gesperrt, in serifenloser Schrift, oder aber sowohl serifenlos als auch gesperrt erscheinen. Das Umschlagbild wurde vom Bearbeiter geschaffen und in die Public Domain eingebracht. Ein Urheberrecht wird nicht geltend gemacht. Das Bild darf von jedermann unbeschränkt genutzt werden. Richard Demal gesammelte Werke in drei Bänden Dritter Band Es Fischer Verlag Berlin 22. bis 24.000 Alle Rechte vorbehalten, auch das der Übersetzung Copyright 1913 bei Es Fischer Verlag AG Berlin Übersicht Die mit Stern bezeichneten Stücke sind neu aufgenommen, Seite Lebensblätter die Route 7 der Werwolf 24 der Menschenkenner und sein Gleichgewicht 36 das Gesicht 45 Stern das hölzerne Bein 52 die gelbe Katze 60 die Gottesnacht 67 Betrachtungen Kunst und Volk 101 Stern Nationale Kulturpolitik 111 Kunst und Persönlichkeit 117 Stern das Buch und der Leser 126 Stern Philosophische und poetische Weltanschauung 133 Stern der Olympier Goethe 137 Stern Grabrede auf Lilienkron 141 Naivheit und Genie 144 Kultur und Rasse 168 Schauspiele die Menschenfreunde 193 Stern Michael Michael 269 Lebensblätter Novellen in Prosa Auswahl Die Route eine bedenkliche Geschichte Er musste selber lachen Wenn ihn einer so sähe Jetzt Mitten in der Juli-Hitze die Ofentür aufschraubend Und nun hinein mit der Route in das offene Loch Er bückte sich noch tiefer und freute sich Wie die harten Birkenreiser die dünne Schicht Asche zerritzten Die war noch vom Winter her Das kühle Ockergelb der sanften Fläche tat ihm ordentlich wohl Da lieg du Er machte langsam wieder zu Ja Das fehlte noch gerade Dieser Popanz im Hause Gott sieht Gott hört Gott straft Er richtete sich auf Das hatte er glücklich abgeschafft Nun sollte wohl die Route hinterm Spiegel Jehova spielen Diese Mütter Eine wie die andere Es musste doch noch immer etwas unbewusste Judenseele in ihr stecken Du sollst Mein Kind Weil deine Eltern das so wollen Na warte Schatz Er setzte sich an seine Arbeit zurück Ein unverschämter Sonnenstrahl stach blendend von der Wand her über den Schreibtisch weg Gerade von dem Bild der beiden her Er rückte zur Seite und ließ den Eindruck auf sich wirken Hm Ruppig genug sah sein Töchterchen aus Da unter der grellen Glasplatte auf der schwülen Kupfertapete So den Finger im Meul Chen Neben der mild zu redenden Mutter Köstlich Dieser eigensinnige Moment Und nun sollten dem heißen Herz Chen diese Momente wohl mit der Route ausgetrieben werden Einartig Kind Chen Eine Puppe aus ihr werden Heilige Mutterliebe Als ob sie nicht Zeit genug hätte Die Einsicht der Kleinen zu üben Den ganzen Tag über Während er sich um das bisschen Leben placken musste Und sie hatte doch zur Genüge an sich selbst erlebt Und auch an ihm Dass nur die Einsicht Die wirklich bewusste Selbstanschauung Den Menschen ein bisschen menschlicher macht Aber natürlich Kinder Die wissen nichts von sich Und da ist es für die liebe Mutter viel bequemer Sie mit der Route zu traktieren Als wenn Eltern wüssten Was solch Kind für seine Zukunft darf und nicht darf Ja Das würde wohl nun wieder einen zähen Kampf der Seelen geben Wie sie neulich reizend fein gelächelt hatte Als sein polnischer Freund ihn im Scherz den Hahnrei seines Bewusstseins nannte Ja Das war Wasser auf die Mühle ihrer weiblichen Unwillkürlichkeit Er musste wieder lachen Das Gesicht Wenn sie nun im Oktober zum ersten Mal wieder heizen würde Und ihr dann die Route aus dem gelben Loch entgegenstarrte Die Lang vermisste Vielleicht gerade an seinem Geburtstag Wie sie sich dann nach ihm umdrehen würde Mit ihren goldenen Augen Ihren dunklen Da beim Ofen knieend Und das rechte Auge Ihr Wesen sauge Würde groß und ruhig von Verständnis leuchten Und von Einverständnis Aber in dem kleineren Linken Dem Gattung sauge Durch die Wimperschatten des zu schwachen Leids Würde dieser frauenhafte Vorwurf zittern Dass sein vorbedachtes Schweigen sie wohl habe beschämen sollen Still um ihre schmalen Lippen würde ein neuer Wille dämmern Bis in die zärtlichen Mundwinkel hin Und dann würde er zu ihr treten und sie küssen wie damals Als sie sich noch lieben mussten Als sie noch nicht Freunde waren Er stand auf Bloß fünf kleine Schritte bis zum Ofen Wie das schmale Zimmer ihn getäuscht hatte Oder das lange Mittelfeld des persischen Teppichs Er sah die wunderlichen Ranken des bunten Bordenmusters In der Mittagssonne glühen Er fühlte die Freude wieder Wie sie ihm zum vorigen Geburtstag Das schöne alte Ding von ihrem Spargeld geschenkt hatte Er sah hinüber auf sein Arbeitsfleck Chen und lächelte Aber grausig öde war sie wirklich Diese ewige juristische Begriffsstoppelei Noch dazu jetzt Mitten im blühenden Sommer Er trat ans Fenster und sah das dunkelblanke Blättergrün Der magern Pappel drüben vor der grauen Straßenfront Im heißen Himmelslicht blitzen Wie allein sie stand So mitten in der Großstadt Die Kupfertapete des Zimmers kam ihm immer schwüler vor Ja, er musste mal wieder hinaus in den Wald Zum Vater Förster Richtig, morgen, zu Matals Geburtstag Den hätte er beinahe wieder vergessen Gott ja, das Elternhaus, am Eichenhain, am Pappelbach, ringsweit am Waldrand hin das freie Feld, die hellen Wiesen, und fern am anderen Horizont die kleine Ackerbürgerstadt mit dem kümmerlichen alten Kirchturm, dem gelb getünchten Schulhaus, Kindheit Er setzte sich Der Alte, der natürlich würde wieder tun wie Rübezahl Als ob der unverhoffte Eintritt seines Ältesten ihm höchstens seinen grimmigen Bart verwirren könne Bloß die stahlblauen Augen würden plötzlich etwas dunkler schimmern unter den silbrigen Brauen Die kleinen scharfen Pupillen eine Sekunde lang größer seien Die Backenfurchen um die mächtige Nase ein bisschen tiefer werden Na, Junge, er hatte doch wahrhaftig noch immer etwas wie Gewissensangst vor diesem wetterroten Gesicht mit dem dichten, fast schon weißen Bart und Kopfhaar, dieser Hakennase und dem strengen, forschenden Blick, der zuweilen doch so herzlustig blitzen konnte So hatte er als Kind sich immer den lieben Gott gedacht Geträumt Damals wohl aber noch dunkelwertig Die dicken Falten um die Nasenwurzel Ja und die schroff geschwungene Stirn Die hatte er vom Vater Nur die Augen Die waren wohl mehr nach der Mutter geschnitten Auch mehr grau als blau Mehr Stimmung als Wille Du bist wohl wund ehrlich Jung Das war von je ihr Herbst der Tadel gewesen Sie verstand jeden Menschen mit ihrer Nachsicht Du liebes Mutterherz Morgen Oh, wie würde ihre ganze schlanke Gestalt von warmer Liebe zittern Von fast ängstlicher Freude Bis hinauf ins Wellenkrause schläfen Haar Die grauen Augen Die vielen Runzeln der feinen Züge All die kleinen Sorgen fällt Chen um den Hagern Mund Die Runen der Mutterschaft Ja, sie war immer noch schön Die alte Mutter Aber ihr schönstes doch die gütigen Lippen So umstrahlt von Runzel an Runzel Das war ihm immer wieder Ausdruck Ihres ganzen zärtlichen Lebens Als zuckte in diesen vielen Feld Chen tiefrot ihr verschwiegenes Herz Wie um den feinen Purpursaum am Stempelgrün Chen der Narzissenblüte der keusche Gerucht der gelblichen Narben falten Denn Narzissen Ja, das waren ihre Lieblingsblumen Oh, wie sie die zu pflanzen wusste Nur einzeln dürften sie stehen Hin und wieder Die reinen Weißen Ruhigen Sterne über dem grünen Garten Rasen Dass die zarte bräunliche Kelchblatthülle oben um den schlanken Stängel deutlich sichtbar war An jeder Wie ein langer dänischer Handschuh um den Arm einer adeligen Dame Ja Sie verstand die ganze Welt Und morgen würde er sie küssen Und sie würde ihren wundherrlichen Jungen auch verstehen Wenn er dann allein hinaus ins Freie ginge Irgendwo an eine Waldecke hin Wo der Schattenschau glende Wind durch ein Lupinenfeld herüberstriche Wie er ihn schon roch Den süßen Geruch der tausend goldgelben Blütenkerzen So am Rand des samtgrün-grauen Fingerbladtherme erst liegend Mit der heißblauen Himmelsglocke drüber Warum war er bloß Jurist geworden Dieser dumme jungen Tick Bloß um dem Alten zu zeigen Dass er seine paar Groschen nicht nötig habe Auch zum teuersten Studium nicht Und nun nun war er Rechtsanwalt Er mit seinem Achselzucken über alles sogenannte Recht Er würde doch noch Schriftsteller werden Hol der Teufel die Kundschaft Aber Weib und Kind Und dann würde der Alte von Neuem über verrückte Projekte reden Und die Mutter wieder Creme auf ihre alten Tage haben Sie sah ihn ohnehin schon immer mit der stillen Scheu des Mitgefühls Bei seinen Besuchen an Nun, morgen würde er die Kleine mitnehmen Sie war jetzt Mensch genug Ihn zu begleiten Und dann würde Eitelinnigkeit und Einigkeit im Forsthaus herrschen Wie neulich zu Ostern Als seine Frau ihn mit der Kleinen begleitet hatte Dann würden die Eltern sich mehr als Großeltern fühlen Und an den Sohn nicht so viel Fragen stellen So viel verfängliche Lebensfragen Er erhob sich und öffnete die Tür Rächer Rief er über den Flur Dann setzte er sich zurück an den Schreibtisch und nahm ein Aktenstück zur Hand Erich Trat sie fragend ein Die Finger auf der Klinke lassend Er blickte auf Wo ist die Kleine Spielen gegangen Sie muss bald wieder kommen Sie drückte die Klinke fest Es klang Als ob sie etwas von ihm wollte Er schob sich wieder vor den Aktenstoß Wie schön es ihm noch immer war Dies edelsemitische Nasenprofil Zu dem die braune Flechtenkrone um die Stirn so königlich passte Dass die kleine Gestalt dadurch größer schien Er liebte sie doch wohl noch Also Vorsicht Jetzt trat sie hinter seinen Stuhl Du Erich Hm Ich muss dir etwas sagen Ich habe gestern eine Route gekauft So Ja Es ging nicht mehr anders Wirklich Sie wird mir gar zu Unnütz Ditter oder die Route Nein du Wirklich Es ist mir ernst Mir auch Er drehte sich um nach ihr Übrigens möchte ich morgen zu den Eltern fahren und die Kleine mal allein mitnehmen Denn mach mir Bitte Den Rucksack zu Recht Sie nickte Aber bitte Nur das Nötigste Auf zwei Tage bloß sie nickte wieder Und na aber Was hast du denn Sie kämpfte mit Tränen Erich Sie bezwang sich Nur das linke Auge kämpfte noch Er zog sie an sich Sie mal Herze Verzeih Aber wirklich Was sollt ich wohl erwidern Du kennst doch meine Ansicht Kinder sind doch keine jungen Affen Wenigstens dann nicht mehr Wenn die beliebte Prügeldressur beginnen soll Du nennst sie Ditter Bockig Und wer weiß was alles Weil Bloß weil sie jetzt im dritten Jahr ist Wenn sie im zwanzigsten sein wird Wirst du das Charakter an ihr nennen Aber nein Genug jetzt Bitte Ich wäre heute auch was besser als Hätte mich der Hundekantschuh meines Alten Nicht immer eigensinniger gemacht Bring ihr Pflichtgefühle bei So viel du willst Aber nicht mit Schlägen Muss ich bitten Er wies auf seinen Bücherschrank Da Lies was über Suggestion Du hast doch deinen bewussten Willen Um ihre Mundwinkel Huschte etwas wie ein feines Lächeln Aha Sie dachte an den Hahnrei des Bewusstseins Dieser verdammte Pole Die Route jedenfalls verbannte Tete ich mir beinahe hätte er nach dem Ofen gezeigt Du scheinst auf meinen bewussten Willen Gerade nicht viel Wert zu legen Er ließ sie los Schockschwere Not Nun werde gar noch empfindlich Nun Nun begütigte sie sogleich Und wieder dies huschende Lächeln Na Was lachst du denn in einem Fort Ich Sie sah ihn groß und ruhig an Da flog die Tür auf Herr Ita Ich habe beide Hände voll Sonne Kam das ungestümchen hereingewirbelt Wie ihr die blonden Lockenfäden um die heißdunklen Augen hingen Und um das merkwürdige Trotznäschen Sieh mal Mutter Öffnete sie die Fäustchen Willst du morgen mit Herr Ita zu Ovata fahren? Fragte die Mutter Nein Fuhr das Näschen in die Höhe Aber Ovata wird sich so freuen Und die Liebe Oh Mama Großmutter Betonte er Nein Stampfte das Beinchen Na Sehr lieb jubilierte sie und umschlang die Knie der Mutter Die nickte ihm zu Verständnis willig Bloß Schon wieder dies unbewusste Mundwinkel zucken Stern der schwerfällige Post Omnibus rumpelte aber wirklich etwas sehr vorsintflutlich Und die holprige Landstraße hätte auch wohl längst eine neue Schüttung vertragen können So konnte man ja seekrank werden auf den zersessenen Sprungfedern Er reckte sich und wollte den Hut aus der Stirn schieben Aber die heiße Vormittagssonne stach gerade an dem schlafenden Kutscher vorbeiprall in den offenen Vordersitz Das braunrot des verschossenen Polsterblüsches schwellte schon beinahe wie versengt Schweiß und Staub Schweiß und Staub hörte er die beiden Beule ihren gewohnten Klappertrab traben Die jungen Rüstern an der sandigen Straßenkante sahen aus Als bedürften sie vor Hitze selbst des Schattens Herr Itarunzinnen zeigte die Kleine auf den nickenden Fuhrmann vor sich spielt die Feize mit dem Wind Die Peitsche wippte in der Hand des Schlafenden im Takt der Gäule hin und her Die Zügel in der anderen Hand mussten wohl die Bewegung vermitteln Nein, mein Kind, der Wind ist weggegangen von der Peitsche Wo ist denn der Wind? Schlafen gegangen, slafen gegangen Ja wo släft er denn? Herr Gott, dies ewige Gefrage Er schläft, sie war doch wirklich ein unglaublicher Quirl Er schläft Ja, wo denn? Auf den Wolken Wolken fragte sie zögernder Ja sagte er kleinlaut und blickte weg Kein einziges Wölkchen stand am Himmel Wo denn aber? fragte sie ebenso kleinlaut Er schwieg Wie sie ihn schon in der Eisenbahn mit ihrer Neugier fortwährend gepeinigt hatte Na, Gott sei Dank, jetzt schien sie auch mit einzuschlafen Schwarzer, brauner Schwarzer, brauner hörte er wieder den Trott der Gäule Jetzt war sie schon im Nicken Die Peitsche hatte sie wohl eingewiegt Er dachte an gestern Es mochte doch wohl nicht ganz leicht sein Sie immer und immer um sich zu haben Wie seine Mutter wohl mit ihr auskommen würde Du wunderlicher Jung Eigentlich könnte er den Sonnenschirm aufspannen Den ihm Recha gestern als Geburtstagsgeschenk schon in Bereitschaft gehalten hatte In manchem war sie doch sehr vorbedacht Er langte nach dem sorgsam eingehüllten Ding Aber der Staub Der würde es unsauber machen Es war doch schließlich ein Geschenk für die Mutter Das nimmt man doch nicht in Gebrauch vorher Ach, Torheit, kindische Rührgefühle Nein, Erfurcht, der Geburtstag der Mutter Ob seine Geschwister das heute wohl auch so fühlten? Verstreut in der Fremde, geboren aus einem Schoos Der heute vor Jahren und Jahrzehnten in Andréö Fremde geboren worden Schoos aus Schoos Er blickte sein Kind an Und Schössling neben Schössling Er sah die nahen jungen Bäumchen an der Straßenkante vorüberschwinden Jedes ewig den anderen fern Er sah sie in der Ferne der Alleeflucht eng zusammenrücken Immer enger Sie führten in die Heimat von ihr her fort Fort von ihr o Elternhaus Ja, so von Ferne Jetzt, wie dehnte sich sein Herz den alten Eltern entgegen Und dann, wie hob's ihm die Arme hoch Hin um ihren Hals Im ersten Augenblick des Wiedersehens Immer noch Dann war er ganz ihr Kind Ihr Blut Leben von ihrem Leben Hingegeben Unbewusst Wie ans Herz der Natur Er sah sich schon kopfbückend in die kleine Stube treten Durch die niedrige Tür Sah Lindenzweige an die Fensterscheiben tippen Sah die zwei blanken Schränke aus Birkenholz Die Gewehre und Regehörne Das wohlig grüne Schattenlicht Doch dann dann trat auch schon das Andreeleben mit ihm ein Und zwischen sie Das mit den Zweckfragen Die der Mensch sich stellt Der Mensch im Gegensatz zur Natur und also auch zum Mitgeschöpf Zu jedem Allernächsten gerade Das Leben des umgestaltenden Geistes Der bewusst gewordene Wille zur Zukunft Der ewige Kampf um neue Kultur Dann war er nicht mehr Kind Sie nicht mehr Eltern Dann war er ein Junger Sie noch die Alten Dann war die liebe Muttersprache O heiliges Wort Dem fühlenden kein Verständigungswerkzeug mehr Dasselbe wohlgemeinte Wort Es hatte ihnen anderen Sinn als ihm So sehr er in kindlicher Scheu sich mühte Den steten Zwiespalt zu verhehlen Dann war die schattenkühle stille Stube schon manchmal recht schwül und drückend gewesen Ob ihm das wohl mit seinem Kinder auch einmal so gehen würde Fernliebe Entzückend Wie sie da ahnungslos schlief Im Schatten des schlafenden Kutschers Und heute würde sicherlich sie jedwedens wie Spalt überbrücken Einst aber Ach was Wenn's ihr mal passte Seinethalben mochte sie Seiltänzerin werden Er sah die Zügelleinen in der Hand des Fahrenden schaukelnd auf den Schenkeln der trabenden Klepper hüpfen Auf ihren Rücken Um die schwitzenden Flanken Tanzte das Sonnenlicht hin und her In großen spiegelblanken Flecken Es war doch unerträglich heiß Die drei Messingringe aus den Kumten wippten blitzend auf und nieder mit dem Schulterriehmzeug auf und nieder in Schweiß und Staub Er sah nach der Uhr Halb zwölf erst Noch eine Stunde so Er horchte wieder auf den Takt der Hufe Schwarzer Brauner auf und nieder auf und nieder Schweiß und Staub Ah Jetzt Von vor den müden Pferdehälsen kam wenigstens das Dorf schon hoch Wo immer angehalten wurde Da gab es was zu trinken Und zu rauchen Zigarren vergessen Er gähnte und lehnte sich zurück Noch fünf Minuten Das Geschaukel der Pferdeschenkel wurde immer sonderbarer Förmlich arabeskenhaft schwankten die Spiegelwellen der Flanken Er schloss halb die Augen Das tat ihm wohl Wie er all das bewusst genoss Am kommt die Ringe zuckten glitzernd auf und nieder zu ihm her Wie drei große blendende Sterne Auf und nieder schwarzer Brauner schwarzer Brauner Weiß und Staub Er schloss die Augen etwas fester Die Sterne blitzten immer weißer Auf und nieder Weiß und Taub Nein Das war wohl nicht das rechte Wort Es war wohl gelb Ja Gelb Süßer gelber Lupinengeruch So wohlig kühl Es musste wohl ein Feld wo sein Lupinenfeld Das hatte er wohl übersehen vorhin Nein Es war wohl doch nicht gelb Denn es waren ja Narzissen Ja Narzissen Nein Er träumte wohl Nein Nicht Denn es waren ja drei große Deutliche Narzissen Sterne blendend Weiß Nein Fünf Nein Sieben Sieben Weiße Strahlen Blüten Sieben Nickende Narzissen Mit purpur Goldenem Grön Tschern Jede Sieben Schlanke Edeldamen Mit Wellen Krausen Schläfen Haaren Oh Wie schön Jede mit so grauen Augen Mutter Augen Jede hatte um die zarten arme lange dänische Handschuhe An Gelbe Und verbeugten sich vor ihm Eine nach der anderen Mit den weißen Strahlen hüten Jede bis zur siebenten Die hielt einen Spiegel Hatte dunkle Augen Dunkelbraune Trat die erste vor Sagte ihm ein Wort Und das war ihr Name Und den hatte er schon gehört Nur besinnen konnte er sich nicht drauf Sagte auch die zweite ihren Namen Auch die dritte Schlossen alle mit der Silbe Sinn Nein sein Sinn Sein auch die vierte Fünfte Sechste Und die purpurgoldenen Grönchen Nickten Nur die siebente war stumm War blass Hielt ihm nur den Spiegel hin Der war blind Und sie schüttelte den Kopf Und ihr linkes Auge blickte traurig Nein Das war doch gar zu lustig Wie ihr purpurgröntchen Wackelte Denn das war ja gar kein Grönchen War ein dicker roter Hahnenkamm Wippte in der Sonne War ein ganzer Hahnenkopf Dicker bunter ha�nenhals Der blähte sich Schlug mit beiden Flügeln Funkelnd durch die Luft Rief ganz laut und Deutlich Bückerüüü. Er riss die Augen auf. Wahrhaftig, eben stieß der Omnibus mit härteren Gärumpel auf die ersten Pflastersteine der Dorfstraße, und drüben auf dem einen Hofzaun reckte sich der Hahn und krähte zum zweiten Mal. Der alte Vorknecht hob das Stoppelkinn, Jü, Rekals, mit den Zügeln auf die schweißbeglänzten Pferdeschenkel klatschend. Auch die Kleine wurde langsam munter. Was der Traum wohl zu bedeuten hatte? Ach, bedeuten, Unsinn. Aber wie er wohl entstanden war? Sollte, Hahnrei des Bewusstseins. Hm. Das Wort des Polen war ihm doch wohl tiefer gegangen, als er damals dachte. Stern die Abendsonne schien sich heute förmlich zu krümmen, wie vor Durst. Immer dicker wurde der kupferrote Ball, dahinter den wasserdünnsten des sumpfigen Sees am Horizont. Gerade zwischen den zwei dicksten alten Pappelstämmen bei der kleinen Straßenbrücke drüben hing das dunkelrote Ungetüm im fernen Grau, dicht unter dem Zittersaum des schwarz-grünen Laubdaches. So groß und glanzlos hatte er sie niemals sinken sehen. Nur die breiten Dreibrechungsgeile, mit denen sie Wasser zog, wie die Leute hier sagten, standen stromhell wie aus Goldtopaz geschliffen unter der purpurnen Kugel, zeigend dass sie noch Licht gab. Der Mittelkeil war nur ganz kurz noch, wie ein mächtiger Strahlensockel. Vor dem schwellenden Gelb der Seitenschrägen hoben sich die beiden Pappelstämme tiefschwarz ab mit ihren Borkenrändern. Das Laubdach wurde immer dunkelgrüner. Wird morgen wieder schwere Hitze geben, sagte der Alte und trat aus der Haustür zu ihm an den Gartenzaun. Meine ganzen jungen Kiefern werden noch vertrocknen, schlimmes Jahr, er zeigte mit der Pfeife in das Astwerk der Akazienkrone über ihnen, lässt schon Blätter fallen. Der Tabaksrauch berührte wirbelnd gerade eine der verwelkten Blütentrauben. Hast du neue Bienenstöcke? Vater, einen Bloss erwiderte der Alte und setzte sich auf die Bank am Zaun. Nun wies er schmunzelnd auf die Kleine, die an der hohen Haustürschwelle neben Lotte Goldsnot hockte. Die Teckelhündin lag, platt alle Fähre von sich, wie tot im warmen Sande, und die Kleine war eifrig bestrebt, zwischen die vierzehn der krummen Vorderpfoten immer drei der abgefallenen Akazienblätter festzuklemmen. Immer wenn sie fertig war mit einer Pfote, streifte sich die Dachsmadam mit der anderen die Blätter wieder ab, und das Spiel begann mit Ernst von Neuem. Was die Recha nur wollte. Die Kleine war ja unglaublich artig. Jetzt trat die Mutter aus der Tür, in jedem Arm behutsam eine flache Satte voll dick Milch tragend. Er sprang ihr zur Hand. Wie sich all ihre Runzeln freuten, bis in die liebreichen Augen hinein, als er die eine Schüssel ihr abnahm und sie auf den Gartentisch setzte, richtige Geburtstagsaugen. Und zugleich war es wohl auch die Freude, wie ihrem Ältesten nachher die kühle Labung schmecken würde, so mit Streuzucker drüber und Schwarzbrot krümeln. Wie die fette Sahne nach dem Eiskeller duftete. Ordentlich winterlich sah die weiche Pelzschicht aus. Na, alter Chen, ließ sich Mutter hören, Vaters Schnee haarklatzt reichend soll ich hier decken oder unter der Linde, lieber hier, Matting, kam er dem Alten zuvor, hier sieht man die Abendsonne so schön die rote Scheibe stieß jetzt gerade auf den Horizont der Landschaft, und der Strahlenfächer war verschwunden. Der Alte griff sich in den Bad. Sicherlich knurrte er im Stillen wieder, sentimentaler Krempel, das war ein Lieblingsstrumpf von ihm. Die Lindenblüte riecht auch zu stark, meinte mit rascher Abwehr die Mutter, abends manchmal ganz betäubend, dann beugte sie sich zu der Kleinen nieder. Na, mein Lämmelchen, strich ihr die Locken sanft aus der Stirn, sorglich nach dem Alten blickend, und ging wieder ins Haus. Lotte Golds Nut erhob sich. Hat, ne zarte Nase, unser Muttel, brummte der Alte und griff gemächlich an sein eigenes Vorgebirge, eine dicke Wolke von sich Puffend, kriegt's schon mit den Nerven. Uwata kam auf einmal die Kleine hinter der Teckelhündin herangependelt bis zu der Weihnachtsmann, Woll, mein Mäuschen, und er nickte belustigt. Tief nachdenklich sah sie ein Weilchen auf die eine Schüssel hin, durch deren dunkelgrüne Glaswand der weiße Inhalt schimmerte. Dann ging sie wieder an die Schwelle, wo die verblichenen Akazienblätter auf dem sandigen Boden lagen. Muss doch mal im Hofe nach Sins, sagte der Alte und stand auf, ob die Juno etwa los ist, das Schindluder hat mir neulich einen von den jungen Hähnen abgewürgt, er reckte sich. Kann das Volk auch gleich in den Stall bringen, er schritt ins Haus. Lotte Golds Nut wackelte ihm nach. Die Sonnenkugel war jetzt nur noch mit dem oberen Drittel sichtbar, wie das rote nackte Augenschild eines riesigen Birkhans. Nun wurde sie verdunkelt, fast verdeckt, von dem strotzenden Euter der grauen Leitkuh, die eben mit der Herde drüben von der nahen Weide kam. Um die schweren Bäuche stieg der Staub der Landstraße auf. Der lahme Spittelherd des Städtchens hinkte barfuß hinter drein. Durch das hohlere Getön der Brückenbohlen klang die Kupferglocke am Hals der Vorderkuh. Zum Brüllen war die Herde wohl zu satt. Die Mäuler kauten noch. Nun war die Sonne bloß noch ein farsrechtiger Rand, wie ein glühender Wimpernbogen, das machten wohl die Binsen und das Röhricht in der Ferne. Man konnte fast mit den Augen verfolgen, wie sie Strich für Strich untertauchte. Er warf die ausgegangene Zigarre weg und stützte sich fester auf den Zaun. Jetzt verklomm der letzte Strich, gerade oberhalb der einen Pappelsohle, wie hineingeschrumpft. Es wurde plötzlich etwas heller. Die fahle Dunstwand schien sich abzukühlen. Das dumpfe Rot-Grau lockerte sich zart ins Grünliche. Durch die stummen Pappeln, von Haupt zu Haupt das Vlies entlang, wagte sich ein Lüftchen, noch beklommen. Jetzt, die Trägenblätter fingen an zu munkeln. Er fuhr auf, eine verspätete Biene, von der Linde her, vorbei zu Korbe. Ob sein Vater die Feierstunde der Natur auch so ins Einzelne mitfühlte? Mit so sinnlicher Andacht. Nein. Das war wohl Neugehirn. Neue Sinnlichkeit. Auch neue Wissenschaft. Aber doch, er hatte ihn einmal sagen hören, der Kiefernhochwald, aber Schnee muss liegen, das ist meine Kirche, aber eben, Kirche, und Natur. Da, da drüben die Pappelblätter, oben an der höchsten Spitze, wie sie schwärzlich im blassen Luftblau hingen, jeder Rand von einem zarten, zitternden Flimmerschein umwirkt, war es nicht tief feierlich zu wissen, dass sich da jetzt von unten her die letzten scheidenden Sonnenstrahlen durch den Atemduft des warmen Lobs in der Abendkühle Gold hell brachen. Herr Ita fragte plötzlich die Kleine und schob sich bedächtig auf die Bank, ihr Schürzchen von sich haltend, dass sie mit Akazienblättern vollgesammelt hatte sind die Bäume müde, Vater, ihre Augen blickten, weit und träumerisch geöffnet, über den Tisch weg nach den Pappeln. Wie die Minzen, denn sie da er musste nicken, wortlos. Wie die Menschen, O Kindermund! Das musste er der Mutter sagen, das war ein Wort aus ihrem Geist. Die Kleine saß immer noch träumerisch, leise trat er in den Hausflur. Und auch den Narzissen Traum ihr sagen, Ja, und dem Alten helfen seine Hähne einsperren, das nahm er immer sehr hoch auf. Die Küche war offen. Die Mutter stand am Herd, Eben einen Eierkuchen in der zischenden Pfanne wendend. Nein, das war nicht die rechte Stimmung, lieber Morgenvormittag im Garten. Ah, sog er unwillkürlich den Geruch des brutzelnden Gebetsäkes ein. Mein großer Junge, lachte sie und griff ihm liebkosend durch den Kinnbart. Hast wohl schönen Hunger von dem langen Spaziergang, wo die Juno Bloss stecken mag, wetterte der Alte, aus dem Hühnerhof in die Küche tretend, mit dem Helfen war's also auch nix. Fängt auf ihre alten Tage zu jagen an, muss ihr mal, ne Ladung schrot aufsängen, Kantschuh scheint nicht mehr zu ziehen, er war ganz rot vor Ärger, wie seine Hähne. Hast du sie nicht bemerkt nach Mittag? Nein, Vater konnte mirs denken, ging das Sticheln los, liegst ja immer gleich im Grase fest schweren Ort, was ihn das wohl anging. Fertig, Kinderchen rief die Mutter und nahm das Gedeck zur Hand, ihm die Teller reichend. Gott sei Dank! atmete er auf, wieder hinaus ins Freie tretend, der Alte hinterdrein mit den Eierkuchen. Aber was war das? Das war ja, ne nette Bescherung. Auf dem Gartentisch, mittendrauf, saß sein Töchterlein, eifrig bestrebt, die sandigen Akazienblätter in verschiedenen schönen Kringeln auf dem weißen Sahnenpelz der dicken Milch zurecht zulegen, eben wollte sie die zweite Satte in Angriff nehmen. Idu Balk, er besann sich, nur keinen Wutausbruch. Weswegen auch? Eigentlich war's doch zum Lachen. Er nahm sich zusammen und sprach mit Nachdruck, das war aber unartig von dir, sie sah ihn groß von der Seite an. Das war da nicht unartig von mir, Kek, machte der Alte in der Haustür, und der Kobold stach aus den stahlblauen Augen. Wollte er ihn vielleicht gar foppen? Na warte! Er stellte die Teller hin. Komm mal runter, sprach er und trat vor sein Kind. Nein, stemmte sie die Arme auf. I zum Donner, da sollte doch gleich Kek, käms abermals von der Haustür her, Respekt scheint sie nicht viel zu haben, braucht sie auch nicht. Verlange ich nicht. Ich schlage meine Kinder nicht, verdammt, wie war das aus ihm her ausgeplatzt? Hätt er das Balkbloss nicht mitgebracht? Na, knurrte der Alte mit Seelenruhe, die Köter fressen ja dicke Milch auch ganz gern. Komm, Lotte pfiff er der Dachshündin, die sich eben durch den Zaun schlängelte. Was war der Jurebloss aus einmal so hinterrücks in den Kopf gekrochen? Komm mal her, mein Schäfchen, legte sich jetzt die Mutter ins Mittel und lächelte. Der Alte streichelte die Hündin, die bereits in der fetten Sahne schlägte. Komm, mein Schäfchen, komm her zu mir, will aber nicht, bockte sie erst recht, die Finger um den Tischrand klammernd. Jetzt riss ihm aber bald die Geduld. Na, Herzchen, lockte die Mutter wieder, wirst doch nicht wieder wund ehrlich sein, ah, am Nachmittag also auch schon. Was sollte der Alte denn von ihm denken? Vaterhaut nicht stemmte sie sich noch fester. Teufel, das war denn doch zu bunt. Willst du jetzt gleich herunterkommen? Nein, Deter. Nein, wie sie festhielt. Warte, Kröte, strampelst noch und mit den Beinen stoßen. Lass, Mutter, lass mich, schrie er wütend und wie das blanke Fleisch sich wandt. Wie's klatschte, wie die Hand ihm brannte, wie der Reikö brüllte. Warte, Satan, na, na, so grob gleich, hörte er plötzlich den Alten, wie aus einem Nebel her. Kanalie, keuchte er Marsch und besann sich. Ganz knallrot, ja, war das Fleisch gewesen, knallrot wie ein Hahnenkamm und Hahnreihe des Bewusstseins. Schoss ihm das Blut in die Schläfen, verdammt ja, wie eine Ohrfeige. Hatte sie's verdient? Fragte etwas in ihm. Sie stand muckstill, mit den Tränen kämpfend. Was würde Recha sagen? Er schämte sich. Hab sie Nachmittag auch schon mal striekeln müssen, käms wieder von der Haustür her. Kreuz donnernah, entschuldige nur. Bloß mit der Rute ein bisschen auf die Finger so, deswegen also Weihnachtsmann. Und darum war sie vorhin so sonderbar artig. Er konnte nicht anders, er musste lachen. Und auf einmal lachten sie alle zusammen. Der Wehrwolf-Erzählung an einem sehr nebligen Oktoberabend sprach sich in dem entlegensten Vorort einer norddeutschen großen Handelsstadt die unheimliche Kunde herum, der Apotheker des Ortes sei auf der Eisenbahn während der Rückfahrt aus der Stadt von einem Raubmörder erschossen worden. Es war das ungefähr um dieselbe Zeit, als in einem Vorort der deutschen Reichshauptstadt Berlin ein aus dem Zuchthaus entlassener Schustergeselle die ganze Zeitung lesende Menschheit zu unvergesslichem Gelächter bewegte, indem er Kraft einer abgetragenen preußischen Offiziersuniform nebst dazu passender Körperhaltung den versammelten Magistratpersonen die hirnberückende Vorstellung eingab oder, wie die gebildeten Deutschen sich damals ausdrückten, suggerierte er solle auf allerhöchst eignen Befehl seiner Majestät des Kaisers den obrigkeitlichen Geldschrank ausräumen. Auch in jener norddeutschen Villenkolonie war über den musterhaften Gaunerstreich dieses sogenannten Hauptmanns von Köpenick, bei aller damals üblichen Ehrfurcht vor der Würde und Weisheit der Staatsvertreter, noch am Tage des Mordes reichlich gelacht worden, nun aber geriet die Einwohnerschaft, die größtenteils aus begüterten Kaufleuten und gut gestellten Beamten bestand, in eine zunehmende Ernsthaftigkeit. Fast alle mussten sie täglich zur Stadt fahren, um ihren Geschäften nachzugehen, jeder von ihnen sagte sich also, es hätte ihm nach erfüllter Berufspflicht, während er als gebildeter Bürger eines gesitteten Staatswesens auf dem besteuerten Bahnwagenpolster in den wohlverdienten Genuss einer Zeitung oder eines kleinen Schlummers versunken saß, genau desgleichen ergehen können wie dem bemitleidenswerten Apotheker, ja es könnte vielleicht sogar noch geschehen. Denn der Gemordete wurde begraben, ohne dass von dem Raubmörder auch nur die geringste Spur entdeckt war, und wochenlang setzten die städtischen Waffenhändler erstaunliche Mengen von Taschenrevolvern, Stockdegen, Schlagringen und anderen Verteidigungswerkzeugen an die erregte Bevölkerung der sämtlichen umliegenden Ortschaften ab, während zugleich bei der Bahnverwaltung die verschiedensten dringlichen Sicherheitsvorschläge zum Umbau des ganzen Wagenparks einliefen, und bei der Polizeidirektion die mannigfachsten Verdachtsanzeigen, die immer weniger zur Ergreifung des Mörders und immer mehr zur Erregung der Bürgerschaft beitrugen. Es ließ sich einstweilen nur ermitteln, dass auf der Böschung der Vorortbahn unweit der letzten Haltestelle ein alter Kavallerie-Revolver mit zwei abgeschossenen, zwei noch geladenen und zwei ungeladenen Patronenkammern die Mordtat sowohl wie die Flucht des Täters hinlänglich bezeichnete, auch fanden die Untersuchungsbeamten in nächster Nähe des Mordwerkzeuges die goldene Uhr und Kette des Apothekers, und in dem Bahnwagen hatte bei dem Gemordeten seine entleerte Banknotentasche Blut befleckt auf dem Polster gelegen. Augenscheinlich also war der Verbrecher nach der planvoll durchgeführten Beraubung während der Fahrt aus dem Wagen gesprungen, hatte die Tür wieder zugeschlagen, den Revolver im Sprunge fallen gelassen und dabei in der Hast auch die Uhr verloren, oder er hatte Uhr wie Revolver, um sich nicht später dadurch zu verraten, absichtlich sofort aus der Hand geworfen. Eine Fußspur war aus dem Graswuchs der Böschung nirgends zu erkennen gewesen, und in dem dichten Nebel konnte der Täter sehr leicht noch an demselben Abend nach dem Hafen der Handelsstadt auf offener Straße entkommen sein, hatte sich erst wohl unterwegs an irgendeinem Feldteich gesäubert und war dann vermutlich mit falschen Papieren auf einem der vielen Auslandsschiffe als Kohlenschipper oder dergleichen schon nächster Tage in sie gegangen. Die meisten Umwohner wollten freilich aus allerlei Meldungen entnehmen, er streife noch heimlich im Lande herum, und da der massenhafte Vertrieb von Taschenwaffen jeder Art natürlich etliche freche Burschen zu neuen Gewalttaten anreizte, so schob sie der allgemeine Argwohn immer wieder auf den entschlüpften Raubmörder, obgleich diese ungeübten Gelegenheitsräuber stets bald der Polizei in die Hände fielen. Im Übrigen blieben alle Nachforschungen, auch Zeitungsaufrufe und Säulenanschläge, ob irgendwer im Deutschen Reich einen alten Kavallerie-Revolver kürzlich an irgendewen verkauft habe, trotz ausgesetzter Belohnung erfolglos, Man musste leider den Schluss ziehen, dass der Verbrecher die Waffe wohl schon in seiner militärischen Dienstzeit irgendwie beiseite gebracht und für seine spätere Laufbahn aufbewahrt hatte. Was die Bevölkerung ganz besonders erregte, war der sehr viel Gesprächsstoff bietende Umstand, dass der erschossene Apotheker, trotzdem ihm der eine Schuss die Schläfe durchbohrt, der André die Schädeldecke zerschlagen hatte, noch lebend, wenn auch bereits bewusstlos in dem Bahnwagen aufgefunden ward. Die ärztliche Leichenschau ergab, dass die Bewusstlosigkeit wahrscheinlich erst einige Minuten nach der Verundung unter heftigen Schmerzen eingetreten war, und jedermann suchte sich nun zu vergegenwärtigen, was für Gedanken dem Unglückseligen in seinen letzten Augenblicken durch das zerfetzte Gehirn gestürmt sein mochten. Dies umso angelegentlicher, als der Entzählte bei Lebzeiten in der Ausübung seines Berufes fast jedem einzigen Ortsinsassen mehr oder minder nahe gekommen und auch als Persönlichkeit weit beliebt war, ein sanfter, schmicksamer, schlanker Herr mit einem blonden Christuskopf und was bei seiner aufgeklärte e manchem verwunderlich erschien von förmlich gottgläubiger Fröhmigkeit. So legten denn alle Nachdenklichen sich selbst und anderen die Frage vor, wie wohl das Gottvertrauen des Apothekers die letzte kurze Bewusstseinsfrist nach dieser grässlichen Lebenserfahrung inerst bestanden haben möge, zumal da bekannt geworden war, dass die Witwe beim ersten Anblick des Toten nur die verzweifelten Worte herausgebracht hatte, es gibt keinen Gott, es gibt keinen Gott, auch dass sie den ziemlich hohen Betrag von 150.000 Mark, auf den der knapp 40-jährige Mann erst unlängst seien, Leben versichert hatte, und welchen ihr die Versicherungsgesellschaft unverzüglich überwies, mit keinerlei Regung des Trostes entgegennahm, sondern vor Schluchzen kaum zu quittieren vermochte, gab der gemütvollen Bürgerschaft zu vielen teilnehmenden Reden Anlass. Das menschliche Mitgefühl der Bevölkerung erstreckte sich so weit in die Runde, dass der Friedhofsgärtner nach der Beerdigung reichliche 14 Tage brauchte, um die Gräber und Bete wieder zurechtzumachen, die unter dem nicht zu hemmenden Andrang von Leidtragenden jeden Alters und Standes, einheimischen und auswärtigen, zertreten oder zerrauft worden waren. Und noch mehrere Wochen nach dem Ereignis konnte man in der ganzen Gegend keiner gebildeten Unterhaltung beiwohnen, die nicht schließlich zu der Erörterung führte, ob dem verewigten Apotheker, falls es ein Fortleben über das Grab hinaus gäbe, die Nichtentdeckung seines irdischen Mörders als ein völlig sachgemäßes Verfahren der himmlischen Gerechtigkeit einleuchten würde. Da geschah es an einem schönen Nachmittag, dass ein Gemüsehändler des Ortes, der seine Mistbete für den Winter herrichtete, durch eine Gartenhecke hindurch ein sonderbares Gespräch mit anhörte, das zwischen dem Eigentümer des Nachbarhäuschens und dessen einzigem Freunde stattfand. Dieser Nachbar war allen Leuten ein Rätsel. Als früherer Eisenbahnschaffner hatte er infolge einer Zugentgleisung eine leichte Kopfverletzung erlitten, von der ihm, wenn sein Gebaren nicht trog, eine dauernde Geistesstörung verblieben war, zwar keine richtig irrsinnige, aber die ihn nach Meinung der Ärzte doch dienstunfähig erscheinen ließ, und so hatte er vor Gericht erlangt, dass ihm die Bahnverwaltung den Abschied nebst angemessenem Sühnegeld und bis sein Geist vielleicht wieder dienstfähig würde auch Ruhegehalt bewilligen musste. Nun tat er von morgens bis abends nichts weiter, als dass er vor seinem dürftigen Häuschen, für dessen Erwerbung das Sühnegeld draufgegangen war, in verbieste erter Weise hin und her schritt. Zu jeder Tages- und Jahreszeit, bei schlechter wie guter Witterung, marschierte er da in dem schmalen Raum zwischen Hauswand und Straßenhecke wie ein Wolf im Käfig auf und ab, mit verwildertem busschigem rotbraunem Bart, beide Fäuste in die Taschen verkraben, die Mütze tief ins Gesicht gedrückt und scheu die vorübergehenden musternd, manchmal mit misstrauisch zugekniffenen, manchmal mit feindselig aufgerissenen Augen, so dass die Leute im Ort schließlich sagten, wenn er nicht wirklich geisteskrank sei, müsse er es bei dieser Art Übung allmählich bis zur Vollkommenheit lernen. Außer zu seinen Mahlzeiten und sonstigen häuslichen Geschäften, die seine Frau nicht für ihn verrichten konnte, wies sein öffentlicher Lebenswandel nur dann eine Unterbrechung auf, wenn in der Nachbarschaft irgendein Todesfall vorkam oder auch bloß zu erwarten stand. Dann verschwand er sofort aus dem Straßengärtchen, schloss sich tagelang in seine Schlafkammer ein oder trollte während der Leichenzeit, wie ein von bösen Geistern Verfolgter, in den dichten Heidegehölzen herum, die an den Friedhof angrenzten. Deswegen hatte ein Lehrer der Ortsschule, der sich in seinen Mußestunden mit Abhandlungen über Gespenstersagen und Schauermärchen beschäftigte, einmal am Biertisch im Scherz geäußert, der rätselhafte rotbärtige Kerl werde sich noch als Werwolf entpuppen, und dieses hingeworfene Wort war als Spitzname an ihm hängen geblieben und dermaßen gang und gäbe geworden, dass kein Kind sich allein in die Heide wagte, aus Furcht, vielleicht von dem wilden Mann überfallen und abgewürgt zu werden. Ob der Werwolf selbst merkte oder ahnte, was über ihn gemunkelt wurde, das wusste wohl nicht einmal seine Frau, denn zu Gesprächen neigte er nicht, sondern gab auf Anreden entweder gar nichts oder höchstens ein unwirsches Knurren zurück. Nur ein kleiner, kroneütiger, buckliger Flickschneider, mit dem sich sonst niemand recht einlassen mochte, hatte sich an ihn angenistet und verstand ihm zuweilen ein paar Worte oder gar ein Schmunzeln abzugewinnen. Das passierte allerdings selten genug, und bloß an besonders schönen Tagen, denn des Flickschneiders elenden Knochenbau flog beim leichtesten Lüftchen das Zipp-Pärlein an, und außerdem war er so schwach auf den Beinen, dass er dem unermüdlichen Werwolf kaum ein halbes Stündchen lang Schritt halten konnte. Geschah es aber, dann schien sich dieser voll tiefen Behagenz daran zu weiden, wie das kleine klägliche Klümpchenunglück mit seinem bartlosen Unkengesicht und seiner keuchenden Kläfferstimme daneben ihm hin und her hampelte, und wie die Leute das seltsame Freundespaar verstohlen von Ferne besichtigten. An einem solchen schönen Nachmittag also es war ein ungewöhnlich milder November vernahm der erwähnte Gemüsehändler, hinter der Gartenhecke knient, wie der Flickschneider plötzlich den Werwolf fragte, ob er nicht früher, vor seinem Eisenbahndienst, Serschant oder sowas gewesen sei. Und als der misstrauisch antwortete, er könne sich nicht mehr an alles erinnern, zog der André ein Zeitungsblatt aus dem Rock, das den berüchtigten Kavallerie-Revolver in größengetreuer Abbildung zeigte, und fragte mit pfiffiger Miene weiter, ob er sich hieran vielleicht erinnern könne, worauf der Werwolf erst wie entgeistert stillstand, dann in ein schreckliches Toben und Schluchzen ausbrach und den Krüppel wahrscheinlich entzwei gemacht hätte, wäre nicht die Frau aus dem Hause dazwischen gestürzt und auch der Gemüsehändler zu Hilfe geeilt. Natürlich meldete dieser den Vorgang ohne Aufschub der Polizei, und am anderen Morgen wurde der unholt von zwei Gendarmen zur Stadt befördert und ins Untersuchungsgefängnis gesteckt. Beim Verhör erklärte zunächst der Flickschneider mit untertänigstem Selbstgefühl, dass er sich feierlich dagegen verwahren müsse, als Freund des Verhafteten zu gelten. Er sei ein unbescholtener Staatsbürger und habe sich mit dem verdächtigen Menschen lediglich deshalb abgegeben, um heimlich dabei her auszustudieren, ob derselbe in Wirklichkeit verrückt sei oder bloß immerfort so tue. Die verfängliche Frage nach dem Revolver habe er eigentlich nur gestellt, weil einem solchen heimtückischen Müssigkeit doch alles zu zutrauen sei. Er wolle keineswegs die Behauptung aufstellen, dass der Wehrwolf den Apotheker umgebracht habe, es bleibe ja immerhin die Möglichkeit, dass derselbe den gräulichen Wutanfall aus reinem Ärger über die Frage gekriegt oder auch bloß geheuchelt habe. Aber er möchte doch nicht verfehlen, die Aufmerksamkeit der hohen Behörde auf den bedenklichen Umstand hinzulenken, dass der Verhaftete am Tage des Mordes schon seit dem Mittag verschwunden gewesen und erst wieder am Tage nach dem Begräbnis vor seiner Haustür erschienen sei. Wenn sich also derselbe nach Alleditem vor dem hohen Gerichtshof als schuldig erweisen sollte, so möchte er und bei diesen Worten blies sich des Flickschneiders Busenwölbung wie ein Truthahn vor dem ebenfalls verhörten Gemüsehändler auf ganz ergebenst befürworten, dass er allein den vollen Anspruch auf die für die Entdeckung des Mörders ausgesetzte Belohnung erheben dürfe. Der Beschuldigte saß während dem mit gänzlich verstocktem Gesichtsausdruck da, nur als sein Verschwinden zur Rede kam, geriet er in merkliche Unruhe, und sein zusammengebissener Mund schien wieder mit inneren Tränen zu kämpfen. Doch bewirkte seine Vernehmung nichts weiter, als dass er hartnäckig leugnete oder zumeist bloß den Kopf schüttelte, beständig die Augenbrauen runzelnd, wie wenn er die Sache nicht recht begriffe. Und da seine Frau nur in einem Fortaus sagte, sie könne sich hoch und teuer verschwören, dass sie nie einen solchen oder anderen Revolver an ihrem Mann beobachtet habe, so musste das lebhafte Rechtsbedürfnis der aufs stärkste gespannten Zeitungsleser einstweilen damit zufrieden sein, sich in neue entrüstete Leitartikel über die öffentliche Unsicherheit im Allgemeinen, wie über den unheimlichen Wehrwolf und sein jahrelang freies Herumgerenne im Besonderen zu vertiefen. Indessen ergab der Fortgang der Nachforschungen, dass der Beschuldigte um die Zeit, als Revolver des viel genannten Systems in der Armee geführt wurden, tatsächlich Sergent gewesen war, und zwar bei der reitenden Artillerie, auch dass er sich wirklich zur Stunde des Mordes nicht in seiner Behausung befunden hatte. Vor allem aber gelang es dem Flickschneider, der inzwischen zusehends in der Achtung der teilnahmvollen Bürgerschaft stieg und von Tag zu Tag mehr Zuspruch gewann, durch eifrige Umfragen festzustellen, dass die Frau des Verhafteten schon seit Jahren bei sämtlichen Krämern und Händlern des Ortes, bei Schlachtern, Bäckern und Handwerksleuten, beträchtliche kleine Schulden gemacht und ihren Mann für sein lumpiges Ruhegehalt und seine schuftige Faullenzerei Das waren ihre eigenen Worte einmal laut vor den Nachbarn ausgeschimpft hatte, und außerdem war sie am Tag vor dem Raubmord in der Familie des Apothekers beim Aufscheuern mitbeschäftigt gewesen, sodass sie von dessen Bahnfahrt zur Stadt wohl irgendetwas vorausgehört und dem Werwolf hinterbracht haben konnte. Es zweifelte demnach niemand mehr, dass dieser sein kerkliches Gnadenbrot, sei es mit, sei es ohne Wissen der Frau, durch den blutigen Handstreich hatte aufbessern wollen und die geraubten Banknoten noch irgendwo verborgen hielt, geteilter Meinung war man einzig darüber, ob er den ruchlosen Entschluss aus echtem Irrsinn gefasst haben mochte oder immer nur wieder in der Berechnung, dass sich bei standhaft geheuchelter Geistesstörung jede Schandtat ungestraft ausführen lasse. Zur großen Befriedigung sämtlicher Wohlgesinnten schien durch die nächste Gerichtsverhandlung, die eine öffentliche war, die letzt besagte Meinung bestätigt zu werden, denn als dem Verhafteten all jene Einzelheiten seiner verdächtigen Lebensführung der Reihe nach vorgehalten wurden, war deutlich zu sehen, wie der handfeste Mann aus seiner gewohnten Halsstarrigkeit allmählich gleichsam her ausstrauchelte und schließlich einen hilflosen Blick auf den freundlich lächelnden Staatsanwalt warf. Und als dieser den Blick was in damaliger Zeit ganz erstaunlich an einem Staatsanwalt war ohne Strenge erwiderte, vielmehr den erschütterten Angeklagten mit Herz gewinnender Stimme fragte, ob er nicht endlich sein Gewissen erleichtern und durch ein mutiges Geständnis vor Gott und den Menschen reinigen wolle, da übermannte den Wehrwolf ein solches Weinen, dass die meisten Damen im Zuschauerraum, sogar auch die Witwe des Apothekers, nicht anders konnten und laut mitweinten. Das alles aber machte ihn dermaßen wirr, dass er vor fassungslosem Stammeln kein klares Wort zu entgegnen wusste, sondern nur krampfhaft, während die Tränen ihm in den zitternden Bart niederrollten, bald ja und bald nein aus der Kehle wirkte, bald mit zerknirschten Geberten nickte, bald widerspenstig den Kopf schüttelte. Mehr war aus ihm nicht her auszubringen, und also musste er, bis sein Gewissen zum vollen Geständnis gereift sein würde, oder bis andere sichere Anzeichen für seine Schuld zutage kämen, in die Untersuchungshaft zurückgeführt werden. Während sich nun die Bevölkerung zwar im Grunde bereits beruhigt fühlte, aber sich umso gründlicher der immer noch schwebenden Sorge annahm, ob der Gerichtshof den Verbrecher füglich zum Tode verurteilen dürfe oder bloß lebenslänglich ins Irrenhaus sperren, ward der sittlichen Spannung der Gemüter durch zwei fast unglaublich widerspruchsvolle, jedoch polizeilich verbürgte Zeitungsberichte ein wahrhaft erschreckliches Ziel gesetzt. Der erste Bericht verkündigte nämlich, dass sich der Wehrwolf frühmorgens nach jener Verhandlung an einem abgerissenen Hemdärmelstreifen in seiner Haftzelle erhängt und auf die Kalkwand der Zelle die Worte gekritzelt hatte, ich kann nicht mehr. Ich weiß nicht mehr. Gerechter Himmel, es gibt einen Gott, wo hingegen der zweite Bericht besagte, dass der Staatsanwalt am selben Vormittag von dem Anwalt der Apothekerswitwe einen langen Eilbrief empfangen hatte, demzufolge der Wehrwolf nicht der Mörder, sondern ihr Gatte ein Selbstmörder war. Und zwar wusste die schwer geprüfte Dame dies schon seit dem ersten Anblick der Leiche, da ihr zugleich von den Untersuchungsbeamten der Kavallerie Revolver gezeigt und von ihr als Eigentum des Toten, aus seinem wie man es damals nannte freiwilligen Militärjahr her, an einem Rostfleck erkannt worden war. Um indessen so legte ihr Anwalt da den guten Ruf des Dahingegangenen, sowohl den moralischen wie besonders den christlichen, ihrer ehelichen Pflicht gemäß nach Kräften aufrecht zu erhalten, habe sie voller Selbstverleugnung so lange wie möglich zu schweigen versucht und deshalb auch die Versicherungssumme ohne Widerspruch hingenommen, zumal ihr Anrecht nach dem Vertragswortlaut als unanfechtbar gelten könne. Da aber nunmehr ein Unschuldiger für die blutige Tatscheine büßen zu sollen, und da inzwischen auch durch die Versicherungsgesellschaft bedauerlicherweise ermittelt worden, dass der dahingegangene sein Vermögen in Börsenspekulationen verspielt und demnach vermutlich die Ermordung nur zu dem Zweck veranstaltet habe, seine Familie vor dem Bankrott zu retten, so glaube Klientin die traurige Wahrheit nicht länger unterdrücken zu dürfen. Dieselbe gebe der Hoffnung Raum, dass, möge ihr Gatte auch schwer gefehlt haben, das allgemein menschliche Mitgefühl doch seinen furchtbaren Opfertod als genügende Sühne anerkennen und nicht noch seine Namen Serben denselben entgelten lassen werde. Welche Hoffnung dann in der Tat sowohl der freundliche Staatsanwalt wie die gemütvolle Bürgerschaft aufs offenherzigste entsprach, besonders als man noch erfuhr, dass sich die wohlgesinnte Witwe mit der Versicherungsgesellschaft gütlich geeinigt und ein Drittel der empfangenen Summe in aller Stille zurückgezahlt hatte. Für den erhängten Wehrwolf freilich war ihr Bekenntnis leider Gottes einige Poststunden zu spät gekommen. Aber zum Glück war vorauszusehen, dass sich die Witwen der beiden Selbstmörder, da die zweite die erste gerechterweise auf Entschädigung verklagen konnte, im Stillen ebenfalls gütlich einigen mussten. Auch blieb ja immerhin unentschieden, ob sich der Wehrwolf nicht doch vielleicht, als er an jenem Tag seine Wohnung verließ, mit der Sträflitschen Absicht getragen hatte, den anderen Meuchlings auszurauben, und jedenfalls ließ sich gewissermaßen eine Art höherer Gerechtigkeit in dem sonst peinlichen Umstand entdecken, dass dieser auf Staatskosten lebende Heuchler, dessen schlechtes Gewissen ihm nicht einmal den ruhigen Genuss seiner Rente erlaubte, sich kurzerhand selbst gerichtet hatte. Viel erschrecklicher war dem gebildeten Teil der überraschten Bevölkerung die ungeheure Verstellungskraft, die den sanften gottgläubigen Apotheker bis zur letzten Minute befähigt hatte, den Schein des Raubmordes herzustellen und Revolver nebst Ur noch im Todeskampf aus dem Bahnwagen Fenster her auszuschleudern. Doch am allerbedenklichsten war die Ungewissheit und bot jedem gründlichen Zeitungsleser noch auf lange Zeit reichlichen Gesprächsstoff, ob der Wehrwolf nun doch zu guter Letzt, laut seiner rätselhaften Wand in Schrift, in wirklichen Irrsinn verfallen sei und sich, dem freundlichen Staatsanwalt folgend, für den Mörder gehalten habe. Den Feinden der bürgerlichen Ordnung natürlich erschien das als ausgemachte Gewissheit, ja, ein ruchloser Schriftsteller jener Zeit nannte es geradezu einen Staatsfall und ein fast noch musterhafteres Beispiel von hirnberückender Eingebung oder, wie die gebildeten Deutschen sich damals ausdrückten, Subgestion als das des berühmten Hauptmanns von Köpenick. Der Menschenkenner und sein Gleichgewicht Novelle aus dem Innern eines Misanthropen Jan Goderath war sein Name, und er war stolz auf den Namen. Er hatte ihn wieder zu Ehren gebracht, als kein Mensch mehr dem alten Handelshaus traute. Und nun ging er hier durch die fremde Stadt, die ihn plötzlich an jene Leidenszeit mahnte, und konnte sich seinen Trübsinn nicht deuten, die ganze Stadt schien in Trauer versunken. Freilich, ein Volksmann war gestorben, ein ehrlicher Mann, selbst seine Feinde mussten das zugeben. Und standhaft war er gestorben, nach qualvoller Kehlkopfkrankheit, vor der Zeit, ein Opfer seiner Berittsamkeit. Aber was ging denn ihn, den reichen Weltmann Jan Goderat, den unabhängigen Handelsherrn, der ausgediente Volksfreund an? Und noch dazu ein Italiener. Dies Volk war ihm doch eigentlich ein Gräuel. Was hatte er mit einem Narren gemein, den seine Schmerzen begeistert hatten, wie andere Narren auch? Wie konnten ihn, den Menschenkenner aus Hamburg, die Trauermänen des Pöpels in dieser fremden Stadt ergreifen? Und erst dies Genua selbst, La Superba, wie diese Sündchen glorreicher Väter ihr Marmonist noch immer nannten, was war in die Bankrotten Wichte auf einmal für ein Geist gefahren? Er besah sich die vorübergehenden, das stechende Vormittagslicht behagte ihm plötzlich. War das dieselbe träge, schamlos geschwätzige Menge, die ihn noch gestern verdrossen hatte? Alle gingen sie schleichend wie sonst, fast noch schleichender, ohne ihr zweckloses Glieder er gefuchtel, und keiner kam ihm träge vor. Der enge Kossel wimmelte wie Licht von Menschenköpfen, durch die sich nur selten ein Fuhrwerk schob, aber die Kutscher schrien heut nicht, jede Stimme klang verhalten, wie durch die grauen Paläste gedämpft, und die Gesichter schienen sich den stolzen Mauern anzupassen, die düster in den blauen Himmel grenzten. Selbst wenn ein schönes Weib vorüber kam, lief ihr kein hündischer Blick aus lüstern schwarzen Augen nach, in allen diesen Augen glomm ein traumhafter Ernst was war das nur. Schon unten am Hafen war ihm aufgefallen, dass heut die Arbeit ohne Lärm und Flüche und Gelächter vor sich ging, sogar die Maultiertreiber in den Steinbrüchen schlugen weniger roh auf ihr bepacktes Viehzeug los. Doch das, nun ja, das waren Arbeitsleute, denen mochte der gestorbene Gleichheitsmensch wohl wirklich etwas bedeutet haben. Aber hier, im Innern der Stadt, was hatten diese flunkernden Kaufleute, diese Tagediebe und Weiberknechte, mit dem Mann des Volkes zu tun? Und was erst all die Fremden hier? Was gab dem dürren Franzosen dort, mit der Orangen Blüte im Knopfloch, solchen feierlichen Ausdruck, dass die beiden Säulen des alten Portals, vor dem er zufällig wartete, wie sein natürlicher Rahmen wirkten, trotz seines modischen Reisehutes? Tat das der Tod? Nein, dazu war dies Volk von Weichtkindern zu leichtherzig. Erst vorige Woche hatte er in Pisa einen hohen, weit beliebten Beamten zu Grabe bringen sehen, die ganze Stadt war auf den Beinen gewesen, sämtliche Glocken läuteten, acht Barfüßer Mönche trugen den Katafalk, all ihre Ordensbrüder schritten voraus und goldverbrämte violette Priester, dazwischen Jungfrauen in weißen Kleidern und Kinder mit grünen Kränzen im Haar, alle mit großen brennenden Kerzen, Chorknaben sangen Litanein, zwei Väter Jesu führten die gebrochene Witwe, die Frauen des Gefolges. Weinten laut und eine Stunde später war von dem ganzen Straßenschauspiel auch nicht ein Hauch mehr zu spüren gewesen. Und die Pisaner standen doch im Ruf der Gründlichkeit, er selber hatte sich bei ihnen wohl gefühlt, es musste da wohl vor Jahrhunderten germanisches Erobererblut in die Bevölkerung gedrungen sein. Und heut nun, hier in Genua, wo jedes welsche Unkraut sich sonst brüstete, schon seit dem frühen Morgen diese Stille. Ihm war, als ginge er in einem Strom von Wallfahrern. Was hatte all die Menschen so seltsam in sich gekehrt? Der tote Volksmensch war doch nicht einmal mit Pomp bestattet worden. Kein Mönch noch Priester war dem schmucklosen Holzsarg vorausgezogen, sechs barhäuptige Arbeiter hatten ihn getragen, keine Träne war geflossen, und keine Glocke läutete. Oder war's etwa gerade das? War dieser ungewohnte stumme Eindruck den Schwätzern auf die Seelen gefallen? Dieser farblose Eindruck, der Zug der hundert schwarz gekleideten Männer, wie sie paar weiß, alle mit bloßen Köpfen, die Hüte in der Faust, finster und wortlos hinter der Bahre hergeschritten waren, unter dem schwülblauen Himmel. Selbst einen Offizier der Kriegsmarine hatte er da die Mütze lüften sehen. Und hatte nicht er selber, Jan Goderat, sich da sagen müssen, dass es doch Ahnen dieser Männer waren, die hier die schlichte Straße von Palästen, mit dieser strengen Wucht der Außenwände, dieser ruhigen Kühnheit innen, einst hatten bauen können. Er trat hinein in eines der machtvollen Treppenhäuser. Wenn jetzt durch diesen Säulenhof, in dem die starre Hitze brütete, ein Mann im Arbeitskittel käme, er würde den Hut vor ihm abnehmen. Was war ihm nur? Ihn konnte doch der Eindruck von ein paar Dutzend Leidtragenden nicht aus dem Gleichgewicht bringen. Die Zeit lag doch wohl hinter ihm, er war doch über die dreißig hinaus. Gewiss, der Eindruck war schön gewesen, schön und ernst, vielleicht auch edel. Das brauchte ihn doch aber nicht in seiner Ruhe zu stören, er hatte sie sich schwer genug verdient. Was ging denn ihn das welsche Elend an? Dem war ja doch nicht zu steuern. Was ging ihn überhaupt das Leid der Menschen an? Als ob es ohne Leid Glück geben könnte. Das blieb doch in alle Ewigkeit so. Er trat wieder auf die Straße. Und wieder fühlte er aus allen Augen das stille Flimmern auf sich wirken? Oder störte ihn etwa nur das Licht, das von dem heißen Marmorpflaster prallte. Er ging hinüber in den schmalen Schattenstreifen, es war, als ginge er durch ein Gespinst, das all die dunklen Köpfe verbannt. Und keiner sah doch traurig aus. Es schwebte nur wie eine Andacht zwischen ihnen, als horchten sie auf etwas Fernes, Klares. Das konnte doch der Tod nicht machen. Das konnte doch nicht Erfurcht sein. Was galt denn dort dem Fuchs Gesicht, was dort den beiden Professoren der Gestorbene mit seinem unklaren Zukunftstraum? Was war das für ein Zwangsgefühl, das diese ganze Stadt erfüllte? Und ihn mit? Er war doch schon ganz anderer Stimmungen her geworden, die ihn viel näher betroffen hatten, damals, als sich sein Bruder vergiftete, der hatte auch so rührende Augen wie diese braunen Ja, damals war ihm der Vater am Herz Schlag gestorben, und er allein hatte alles gerettet. Er bog in den Platz vor dem Post Gebäude, hier staute sich die Menschenmaße. Die Stimmung war noch seltsamer hier. Die grelle Hitze machte alle Mähnen noch gespannter, bis unter die Arkaden des Gebäudes schien diese hohe Spannung zu schweben. Selbst der verkleidete Messerhändler, dem sonst sein kriechendes Lächeln so feil wie seine Dolche war, ging heut in seinem blau gestickten Dalmatiner Mantel wie ein verbannter Fürst umher. Man hörte kaum ein deutliches Wort. Jeder schien sich, wenn er sprach, auf etwas anderes zu besinnen, etwas Vergessenes, Heimliches. Was war das nur? Hier all die Müßigkeiten gär hatten doch den Toten nicht geliebt. Und er, Jan Goderat Senior, liebe fast hätte er laut losgelacht mit dem Gefühl war er doch gründlich fertig. Das hatte sein Bruder ihm abgewöhnt. Er atmete schwer auf, was lag ihm an dem Kehlkopf kranken Zukunftsapostel? Was an dem ganzen Gemurmel hier? Wenn er die Augen etwas schlössse, würde die Stimmung vorüber sein? Nein, selbstverständlich, nur noch beklemmender kam sie dadurch zu Gefühl, ihm war, als stünde er in seiner Vaterstadt, verloren wie ein Blinder, inmitten einer großen Kirchgängerschare. Er mochte das nicht länger ausstehen. Ein Glück, das ihn der deutsche Maler erwartete. Das Brustbild sollte heute fertig werden, so beim Modell stehen würde er sein Gleichgewicht schon wieder finden. Er nahm die Richtung in die obere Stadt. Denn ja, das Gleichgewicht, das war das Höchste, die starke Vernunft. Die hatte ihn gemäßigt damals, in seinem Wutanfall, als er fast seinen Bruder erschlagen hätte, den Toten Schuft, der ihn mit zum Betrüger machen wollte, der Lüder Jan. Ja, er war stärker als seine Liebe, er hatte die Probe bestanden. Wie kam er nur darauf, heut sein Gefühl zu befragen? War etwa das Gefühl zu schwach gewesen, wenn die Vernunft so stark war damals? Das war doch dann kein Gleichgewicht. Sonst wäre doch Eintracht in seiner Seele. Ein Jahr lang war er nun gereist und glaubte alles verwunden zu haben und ein paar hundert flüsternde Menschen konnten ihn aus der Fassung bringen. Eine Herde, die sich selbst nicht begriff. Er fuhr sich heftig über die Stirn. Nun, dank der Kunst er musste lächeln jetzt war er bald heraus aus dem Geräusch. Hier schlichen nur noch vereinzelte, wie bloße Schatten sahen sie aus, es schien sie alle etwas nach unten zu rufen. Er stieg die breite Treppenstraße zu dem oberen Korsöl hinauf. Er spürte die Apenninen Luft schon, trotz der sengenden Sonne. Es war doch ein Wunderwerk von Stadt, schier ebenbürtig der reichen Natur. Welche ungeheure Arbeit sprach allein aus den Grundmauern, auf denen sie rings die Bergterrassen empor klommen, aus den hunderten von steinernen Stufen hier, den Quadern der Umwallung dort im Zickzack um den Korsöl, aus all den Brücken über die Felsenspalten, und oben aus dem Zug der Festungsblock Werke, der Altersgrau den Kallen Höhen Kamm krönte, das war alles Menschenwerk. Ihm fiel die Inschrift ein, die er heut Morgen am Hafen unten gelesen hatte, an dem Palaste, den einst das genüssische Volk dem Kreisen Doria schenkte, Jutti, Maximilabore Cem Fessocod, Ocio Digno qui es giperit er übersetzte sich das schlechte Latein, damit er, nun sein Herz von der gewaltigen Arbeit ermüdet ist, in würdiger Muße ausruhen könne ein Schauer überlief ihn, hier rings auf all den Berg abhängen, die ihn im Halbkreis umarmten, ragte die Arbeit von Hundertausenden. Er wandte sich und sah hinunter auf die Stadt. Wie sich da hohes und niederes einte Paläste und Straßen fluchten, die flachen Dächer und die Türme, Gärten und riesige Wohnhäusermassen im wogenden Weißglanz des Mittags. Dort lag die Villa Necro, mit ihrem Park von Lorbeeren und Myrten, Zypressen, Palmen, Zitronenbäumen, mit allen Blumen des Orients und jedem Laubholz des Nordens so lieblich hatte sie ihm nie gedurcht. Er glaubte das Geplätscher ihrer Springbrunnen, die kleinen Wasserstürze der Krotten zu vernehmen, und ihr zu Füßen das Gewehr der Gassenschluchten, in Zirkellinien um sie her, dies Spinnennetz, dem er soeben entronnen Wie sich das nun zusammenschloss, Altes und Neues, unter der glutblauen Himmelsglocke. Jeder dunkle Fleck, selbst die verwitterten Kirchenkuppeln, schien ihm verklärt, bis ins Gewimmel des Hafens hinab. Wie alles zu ihm her zu streben schien, tief her, fern her, die Menschheit unten, Leuchtturm und Schiffe, das silberweiße blendende Meer, er musste die Augen schließen. Ein heulender Pfiff riss sie ihm auf. Im Tal zur Linken kam ein Bahnzug aus dem Tunnel her ausgedampft, der hier im Bogen unter der Stadt herumlief. Er schätzte, dass er gerade drüber stand. Wenn jetzt die Erde sich öffnete, würde er in den Schienenschacht stürzen, die Mauern des Korzels über ihn her. Auch unsichtbar die Arbeit von Tausenden, vielleicht mit von den Männern, die heute den Toten getragen hatten. Wenn nun die Männer ihr Werk zerstören wollten. Was hinderte die Tausende? Ein paar Dutzend Fästchen Dynamit, planvoll den Tunnel entlang verteilt, würden die Stadt in den Hafen schleudern, Samtfestung, Zuchthaus, Irrenhaus. Er hörte die wankenden Felsen schon donnern, die sie auftosen und Orkanne heulen. Die Dächer der Paläste bäumten sich, Kirchtürme flogen durch die Luft, die Kuppeln platzten und die Gärten tanzten. In brandgelben Kurven schossen Marmor Statuen ins kochende Meer, Gemäldegalerien flammten auf, Schiffstrümmer, Bibliotheken. Durch den verfinsterten Himmel, durch Qualm und Feuer und Wolken von Schutt scholl das Geschrei Zerberständer Birker Boy C.H.E. und oben über dem Rachegericht auf den umrauchten Höhen des Appennens standen die Tausende mit heißen Augen der Märtyrer denkend, die sich damit geopfert hatten standen zu neuer Zukunft bereit. Er wischte sich den Schweiß von den Backen. Was war ihm nur? sah sah er bei hellem Tag schon Gespenster wie die Dorfschäfer hinter Hamburg. Was war das für ein Zwangsgefühl? Die Männer unten hatten doch nicht drohend ausgesehen, eher bittend, als ob sie etwas zu erringen suchten. Was hatte er damit zu tun? Er reckte sich. Ja, diese seltsam suchenden Augen, er nickte und schritt weiter, jetzt war er bald am Ziel. Merkwürdig, auch der Maler hatte manchmal diese Augen, halbbettelnd, halbfordernd, der arme Teufel. Nur dass sie grau waren, not seegrau, wie seine eigenen Augen grau, und doch wie Hunde Augen. Ja, wie ein Schweißhund vor der Jagd, heiß hungrig, scheu. Und diese schräge Verbrecherstirn, der filzbraune Spitzbart, die kurzen Beine. Der Mensch war ihm doch eigentlich widerlich. Der passte unter dies welsche Gesindel, halb Lassarone, halb Genie. Warum hatte er ihn bloß ausgesucht? Warum sich von ihm malen lassen? Von diesem Schecher der Kunst. Wie er ihn immer anstarrte, als wollte er die Seele ihm aus dem Leibe pinseln und dann war's nichts als Stückwerk. Was hatte ihn hingeführt zu dem Menschen? Etwa dass er aus Hamburg war? Aus seiner Vaterstadt? Paar? Heimweh? Lächerlich? Kinderkrankheit? Oder dass er mit seinem Bruder befreundet gewesen? Nun, das vielleicht, er wollte sich wohl absichtlich prüfen. Denn vor zwei Jahren hatten sie drei da oben hinter Hamburg gestanden, auf den Elbhöhen draußen, bei Sonnenuntergang, die Aussicht über den Strom zu Füßen. Der strömte so breit, als wenn das Meer schon anfinge dort. Und der Maler hatte sich abgewandt, die rauchenden Dörfer jenseits anstarrend, die in der Abendglut zu brennen schienen, denn er, er machte in Bruderliebe, Jan Goderath Senior Nachfolger er hatte dem Schwächling noch einmal geglaubt, sie waren ja doch ein Fleisch und Blut zwei Tage bevor er es kennen lernte, verachten lernte, dies Fleisch und Blut, die ganze menschliche Sippschaft. Was ging ihn jetzt der Mensch noch an? Der hatte wohl gar um alles gewusst, vielleicht die Wechsel gar Fälschen helfen. Nun, morgen würde er weiterreisen, ob nun das Bild heut fertig wurde oder nicht. So trat er in das Haus hinein. Hier war es kühl, die steinerne Stiege frisch gespült, jetzt würde er gleich Ruhe haben. Wenn der Mensch ahnen könnte, wie ihn der Pöbel entzwei gemacht hatte. Ja, Gleichgewicht. Die Eintracht zwischen Vernunft und Gefühl, wie zwischen zwei gleich starken Herrschern, wenn das zu malen wäre, wenn es das gäbe, in einem einzigen Menschen Gesicht, in einer Seele von Mann auf Erden, der sollte sein Freund sein. Da stand der Spitzbart schon in der Türe, bedienten Seele. Und der also dutzte ihn, dem gab er die Hand sie gingen vor die Staffelei. Er trocknete sich die Stirn. Hast du das Kinn nicht zu massig gezeichnet? Ich sehe ja aus wie Bonaparte vor Moskau der Spitzbart, grinsend, mit dem hast du auch manchmal Ähnlichkeit, ach so. Das sollte ihm wohl schmeicheln. Ich habe mit niemandem Ähnlichkeit, der Kursis chedig Bauch ist nicht mein Mann der André, kleinlaut, das Kinn ist gut. Lass nur die Augen erst fertig sein, es liegt tatsächlich nur an den Augen so. Nun, dann kann man wohl anfangen ja er stieg auf das Trittbrett und lehnte sich an das Pfostengerüst. Der dürftige Raum war drückend warm. Vom Apennin her tönte ein Horn signal. Sie schweigend in die Augen, nur das Geräusch des Malens war noch hörbar. Wie ihn der Mensch wieder anstarrte jetzt. Wie er sich quälte für sein bisschen Brot. So quälten Hunderttausende sich. Hatte er etwa Mitleid mit ihm? Der Reiche mit dem Armen? Er, Goderat Nachfolger lächerlich. Er hatte doch damals kein Mitleid gehabt, mit seinem eigenen Bruder nicht, als der um Geld nach Amerika bettelte. Nun gar mit diesem wildfremden Stall Tüemper. Habt ihr euch eigentlich lieb gehabt? Hörte er plötzlich wie fair in her fragen. Was fiel dem Menschen da drüben denn ein? Ich spei auf die Liebe. Er schrie es fast. Warum denn nur? Fragte etwas in ihm. Entschuldige, hörte er. Schweigen. Und wieder starrten die Augen ihn an. Und wieder starrten sie Nordseegrau. Und in dem Grau war etwas Flackerndes. Was war das nur? Das war ja unheimlich. Das war ja viele Meilen fern, wie ein Gespinst zwischen ihnen, ein flimmernder Strom, und jenseits brennende Dörfer. Und über den Strom her kamen tausende, barhäugtig, paar weiß, auf ihn zu, die trugen einen Toten. Und starrten ihn an mit Menschen Augen, heißhungrig, scheu, halbbettelnd, halbfordernd. Als wäre etwas in ihm, das sie suchten, etwas Vergessenes, Fernes, Klares. Und plötzlich strahlte es auf in ihm, und strömte über, hin zu ihnen, ein Licht, ein Meer, ein Nebelglanz. Was ist dir, Mensch, rief eine Stimme erwankte, taumelte, verlor das Gleichgewicht. Und heiße Tränen machten ihn blind, und blindlings wankte er in zwei Arme, und küßte den Bart, der ihm soeben noch widerlich erschienen war, küßte ihn weinend wie ein Kind, und lachte, und ermannte sich. Oh, das war mehr als Vernunft und Gefühl. Das war doch Liebe, nicht Mitleid, Nein. Das war die Liebe, leidlos ob Fleisch und Blut, die Eintracht und das Gleichgewicht. Das war die alles besillende Liebe. Die Knie zitterten ihm, er musste sich setzen. Er fühlte den kranken Volksmann sterben, der Zukunft zu Liebe, vor der Zeit, er fühlte die Sehnsucht der Tausende Leben, wie Brüder zu werden, der Freiheit zu Liebe, er fühlte die Opfer der Arbeit alle, dem Leben aller, aller zu Liebe. Und er, er hatte die Menschen verachtet, er, Goderat, der Menschen Kenner. Er reichte dem Maler die Hände hin, ich hab mich versündigt an meinem Bruder. Das Gesicht eine halbe Stunde Seelen Leben er saß und konnte nicht los aus diesem Lasten den Bann. Immer wieder sank er über ihn, wie ein magnetischer Ring um die Stirn, und lähmte seine Hand. Seit Wochen nun schon, seitdem er wieder gesund war. Immer, wenn er malen wollte, immer die eine große, unerfüllte Lust, das Ziel der hundert frohen Mühen und Entwürfe, das Bild, das Bild, ihr Gesicht, was er auch Neues vornehmen mochte. Er hörte sie im Nebenraum hantieren, durch den Teppich hindurch. So verhalten klang es, so fremd. Und die Brandflecken auf dem Teppich, wie sie ihn quälend erinnerten. Er fühlte seine starken Schultern zucken, ohne dass er es wehren konnte. Er sah müde und verächtlich in die Landschaft auf der Staffelei und warf den Pinsel weg und sah scheu nach der Wand drüben, nach dem Menschenbild da. Da hing es und wartete, das letzte von den vielen, das sie noch gerettet hatte aus dem Brande, im letzten Augenblick, aus den fliegenden Flammen. Es war wie ein Alb, diese ungelöste Aufgabe, dies Gesicht. Oh gewiss, es war ja fertig, war ja ein Bild, ein Bild, wie nur er es malen konnte, dies weib da, mit der Narzisse in den streng gefalteten Händen. Sie duftete fast, die vorgebeugte, makellose, leuchtende Blüte, mit dem purpur-gelben Grün-Chen auf dem weißen Stern, die berauschende Blüte vor den jungen, nackten, vollen Brüsten und darüber ihr stumm gewährender Mund und darüber die blauen drohenden Augen, groß und dunkel ins Weite gerichtet und darüber all ihre Haarglut, schwer und goldrot wie Kupfergold, schwarz-grün umschattet vom dichten Laubwerk des alten wilden Mürtenbaumes, mit den kleinen, schimmerweiß schwellenden Knospen. Ja, seine Freunde hatten gescholten, das erst der Welt nicht zeigen wollte, damals. Aber das war es ja, auch jetzt nicht. Und nie, niemals, bis er das eine gefunden, das noch drin fehlte, ihm nur sichtbar, das nur er vermisste in diesen Bildern, das letzte Rätsel ihres Gesichtes, das, warum er sie liebte. Oh, und nun war es unmöglich, war es zerstört, dies stille lebendige Rätsel, von den Flammen gefressen das Geheimnis ihrer Züge, von Narben zerrissen dieser stolze Hals, diese schmicksamen Lippen und um seine Twillen. Und er hatte doch gewusst, mit seiner ganzen Kraft gewusst, dass es endlich ihm glücken würde, dass er ablauschen würde und auf die Leinwand zwingen, dies lockende Wunder. Nicht aus den Augen, nicht aus den Mundwinkeln. Da saß es nicht, in keiner Einzelheit. Auch in der Stimmung nicht, das hatte er alles versucht und getroffen. Es war ein Ausdruck, ein Ausdruck. Und er war ihm so nahe gewesen, in seinem letzten Bilde, dem an der Wand da drüben, dem Einzigen übrig gebliebenen. Und jetzt, jetzt? Er presste die Finger ineinander, er hätte sie blutig drücken mögen. Und all das, weil er sie liebte, gerade weil, und weil er so stark war. Ob es wohl Strafen gab, Strafen der Kraft, aus sich selbst, hatte er deshalb den Fuß gebrochen? Ob Liebe Sünde war? Nicht überhaupt, aber für ihn, Sünde gegen die Kunst. Übermannung. Denn es war ja nicht gleich so gewesen, was ging in ihre Seele an? Aber allmählich O aber das war's ja, das Heilige, auch für den Künstler, das, was ihm die Augen geöffnet hatte, das Allerheiligste der Form, die Bannende Seele, die Gegenseitigkeit alles Lebendigen. Und so war's denn geworden, das Modell zum Weibe, der Leib zum Wesen, und immer gegenseitiger dem Künstler ihre Schönheit, und immer gegenseitiger dem Menschen ihr Nein, er wollte es nicht. Nur mit den Augen wollte er sie haben, ihre Augen, die Nacht blau dunkeln, schwimmenden Blumen, ihr klares Wald sie stilles Gesicht alles. Und doch, wie er sie dann erkannte, diese Gestalt, Blick für Blick, und Ahnung um Ahnung sicherer wurde, fester im Bilde, und alles sich ihr entgegenspannte in seinen Sinnen, und ihre Innigkeit mit seiner Sehnsucht wuchs, es war ja Natur, Natur, war das Ohnmacht. Jener Augenblick, nach jenem letzten Bilde, als er sie am Handgelenk heranriss, noch zitternd vor schaffendem Entzücken, und ihr den neuen Ausdruck zeigte, der sie fast enträtselte, diese verlangende Keuschheit und dann sie ansah, heiß und durstig, dass eine letzte suchend, dass sie's nicht aushielt länger und an ihm niederwankte, so warm und schwer, und er an ihr, O Versunkenheit! Und dann, dann, es war zu hart, zu widersinnig hart vom Schicksal, wie er sie hochgerissen hatte mit tollen Armen, schreiend vor Lust und doppeltem Glücksgefühl, und mit ihr über den Schemel sprang, dieser türkische Knöchelbruch über den er damals noch lachen konnte in seiner schwelgenden Liebe damals. Er lauschte. Was sie wohl dachte jetzt? An ihn nur? Das fühlte er? Das war das schwere, der magnetische Ring. Wie still sie wieder saß. Dass er sie nur nicht merken möchte, da in der kleinen Kammer, hinter dem Teppich, nichts rührte sich, so war's nun Tag für Tag. Und abends die Angst, die heimliche Angst, mit der sie sich im Dunkeln hielt, im Halblicht, oder ihr Gesicht verhüllte, dass er es nur nicht sehen möchte, dass er sie nur vergessen möchte, ihre tote Schönheit, das Bild ihrer Seele, diese quälende Unmöglichkeit. Ja, die Angst in der Luft, das war's, das machte ihn zunichte, diese Art Liebe. Ja, und war denn das noch Liebe? Dieser lähmende Zwang, war nicht alles bloß Erinnerung. Nicht einmal nachts, nicht anrühren konnte er sie mehr, ohne dass es wieder vor ihm stand, das ganze furchtbar rote Schauspiel, und ihm heiß und kalt die Sinne benahm. wie sie ihn geweckt, ihn herausgehoben hatte mit seinem kranken, dick verschienten Fuß aus dem qualmenden Bett, hinter ihr her schon die leckenden Flammen, durch die Tür und hinab die zwölf dunklen Treppenstufen Oh, sie war stark, fast so stark wie er, und dann zurück gestürzt war und sich nicht halten ließ, wieder hinauf, um das Bild noch zu retten, das eine wenigstens hinein in das glühende Viereck oben, mit den langen offenen Flechten, die im Feuerschein flossen wie rollende Wellen dies flimmern, und auf einmal der Schrei, dieser schrille zerreißende Schrei, und das polternde Bild, herunter zu ihm, und oben sie, groß, in entsetzlicher Pracht, mit den greifenden Armen, die roten Haare zu bläulichen Funken zerflatternd, eine sprühende Glorie, züngelende Flügel um den keuchenden Busen, und die grauenhaft flackernden Augen, und er, hilflos da unten sich krümmend, und noch einmal der Schrei, der heiße, tierische Schrei und sein eigener Schrei, wie sie wieder sich dreht, eine brennende Gabe, noch einmal hinein, dass ihn die Sinne verlassen, bis die Leute ihn wecken und sie neben ihm liegt, in den Teppich gewickelt, nachdem sie zurückgerannt in letzter grässlicher Besonnenheit, um den lodernden Schmerz zu ersticken, das tapfere, starke Geschöpf seine Rett Ehren, ob sich das wohl malen ließe, feurige Flügel, nein, Nareid, so wenig wie der Sonnenstrahl, der da auf der Palette blitzte, ach, das Sonnenlicht, wie ihr Haar drin schillerte früher, so glatt und wogend, ob es wohl wieder wachsen würde, aber was nützte das, ihr Gesicht, das war das Unersetzliche, die Erinnerung, die ihn zu ihr zog, nein, von ihr stieß, er stierte zu Boden, wenn sie doch gestorben wäre, wirklich gestorben, nicht bloß in ihm, dann würde er zu ihr beten können, sein ganzes Leben lang, ruhig, traurig, wie als Kind zur Jungfrau Maria, nein, Maria Magdalena war es immer gewesen, die hatte er immer im Stillen gemeint, seitdem er sich heimlich die Bibel gekauft, wenn er zur Strafe hinknien und beten musste. Magdalena, die liebreiche Sünderin, ach, was sollte dies grübeln? Sie lebte ja, lebte und liebte ihn, und war gesund, gesund wie er. Oh, das schöne, blühende Wort, Oh, ihre quälende Hässlichkeit, ihre mahnende Nähe, die Lust und der Abscheu, Ohnmacht. Er sah wieder auf, nach dem Teppich, nach dem Narzissenbild, wenn er's verkaufen würde, ob er dann vielleicht Ruhe hätte. Wozu auch diese Versessenheit, ohne Sinn und Verstand, auf das eine einzige bisschen Seele? Wozu denn überhaupt der ganze pedantische Tiefsinn? Warum war's ihm nicht genug an dem farbigen Witz, wie den anderen, an der Lichtfluenkerei, über die er sonst spottete? Es war doch so einfach, was Neues probieren. Aber sie, sie blieb ja. Und wenn er das Bild in Stücke zerschnitte, die Erinnerung blieb, solange sie selbst blieb, und mit ihr der Zwang. Und die Erinnerung ließ sich nicht malen. Freiheit. Ja, das war das Ungesunde, das war unsittlich, diese wieder natürliche dumpfe Gemeinschaft. Knechtschaft. Leibeigenschaft. Er starrte auf die Palette, ein Wolkenschatten wischte den Lichtstrahl aus. Wenn er ihr Schminke gäbe, ihn ekelte. Und die Form bliebe ja dennoch zerstört, die Seele im Gesicht. Und ihre Scham, ihr Stolz. Dann würde sie gehen. Aber das wollte er doch. Dann das Bild auf die Ausstellung, weg damit. Eine Reise, Gletscher Sonne. Ein, zwei Jahre würde es schon reichen, das Geld für das Bild und der Rest seiner Erbschaft. Er würde bloß arbeiten. Und er hatte ja genug gelernt an ihr. Er wollte es den anderen schon zeigen, warum er so lange im Stillen gesessen. Und sie? Sie war ja klug genug, die Professors Tochter. Sie könnte ja Unterricht geben, oder Buchhalterin werden, oder er würde ihr selber was schicken. Nein, schändlich, das würde sie nicht nehmen. Und, und wenn nun die Leute sie nicht wollten? Mit ihrem entstellten Gesicht. Oh, dies Gewissen? Warum hatte er dies Gewissen? Ja, für die Kunst, da war's gut. Aber fürs Leben? Fürs Leben brauchte man doch kein Gewissen? Nicht weil er sie verführt hatte, nein, er sie ihn, oder weil sie von den ihren geächtet war. Eine Verstoßene und um seinet Willen. Nein, das war ja aus ihr selbst so gekommen. Warum war sie denn wieder gekommen, noch ehe er von Liebe was ahnte, und immer wieder, bis sie bleiben musste? Das war ihr Verhängnis. Ja, ihr eigenes Verhängnis, ihr Wille. Weil sein Ernst sie lockte, was die Eltern auch sagen mochten. Weil sie seinen reinen Willen fühlte. Aber, aber war er denn rein? Ja, bis er ihn verlor, in jenem Augenblick, den Willen zur Form. Nein, schon vorher, bis er die Seele sah. Aber das war ja die Form, die Bannende Seele, was er gesucht hatte, was sie gespürt hatte, warum sie ihm vertraute, ihm, dem Künstler. Nein, auch dem Menschen. Dem Menschen, der über sich stand, über sich und Natur, über Seele und Leben, Kraft seines formbeherrschenden Geistes. Und doch war es doch dieselbe Natur, dieselben Sinne, derselbe Geist, die Kraft des Künstlers, des Menschen. Ja, da hing's, jener Augenblick, jenes Bild, seine Kunst, sein Leben, sein Wille, ihr Wille, das war alles dasselbe, das folternde, drohende selbe. Denn sein Leben, ja, das war er ihr schuldig, ihr, seine Rettehren, sein Leben, seine Kunst, seine Seele, seinen ganzen Beruf und Zweck in der Welt. Er fuhr zusammen, ein neuer Wolkenschatten schlicht durch die Stille. Er presste die Augen zu. Er wollte es schon gar nicht mehr sehen, das fordernde drohende Bild, er hasste es schon. Er drückte die Fäuste in die Augen, dass sie flimmerten. Er sah es nur mächtiger, in sprühendem Glanz, und sah sie, sie, wie sie jetzt war, mit dem starren gestaltlosen Mund, mit dem haarlosen Kopf, mit den Narben um Wangen und Kinn, dem blanken, stremen roten Hals. Er stöhnte laut auf, dass ihn kraute, vor der hohlen, einsamen Stimme. Da, das war doch nicht seine Stimme. Zagend, suchend kam es durch den großen Raum, rief fast zu, weich und schwer, wie der Teppich, den er schwanken hörte. Er sah nicht auf. Er fühlte, wie sie fragend stand. Nur nicht jetzt ihr Gesicht. Er wollte sprechen. Da kam sie. Er wollte den Kopf schütteln, aber ihre Hand auf seiner Schulter, ihr Warten. Es war nicht möglich, es zwang ihn hoch. Er musste sie ansehen, ansehen, das graue Morgenkleid hinauf, ihren Hals, und rot, und ein brausendes Schwarz. Seele, der Blick, ihr Gesicht. Das war über Gewalt, da stand sie, hoch, starr, erhebend, ich werde gehen und wollte sich wenden. Und er sah sie an an und seine Augen wurden immer weiter, dass sie nicht los konnte immer sehender und seine Finger tasteten und griffen, es zu fassen, zu halten, das unerkannte, letzte, eine, das heilige Wunder, das, was ihn zu ihr in die Knie riss, warum er sie umklammerte weinend Offenbarung stammelnd, ihre große Sittlichkeit, die Schönheit ihrer Erschütterung. Und nun, weich, weich, schwer und leise sank auch sie herab an ihm, Knie an Knie, kinderfromm, anders wie damals. Und er küsste die gestaltlosen Lippen, und schlang die Hände um den haarlosen Kopf, und hielt sie von sich, schauend, schauend, nein, das lag nicht in den Augen, nicht in den Mundwinkeln, in keiner Einzelheit, das würde ihn zur Andacht zwingen, und wenn sie ganz verschleiert vor ihm läge, diese herrliche Hoheit, diese selige, siegende Demut. Und er musste es sagen, lachend, das Überflüssige, ich liebe dich und als sie sich erhoben von den Knien, in ihrer Klarheit, und der breite Sonnenstrahl auf der Palette blitzte, nach der Wand hinüber, nach dem Myrten Wilde, da stieg es vor ihm auf, neu und mächtig, weißt du, wie ich dich malen werde. Sturm und Nacht Fackel brand nur Auge und Bewegung, Magdalena, beglückt den Gekreuzigten Tragend, vom Kreuzweg Tragend sprach ihre Seele. Das hölzerne Bein Humoreske an einem sehr warmen Frühlingsabend saßen in einem japanischen Hotel vier europäische Gäste beisammen, ein Konsul mit seiner jungen Gattin, ein ihm vom Club her befreundeter Baron, und ein zu Studienzwecken hergereister Doktor der Naturwissenschaften, der sich über diese Freundschaft allerlei stille Gedanken machte und daher laut über etwas anderes sprach. Mein verehrter Herr Doktor, entgegnete nun der Baron und schlug mit seinem Stock an sein rechtes Bein, so dass es einen harten Klang von sich gab, ich möchte ihre Philosophie, mit der sie uns soeben erbaut haben, nicht nicht die Feuerprobe stellen. Den Lohn, den die edle Tat in sich selbst tragen soll, den trägt doch wohl höchstens der Täter in sich selbst ständig. Und wenn er sich keines Spiegels bedient, woraus sieht er, dass seine Tat edel war? Vielleicht war sie eitel Naritai. Der Spiegel aber mag noch so heimlich hängen, er bedeutet immer das Auge der Welt. Der Angeredete blickte absichtsvoll unter den Sonnenschirm seiner Nachbarin und fragte angelegentlichst, sind sie auch so unfrei, gnädige Frau? Brauchen sie immer ein fremdes Auge, um selbst zu fühlen, wie schön sie sind? Die junge Frau errötete langsam, während der Baron sein schwarz geändertes Einglas unter seine Sandel holzrote Braue klemmte und mit seinen onyx schwarzen Pupillen schamlos auf ihren Gatten starrte, der statt ihrer lachend erwiderte, aber Doktor, sie sind ja der reine Buddhist. Es wird Zeit, dass sie nach Europa zurück gehen. Wenn sie erst glücklicher Ehemann sind, werden sie anders über die Damen denken. Der junge Naturforscher sagte nie, mit einer beteuerten Handbewegung. Die schöne Frau ließ ein schüchternes Bravo hören. Der Baron klopfte wieder an sein Bein, hob die Juwelen geschmückte Linke, tupfte an seinen schwarz gefärbten, amerikanisch gestutzten Schnurrbart, um ein Gähnen zu unterdrücken, betastete noch sein rotes Haupthaar und versetzte kameradschaftlich, lieber Konsul, wozu den Doktor bekehren. Lassen wir ihm seine Lebensweisheit, wir sind beide wenig älter als er. Vielleicht ist sein männliches Selbstgefühl die naturnotwendige Vorbedingung zur Verübung edler Taten, ebenso wie das Weibliche zur Begehung einer glücklichen Ehe. Ganz im Ernst, meine Gnädigste, er zeigte seine weißen Zähne, die zu blank und zu regelmäßig waren, als dass sie hätten echt sein können. Die Dame äußerte unbefangen, sie sind ein schlimmer Schmeichler, mein Freund konnte aber doch nicht verhindern, dass ihr wieder eine röte aufstieg. Ihr Gatte gab dem Baron sein Lächeln zurück, es kommt immer drauf an, wer den Spiegel hält, und der junge Gelehrte sprach mit Selbstüberwindung, auch sind wir ja nicht hierher gekommen, um moralische Disputationen zu pflegen. Der Buddha dort drüben belächelt uns alle die vier so zusammenplaudernden saßen auf der freien Terrasse des erst vor kurzem gebauten Hotels, es lag in der Nähe des Tempel Dörräfchens Miyama. Andere Gruppen von Reisenden saßen an den Nebentischen, unter den großen bunten Papierschirmen, die man noch immer aufgespannt hielt, obgleich die Sonne schon hinter den Bergen war. Vor der Terrasse standen in weitem Bogen die leeren Riksha-Wägelchen, zwischen deren zwei Rädern die halbnackten Kulis lagen, als ob sie am Boden Kühlung suchten vor dem ungewöhnlich schwülen Aprilabend. Man war von Kyoto her kariuelt, um das Fest der Kirschblüte anzusehen, das am nächsten Tage hier stattfinden sollte, und zugleich den berühmten Daibu zu betrachten, eine riesige alte Buddha-Statue aus ehemals vergoldeter Bronz, die auf dem Tempelhügel des Dörr-Äffchens ragte. Über der Waldung von blühenden Kirschbaumhäinen, die sich rings um den heiligen Ort hochbauschte, thronte der göttliche Koloss an dem bleigrauen Horizont wie aus einem schimmernden Wolkenkissen. Vorzüglich gelegenes Hotel, bemerkte der Konsul mit Kennermine, wird sicher bald in Mode kommen auch für Staffage ist schon gesorgt, warf der Baron nachlässig hin und wies auf eine Schar einheimische Pilger, die mit ihren großen Strohteller Hüten und schilfgeflochtenen Wettermänteln hinter den Rickschas kauerten, augenscheinlich dürften sie dort übernachten. Der Konsul lachte weltkundig, während der Doktor nicht umhin konnte, seine Nachbarin stirnrunzelnd anzuschauen. Er hatte den Ausflug vorgeschlagen, hoffte endlich diesem holden Geschöpf, das für den spaßhaft lauten Gatten offenbar viel zu zartfühlend war, im Freien etwas vertrauter zu werden, und nun ließ der Baron mit seiner Spitzfindigkeit keinen herzlichen Ton aufkommen. Sie schob jetzt ihren Schirm beiseite, und er wollte ihr behilflich sein. Aber der Baron hatte schon einem Diener gewinkt, und der klappte hurtig das bunte Ding zusammen, ehe ein André den Arm danach ausstrecken konnte. Die Luft ist so drückend, erklärte sie, wie unter einer Taucherglocke. Hoffentlich gibt es kein Gewitter morgen gnädige Lieben doch sonst den Aufruhr der Elemente, sagte der Baron mit starren Pupillen. Sie schien etwas entgegnen zu wollen, blickte aber unsicher weg, errötete wieder und erhob sich. Der Doktor, ebenfalls aufstehend, suchte nach einem Beruhigungswort, brachte aber zu seiner Verwunderung nur heraus, vielleicht liegt ein Erdbeben in der Luft während der Konsul ihn lachend belehrte, das Erdbeben in dieser Jahreszeit, was er natürlich selbst schon wusste, so selten sein wie glückliche ihn, machte auch der Baron anstalten, sich aus seinem Korbstuhl zu erheben. Das geschah, indem er zuerst sein rechtes Bein in einen rechten Winkel rückte, dann das linke dicht daneben setzte, den schwarzen Stock fest auf den Boden stemmte und mit einem Ruck sich emporschnellte, dabei zuckte flüchtig ein verbissener Schmerz durch sein schönes Bliegs Gesicht, aber zugleich verzog er die knappen, himbierrot geschminkten Lippen zu einem überlegenen Lächeln, das gleichsam Leidlosigkeit atmete. Es war auffällig, wie er durch dies Lächeln dem großen Buddha ähnelte, der über der ganzen Landschaft thronte. Auch hatte der Doktor verlauten hören, die Mutter des sonderbaren Herrn sei ein vornehmes Hindu- Fräulein gewesen, eine Ratscha-Tochter oder dergleichen. Doch wurde ihm dadurch nicht eben klarer, was diesen Krüppel so anziehend machte, der seine notgedrungene Künstlichkeit noch künstlicher aufzustutzen beliebte. Man wusste nicht recht, ob nur sein eines Bein oder beide nachgemacht waren, er bewegte sie gleicherweise wie ein paar feine Ersatzstücke. Und da er die rechte Hand stets behandschut trug, selbst beim Essen und Billardspielen, musste wohl irgendetwas auch daran nicht natürlich beschaffen sein. Es liefen allerlei Gerüchte um, woher er so verunstaltet wäre. Manche erzählten, er habe als Jüngling ein auf der Straße spielendes Kind vor einem durchgegangenen Pferd gerettet und sei dabei selbst überfahren worden, vielleicht deshalb vorhin sein leiser Spott über den Lohn der edlen Tat. Andere sprachen von einer Tigerjagd und einem wütend gewordenen Elefanten. Seine Freunde scherzten wie er selber über diese wilden Geschichten und der Konsul hatte einmal, wenn auch nicht in seiner Gegenwart, die schnurrige Frage aufgeworfen, was für echte Glieder wohl an ihm blieben, wenn er abends ins Bett stiege. Zurzeit trug er wie gesagt tiefrotes Haar und einen kurzen schwarzen Schnurrbart, vor etwa einem halben Jahr, als der Doktor ihn kennen lernte, hatte er die Farben umgekehrt getragen. Man munkelte, dass er sich wie ein Perser den Schädel kahl rasieren ließe und zwölf verschiedene Perücken benutzte, vom harten Gelbrot bis zum weichsten Schwarzrot, für jeden Monat eine André. Sicher echt war, außer seinen Juwelen, nur der steinige Glanz seiner schwarzen Augen, der jedes Mitleid weit von sich wies, und der metallische Klang seiner Stimme, der an die schwere Verhalten des deutschen Wald Horns erinnerte. Der Buddha macht schon Nacht Toilette, sagte er plötzlich zu der Frau Konsul, nach dem Koloss am Horizont hindeutend. Der hockte auf seiner weißen Blütenwolke, wie mit einem golddurchwirkten dunklen Florhemd angetan, und sein verwittert lächelndes Antlitz schien von himmlischen Ahnungen umschimmert. Wir wollen auch bald zur Ruhe gehen, antwortete die schöne Frau, nur halb einen Seufzer unterdrückend, der den Doktor ebenso sehr entzückte, wie der Witz des Beransin verdross. Sie traten in die Hotelhalle und begaben sich an den Fahrstuhl, der sie ins erste Stockwerk befördern sollte. Der Baron mit der Dame nahm den Vortritt, vier hatten nicht Platz in dem schmalen Kasten. Als der Doktor neben dem Konsul nachfuhr, bemerkte dieser mit seinem üblichen Lachen, famoser Knabe, der Herr von Hinkebein. Gewöhnt meiner Frau die Romantik ab, oben stand der Baron bereits im Begriff, sich von ihr zu verabschieden, in dem elektrischen Licht des Korridors sahen seine Augen noch verhärtete aus, und die ihren noch schmelzender. Gute Nacht. Auf schönes Widersin, sagte er mit der verhaltenen Stimme und zog ihre Hand an seine Lippen, sie nickte, wie schon halb im Traum. Der Doktor wollte auch etwas Zartes sagen, aber der Baron kam ihm wieder dazwischen. Gute Nacht, Doktor, intonierte er schärfer, ihm die behandschulte Rechte hinstreckend, und träumen sie von edlen Taten, der junge Gelehrte konnte nur spöttisch erwidern, leider bin ich kein Josef, Baron, und unter dem Lachen des Konsuls suchte er, etwas verstimmt, sein Zimmer auf. Mitten in der Nacht erwachte er schreckhaft, trotzdem er sonst ein gesunder Schläfer war. Ihm hatte geträumt, die schöne Frau habe von fern um Hilfe gerufen, so dass er aus dem Bett springen wollte, aber am Fußende stand der Baron und hielt ihn an beiden Beinen gepackt, um sie ihm aus dem Leibe zu ziehen. Während er noch darüber nachsahen und seine Glieder erleichtert dehnte, fühlte er unversehens ein Schwanken, als läge er in einer Kajüte. Er hielt es noch immer für Traumnachwirkung, aber da knackte und knarrte es in den Wänden, als wollte das Haus aus den Fugen gehen, und zugleich kam von der Terrasse her ein verworrenes Geschrei vieler Stimmen, so dass er nun wirklich vom Bett aufsprang. Also doch ein Erdbeben! dachte er mit einer gewissen Genugtuung, indem er die Beleuchtung anträhte. Er hatte noch keinem beigewohnt und war jetzt einigermaßen erstaunt, dass er von seinem Schreck nichts mehr spürte, auch nichts von der Fibrigen Unruhe, die nach den meisten Beschreibungen mit einem solchen Erlebnis verbunden sein sollte. Freilich wusste er, dass bei Neulingen die Angst am gelindesten auftreten sollte, und dass das Hotel bebensicher gebaut war, aber immerhin, er konnte zufrieden sein mit seinem wissenschaftlich gestellten Gemüt. Er warf sich rasch in die Kleider, nahm seine Reisetasche und eilte die nächste Treppe hinab, sämtliche Korridore waren erleuchtet, und in den Dielen knackte es wieder. Die Terrasse lag jetzt menschenleer, aber im Halbdunkel bei den Rikschas schob sich ein zappeliges Getümmel, Gäste und Kulis durcheinander. Nur die Pilger knieten oder kauerten abseits, laut ihre Rosenkränze abbetend und nach dem Buddha hinüber stahrend, dessen lächelndes Antlitz wie trunken glühte. In dem Tempeldorf schien ein Brand ausgebrochen, eine riesige rauchige Flammengarbe stand hellrot über den Kirschblüten wipfeln und dumpfe Gontöne dröhnten her. Unberührt von all dem saß bei dem vordersten Wagen, nur mit Hut und Hemdchen bekleidet, ein kleines amerikanisches Mädchen, das mehrmals die Hand auf die Erde legte, als ob es etwas fühlen wollte. Does Name Move rief es schließlich enttäuscht seiner aufgeregten Mutter zu, die sich mit einem Kuli zankte. Dem Doktor fiel ein, dass er in der Eile seine Uhr oben hatte liegen lassen, zugleich aber schüttelte ihn ein Erdstoß, von dem die ganze Terrasse wankte, und durch die Hausmauer fuhr ein knirschender Riss. Er stand noch prüfend und überlegend, ob er trotzdem zurücklaufen sollte, als zwischen mehreren flüchtenden Gästen der Konsul aus der Halle gerannt kam und ihn mit verstörtem Lachen begrüßte. Dem Doktor fiel ein, dass er in der Eile auch noch gar nicht an die anderen gedacht, sie auch nirgends gesehen hatte, und aufgebracht schrie er den Lachenden an, aber wo ist denn ihre Frau? Ja, wo, schrie dieser, noch sinnloser lachend? Ich habe genug an ihr Zimmer geklopft, und da sie keine Antwort gab, meint ich natürlich, sie sei schon unten also zurück, schrie der Doktor nun, warf seine Reisetasche weg und stürmte zur Treppe wieder hinauf. Die Vorstellung, dass dies entzückende Weib, das sich gestern Abend in rührender Müdigkeit kaum noch aufrecht zu halten vermochte, vielleicht von einem plumpen Stück Wand im Schlaf verstümmelt werden könnte, empörte ihn gegen den Laungatten und gab seinen Schritten wilde Flügel. Atemlos stand er vor ihrem verriegelten Zimmer, klopfte, horchte und klopfte stärker, eine tolle Freude durchzuckte ihn, dass sie den Konsul ausgesperrt hatte. Jetzt kam auch der herangekeucht, und sie klopften beide an der Tür, horchten, klopften und trommelten, horchten nochmals, nichts rührte sich drinnen. Auf einmal ruckte, krachte es allenthalben, und sie hörten einen erstickten Angstruf. Der Doktor packte taumelnd den Türgriff, der Konsul desgleichen, das Schloss sprang auf. Es war also gar nicht verriegelt gewesen, doch Bett und Zimmer waren leer. Sie starrten einander verdutzt ins Gesicht, da kam eine neue Stoßwelle nach, und wieder ein unterdrückter Angstschrei. Kein Zweifel, das war ihre Stimme, nur kam sie von jenseits des Korridors. In diesem Augenblick fühlte der Doktor, wie sich vor Schreck seine Haare sträubten, er sah die Gesichtshaut des Konsuls lakenweiß werden, während er selbst bis über die Schlafen wie ein Junge errötete, die Stimme kam aus dem Zimmer des Berans. Der Konsul machte eine Grimasse, blickte plötzlich wie ein Rasender um sich und stürzte nach dessen Tür hinüber, es schien, er wollte sie einschlagen, aber sie öffnete sich bereits, und er prallte mit offenem Munde zurück. Auf der Schwelle erschien der Baron, frangend in seinem vollen Schmuck, bloß das rechte Bein fehlte in der Hose, hinter ihm stand die schöne Frau, in ihrem langen Nachtgewand, die Augen von reinstem Mitleid verklärt, und hielt mit zärtlichem Entsetzen zwischen den aufgelösten Flechten sein Holzbein an ihrem verhüllten Busen. Kerzengrat auf den Krückstock gestützt, trat er in den Korridor, ohne mit einer Mine zu zucken. Es wimmelt ja heute von edlen Taten, sagte er und begann zu lächeln, die Gnädige wollte mich auch schon retten, so sprechend reichte er mit starren Pupillen, während sie in schwärmerischer Verschämtheit das Bein mit ihrem Haar zudeckte, dem endlich wieder lachenden Konsul seine Juwelen blitzende Linke. Und der Doktor sah im Hintergrund durch das weit geöffnete Zimmerfenster den feuertrunken lächelnden Buddha über der Blütenwolke thronen. Die gelbe Katze Burleske nichts wirkt bestimmender als das Unbestimmte. Mit dieser Nutzanwendung pflegte mein Bruder Ernst mehr seine Erlebnisse zu berichten. Jetzt ist er tot. Kurz vor seinem Ende schrieb er mir folgendes. Wenn die Frau, für die ich meine eigene verlassen wollte, mit mir von ihrem Manne sprach, kam sie mir immer hässlich vor. Ihre bräunliche Haut wurde dann gelblich, das wilde Haar schien schwarzer und tiefer in die Stirn gewachsen, der Pechglanz ihrer Augen wurde sich ent und der Ausdruck des schwungvollen Mundes hilflos. Ich nannte das ihr Dienstmädchengesicht, aber es war mir unerklärlich. Sie beherrschte den Mann, aber das konnte sie doch nicht mehr fesseln. Sein Körper war ihr unerträglich geworden, sein spöttischer Witz nicht minder. Seine Rachsucht fürchtete sie nicht, und seine Gutmütigkeit verachtete sie. Für Freiheit schwärmte sie wie eine russische Fürstin. Warum also blieb sie noch bei ihm? Freilich hatte sie ein Kind von ihm. Aber das fasste sie nicht gern an, trotzdem sie es sehr lieb zu haben glaubte. Mit meinem Töchterchen spielte sie lieber und sehnte sich nach einem Sohn von mir. Auch auf sein Geld war sie nicht angewiesen, er hätte ihr das ihre nicht vorenthalten, er war ein Ehrenmann. Dass er mich im Duell erschießen könnte, befürchtete sie ebenso wenig, ich hätte ihm zu Ehren mein Leben nicht aufs Spiel gesetzt, hier log mein Bruder ernst, und ihr zuliebe brauchte ich es nicht, mein Dasein war ihr werte als das Urteil der Leute. Ist es, weil du dich vor deinen Eltern schämst, fragte ich sie eines Tages, während wir auf einem Ausflug waren. Ja, vielleicht sie lächelte kindlich, ihre tausend Sommersprossen schillerten. Dann machte sie ihr Schlangengesicht, als wollte sie das Wort verschlucken, und gleich drauf lachte sie wie eine Bachantin. Wir gingen durch mein Lieblingsdorf, ein Grundhof aus der Zeit des großen Friedrich. Es war an einem Karfreitag. Zu Ostern wollte sie in ihre Heimat reisen, der Frühling am Rhein war ihr das Paradies. Wenn sie davon sprach, erschien sie mir wie die leibhaftige Jungfrau Maria, ihre nachtbraunen Augen verklärten sich. Die Kastanien Knospen standen schon ganz dick und grün, manche machten schon die Finger auf. Die Ahornblüten glänzten goldgelb durch den blauen Abend. Daraus mach ich mir ein Feenz Zepter, sagte sie, wenn ich mit meinem Vater durch die Berge reite, ich sah sie an, es gibt auch böse Feen, du und wollte sie küssen. Zwischen ihre schwarzen Brauen trat ein queres Zuck Endes Feld Chen, wie immer, wenn sie sich mehr überlegen fühlte. Die üppige Nase zuckte mit. Ich küßte nicht. Plötzlich wurden ihre Pupillen lüstern groß. Sie, wie unheimlich, flüsterte sie und zeigte über die Straße. Alle ihre Sommersprossen, selbst auf den Lippen, schienen verschwunden. Der schwellende Mund wurde dunkler. Das war ihr Hexengesicht, das sechste, das ich an ihr unterschied. Ich ging mit ihr hinüber. Auf einem künstlichen Hügel stand ein seltsames Häuschen hinter dem Zaun. Es war stets unbewohnt, ich kannte es schon. In der hellen Dämmerung sah es noch spukhafter aus. Zwei riesige Platanen streckten ihre noch kahlen Äste wie Leichenknochen über das flache Dach. Die Wände waren fall und fleckig. Links wiegte ein verkrümmter Lebensbaum sein finsteres Laub. Mitten aus der Vorderwand schob sich ein rundes Spitztürm Chen vor, das an chinesische Hüte erinnerte, die Tür war verschlossen. Um die kleinen Bogenfenster krochen Borten aus gottischem Schnörkelwerk, die Scheiben waren so schwarz wie die Pupillen meiner Begleiterin. Zwischen der rechten Ecke des Hauses und dem Stamm der einen Platine ging die gelb-rote Sonne unter. Hier möchte ich manchmal wohnen, sagte die schöne Frau. In diesem Augenblick kam langsam über den Hügelrücken, gerade wie aus der Sonne heraus, eine große gelb-rote Katze und setzte sich vor die verschlossene Tür. Das Bild verstimmte mich, so tief Vollstimmung es war. Die schwarz-braunen Augen des Viers erinnerten mich unbestimmt an eine Kinder- S-Mörderin aus einem Wachs-Figuren-Kabinett. Die Sonne war verschwunden, das Fell sah nun noch gelber aus, fast zeitig. Sie starrte blinzelnd herunter auf uns, mich fröstelte. Ich klatschte in die Hände, sie lief weg. Die schöne Frau war zusammengefahren und sah mich etwas unwillig an. Ich liebe Hauskatzen nicht, sagte ich rau. Sie nickte stumm und nahm hingebend meinen Arm. Wir wandten uns zur Heimkehr, aber der böse Eindruck verließ mich nicht. Je zärtlicher sie mit mir sprach, umso verstimmter wurde ich. Ich schob es auf den Karfreitag. Immerfort durch unser Geflüster hörte ich Jesu Trostwort an den gekreuzigten Mörder, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Fast verlegen küsste ich sie zum Abschied und sagte lachend auf Wiedersehen Magdalena sie machte ihr Jungfrauengesicht. Die Nacht drauf träumte mir mein Bruder Ernst hielt nämlich Träume ebenfalls für Erlebnisse ich sähe aus dem Fenster und schräg mir gegenüber stünde das seltsame Häuschen. In den schwarzen Scheiben glomm das Sternlicht. Plötzlich wurden sie blendend hell. Das ganze Haus stand erleuchtet bis in den löchrigen Schornstein hinauf. Fenster und Türflügel klappten auf und aus allem was offen war Luken und Löchern vom Dach herab und von den Wänden sprangen unzählige schwarze Katzen und stoben lautlos in die vier Winde. Zuletzt kam langsam eine große rötlich-gelbe aus der Tür starrte blinzelnd nach mir her und verlor sich gleichfalls in die Finsternis. Dann schloss das Haus sich ebenso lautlos und war mit einem Schlag wieder dunkel. Der Morgen kam. Ich saß mit meiner Frau beim Kaffee, wir besprachen unsere Trennung. Wenn du mit Bestimmtheit fühlst, sagte sie mit ihrer treuen stimme, dass die André für dein Glück geschaffener ist als ich, darf ich dich nicht halten, da ging die Flurglocke. Das Dienstmädchen meldete, ein fremdes Fräulein wünsche mich zu sprechen, ich ging ins Nebenzimmer. Eine große junge Dame trat mir entgegen, ich erschrak. Sie war ganz in gelb-rote Seide gekleidet, ihr schwarzes Haar bedeckte ein Strohhut mit einem Zweig von künstlichen Ahornblüten, sie hatte alle Züge der schönen Frau, nur nicht so sarrazenisch, gleichsam zahmer. Ich stand sprachlos, war sie's doch vielleicht. Nein, gestern war sie verreist, und jeder Gesichtszug war mir doch fremd, und eine Schwester hatte sie nicht. Die Dame lächelte kindlich, ihre tausend Sommersprossen schillerten. Sie kennen mich wohl nicht, fragte sie leise, ich verneinte beklommen. Ich bin die gelbe Katze, sagte sie schnurrig, mich fröstelte. Dann fiel mir ein, vielleicht ein Wechsierscherz der schönen Frau, sie hatte Bekanntschaft in Bühnenkreisen. Die Dame blinzelte, und zwischen ihre braun trat ein queres Feld Chen, ich soll sie abholen, flüsterte sie. Aus ihren Augen sah ein schlangenhafter Glanz, der mich bestrickte. Gleich fragte ich. Gleich, wir gingen. Wir gingen schweigsam die Treppen hinunter, vor der Tür stand ein Wagen. Wir fuhren durch zahllose Straßen, ebenso schweigsam, sie schien mich gar nicht zu beachten. Die Straßen wurden enger, die Häuser immer höher, die Gegend mir unbekannt. Einmal nickte sie flüchtig, da sah ich eine schwarze Katze durch einen Tor weghaschen. Einmal strich sie sich ihr wehres Haar mit ihrem gelben Handschuh glatt. Endlich hielt der Wagen, ich folgte ihr willenlos. Wir gingen durch einen dampfigen Hof, dann mehrere eiserne stiegen empor und durch viele halbdunkle Gänge. Ein wahres Labyrinth von Haus, die Luft roch mutrig. Vor einer pechschwarzen Flurtür machte sie Halt und drückte auf etwas Unsichtbares. Die Tür sprang auf, ich stand geblendet. Eine stechende Lichtpracht schlug mir entgegen, wie von tausend Kronleuchtern her. Als ich zu mir kam, stand ich der unabsehbar schien, vor mir, hinter mir, nach allen Seiten Spiegelwände. Und mitten durch den Saal, der Länge nach, von allen Seiten wieder gespiegelt, stand eine endlose Reihe von lautlos sich drehenden schwarz gekleideten Damen und lautlos hopsenden mausegrauen Herren, wie nach dem Rhythmus einer übersinnlichen Tanz Musik. Keine der Damen, hieraus entnahm ich, dass mein Bruder Ernst noch immer träumte, hatte bloß einen Herrn, die meisten zwei, manche auch drei, einige schienen ein Dutzend zu haben, falls mich die Spiegel nicht täuschten. Alle trugen sie, so lustbar sie sich drehten, einen sonderbar hilflosen Trübsinn zur Schau, fast wie Automaten, die mittelste hielt ein weinendes Kind im Arm. Immer wenn sich eine der Damen dem einen ihrer Herren etwas tiefer hinbog, tat dieser einen besonders hohen Hops, so dass die mausegrauen Frackschüsse, die sonst bis auf den Boden schlabten, die Luft durchschwinzelten. Dann warfen ihm die anderen Herren, zumal die dicken, wütende Blicke zu, aber die Dame lächelte kindlich, dann wurden selbst die dicksten wieder sanft. Mir fing an schwindelig zu werden, ich sah mich um nach meiner gelben Führerin. Ein Schodder beschlich mich, alle ihre Sommersprossen waren verschwunden. Die Pupillen hexenhaft groß, stand sie wie die Fürstin dieses Tanzspiels da und schüttelte die Bacher an Tischen Locken. Ihr ging, der Strohhut lag am Boden. In der rechten hatte sie den falschen Ahornblütenzweig und schwang ihn wie ein Scepter. Das Gesicht war dunkelbraun, die schwungvolle Nase schien verbogen. Sie nickte mir zu. In diesem Augenblick sprang hinter ihr die Spiegeltür von neuem auf, und stumm herein, in mausegrauem Frack, die Schüsse zwischen den Fingerspitzen, grad auf mich los, kam der Gatte der schönen Frau gehopst. Ich wollte schon laut her auslachen, da es sie eritsch ich in der Spiegeltür, die langsam wieder zugeht, entsetzt mich selbst im mausegrauen Frack, und plötzlich fang ich auch mit zu hopsen an. Ich ringe verzweifelt nach Stillstand. Ich werfe der schönen Frau die ernstesten Blicke zu. Vergebens Je tiefer sie mir in die Augen blinzelt, umso höher hopse ich. Ich suche dem Gatten näher zu kommen. Ich will ihn aufreizen, mich zu packen. Er sieht mich spöttisch an und hopst. Ich will ihm beweisen, ich hopse. Ich will ihm zeigen, er hopst. Ich will ihn zu Boden schlagen, wir hopsen. Ich will der schönen Frau zu Füßen stürzen. Ich will sie beschwören, gnädig zu sein. Ich will und will und kann es nicht, ihre braune Haut wird hässlich gelb, ihr Haar scheint mänenhaft gesträubt und tiefer in die Stirn gewachsen, ihr Blick wird stechend, der Ausdruck des hüppigen Mundes hilflos, sie hat ihr Dienstmädchengesicht. Ich schreie schmerzhaft auf und bin wach. Neben mir am Bett stand meine Frau mit und zermtöchterchen und strich mir durchs Haar. Vater, sagte die Kleine bedächtig, du hast so furchtbar komisch im Schlaf ausgesehen, ich küsste beiden die Hände. Seit diesem Morgen so schloss mein Bruder Ernst sein seltsames Schreiben ist mir die gelbe Katze nicht mehr gefährlich. Bald darauf starb er in einem Duell, er hatte der Dame lebwohl sagen wollen, und die Wände hatten Ohren gehabt. Er starb durch die zitternde Hand des Herrn Gemahls, er, der vortreffliche Schütze. Nichts wirkt bestimmender als das Unbestimmte. Die Gottesnacht ist ein Erlebnis in Träumen erster Traum ich spürte, ich würde gleich einschlafen. Und ich wünschte es sehr nach den tristen Gedanken, die wegen der abends empfangenen Todesnachricht Zeitstunden in mir rummurten. Ich sann noch über den Eigensinn nach, mit dem sich die junge Selbstmörderin die langsamste Todesart ausgesucht hatte, doch ich war schon erlöst von dem Sinn in den Worten, die durch mein müdes Gehirn schossen. Ich hörte besilligt den Drosselgesang, der aus dem Wort Erdrosselung klang, und wunderte mich über die Bilder, die sich aus jedem Satz Glied entpuppten. Da stand sie auf einmal deutlich vor mir, die rätselhafte Gliederpuppe. Wie war sie nur in mein Zimmer gekommen? Da stand sie zwischen Tür und Schrank mit ihrem wachsbleichen Gesicht wie eine auferstandene. Die großen gläsernen goldbraunen Augen starrten mir so bekannt ins Herz, als hätten sie schon in früher Kindheit über meinen Spielen gewacht. Und ein Schmelz war darin, als ob sie lebten, als ob sie mich liebten, fast mütterlich. Aber natürlich, das schien nur so, ich musste mich nur recht erinnern. Denn ja, meine Mutter hatte sie ja meinen Kindern zu Weihnachten geschenkt, diese lebensgroße Gliederpuppe, und das Lächeln um die schmalen Lippen blieb immerfort so unbeweglich, wie die Falten des steifen brokartenen Mantels um ihre sanft geschwungenen Achseln. Ja, sie war tot, tot wie die schönen fantastischen Blumen dieses alten indischen Tempelmantels, der sie bis zu den Füßen hinab verhüllte. Zwischen solchen Blumen spielte ich einst und pflückte einen Strauß davon, für ihre bleichen gefalteten Finger. Damals hatte ich sie noch angebetet. Denn sie thronte auf einem vergoldetem mit Rubinen und Perlen geschmückten Altar und war die Göttin der Barmherzigkeit, das war wohl viele hundert Jahre her. Warum sah sie mir nun so starr ins Herz, als ob ich sie getötet hätte? Sie hatte sich doch selbst entleibt. Ich träumte wohl. Nein, sie hielt ja noch immer die Finger gefaltet und stand groß zwischen Tür und Schrank. Wenn ich nun mit ihr betete, ob sie sich dann vielleicht rühren würde. Denn sie war doch früher beweglich gewesen, wenn ich an ihre Gelenke rührte, dann klirrten noch die zersprungenen Drähte, bis in den hohlen Brustkorb hinein. Ich seufzte auf, da klirrten sie wieder, und ihre Arme zuckten ein wenig. Ob sie mich niemals mehr anrühren würde. Mich immer bloß so unverwandt ansehen. Ich spürte ein Stechen in meiner Brust, als ob aus den Drähten elektrische Funken herzuckten. Ich hörte wieder das leise klirren, oder klang noch immer der Drossel Gesang. Ich wollte beschwörend die Hände ausstrecken, aber das Stechen in meiner Brust rang mir bis in die Fingerspitzen. Ich wollte wegblicken, da blickt sie mir nach. Ich träume ja nur, will ich mir einreden, aber sie blickt auf meine Hände. Auf den Rubinring an meiner Linken, der beginnt zu glühen wie ein Altar Lämpchen. Auf den Trauring an meiner Rechten, der beginnt zu glänzen wie Tränen Perlen. Und auf den Ring, den mein Vater mir schenkte, als ich noch keinem Weibe gehörte. Warum quälst du mich, Mutter? Will ich stöhnen, aber ihr Blick verschließt mir den Mund. Ich will mich aufrichten, ich liege gebannt. Ihre Augen beginnen zärtlich zu leuchten, und der Glanz der Ringe wird funkelnder. Ihre Augen funkeln begehrlich mit, der Glanz der Ringe erlischt auf einmal. Das sind nicht meiner Mutter Augen. Meine Mutter blickt sanft, meine Mutter ist fromm. Das sind auch nicht mehr die goldklaren Augen, die ich einst angebetet habe, weil die Mutter meiner Kinder so blickt. Diese Augen sind schwarz, nein dunkelgrau, und kennen nicht treu noch Gottes Furcht, es sind die Augen der Selbstmörderin. Warum hast du dich aber töten müssen? Will ich sie fragen und höre entsetzt, du hast es doch gewollt, mein Geliebter. Ich will es leugnen und sehe ihr lächeln. Vielleicht hat sie gar nicht die Worte gesprochen. Oder vielleicht verstand ich den Sinn nicht, sie sprach von jeher so doppelsinnig. Doch sie lässt den Kopf so sonderbar hängen. Ach ja, ich wollte sie ja erdrosseln. Ich höre wieder den Drosselgesang, aus dem Wald meiner Heimat kommt er her. Gleich wird mein Vater zwischen den Bäumen erscheinen. Nein, es ist ferner Flötenklang. Nein, eine Geige gejubelt Bang. So hat mein toter Freund einst gespielt, als wir noch kindisch durchs Heidekraut liefen und hinter den Birken die Waldfee suchten. Ach, ein König der Geiger wollte er werden, und kommt jetzt cremevoll daher geschritten im Gefolge der Königin. Am Waldrand macht der Jagdzug halt, und wir beugen alle das Knie vor ihr. Warum blickt sie uns so prüfend an mit ihren silbergrauen Augen. Das ist mein Freund nicht, das bin ich selbst und die Königin Elisabeth winkt mir. Erhebe dich, Schakspier. Flüstert sie, und ich fühle, wie wir uns aufrichten. Er trägt noch die schwarze Scholar Renntracht, worin er der Schule entlaufen ist, und einen verrückten alten Brokatut mit gelben Papageien Flügeln. Denn ich weiß, wir müssen uns wahnsinnig stellen vor der treulosen Königin. Denn sie hat ihn begehrlich angeblickt, als ich gestern Venus und Adonis beim Bankett der Jagdgäste deklamierte, er aber liebt ihre Kammerdame, die Augen wie eine Göttin hat, wie eine Waldfee, wie ein Reh. Das eugt in Todesangst durch die Büsche, und ich stehe und stiere es an wie ein Bluthund. Oh, wie gut wir uns wahnsinnig stellen können, wenn wir nichts als eine Göttin lieben und solchen verrückten Hut aufhaben. Und nun ahnt sie, wie so er Schauspieler wurde und den Armen Hamlet gedichtet hat, und wir schwenken den Hut Ich will ihr den Hut vor die Füße werfen und tue es und stehe erstarrt, der Hut hat schwarze Drosselflügel und fliegt zurück auf meinen Kopf. Ihr Lächeln wird so grausam barmherzig, dass ich sie dafür umbringen möchte. Du hast es ja schon getan, mein Geliebter. Raun sie mir unbeweglich zu. Es ist nicht wahr. Will ich aufstöhnen, doch sie lässt den Kopf so sonderbar hängen? Ist das die englische Königin noch, oder bloß die indische Gliederpuppe? Wenn sie noch lange da bei der Tür steht, wird sie mich wirklich wahnsinnig machen? Warum quält sie den armen Helmlit so? Sie ist doch seine leibliche Mutter. Sie hat doch Augen wie eine Gottheit und blickt mehrstechend in mein Gehirn. Ob Gott überhaupt nur ein grausames Weib ist? In Städtöfer Puppung die Allmutter aber sie hat ja zersprungene Drähte und lässt den Kopf so sonderbar hängen. Ich glaube nicht mehr an Gottheiten. Knirscht mein erstarrter Mund ihr entgegen und mit ungeheurem Triumph Gefühl weiß meine Seele ich träume nur wenn nur die Drähte nicht immer fort klärten. Das ist doch wirklich verwunderlich. Sie klären lauter und immer lauter so laut wie die kleine alte Orgel in der Kirche meiner Vater Stadt. Ich lese die goldene Jahreszahl 1693 auf dem schwarz lackierten Täfelschen zwischen den elf Apostel Bildern. Denn der treulose Judas fehlt natürlich. Das habe ich schon als Kind begriffen. Salvatore Mundi steht unter dem zwölften Bild, auf klarem, himmelblauen Grund, und neben der eisenbeschlagenen Tür thront lächelnd die Mutter mit dem Kinde. Ich höre die Orgel ihr Lob anstimmen und weine vor Weihnachts Seligkeit. Die silbernen Fransen der Altardecke schwimmen in meinen perlenden Tränen. Ich spiele mit diesen schönen Perlen und lächelnd zieht mir die Mutter zu. Ich bin wie der Kind auf ihrem Show aus, und wundere mich nun gar nicht mehr. Ich bin bloß im Stillen ein bisschen erstaunt, der Apostel Thomas hat drei Hände. Zwei kleinere, die sind wohl gepflegt, aber aus seinem braunroten Mantel langt eine dritte, große, aussätzige. Die umklammert ein Buch und ist mir entsetzlich. Ich darf mich aber kein bisschen rühren, sonst würde sie nach mir herlangen. Ich starre das Buch an, ob Bücher krank werden können und atme plötzlich erleichtert auf, ich erkenne, es ist ja gar keine Hand, es ist nur eine Falte des Mantels, die über das Buch geschoben liegt. Ich möchte sie wegtun, ich darf aber nicht, sonst kommt der Küster und schlägt mir das Buch um die Ohren. Sie dröhnen mir schon, er schlägt immer dröhnender. Er schlägt mich wohl mit Glockenschlägen. Sie schallen mir donnernd ins Gehirn. Nein, Blitze schlagen wohl um mich ein, oh Himmel, Hilfe, sie werden mich treffen. Ich will mich verstecken, oh Mutter, wo bist du? Ein blendender Strahl schließt mir die Augen, ich bin getroffen, der Strahl zerreißt mich. Ein unabsehbarer Farbenstrudel spritzt Himmel ansprühend aus meinem Kopf. Ich schreie vor Wonne, mein herrlich Gehirn. Und eine Stimme erwidert von oben, es ist bis über die Sterne gespritzt. Ich will ihm nach, oh himmlisches Licht. Es scheint mir ins Auge, ich erwache. Auf meinem Nachttisch brannte die Kerze noch, bei der ich, um meine Gedanken zu stillen, in Scharkspiers Sonetten geblättert hatte, und an der Wand zwischen Tür und Schrank blitzte der Rand des Spiegelglases über dem Bildnis meiner Mutter. Ich schlug das Buch zu und löschte die Kerze. Ich möchte keiner Flamme bekennen, was für Blicke in uns Menschen brennen. Kein Spiegel wird uns je klar machen, welche Augen in unserem Schlaf erwachen. Zwischen dunklen Wänden ahn ich mit Beben, wie viel Geister hinter jedem Geist leben. Denen kann ich nichts vorscheinen, denen wird mich das Licht einst einen, wo wir alle in Schweigen schweben, alle im Reinen. Zweiter Traum Wir gingen die Wurzeltreppe des Hügels hinab, zehn zwölf Mann, oben lag die Förster in tiefem Schnee. Die klare Kälte machte alle stumm, der Schnee verschluckte das Geräusch der Schritte. Die Teckel hielten sich, vor Frosthumpelnd, sorgsam hinter uns im festgetretenen Wege. In dem rauen Reif der Birkenreiser fingerte die Morgensonne, die starren Nadelbärte der Kiefern Schörnung sträubten sich aus ihren weißen Pelzen. Es sollte ein Dachs gegraben werden. Ich weiß nicht, wieso dabei schon wieder, mir kam der liebe Gott in Sinn. Die Hunde gaben plötzlich laut, Rädergeklapper kam. Um die Ecke aus einem Schleifweg bog die alte Semmelfrau vom Dorf drüben her, auf ihrem Köterkarren hockend, ein Schuss Scheuerjagdhund zog ihn, der einem Nachbarförster aus der Art geschlagen war. Unsre Teckel, keifend, auf ihn los. Der Hochblei einige weiß nicht, was er dazu sagen soll, den Schwanz eingeklemmt, setzt er sich in Trab. Die kleinen blaffen lustiger. Er begreift, und Hussa, alle Schwänze hoch, stiebt die wilde Jagd, Schnee umspritzt, bellend und bellfernd den Weg hinunter, die falsche Richtung für die gute alte Frau, die schimpfend und jammernd auf dem stuckernden Wagen sitzt, mit beiden Armen ihre Semmelkippe umklammernd. Wir, lachend, hinterdrein mit langen Sätzen, am Bahndamm unten holen wir sie endlich ein. Die Teckel drücken sich beschämt zu ihren Herren, wir lohnen die alte ab. Und ich denke wieder an den lieben Gott. Schwitzend schreiten wir weiter. Der Schnee fängt an zu blenden und den Augen weh zu tun, die Bahnschienen flimmern. Von der anderen Seite her taucht funkelnd ein Flindenlauf über den Damm, eine wohlbekannte Mütze aus Otterfell. Der Nachbar Förster, sagt jemand scheu, einer wird bleich wie der Schnee. Jetzt steht der alte oben, straff, im grünen Galar Staat, die nackte rote Faust auf der Krone des Hirschfängers. Sein grauer Kinnbart perlt von Eis, die große Hakennase wirft einen Schatten über die Backen Furchen bis zum Ohr, Suchend brennen seine stahlblauen Augen. Komm her, ruft er heiser. Der bleich gewordene gehorcht. Nun stehen sie mitten auf dem Damm, im stechenden Licht. Zieh den Handschuh ab, hör ich mit Grauen, fühlend, wie sich der alte beherrscht. Wo hast du den Ring? fragt er drohend. Keine Antwort. Der alte zittert. Seine Finger spannen sich um den Hirschfängergriff. Ein Ruck, die Schneide blitzt. Bis zur Hälfte, hohnlachend stößt er sie zurück. Mit unsäglicher Verachtung speit er in den Schnee, zum Gehen gewendet. Vater, schreie ich auf, in die Knie stürzend. Er geht. Ein Krampf schüttelt mich. Meine starren Augäpfel sehen mich zucken, in weiter Ferne. Sausend peitschen schwere spitze Büschel, Kiefern zacken, gegen meine Stirne. Sie verwandeln sich. Steche ich in Zweige rauschen um mich her, ich sehe, wie die roten Beeren beherrn beherrn kurven durch mein graues Atemnetz reißen. Aber eine weiche Hand legt mir immer wieder, schmeichelnd, ihre Finger durch die Haare. Die gepressten Zähne lösen sich, ich glaube, ich werde ein anderer. Der liegt zu ihren Füßen, den Kopf in ihren Schoß gedrückt. Lebst du denn noch? fragt er verwundert. Sie lässt sich in den Lehnstuhl gleiten, das ferne Rot des Frühlingsabends vergoldet ihre hellbraunen Flechten. Neben ihr, auf meinem Schreibtisch, steht ein zartes venezianisches Kelchglas, purpurzart, ein Lilienkelch, golddurchrieselt, und ein mehrgrün schillerndes Schlänklein ringelt sich darum empor. Ein steche ichen Blattstart aus dem Kelch, und eine wachsbleiche höher zinte. Die hat sie mir eben gebracht, die üppige Blüte berauscht mich. Gib mir den Ring, schmeichelt sie. Ich kann nicht, fleht er mühsam, und ich höre ihn mit beklommener Stimme die Geschichte des Ringes erzählen. Den hat der Urgroßvater seines Vaters, der Husaren Wachtmeister, nach der Schlacht bei Torgau, für seine Tapferkeit und lange Treue, aus des alten Zitang eigener Hand empfangen, vielleicht sogar vom großen Friedrich selbstständig. Er betrachtet das eingepresste Eisenbild des Königs in dem dünnen goldenen Reifen, und immer der Älteste erbt ihn. wenn ich höre seine Worte wie im Traum, es ist, als ob ich sie in einem Buche lese. Gib mir den Ring, schmeichelt sie. Er kämpft mit sich. Hast du Gewissens Bisse, flüstert sie, du, was? Will sie mich verspotten? Ich presse drohend meine Zähne an die Knöchel ihrer Hand. Sie nimmt sie lächelnd vom Knie, hält mir die Hörzinte an die Lippen. Ich schlürfe den Geruch und erinnere mich, du hast ihn ja schon, entgegne ich und blicke auf ihre Finger nieder. Den anderen noch, schmeichelt sie, den Ring der Endran, ihre grauen Augen werden immer bestrickender. Ich fühle ein heftiges Zittern, am liebsten möchte ich sie wieder erwürgen. Dann könnte ich wieder der Endran treu sein, die meine Kinder geboren hat. Meine Blicke heften sich herzverwirrt auf den Rubin an meiner Linken, erperlt wie Blut aus einer frischen Wunde. Gewissen ist der Spuk des Toten Gottes, spricht sie auf einmal meine Gedanken aus, mir ins Ohr. Ich weiß nicht, ob sie es höhnisch meint. Ich will's ihr erklären, sie erhebt sich. Du bist zu gut, haucht sie gespenstisch, nur gute Menschen haben ein schlechtes Gewissen, ich hatte nie eins und streift mir den Ring ab. Ich will es ihr wehren, sie entschwebt. Ich will ihr nachstürzen, vergebens, meine Knie winden sich gebannt am Boden. Ich suche das Wort, das mich freimacht. Ich stammle Verse, lange flehende Zeilen, sie verliert sich immer ferner in die Nacht. Ich sehe sie geister bleich verschwinden, nur der Rubin glüht noch wie Blut im Mond Licht. Nein, wie ein Wundmal, der tote Freund. Mit seiner Geige schwebt er herbei. Zu meinen Versen beginnt er zu spielen, ferne flehende Töne, von einer Seele, die ihm untreu ward. Die runde Wunde seiner Stirne tut sich auf, Blutstropfen Perlen aus der kleinen Öffnung, bei jedem Bogenstrich, die bleiche Schläfe nieder, in den Schnee. Immer näher schwebt die rote Spur, die geschlossenen Augenlider Zucken, bleicher als sein Sterbehemd, und ich suche das Wort, das Wort in unserer Kindheit wussten wir's. Er schlägt die Augen auf, der Geigenbogen stockt, ein Schrecken schlägt mich, das sind nicht seine Augen. Das ist die André. Meine Blicke erlarmen, mein Mund versagt, meine Finger krümmen sich, ihr Gewand zu betasten hilf mir. Das Wort Sie weist auf meinen starren Körper, lange Ketten Verse, wie Spruchbänder, umschnüren meine gezerrte Kehle. Ich lese und lese, mir Kraut, schwere Ringe, wirb, ich werbe, leere Schlinge, deine Meinung dunkle Kammer, uralt Erbe. Irrtum Jammer, wird Erscheinung, wer sprengt die Ketten, die Tür springt auf, Lichtschein wie Nadelstiche prallt mir entgegen, auf der Schwelle steht meine Mutter, mit unsäglichem Kummer blickt sie mich an, meine Arme mühen sich nach ihr, vergebens, Sünde an der Mutter deiner Kinder, ringt es sich von ihren Lippen, Mutter, will ich sie anflehen, sie wehrt mir, das ist Sünde an Gott, flüstert sie weiter, Gott, ringt sich's von meinen Lippen, laut, das Wort, ich bin wach, durch die dunkle Stube lag ein schmaler Streifen Mondlicht grell bis auf mein Bett, er zuckte, ich sah zum Fenster, da war kein Spalt, ich wandte den Blick ab, der Streifen glitt mit, ich weiß nicht, was für ein Licht so zuckte, wenn dich zwischen Schlaf und schlaf um Mitternacht dein rasend Klopf endes Herz aus deinen Träumen jagt furchtsam stockt dein Atem und sich durch dein finstres Zimmer weiße Schatten vor dir flüchten, kennst du dieses Grauen? Wenn dann aus dem toten Raum mit starren Augen ein geliebtes Gesicht lautlos dir entgegenscheint und leben möchte, kennst du dieses Grauen? Mit eigenen Händen willst du nach dir greifen und dich erwürgen für eine Schuld? Dritter Traum Ich habe sie doch vielleicht umgebracht. Warum sollte es auch unmöglich sein? Ich habe doch einst sogar ein Kind umgebracht, ein kleines, hübsches, unschuldiges Kind. Und damals glaubte ich doch sogar noch an Gott, an die Hölle und ans jüngste Gericht. Damals war ich ein schwedischer Kür Assier, bei den sakrischen deutschen Protestanten, und wir brandschatzten ein katholisches Pfarrdorf. Ah, ich fühle wieder die himmlische Mordlust, wie sich die Bauernweiber werten, die wir ins Spinnhaus eingesperrt hatten. Und da spießte ich einfach der ungeberdigsten das schreiende Kind aus den Armen weg und schmiss es im Bogen in den Dorfteich. Ich sehe noch deutlich die kleine Hand, die aus dem sumpfigen Wasser herausstark, als wir nachher von den Weibern kamen, ganz mit geronnenem Blut bedeckt, so stark sie zwischen den Binsen heraus, wie eine dicke rote Tulpe. Ich habe aber kein Grauen davor, es weiß ja keiner mehr, dass ich es tat. Ich darf mich nur nicht selber verraten, wenn sie mich doch vielleicht vor Gericht stellen. Wenn ich mich bloß erinnern könnte, welche von beiden ich umgebracht habe, doch nicht die Mutter meiner Kinder. Die hat mir ja immer alles verziehen. Aber die André hat sich ja selbst umgebracht, deren Hand kann doch nicht gegen mich zeugen. Jedenfalls muss ich zu der Beerdigung gehen, sonst könnten die Leute Verdacht auf mich werfen. Und ich muss ihr einen Strauß auf den Sarg legen, einen großen schweren Tulpenstrauß, damit sie die Hand nicht heraus stall decken kann. Aber weiße Tulpen müssen es sein, die roten riechen auf einmal so stark, es ist der reine Leichengeruch. Warum sieht mich der Blumenhändler so an? Mit richtigen Toten Gräber Augen? Ich will auch weiße Tulpen nicht. Die sehen noch leichenhafter aus. Er lacht, ich verlasse eilig den Laden. Auf der Straße ist so blicks Licht, wie ich noch niemals erlebt habe. Ich kann mich kaum schleppen in diesem Licht, so weltschwer hängt es um meinen Kopf. Es geht auch kein Mensch auf der Bleichen Straße und die Häuser sind wie aus Schatten gebaut. Wenn ich nicht wüsste, wo ich bin, könnte ich an ein Geisterland glauben. Aber es macht mich schwach, dieses Licht, es ist, als ob es mich auspressen möchte. Und ich will und will mich nicht schwach machen lassen, keine Seele der Welt darf in meine Seele. Dann muss ich Kräften halten, mein Körper ist schon wie ausgehöhlt. Ach ja, ich werde wohl Hunger haben, ich habe ja heute noch nichts gegessen. Ich mache ein harmloses Gesicht und trete in einen Schlachter Laden. Die Schlachters Frau blickt mich fragend an ganz still und fragend was blickt sie nur. Geben sie mir dies kleine Stück Fleischwurst, sage ich langsam mit ruhiger Stimme, als ob ich gar keinen Hunger hätte. Sie blickt mich wieder wortlos an und legt das Stück Wurst auf ein weißes Papier, reicht es mir über den Ladentisch. Ich will es nehmen und kann mich nicht rühren, ich erkenne auf einmal, es ist keine Wurst, es ist eine kleine Kinderhand, ganz mit geronnenem Blut überzogen. Ich starre der Frau verstört in die Augen, es sind die Augen des Bauernweibes, dem ich vor Zeiten Gewalt antat. Ich fasse mich endlich und tappe hinaus, hinter mir her tönt ein dumpfes Lachen. Ich tappe mich wie durch Nebel weiter und komme an eine Frühstückshalle. Da sitzen wohl hundert es Ende Menschen hinter der großen Fensterscheibe, da wird mich wohl keiner beobachten. Ich setze mich ganz in den Schatten hinten und bestelle irgendein rasches Gericht. Es ist so laut in dem halb dunklen Raum, dass ich kaum meine eigenen Worte verstehe. Das Schenkmädchen bringt mir frischen Hummer und wünscht mir freundlich guten Appetit. Es freut mich auch wirklich, wie gut er riecht, aber was steht sie und wartet noch? Ich darf mir aber nichts anmerken lassen, vielleicht will sie bloß ihr Geld bald haben. Ich bezahle, sie bleibt noch immer stehen. Es wird mir schwer, sie nicht an zu schreien, aber ich nicke ihr ruhig zu und greife rasch nach dem Hummerteller. Ich will mir sacht eine Schere abbrechen, aber was ist das, was ist das nur? Ich fühle mich bis in die Lippen erbleichen, es ist eine kleine rote Hand und ein Leichengeruch schlägt mir entgegen. Und alle Menschen blicken mich an, wohl hundert menschliche Augenpaare blicken mich unabwendbar an. Und alle sitzen so still wie Geister, kein Laut ist mehr in dem halb dunklen Raum. Ich taste mich mühsam zur Tür und ins Freie, ein brausendes Lachen schallt mir nach. Wo kann ich nur etwas zu essen bekommen. Wenn ich noch lange so schweigsam her umgehe, werde ich ohnmächtig vor Hunger. Es ist nicht, weil mein Geheimnis mich würgt, nur, es stachelt mich immer stärker, mir die herrlichsten Speisen auszumalen. Halt, ich werde mal wieder den Maler besuchen, der immer so köstliche Späße macht, der wird mich auf André Gedanken bringen. Ich sehe, er malt an einem Fruchtstück, eine große goldgelbe Ananas steht auf der Malachit grünen Schüssel, ein paar rote Tomaten liegen daneben. Darf ich mir eine Tomate nehmen? Frage ich ihn ganz unbefangen, Tomaten sind mein Leibgericht, er malt schweigend weiter, was schweigt er nur? Machen sie doch nicht solche Späße, stammle ich plötzlich und sehe entsetzt, er malt eine rote Kinderhand. Lachen sie nicht, beherrsche ich mich, Tomaten sind wirklich mein Leibgericht, er lacht aber gar nicht, er lächelt nur, er blickt mir nur sonderbar in die Augen und sagt mit teilnahm voller Stimme, sie haben sich wohl in der Tür geirrt, die Tür zum Gerichtssaal ist nebenan, ich bin einen Augenblick wie im Traum, ich fühle nur wieder wie durch Nebel, dass der Maler sanft den Arm um mich legt und meine tappenden Schritte leitet und die Tür des Saales hinter mir schließt. Ich möchte aufwachen aus diesem Traum, ich glaube mich doch genau zu erinnern, dass ich in Wirklichkeit niemand umgebracht habe, weder die eine noch die andere, aber ist das auch wirklich die Wirklichkeit? Ich bin ja schon öfters im Traum erwacht, und dann war es trotzdem nur wieder geträumt. Ich will mich lieber zusammennehmen, dass ich nichts von meinem Geheimnis verrate, mit keinem Wörtchen, mit keiner Miene. Ich sehe mir meine Richter an. Ob ich vor einem wem Gericht stehe? Regungslos sitzen sie mir gegenüber, elf schwarzvermummte Stille gestalten, mit Augenlöchern in den Kapuzen. Es funkeln aber nicht Augen darin, es schauen mich aus den schwarzen Masken nur lauter noch schwer zähre Löcher an. Ob es vielleicht lauter Schatten sind, die in den hohlen Gewändern sitzen? Ob es vielleicht doch Geister gibt? Denn in der Mitte sitzt einer ohne Maske, mit geschlossenen Augen wie ein Toter, mit silberweißem Haupthaar und Bart, und mit ewig gebieterischer Stirn, vor dieser Stirn hat mir oftmals gebankt. Ich weiß nicht, ist's meines Vaters Stirn. Ich weiß nicht, ist's eines Gottes Stirn. Wenn lauter Geister da vor mir sind, muss dann nicht auch ein Obergeist sein? Könnte ich nur seine Augen sehen? Vielleicht sind es doch meines Vaters Augen, meines Vaters herrliche stahlblaue Augen, die mich oftmals so hart und zornig anstrahlten und doch so glutweich im hellsten Zorn und dann so spöttisch verzeihungswarm. Aber er sitzt da so starr und kalt jetzt, als werde er die geschlossenen Augen nie wieder zu seinem Sohn hin öffnen, es sei denn, ich öffne ihm mein Gewissen. Sie sitzen alle so starr und kalt, als wollten sie ewig darauf warten. Ich fühle, ich muss wohl endlich sprechen. Meine Herren Richter, beginne ich unverzagt, ich habe wirklich ein reines Gewissen. Denn gesetzt auch, ich hätte sie umgebracht, so hatten doch beide sich selbst umgebracht. Denn die eine, die wirklich sich selbst umgebracht hat, die hat sich auch selbst dazu gebracht. Denn da sie kein Gewissen gehabt hat, so hat sie mir mein Gewissen genommen und hat es dann nicht ertragen können. Denn die André, der mein Gewissen gehörte, und die mir drum immer alles verzieht, denn sonst hätte ich mir es nicht wegnehmen lassen, die hat das nicht länger verzeihen können. Denn da ich kein Gewissen mehr hatte, und wenn sie deswegen was ich nicht weiß vor Creme zugrunde gegangen ist, so ist gegangen. Denn wenn ich es auch gewollt haben sollte, so hat es, meine Herren Richter, doch im Grunde ein anderer gewollt. Denn wenn ich jetzt hier vor ihnen stehe und wenn, wie ich sehe, mein Vater jetzt Gott ist, so bin ich im Grunde der Sohn meines Vaters, und mein Wille ist Gottes Wille gewesen. Wenn also ich, meine Herren Richter nein, nicht ich, wenn also Gott, meine Herren Richter, eine von beiden umgebracht hat nein, die André nein, beide nein, alle anderen ich stocke plötzlich und kann nur noch stottern, ich merke, ich habe mich verwirrt. Ich suche im Blick meiner Richter zu lesen und sehe nur lauter schwarze Löcher. Ich blicke hilflos den einen an, der herrlich in ihrer Mitte sitzt, und erbange vor seiner klaren Stirn, mich befällt auf einmal dumpf ein Erinnern, als ob ich seit unvordenklichen Zeiten unzählige Seelen umgebracht habe. Und da endlich tut Gott mir die Augen auf, meines Vaters strahlende blaue Augen tut er aus ewiger Ruhe auf und fragt meine Seele, bekennst du dich schuldig, ich höre mein Herz in seiner Stimme und sehe mein Leben in seinen Augen. Ich weiß, ich brauche nur Nein zu sagen, dann bin ich auf ewig freigesprochen. Ich fühle das Nein schon auf den Lippen, ich brauche nur den Mund auf zu tun, dann bin ich von all der Mühsal erlöst. Und ich tue ihn auf und sage Ja. Ein Schrecken befällt mich wie ein Schlag. Ich fühle betäugt mein Bewusstsein Schwinden mir ist ich stürze endlos hinab durch dunkle bodenlose Räume oder stürze ich endlos empor. Ich höre von oben her singende Stimmen sind Menschen Stimmen sind Geister Stimmen sie singen mich wieder zur Besinnung von fern her singen zwei Frauen Stimmen von Wannen von Wannen von Wannen dein Träumen Befreie dich Seele von Zeiten von Räumen sie verklingen ich schlage mühsam die Augen auf ich sehe mich durch ein Bogentor schreiten es ist noch immer so weltschweres Licht wie ich noch niemals erlebt habe ein toten gelbes Abend Licht nur vor mir her da schreitet ein Mann in richterlichem schwarzem Talar auf dessen Schritte ich horchen muss dann wird das schwere Licht mehr leichter sie tönen mir seltsam vertraut diese Schritte ich muss sie schon öfters vernommen haben und ihnen so Schritt für Schritt gefolgt sein wie ich jetzt ihnen Schritt zu halten suche unter der dröhnenden Bogenhalle ist es mein Vater mein Herz sagt nein und da höre ich hinter mir noch solche Schritte nur ungewissere haltlosere ich wende mich und stehe erstaunt und auch der Mann vor mir wendet sich ich sehe hinter mir geht der Jüngling der ich vor Jahren gewesen bin ich sehe vor mir steht der Mann der ich in Zukunft sein werde er winkt mir kurz und es weht sein Talar und wir schreiten im Gleich Schritt zum Tor hinaus und es weht sein Talar und mit lautlosem Schritt schreitet der Mann aus sich selbst heraus und entschwindet meinem gebannten Blick denn mein Blick hängt an einem väterlichen ewig gebieterischen Kreis der anstelle jenes verblieben ist und der mir weiter zu folgen winkt so kommen wir an ein Hafen Wasser wohl unabsehbar dehnt sich das Wasser unter dem toten gelben Himmel viele große Schiffe lagern darauf mit hohen reich bewimpelten Masten aber das gelbe lastet so nacht schwer dass keine Farben mehr dämmern können alles die Schiffe die Wimpel das Wasser scheint alles so schwarz aus Schatten geschaffen wie der Talar meines Kreisen Führers nur sein weißes Haar schimmert silbern im Zwielicht was was das für Schiffe frage ich zweifelnd wirkliche Schiffe entgegnet er tunlos und weist auf ein Dock am westlichen Himmel kein Laut von Arbeit kommt aus den Werften her der ganze Hafen scheint ausgestorben die schwarzen Stützpfosten um die Hillingen ragen star am Horizont entlang wie ein aufverstandener Kala Hain von Ur sind flutlichen Riesen Stauden nur aus dem westlichen Saum des Haines taucht klumpenhaft etwas Graues hoch und regt sich in der schweren Stille es regt sich wie das Felsen graue urschwere Haupt eines Elefanten ist eines spukhaften Götzen Haupt ist eines Gottes Heiliger Scheitel mein Führer aber winkt mir zu schauen und was wie ein Haupt war beginnt zu erglänzen und entsteigt dem schwarz aufstarrenden Hain und ist ein großer glanzvoller Mond er glänzt nicht so fall wie ein nächtlicher Mond er glänzt nicht so grell wie die tägliche Sonne er glänzt wie ein Tautropfen in der Frühe und alle Farben klären sich auf und nun wendet mein Führer sein kreises antlitz blauäugig nach dem östlichen Himmel und mit langsam gebieterischer Hand entwinkt er der verklärten Nacht einen zweiten solchen glanzvollen Mond wisse du sollst an Geister Macht glauben haucht er mir in mein schauerndes Herz und entschwebt dem einen der Monde zu bin ich erblindet von seinem Anhauch ich sehe auf einmal nur lauter Licht ich fühle nur blindlings ein leuchtendes schweben ins grenzenlose blaue hinein Enkel ich selbst bin der Kreis er ist wohl dem anderen Mond zugeschwebt ich schwebe mit ausgebreiteten Armen und raumentrückten Augen gleich ihm das leuchten wird immer feuriger ich atme entzückt die zarte Glut ich höre von oben her singende stimmen zweistimmig aus unsichtbarer Ferne sind wieder die Seelen der Geist innen beide erwarten sie mich auf den strahlenden Monden sie singen mich weiter und weiter hinauf ins weite Seele von wannen dein träumen erwache ins freie von Zeiten von Räumen sie nahen mir sie nahen wie schüchterne Lüfte so lind sie küssen mir meine entbreiteten Hände in meinen Handflächen ruhen ihre Lippen mein Herzblut strömt ihren Küssen zu sie küssen immer herzinniger und andere Geistinnen singen von oben wollen sie mir mein Leben ausküssen befreie dich Seele singen sie leben sie nur wenn ich sie belebe erwache Seele verklingen sie ich ich raffe all meine herzkraft zusammen ein leeres krausen stöhnt aus mir auf ich will mich den tödlichen küssen entwinden wie ein gekreuzigter schwebe ich machtlos ich krüme mit letzter gewalt meine finger und während ein herzzerreißender klageschrei mir die glanzgebadeten augen aufreißt höre ich dass es mein eigener schrei ist von dem ich unter tränen erwacht bin ich lag wirklich wie ein gekreuzigter da mit ausgebreiteten armen im dunkeln die handflächen über den bettrand gestreckt rechts und links in die schwarze luft ich schob meine halb erstarrten glieder langsam in eine andere lage und machte die augen wieder zu die ruhige finsternis tat mir wohl nach der tollen seelen feuer brunst ich nahm mir vor wenn ich wieder so träumte sofort an meinen körper zu denken befreie dich seele von zeiten von räumen erwache ins weite von wannen dein träumen von wannen von wannen von räumen von zeiten die ewig bleiben erwache seele du kannst sie vertreiben von dannen von dannen ins weiter all dein träumen bannen vierter traum aber ich muss doch zu ihrer beerdigung gehen oder wenigstens ihre gräber besuchen denn beerdigt sind sie wohl nun schon lange ich war ja bei ihrer feuerbestattung könnte ich nur die richtige grabkammer finden ich muss mich hier unten verlaufen haben wo mag das urnen gewölbe denn sein hier sind ja nur lauter schädelkammern und die gänge dazwischen so schlecht beleuchtet dass man jeden sinn für richtung verliert wenn ich zurück auf den oberen friedhof komme werde ich den verwaltungsrat anregen bessere wegweise einzurichten aber wie komme ich endlich hinauf ich erinnere mich gelesen zu haben es sollen schon leute umgekommen sein in diesen verwirrenden katakomben woher nur das licht in den schädelkammern kommt es ist nicht elektrisch angelegt es wird wohl eine art oberlicht sein darum flimmern wohl auch die gänge dazwischen so unterirdisch dumpf und trüb ich werde jetzt nicht mehr nach rechts noch links blicken sondern immer den gang gerade aus verfolgen nach der sonderbar hellen öffnung da vorn sie steht wie ein weißes rechteck im düstern da muss eine tür ins freie sein sie scheint auch allmählich noch heller zu werden beinahe blendet sie mich schon das weiße kann aber kein luftweiß sein es steht wie aus stein so unbewegt es grenzt sich so grell ab ich muss meine Augen schließen ich gehe aber doch gerade drauf los ich spüre wie ich hindurch schreite es atmet sich auf einmal viel leichter es muss also doch eine luftöffnung sein ich schlage die Augen auf und sehe hoch über mir blaut der freie himmel ich es sie hoch über mir und über vier hohen weiß blanken Mauern die senkrecht um mich empor steigen soll ich denn wirklich nie wieder herausfinden aus diesem sinnlosen labyrinth ich will aber nicht die fassung verlieren ich weiß ja seit lange aus erfahrung ich muss nur an meinen körper denken dann kommt auch die seele wieder zu sinnen ich werde mir also den raum erst betrachten ob er nicht doch eine auffahrt hat er hat vier glatte kristall blanke Wände aus lauter quadratischen feldern gebildet in der mitte jedes feldes ein gold stern entzückend in den kristall eingeschliffen aber nirgends ein halt um hin auf zu kommen es ist ein weiter leerer saal es scheint nichts als eine art luft schacht zu sein aber sie er hat ja noch eine tür gerade gegenüber der anderen tür durch die ich hereingekommen bin und da ist ja ein handgriff an der kante in den eine schnur aus den gängen her mündet das soll gewiss eine richt schnur sein ich fasse die schnur um weiter zu gehen mit einem letzten blick zurück aber was ist das bin ich denn wirklich von sinnen auch an der anderen tür drüben ist solch ein handgriff in den eine solche richt schnur mündet die muss ich vorhin in den halb dunklen gängen beim suchen übersehen haben aber die türen sind völlig gleich geformt und ich habe mich in dem leeren saal fortwährend um mich selbst gedreht durch welche tür bin ich nun gekommen ich betaste die schnur und betaste mich selbst es ist alles vollkommen körperlich ich kann also ruhig weitergehen wenn ich vorsichtig suche wird sich schon zeigen ob es die richtige richtung ist ich taste mich immer die schnur entlang von zeit zu zeit einen handgriff streif ent ich komme wieder an lauter schädel kammern hier sieht das licht aber bleicher aus und der gang scheint allmählich tiefer zu sinken dies licht kann nicht von oben her kommen es scheint aus dem erdennern aufgefangen die schädel gleißen alle so weißblank wie die kristall quadrate des leeren saales vorhin und doch ist ringsherum tiefer schatten und in all diesen schädeln haben einst welten gespuckt mit gold sternen drin und blauen himmeln und vielleicht auch mit einem ewigen gott ich fühle eine irrsinnige lust in diesen schädeln nach gott zu suchen ich lasse aber die schnur nicht los ich will nicht wieder die richtung verlieren jetzt kommen auch kammern mit tierschädeln sie schimmern ebenso erinnerlich was regt sich da auf einmal im schatten ist es denn möglich mein alter getreuer komm her mein teckel was suchst du denn was blickst du mich so innerlich an jawohl ich habe dich umgebracht aber was hast du auch immer geknurrt wenn die tote dame mich küssen wollte da hab ich dich doch vergiften müssen er blickt mich nur immer seelenvoll an mit dem selben blick noch den er mir zu warf als er im todes kampf vor mir lag ganz ohne vorwurf ganz treu ergeben aber was will er denn noch er lebt doch noch er will mich wohl in die kammern locken ich nehme die richt schnur fester zur hand und erinnere mich an meinen körper ich werde einfach weiter schreiten der hund ist gewiss nichts als ein spuk nein er folgt mir ich höre ihn hinter mir ich bleibe stehen da steht er auch still ich drehe mich um da legt er sich ich locke ihn nochmals er rührt sich nicht er blickt mich nur immer inständig an mit seinen unendlich treuen augen und kaum beginne ich wieder zu schreiten folgt er mir wieder schritt für schritt ich höre seine leisen zähne ich spüre wie sein blick an mir hängt ganz ohne rach sucht ganz voller liebe als ob der liebe gott mir folgt wie dieser gott blick mich hinter rücks martet wenn er noch lange so anhänglich bleibt bringe ich ihn zum zweiten mal um aber ich darf doch die richt schnur nicht loslassen ich komme sonst schließlich selbst noch um in diesem wahnwitzigen labyrinth halt schimmert da vorn nicht wieder ein licht loch das ist wohl endlich die urnenhalle jawohl das viereck wird immer heller und die schnur scheint gerade drauf hin zu leiten wenn ich nur rascher vorwärts käme wie Grabes last ist der Blick hinter mir ich zwinge meine füße zu rennen ich keuche der leuchtenden halle entgegen ich achte nicht den schmerz meiner augen ich taumle fast in dem blendenden viereck hindurch und und prall und prall entsetzt zurück ich stehe abermals in dem kristall saal den offenen himmel über mir ich bin im kreise herum geirrt und was stöhnt da was rührt sich neben mir durch die tür kommt der teckel mir nach geschlichen ich sehe jetzt deutlich es ist nur ein schatten ein schatten mit gottergebenen augen ich stürze in rasendem hass auf ihn los ich werde den spuk nun endlich zerreißen mit beiden händen packe ich ihn am genig am kreuz und zerre und zerre er windet sich unter meinem griff wie kautschuk spannt er sich hin und her ich spüre verzweifelt wie er mich lähmt wie er nachgiebig meine arme entmannt ich fühle bis innerst in leib und seele wenn ich dies gespenst nicht bewältigen kann bin ich machtlos für zeit und ewigkeit ich spanne all meine nerven kraft an und wenn mir gehirn und adern zerbürsten und ein ruck ein leises ersterben des winseln o wonne ich habe den schemen zerrissen mit einem letzten hingebenden blick zerfließt er in die leere luft ich stehe und zittre am ganzen körper vor glück und ermattung und neuer verzweiflung ich starre hinauf in den blauen himmel ist kein entrinnen aus diesem kristallenen grab ich betaste meine erschöpften glieder warum muss ich nur immer an meinen körper denken es ist doch gar nicht mehr nötig jetzt wer hat mir das eigentlich eingeredet wie schön könnt ich schlafen in diesem lautlosen schacht ich bin so müde ich höre mein seelen spiel klingen es rauschen wohl flügel oben im blauen nein ich glaube nicht es ist nichts zu sehen doch eine weiße feder schwebt nieder wie eine schneeflocke kommt sie gewirbelt noch eine noch eine flaum auf flaum grad in die mitte des saals herab immer mehr immer mehr weiße flaum feder flocken der ganze boden liegt schon bedeckt ich muss zurück an die wand fläche treten es ist schon ein hügel es wird ein berg o seligkeit das ist ja die rettung der berg wächst immer höher hinauf schon steht er fast so hoch wie der schacht rand und immer dichter häuft sich das flock enge wimmel ich springe mit beiden füßen hinein ich versinke in dem bettweichen schwall aber erballt sich unter mir ich stampfe und stampfe und es glückt ich stampfe mich hör und hör hinan es ist als federn mich bälle empor ich kann kaum sehen so stiebt es um mich und brennender schweiß verschließt mir die Augen da ein frischer lufthauch kühlt mir die Stirn ich fühle entzückt ich bin oben oben meine Augen wagen wieder zu blinzeln durch die feuchten flaum verschleierten wimpern kein feder stiebt mehr der himmel blaut es ist eine überirdische stille ich stehe auf steilem schwankendem gipfel tief unter mir klafft der weiße abgrund des labyrinthischen schachtes herauf o seele seele wie komm ich hinüber sie rings um den schacht wie ein garten eden liegt der blühende frühlingsgrüne friedhof und die seele erklingt ich es sie es oh geist ich es sie es durch tränen oh göttlicher geist durch regenbogen farbene tränen ja dein gipfel schwankt und ein wind kommt gebraust und du schwankender weinst und ich breite die arme wenn du jetzt oh gott geist mich seele erhörst will ich deiner kraft trauen ewiglich horch braust nicht der wind beflügelnd oh seele und der gipfel löst sich und schwebt und wird wolke sie mit beiden armen umspanne ich sie und schwebe über den abgrund dahin oh wie weich sich's fliegt in dem leichten flaum ich fühle nicht höhen nicht tiefen mehr ich fühle nur wie mich die wind wolke schaukelt und mir süß alle kräfte stachelt und kitzelt will sie mir etwa mein leben weg schaukeln dann wisse seele mein körper lacht ich kann sie loslassen wenn ich will ich bin ja befiedert über und über ich kann mit dir fliegen wohin ich will ich brauche ja nur den flaumweg zu blasen ich blase und blase was ist denn das ich blase mir ja in die eigene nase ich mache wohl selbst den wind der so kitzelt ich niese ich lache lache erwache ich lag noch immer im dunklen bett und ich hielt mein kopfkissen in den armen ich fühlte dass eine kleine feder aus dem zerknüllten kissen herausstack sie berührte noch meine nasenspitze ich entfernte die feder und legte das kissen glatt ein stündchen hoffte ich doch noch zu schlafen der morgen schien zwar bereits zu krauen aber ich war noch müde genug wenn über unseren tiefsten verzweiflungen wo wir vor lauter geöffneten nottüren nicht aus noch einzufinden wissen stets eines gottes blick wachte wenn unter unseren höchsten enzytze kun gehen wo wir verstummend vor triumph mit zitterndem fußtritt jede gefahr zerstampft zu haben meinen stets eines gottes ohr weilte wenn zwischen unseren erhabensten gleich giltigkeiten wo wir mit adler ruhe alle verfolgung todes wie lebens in leerer luft verflogen wähnen stets eines gottes herzliche teilnahme schwebte ich glaube er würde vor lachen sterben fünfter traum ja meine verfolger ich lache euer denn ich kann fliegen wenn ich will ich kann aus eigener willenskraft fliegen sie rasen hinter mir her wie gehetzt eine meute tobsüchtiger jäger und hunde aber hier ich spanne nur meinen mantel dann bin ich ihrem wahnsinn entrückt schon schwebe ich über den eichen wipfeln und lache halali auf sie nieder ich höre sie brüllen du mörder mörder und würden mich alle doch selbst gern morden nackt sind sie auf die jagd ausgezogen aber dennoch war ich schneller als sie wie sie rache keuchend mir nach starren durch die kahlen eichen die fallen gesichter während ich hör und hör entschwinde hallali halleluja lache ich nieder und werfe ihnen handgrüße zu ja ihr seid auferstanden zum jüngsten gericht ich aber fliege ins ewige leben wie sie kleiner und kleiner schrumpfen die schreck befallenen bleichen leiber wie würmer wimmeln sie durcheinander zwischen dem welkbraunen laubwerk unten wie ausgegrabene engerlinge ich lasse breit meinen mantel fallen um ihre klägliche blöße zu decken schwer schwebt er hinab denn ich schwebe hinan mit schwimmenden armen zerteil ich die wolken was glänzt daher aus dem stahlblauen äther ist es ein unbekannter stern hallali halleluja jauchzt mein erkennendes herz es ist eine weltbestrahlende stirn sei mir gegrüßt fadkundiger wildrer du jagd her der frevler schagspier erhabener er schlägt die entschlafenen augen nicht auf traumselig lächelt sein geist haupt nur und grüßt mich stumm und bestrahlt meine bahn es grüßen noch manche entschlafene geister mit sternen gleich aufstrahlenden stirnen und beleuchten meine erhabene bahn es grüßen riem brand und bahn und dante und goethe beethoven bach es grüßt auch mein vater und meine mutter und fern strahlt ein dornen kranz tragendes haupt wo hab ich dies rührende haupt schon gesehen dies schmerzt zv erklärend verzeihende antlitz in meiner kindheit war es wohl ich möchte vorüber an diesem antlitz jetzt aber dahinter ist alles schwarz ich möchte dennoch vorüber schweben aber es zieht mich näher und näher es zieht mich mit seinem dornen kranz an der noch heller strahlt als die träumende stirn er strahlt wie ein großes verzweigtes nest das gezweig wächst immer größer ins weite ich möchte dies wachsende licht nest umkreisen aber es weitet sich kreisend um wirbelt mich hoch wie einen funken ins schwarze unermessliche ich blicke hinab ich wills überschauen ich sehe ein unermessliches helles ich sehe ein grenzenlos schwebendes licht reich ein tiefes rings in ruendes nest von unzähligen kreisenden sternen reihen endlos verzweigt durch den schwarzen raum mich weht ein grausen an ich erkenne ich bin in einer anderen Welt das grausen weht inniger es besilligt ich fühle es will mich zur ruhe wehen es weht mich hinab auf das träumende haupt wer bist du wer bist du entschlafener geist auf dessen haupt mich ein licht reich wiegt ich lasse mich willig nieder bewegen zu dem leuchtenden scheitelpunkt in der mitte ich sinke mit heller heimazwonne immer tiefer hinein in das weltweite nest und was wie ein punkt schien ist eine wölbung eine milchweiß gestirnte unendliche kuppel auf deren scheitelfläche der nest kranz ruht ich staune hinab in den traum stillen kuppel raum hinab durch das schimmernde scheitel gewölbe das ist wohl das du erhabenes haupt was wir auf erden die milchstraße nannten ja ich sehe sie kreisen in deinem innern die sterne die sonnen und jene erde wie blutzell körper chen deiner adern du strahlendes dornen kranz tragendes haupt wie sie zittern die kleinen seltschen alle die sich welten dünken in ihrem dunst kreis ich sehe sie deutlich erbeben im nebel vor deiner weltbegrenzenden stirn und sind meinem blick doch alle so fern so grenzenlos fern wie jener erdball dem ich durch wolken entronnen bin in diese verklärte andere welt die augen fallen mir zuvor bangen wer bist du wer bist du verklärender geist ein silberhellklingendes lachen weckt mich hab ich es geträumt oder leben hier menschen nein eine lichtgestalt weilt vor mir ich schnelle auf eine geistin umschwebt mich hab ich sie schon auf erden gekannt ihre augen ermuntern mein herz so vertraut als hätten sie schon in früher kindheit über meinen spielen gewacht ihr blick ist so innig silber grau nein licht schwarz nein tief von herzen gold klar ganz silber und gold herzen nicht klar ist es die göttin barmherzigkeit sie lächelt sie lässt den kopf etwas hängen o süße schelm in barmherzigkeit sie nickt mir nochmals von herzen zu ich lausche ich höre ihr seelen spiel klingen die erde schläft in nebelschleir schein doch kann ihr atem nicht ihr leid verdecken ihr träumt sie würde wach viel freier sein es ist wohl zeit dass wir sie wecken ich starre hinab mir bangt aufs neue nein steht mein blick lass die erzähle ruhen sie ist voll rach sucht sie will nur morden lass uns den geist dieses lichtreiches wecken die geistin lächelt weshalb nur wieder aber ihr lächeln ermutigt mich lass uns ihn wecken verlangt mein blick ihn dessen haupt diese andre welt trägt doch unter dessen träumender stirn jene erde uns noch immer band lass seine augen sterne erst leuchten das wird uns erheben aus diesem bann sie lächelt und nickt ist nickend verschwunden ich greife verdutzt in leeren glanz ich schwebe wieder allein in den weiten nur ihr silber helles gelächter klingt noch nein auch ihr blick ist zurück geblieben wie ein goldenes sternchen schwebt er vor mir inmitten des silber weiß kreisenden nestes oder nein es ist ja ein doppel sternchen ja ein gold klar flimmerndes zwillings sternchen ein kleines wirbelndes stern seelen pärchen zwei kleine glitzernde seelen stern zell chen die in eins zusammen zu sprießen streben ich greife danach ich schrecke zurück das eine spiegelt deutlich mein bild ich es siehe mich hinauf in den nestkranz greifen in das kreisende spiel des sternenge zweiges und spielt nicht im anderen das bild der geistin nein schon sind beide zu same menge sprossen ich weiß nicht spielt da mein oder ihr bild es spielt mit den kreisenden nest stern bellen mit unzähligen rein weiß wirbelnden unendlich zellkleinen zweig stern bellchen und in jedem zellstern spielt wieder solch bild chen ich will es fassen ich greife ins unfassbare ich merke es schwebt weit über mir unermesslich weit und sprießt weiter im schweben immer weiter in wirbelnden sternbilder spielen es scheint nur so klein weil es so grenzenlos fern ist es wirbelt mich hoch schon entwirbelt dem nest kranz und sprießt immer wirbelnder über mir fort und ein silber helles gelächter umstürmt mich ich muss mit lachen ich blicke hinab ganz zu same menge schnurrt in schwarzer tiefe schwebt das weltweite dornennest unter mir nur wie ein flaches korb flechtwerk noch eine tellerförmige milchweiße scheibe auf der sich ein riesenhaft sprudelnder goldklar von sternzellen strudelnder fort und fort wachsender kreisel dreht er schleudert mich mit im sausenden umschwung immer höher den schwellenden rand hinan ich kann kaum noch das winzige urzellbild ahnen das in der kreiselspitze da unten mit solchen urbildern ball spielt ich ahne nur wie sich aus jedem bild strahl den es hoch sprudelt in den silbrigen nebel eine neue schar goldstrahlen bilder entpuppt aus jedem weltsternchen eine sternen welt immer riesenhafter empor gegliedert ein unendlicher springbrunn von licht puppengliedern und jedes glied schon ein ganzes wesen ein ganzes welt puppengliederspiel das andere spielende welt glieder puppen nach allen seiten entspringen lässt ich möchte eins dieser wesen betrachten ich schwebe so nahe an seiner seite ich kann seinen atem kreis brausen fühlen ich 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 erkennen ob ob weib aber es dehnt seinen riesigen licht nebel körper den sterne um sterne wie flugsat durchwirbeln so stürmisch ins unermessliche dass ich wieder nichts weiter wahrnehmen kann als ein seelenvoll braus endes gelächter und wieder muss ich voll bangen mit lachen denn in all meinem bangen ahne ich jetzt vielleicht ist dies unabsehbare glanz spiel dieser ganze erhabene stern puppen kreisel auch wieder nur ein kleines glied vielleicht nur die unterste zehenspitze von einer noch größeren spiel gestalt die wieder noch größere ausspielen kann oh lass dich erkennen erhaben stess wesen ich starre hinauf zu dem äußersten Licht saum könnte ich nur einmal ein einziges leuchten seiner augen sterne aufschimmern sehen ich mühe mich jähr empor zu kreisen dem bankreis des trudals noch näher zu steuern mir ist ich tue schon seit ewig keiten ich blicke zurück auf meine flugbahn das sternennest unten ist gar nicht mehr sichtbar es scheint nur die aller unterste spitze dieses schwebenden welten kreisels zu sein mir wird so hinschwinden seelenweit ich kann kaum mehr meine bewegungen fühlen ich kann in dem wachsenden licht seelen nebel auch nichts mehr von meinem körper sehen ich bin wohl selbst eine licht welt geworden oh könnt ich nur endlich das augenlicht sehen dem all diese seligen welt spielpuppen aus ihren kreisen entgegen lachen ich muss auf einmal auch selig lachen ich sehe urplötzlich im innern des kreisels rings unter mir überall her aus den nebeln ganze schwärme von augenlichtern aufschimmern alle die hohen entschlafenen geister die meine bahn einst beleuchtet haben sie erwachen aus ihren träumenden tiefen und folgen mir hör mit lachenden blicken es erwachen und lachen rem brand und schack spiel zerfantes und swift aristophanes nitz c he es lacht auch mein vater auch unsere mütter und jenes dornen umspielte haupt ich will es begrüßen mein gruß erstarrt aus seinem blick lacht die göttin barmherzigkeit ich starre hinab von blick zu blick in allen den schwärmenden augen sternen selbst in euren gestirnen nitz c he rable is shark spiel ihr wildesten schwärmer ihr freunde der frevler spielt das bild der göttin barmherzigkeit mir schwindelt ich muss wieder aufwärts blicken o erwache auch du erhabenstes wesen erwache aus deiner gleichgiltigkeit erhebe mich endlich zu deinem blick entreiß mich all diesen wachsamen augen sie mahnen noch immer an jene erde die doch seit ewigkeiten dahin ist entpuppe dich endlich wer bist du du ich horche erschrocken was lacht da du und ein echo lacht stürmisch abermals du will das erhabenste wesen mich höhnen oh nur hör mir bangt nicht mehr nur zu ich störe noch jähr hinein in den kreisel ich lache stürmisch mit du 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 ich lasse mich ganz in den lach strudel reißen vielleicht kann selbst das erhabenste wesen mich nur in seinem innern erhören da in der innersten achse da ja ich höre nun lacht es da 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 und ziehe das ganze welt puppenspiel beginnt zu nicken wild fern und nah und immer wilder mir stockt das herz will es mich aus dem gleich gewicht nicken nein in ganz gleich wilden welt kreisen nickt es kreis unter kreis über mir da 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 mit stern klar barmherzigen geister raugen und lacht ganz gleich gilt ich hahaha es will mich gewiss nur in Sicherheit lachen ja die achse des kreisels ist schon ganz nah da endlich entpuppen wird ja all die geister da lachen ja und nicken aber was ist das ah die achse sie dreht uns immer noch höher aber mir stockt das herz immer jähr verliert sie nicht doch jetzt das gleich gewicht nein sie verdreht wohl ihr seelen licht hahaha sie verdreht uns die übersicht sie beginnt zu wackeln oh all ihr geister das erhabenste wesen scheint kopf stehen zu wollen ich höre entsetzt alles lacht wieder ja haha halt warmherzigkeit wenn wir fallen wir fallen ins bodenlose da da was es hier ich allmächtiger himmel ja es steht ja schon kopf es entpuppt sich ah himmelhoch über mir steht etwas da mitten auf aus den wackelnden seelen welten steht die kreisel krone in gloria und ist eine was eine sohle ja eine riesige wackelige weltseelen sohle von unzähligen zehen spitzen umzappelt ich erkenne sie will uns noch höher zappeln sie beschirmt unsere welt wie ein maßloser fall hut wir zappeln in einer ungeheuren allwelten hütenden urwelt puppe die auf ihrer hutspitze bodenlos kopf steht und deren bauch sich vor lachen schüttelt er schüttelt uns mit immer mit hahaha macht halt ihr geister sonst platzt er da er platzt ich muss mich vor lachen umdrehen hahaha all die weltgeister trennen sich mit um hahaha sie verdrehen mir hören und sehen hahaha das erhabenste wesen rächt sich hahaha es lässt mich vor lachen sterben mir gehen alle augen über nein auf ja auf endlich auf was bin ich denn wach ja ich saß mit offenen augen im bett und mitte inher durch mein halb dunkles zimmer langte ein gold heller morgen strahl voll unzähliger wirbelnder sonnen steug chen es war also doch ein spalt in dem fenster vorhang ich stand auf machte vollends hell und besann mich dann warf ich die abends empfangene todes nachricht aus meinem schag spier in den papier korb ich wusste nicht sollte ich wie ein kind ein dankbares morgen gebet verrichten oder gott welt und leben zum teufel wünschen ich weiß es noch heut nicht du himmlischer quälgeist o allbarmherzige fantasie wer bist du wer du willst wo wohnst du wo du fühlst lebst wohl im licht strahl still wohl auch im staubitz gewühl bürst mein hütlein klopf dein kittlein so kannst du merken wer ich bin wie viel goldene wunderwelten in uns glühen betrachtungen über kunst gott und die weltauswahl kunst und volk neuen selbstverständlichkeiten die aber doch der erklärung bedürfen erster die kunst besteht in den kunstwerken die nicht fürs volk geschaffen sind sondern für gott und die welt für die seele der menschheit oder auch der blumen auf dem felde für alle und keinen fürs ewige leben oder für sonst eine grenzenlose größe das soll heißen es werden sehr viele kunstwerke gemacht aber recht wenige machen die kunst aus kein kunstwerk mehr den kunstbestand durch das der urheber irgendein begrenztes volk zu irgendeiner bestimmten zeit für irgendein bekanntes ziel ausbilden will oder wollte die volksbeglücker die volksveredler die volkserzieher und verzieher mögen ein solches werk mit fug und recht zu ihrer zeit den leuten anpreisen aber sobald jenes ziel erreicht oder aber als erricht erkannt ist verfällt solch werk der vergessenheit oder bestenfalls der kunst geschichte ist überflüssig und leer geworden hat keinen belebenden inhalt mehr freilich befasst sich alle kunst mit dem umgebenden volks und zeitgeist als einem teil ihres stoff bestandes aber nicht das ist ihr lebens bestand sie geht nur aus von dieser umgebung und ihr ziel schwebt gerade im unfassbaren beständiges leben enthält nur die kunst die jederzeit und immer fort hinaus ins unbekannte weist wie die blumen blühen ins blaue hinein und solche kunst schafft nur der künstler der fürs volk ein ewiges rätsel bleibt er kennt nur eine bestimmung des schaffenden die gesetzgebung für das unbestimmte er sieht nur eine grenze des schaffens die formlegung für das unbegrenzte denn er ahnt nur ein ziel der menschlichen bildung die gestaltung eines vollkommenen wesens zweiter der kunst gegenüber gibt es nur zwei arten volk das menschenwürdige und das hunds gemeine das heißt vollkommene kunst wirkt nicht auf jedermann als vollkommen sondern höchstens auf solche seelen die selbst den trieb zur vollkommenheit haben und fremde seelenkraft mitfühlen können hierzu aber verhilft kein besonderer bildungsgrad kein wohlstand oder sonstiger vorrang der einzelnen ständen und klassen des volkes je nach dem lauf der zeiten vergönnt ist mag auch durch all das die freiheit und freude des menschlichen mitgefühls leichter erblühen dies mitgefühl eignet vollkommen nur solchen seelen denen das menschliche dasein unendlich mehr ist als eine laufbahn zum wohlbefinden zum vornehm tun oder neunmal klug sein nämlich ein städte gründlicher antrieb zur steigerung aller schaffenden kräfte ob für ob gegen ob durcheinander das das sind die menschen seelen die auch die kunst von grund auf zu würdigen wissen sie pflanzen den willen zur menschheit fort sie bilden in wahrheit den volksgeist und zeitgeist und begeistern allmählich sogar die halbwilligen sie sind in jeder volks schicht zu finden wenn auch am meisten wahrscheinlich in jenen schichten die am eifrigsten für die zukunft kämpfen wo sich der sinn auf vollkommen es richtet ist volk stets nur der inbegriff der menschlich strebsamsten volksgenossen das heißt ein unterbegriff der menschheit wer ein vollkommener mensch sein könnte der wäre natürlich auch im besitz von jeder vollkommenheit seines volkes der rest aber der ewig rückständige der wohl bestallte wie übel bestellte der bildungsböbel wie rheumob je nun der hält sich an die art kunst die das volk übers menschliche dasein täuscht mehr oder weniger hunds gemein doch ist auch diese art volk und kunst im geistigen haushalt der menschheit von nöten denn eben ihr widerstand reizt die andere art zur beständigen steigerung ihres willens dritter keine art volk schafft jemals kunst jede das will besagen die kunst soweit sie nicht handwerk und matchwerk ist stellt eine unwillkürliche unerklärliche einsicht ins leben vor die stets nur wenigen innewohnt und sich nur durch eigentümlich geheimnisvolle zwar den sinnen vollkommen deutliche doch dem sinn vielfältig deutsame bilder anderen mitzuteilen vermag auch was man gewöhnlich volkskunst nennt ist niemals durch die gemeinsame macht irgendeines volkswillens entstanden sondern immer ursprünglich von einzelnen aus reinem eigensinn ersonnen und dann erst zu gemeingut geworden aus einem natürlichen mitteilungstrieb der schon im licht der gestirne waltet gibt der einzelne sein einsames sinn wild dem willigsten empfänger kreis hin oder dem mächtigsten abnehmer kreis der gibt es weiter und immer weiter und dadurch schleifen sich unter umständen zumal bei mündlicher weitergabe die eigensinnigsten züge des bildes ins allgemein verständliche ab in in den kleinen volks gemeinden der urzeit besorgten wohl meist die priesterkasten und herrengeschlechter die erste verbreitung nachher vermittelten fahrende leute zwischen der künstlerschaft und dem volk oder die künstlerschaft wurde beruf und ging also selbst auf die fahrt nach brot so zog einst der bade mit seinen heldengesängen von herrenhof zu herrenhof der tropadur mit seinen balladen von ritter schloss zu ritter schloss und allerlei anderes fahrendes volk machte die vornehmen gebilde fürs sesshafte schlichte volk zurecht und aus der erhabenen heldensage wurde ein volkslied ein wenkel sang so sind auch die märchen der urgroßmütter nicht von den urgroßmüttern erfunden sondern die alten götter sagen naturmythen und geister geschichten einer von priestern gelenkten kultur sind später von sinnigen landstreichern entlaufenen mönchen schularen und schreibern für das verständnis der spinnstubnen sassen verweltlicht und vereinfacht worden auch wohl versimpelt und verbal hornd so ist auch die sogenannte bauernkunst wie sie in Hausrat und volkstracht sich fristet nirgends dem heimatboden entsprungen ist aus höfischen oder städtischen kreisen von reichen dörflern aufs land verpflanzt und da erstarrt sie durch handwerksbrauch zu wundehrlich verwucherten formen bis wieder eine neue Stadt kunstkräftig und reif genug geworden ist die entartete alte zu verdrängen so ging auch die kunst der wilden völker seit jeher den ermächtigungsweg über den festplatz des zauberpriesters das zelt des häuptlings oder der obmänner um in alle hütten des stammes zu dringen denn der künstler der kein strumpf wirker ist will sein werk nicht im engen verkommen lassen er will wie das leben ins leben wirken ins unendlich weite belebende leben und heute wendet sich seine kunst nur deshalb gleich ans breitere volk weil es mächtiger als die macht haben dem schaffenden willen des lebens dient vierte das volk versteht nichts von der kunst das ist auch nicht nötig zum kunst genuss das besagt es gibt überall nur wenige die vollkommen fähig zum kunst genuss sind die volle genuss kraft ist ebenso selten wie die vollkommene schaffens kraft aber auch diese wenigen jeder für sich allein genommen verstehen nur wenig von den vielfältigen reizen die das geheimnisvolle leben in dem bewunderten werk bewirken selbst von den handwerksgriffen des künstlers versteht zuweilen sogar der künstler nicht jeden einzelnen wirkungswert geschweige den ganzen zusammenhang und mancher nüchterne kunstgelehrte sieht da schärfer als der scharfsinnigste meister nur nur sind die äußerst klugen leute die bloß mit verstand zu genießen verstehen gewöhnlich die innerst zählen dummen und begreifen oft weniger als ein nigger von der begeisternden gefühlswelt die hinter den sinnlichen reizen des kunstwerkes lebt diese kunst verständigen zwar entscheiden ob ein werk den besten kennern des handwerks auf absehbare zeit zu genügen vermag und schätzen seinen sachwert ein aber unabsehbar ist das leben und ein vollkommenes kunstwerk enthält die lebenshinterlassenschaft von hunderttausend millionen anderer werke und das unschätzbare vorvermächtnis für aber und abermals andre millionen ein solches werk kann jahrhundertelang nach den maßstäben aller sachverständigen nach dem urteil der künstler wie kunstgelehrten nach der meinung der eigenen wie fremder volksart ein wertloses tötsunding sein und auf einmal ist es nur scheintot gewesen und belebt tausend geister zu neuem gefühl zu neuem schaffen und neuem genuss vor der unbekannten seelischen macht der das vollkommene kunstwerk entstammt ist eben auch der kenner nur volk über diese beständige macht vollkommenheit diesen eigensten lebenswert der kunst entscheidet keinerlei kunstverstand auch kein kunstgeschmack und kein kunstgefühl weder des einzelnen noch einer volksmasse denn es gibt und gab kein einziges kunstwerk an dem der verstand nicht zu mäkeln fände und geschmack und gefühl sind unbeständig ob aus verstand oder unverstand über den lebenswert der kunst entscheidet stets nur das leben selbst das wandelbare leben der menschheit wandelbar von volk zu volk ob durch zufall notwendigkeit oder gott weiß was doch beständig zum weiterleben gewillt mit dem genuss aber hat das wenig zu tun den rohesten kerl kann das scheußlichste matchwerk unvergleichlich stärker und inniger freuen als die reinste schönheit den feinsten kenner wer anderes lehrt ist ein fasel hans ob nun ein schwarm geist oder ein nüchterling fünfter der kunst genuss jeder art volkes besteht in der begeisterung durch das unbegreifliche in der ehrfurcht vor dem unerforschlichen in der lust und liebe zum abenteuerlichen in glauben traum und übermut das bedeutet wie das wesen des kunst schaffens unerklärlich ist so auch das wesen des kunst genießens erklärlich ist nur der bewirkte zustand er ist und sei er noch so vergeistigt ein zustand der sinnlich befriedigten liebe im weitesten und engsten sinn in der höchsten tiefsten flachsten bedeutung liebe verliebtheit liebhaberei er gibt also nicht die geringste gewähr für den wertbestand des geliebten dinges für schönheit naturwahrheit und dergleichen wie dem liebenden jüngling ein gesicht das er gestern noch für abschreckend hielt heute ein ausbund aller liebreize ist ihm vielleicht sein ganzes leben lang sein wird vielleicht auch nur für etliche wochen so liebt und lebt auch der kunstliebhaber und nun erst gar ein gemisch von volk sogar das griechische volk war kein kunstvolk wie manche leute es gerne träumen denn ein griechisches volk hat es nie gegeben es gab nur einige stadtgemeinden mit wenigen sehr machtvollen kunstliebenden patrizier familien und einem haufen machtzüchtiger vergnügungslustiger spießbürger nebst einer bäurischen sklavenherde aber die lust und liebe zur kunst ist selbst ein gewaltiger lebenswert sie legt den geliebten dingen vollkommenheit bei auch wenn sie noch unvollkommen sind und hebt alle kräfte der liebenden seele auch wenn es nur schwache kräfte sind das gilt für männlein wie für weiblein denn in den höchsten bezirken der liebe hört der geschlechtsunterschied glücklich auf sie treibt den geist in einen traum der ihm die stärksten sehnsüchte seines lebens durch das angebittete bild erfüllt zeigt und je weniger wissen den geist beschwert je weniger kenntnis von kunst maßstäben umso leichter glaubt er seinem traum dann braucht er keine erklärungen mehr dann wird ihm das unbegreifliche klar dass er eins ist mit dem einsamen künstler dann erlebt er wie dieser das grenzenlose ist mit ihm die blume auf dem felde mit ihm der held seiner abenteuer mit ihm ein ganzes mächtiges volk und jauchzt im stillen vor übermut und wenn er aufwacht aus diesem traum der ihm das winzigste riesengroß das furchtbarste herrlich und lieblich machte dann vererrt er die unerforschliche kraft die frei mit den eigenen grenzen spielt und seine abenteuerlust die einen augenblick staunend gestillt war gibt sich ermutigt dem unstillbaren wandelbaren leben hin ein ganzes volk aber das so träumt und nur kraft höchster kunst so träumt das ist ein schöner zukunft traum sechster die höchste kunst wirkt nicht unmittelbar sondern mittelbar als sage ins volk nämlich nicht bloß die kunst der vorgeschichtlichen oder späterer ungeschichtlicher zeiten wie sie uns in heroischen fabeln humanen idyllen religiösen parabeln vom volksmund überliefert ist sondern auch alle geschichtliche kunst die ein vollkommenes sinnbild sinnlichen lebens und zugleich des höchsten geistigen ist dringt ins ganze volk nur durch hören sagen und lebt nur durch freie erinnerung fort auch der buchdruck hat daran nichts geändert wer liest heute noch zerfandes und zwift wie sie vollständig im buche stehen oder gar dante und home ein zählbares häuflein gebildeter und viele von ihnen nur aus zwang wer sieht heute noch ein bildwerk von fedias oder hört die zärtliche säfe singen wer hat die pyramiden besucht wer den petersdom wer den park von versailles wer kennt wirklich leonardo vollkommen wer goethe wer mozart und gluck wer bach aber man spreche von gullivers reisen von don quillote don juan helena faust man nenne die namen prometheus und orpheus michelangelo schagspier rem brand beethoven und ein schauergläubiger ein bildungskraft wird auch den geistesgeistig armen mit bildern schicksalreichsten lebens gestalten vollkommener menschlichkeit füllen unter hundert kunstkennern sind nicht zwei in der deutung von denteis beatrice der erklärung von schagspiers hamlet einig aber jeder einzige fühlt sich im klaren sobald er im leben sagen hört jenes mädchen scheint eine beatrice dieser junge mann ist der reine hamlet das eben ist das kennzeichen höchster kunst dass sie keinem ganz begreiflich wird dass der eine dies der andere jenes als ihr bedeutsamstes merkmal her ausgreift dass sie die unbegrenzte macht hat über die eigene bildwirkung weg durch fremde vermittelung weiter zu wirken bis sich aus all den begeisterten meinungen ein allgemeines erinnerungsbild formt oft nur ein teilchen des ursprungsbildes aus dem der volksgeist aber das ganze und mehr als das zu begreifen glaubt so genügt dem liebenden eine locke um ihm die ganze gestalt der geliebten den duft ihres haars ihren blick ihr lächeln ihre ganze seele herauf zu beschwören ja es genügt ihr bloßer name siebter nie ist kunst volkstümlich von anbeginn sie wird es kraft ihrer ursprünglichen neu belebenden freiheitslust und sie bleibt es kraft ihrer notwendigen alther gebrachten ordnungsliebe denn volkstümlichkeit ist das endergebnis einer langen freiwilligen gewöhnung aller einzelnen volksmitglieder oder doch der meisten und menschlich besten unter anleitung der geistig regsten man will sich aber an nichts erst gewöhnen was von hause aus schon gewöhnlich ist und man gewöhnt sich auch an nichts was durchaus bloß ungewöhnlich sein will nur solche kunst wird und bleibt volkstümlich die den willen zum geistigen miterleben diesen allgemeinsten menschlichen willen gleichermaßen bewegt und beruhigt löst und fesselt antreibt und bändigt sie muss reize enthalten die immer wieder das schrankenlose naturgefühl selbst des eigensinnigsten erregen und sie muss andere reize enthalten die immerfort die beschränkte kultur vernunft auch des freimütigsten beschwichtigen sie muss alle diese zwiefachen reize in einer so einfachen form vereinen dass sie zwingend wirkt wie ein neues Gesetz zu dem die alten hingedrängt haben und es macht das innerste schicksal des künstlers aus ob er die äußere geschicklichkeit hat sich mit seiner ursprünglichen schaffenskraft in die beschaffenheit der welt die notwendige ordnung der kräfte zu fügen dann dann sein werk ein vollkommenes ein sinnbild des ziellos schaffenden lebens ein abbild des freiesten willens zum dasein ein vorbild der willigsten schickung ins ewige solche kunst mag man anfangs für willkürlich halten mag sie missachten und missdeuten verlästern oder verlob hudeln gerade das wird die neugier der menge reizen gerade das selbst die ältesten schlafmützen wecken und endlich nimmt auch der gleichgiltige die ernste giltigkeit ihres wesens hinter dem scheinbaren gaukelwerk war dagegen die kunst die nach volksgunst fahndet indem sie sich in das maskengewand volkstümlich gewordene ahnen kunst kleidet sie mag von den vornehmsten autoritäten von obrigkeit schule und zeitungen mit aller gewalt populär gemacht werden eine zeitlang ungeheuer beliebt sein schließlich wird sie als eitel blend werk erkannt und dient bestenfalls zur vermittelung einiger kunst kenntnis ans volk achte alle kunst die nicht volkstümlich wird ist unkunst tant und spreu im wind das ist so zu verstehen kein kunstwerk und sei es noch so schlecht ist von anfang an ohne lebenswert es finden sich immer die vielen dummen und manchmal auch nicht wenige kluge die ein schlechtes werk für gut genug halten die lange weile auszufüllen erst erst allmählich merkt man was unkunst ist jeder einzelne weiß dass aus eigener erfahrung und die erfahrungen der völker wachsen noch viel allmählicher dafür freilich auch dauerhafter es es sich mancherlei kunstwerke herzählen die jahrhundertelang im volk wie bei kennern die höchste wertschätzung besaßen und heute für mittelmäßig gelten vielleicht immer tiefer an wert sinken werden vielleicht auch wieder zum höchsten steigen eine vollkommene gewähr für die richtigkeit eines kunstwerkes bietet allein der tatbestand dass es als stoffding untergegangen ist ohne in irgendeiner form in sage denkmal anderen werken als seelisches wesen weiter zu wirken das mag sich von den besten kennern für die ungeheure mehrzahl der kunstdinge mit aller gewissheit voraussagen lassen aber die kenner vollstrecken ihr urteil nicht nur die menschheit selbst ist das jüngste gericht und sondert langsam die spreu vom weizen und das volkstum ist das große sieb durch das sie ihre lebens frucht wurfelt da werden auch viele dinge durchfallen die vielen kennern kleinodin waren und der ordinärste hintertreppen roman wird dann nicht tiefer im kehricht liegen als manche exquisite salon novelle dann wird der namenlose dichter der dem volk den aberwitz der romantik durch das bild des geschundenen raubritters zeigte in der lebendiger leben als mancher romantische schulpoet mit leid rar historischem rum über die geistes gebilde der machtvollsten aber lebt noch ihr eigenes bildnis hinaus es werden zeiten kommen wo unsere kultur begrabener als die ägyptische da liegt dann wird vielleicht kein buch von heute kein notenblatt mehr in ansehen stehen aber das seelenbild Dante das paradiese und Höllen umarmt der geist beethoven den die verzweiflung zum freudenschrei trieb wird dann der menschheit noch ebenso heilig sein wie orpheus oder prometheus neunte die kunst geht ihren eigenen weg wohl ihr wenn das volk ihr zu folgen vermag das ist so selbst verständlich dass es selbst für die eingebildetsten dickköpfe nicht der erklärung bedürfen würde wenn nicht manche künstler von zukunftswert einen wohlfeilen after stolz darein setzten bei lebzeiten nicht ins volk zu dringen angewidert vom after rum meinen sie ihr selbst gefühl sei die ganze welt die menschheit ein märchen der volks verführer wie lange wird dieser irrsinn dauern bis sie der welt zum opfer gefallen und dem volk wie der menschheit ein leichen schmaus sind denn wir leben alle nicht für uns selbst mag es auch manchem schein weltweisen bei seiner schreibtisch lampe so scheinen selbst der reizhals muss ins grab und hat seine schätze für erben gesammelt nationale kultur politik eine fragwürdige angelegenheit die möglichkeit einer kultur politik wird wohl niemand in abrede stellen man pflegt sich nur darüber zu streiten ob die sogenannte wahre kultur wie die philosophastrischen schlagwörter lauten bewusst oder unbewusst zustande komme besser gesagt absichtlich oder unwillkürlich aber es gibt keine geistige tätigkeit die nicht zugleich aus unwillkürlichem antrieb und mit absichtlicher zwecksetzung vor sich geht politik ohne bewusste absicht ist ein widerspruch in sich selbst und die geschichte der völker und staaten zeigt dass kultur politik zu allen zeiten und in allen ländern getrieben wurde man braucht nur namen wie pericles und die medici augustus und louis 14 william siesal und friedrich den großen zu nennen und wir erinnern uns an epochen planvoll stea zusammenfassung der produktiven einzelkräfte um der organischen volksbildung willen auf kleineren wie größeren wie ganz großen staatsgebieten und nicht bloß persönliche oberhäupter auch regierende körperschaften haben solche politik getrieben beweist die republik venedig die niederlande die hansestädte allerdings waren diese körperschaften noch durchweg aristokratien und beherrschten nur kleine volksgebilde auch die sogenannten demokratien der altgriechischen stadtgemeinden hatten tatsächlich patrizischen oder sonst wie oligarchischen zuschnitt es fehlt daher an historischen parallelen zu den herrschaftsformen der gegenwart die in den großen staaten europas aus alten aristokratischen und neuen demokratischen macht zuständen unklar gemischt sind das aber ist ausschlaggebend für die entscheidung der frage ob sich heute die kristallisation der nationalen kulturtendenzen erfolgreich beschleunigen lässt oder nicht denn erstens muss die nation schon reif sein für solche höchst raffinierte politik sonst tut der naive volksgeist nicht mit oder wird in grund und boden verdorben und zweitens ist politik nur erfolgreich durch eine starke machthaberschaft wie immer geartet diese sei an sich ist freilich die unklarheit der macht verhältnisse kein grund dass es nicht zeit zur klärung sein könnte kein mensch weiß im voraus wie reif ein volk ist also braucht man sich bloß noch den kopf zu zerbrechen ob die verschiedenen mächtigen leute die sich heute als volksvertreter fühlen hinlänglich einig darüber sind woraufhin kultiviert werden soll kultur kultur politik irgendwelcher art wird ja allenthalben genug getrieben in deutschland eher zu viel als zu wenig potentaten finanzbarone minister parlamente parteien und kongresse demagogen bei derlei geschlechts universitätsprofessoren und volksschullehrer literaten click wen und zeitungsredaktionen alle schwingen das wort kultur im munde und greifen sogar in die tasche dafür teils in die eigene teils in fremde und natürlich immer für wahre kultur aber mit welcher sorte wahrer kultur man das ganze volk zu beglücken gedenkt davon ist wohl weislich nie die rede sie könnte doch gar zu leicht unwahr tönen trotzdem ist einzig dies der rede wert nationale kultur bleibt ja lehre phrase wenn sie nicht ein humanes programm bedeutet bestimmte veredlungswerte der menschheit die das volk selbstbewusst in sich ausbilden soll allgemeine bildung ist nur ein ziel für hochbegabte persönlichkeiten im durchschnitt des volkes läuft sie leider auf allgemeine verbildung hinaus gar eine schöngeistige bildungspflege ist fürs gesamte volk ein unding war stets nur gewissen bevorrechteten gesellschaftsklassen wirklich erreichbar deren leibliche wirtschaftsbedürfnisse von anderen klassen besorgt wurden alle organische kulturpolitik muss zunächst natürlich darauf bedacht sein besonders leistungsfähige berufsstände zu begünstigen an die sich die übrigen angliedern können je nach den hauptsächlichen volksanlagen und den zeitlichen wie örtlichen entwicklungsbedingungen selbst in den kleinsten gemeinwesen hat die kultur nie von anfang an harmonische tendenz gehabt war überall um spezifische interessengruppen konsolidiert agrarische oder kommerzielle militärische oder juridis ch religiöse oder philosophische erotische oder soziologische je nachdem die oberschicht mehr sensuell oder mehr intellektuell begabt war mehr energisch oder mehr spekulativ für all das lassen sich reinliche beispiele bei räumlich beschränkten kulturen finden von dem spartanischen kriegerstaat bis hin zum friedensreich der inka von den indischen weisheitsfürstentümern bis zu den minnehöfen der provincie heute aber in unseren großen staaten mit ihren vielerlei machthabergruppen wo herrscht da wahre einmütigkeit über solche meist begünstigung wie kann eine harmonie der interessen entstehen wenn fast jeder stand nur die politik verfolgt sich möglichst not leidend zu stellen in deutschland wird man sich höchstens vielleicht auf das zugeständnis einigen wir scheinen eine industrielle kultur ziemlich hohen ranges zu schaffen aber die folgerung lautet dann meistens folglich braucht sie nicht mehr begünstigt zu werden und gewisse idealisten zetern sofort das ist diablos materielle kultur ist also überhaupt keine ist nichts als zivilisation nun ich bin selber ein idealist allerdings keiner mit fixen ideen und eine grenze zwischen jenen beiden begriffen lässt sich meines erachtens durchaus nicht fixieren eine industrie von materiellem höchstwert ist notwendigerweise zugleich ideell oder zumindest intellektuell nämlich angewandte naturwissenschaft da ist also schon ein punkt aufgedeckt wo zivilisation in kultur übergeht die industrie ist ferner genötigt sich wegen ihrer technischen qualitäten ästhetische werte an zu züchten und die teilen sich dann natürlich dem volk mit dass ihre produkte herstellen vertreiben und verbrauchen hilft und dass durch ein gründliches industriesystem auch allerlei sonstige disziplin ökonomische juristische hygienische moralische in der volksmasse ausgebildet wird ist ohne weiteres selbstverständlich bernard scharf hat darüber im letzten akt seiner komödie major barbara sehr resonabel fantasiert bleibt somit lediglich auszuprobieren ob in der tat unsere industrie in arbeitgebern wie arbeitnehmern schon so starke kulturpotenzen umspannt dass sie die übrigen machthaber gruppen von ihrem vorzugsrecht überzeugt zum beispiel die herren agrarier und den nicht minderherrlichen klerus sobald die geistig bedeutendsten macht gruppen eine dauernde hebung ihrer wohlfahrt sei es direkt oder indirekt von einer materiellen tendenz erwarten schlägt diese bereits ins ideelle um in eine sozialpolitische sympathie aller stände die sich bis zu religiöser ekstase und poetischem enthusiasm steigern kann siehe die zeit der kreuzzüge die aus agrarischen interessen empor kam dergleichen geht meist viel rascher vor sich als die fixen idealisten glauben aber ehe es wieder möglich wird müssen freilich erst die führenden geister der einzelnen berufskreise mehr fühlung miteinander erlangen als zur zeit bei uns vorhanden ist mehr achtsamkeit und mehr verständnis für die gegenseitigen ergänzungs werte inzwischen hat jeder mann im volk erst recht aber jeder leitende mann das eine zu tun das immer nut tut seine verdammte pflicht und schuldigkeit bildung predigen kann der nichts nutzigste nörgler gute lehren sind gut gute vorbilder besser im eigenen beruf etwas tüchtiges leisten und fremde tüchtigkeit anerkennen das ist schließlich die beste kultur politik kurz möglichst wenig davon reden im allgemeinen möglichst viel im besonderen dazu tun in diesem sinne könnte die groß macht presse aufs besonderste vorbildlich wirken notabene wenn sie endlich wollte stattdessen wird geschwatzt und geschwatzt und das hält man womöglich noch für ein zeichen allgemeinen geistigen fortschritts wenn jemand all das lesen müsste was bei uns über bildung und bildungszwecke kultur und kultur probleme geschrieben wird ob er dann nicht reif fürs irren haus würde wir sind besessen vom fortbildungs drehwurm deshalb besitzen wir keine ruhige bildung ich habe einmal einen jungen gekannt der so viel über slime ruten stellen nach dachte dass er nie dazu kam einen vogel zu fangen und ich kenne viele erwachsene leute nicht etwa bloß privat dozenten die lange vorträge über schönheit und freiheit halten und weder verstehen eine blume zu pflücken noch zu stecken wenn so ein schön geist dann plötzlich errötet über seine ungeschicktheit dann ist vielleicht noch hoffnung vorhanden dass er endlich aufhört für bildung zu schwärmen und wirklich anfängt sich zu bilden darum war es ein zeichen heilsamer reue das unlängst unter den vielen rundfragen mit denen jeder irgendworin gebildete von unseren zeitungen und zeitschriften aus vorzüglicher hochachtung überschwemmt wird plötzlich auch die frage auftauchte ob wir nicht heute an einer überwertung der bildungsfragen kranken ich weiß freilich nicht ob der verfasser dieser über bildungsfrage über ihren stil errötet ist über ihre motive aber sollten wir allesamt erröten was ist bildung nur die unbildung fragt so der gebildete redet nicht darüber er hat allemal besseres zu tun gebildet ist wer vorbildlich wirkt durch irgendeine tüchtigkeit unsere zeit ist nicht so untüchtig an überwertung der bildungsfragen zu kranken ich glaube sogar dass jeder wertvolle mensch über solche doktor fragen die achseln zuckt aber worunter wir allerdings leiden und gerade die tüchtigsten am meisten das ist die überschätzung der bildungsmittel der praktischen wie der ideellen das werkzeug steht höher im wert als das werk wir bauen großartige fabriken die kleinliche fabrikate erzeugen wir erfinden hochfliegende verkehrsmaschinen die den verkehr immer flacher weil flüchtiger machen wir konstruieren geistreiche schwebebrücken bahnhofshallen und kabelanlagen die keiner anderen güterbeförderung als nur der leiblichen wohlfahrt dienen wir überspinnen unsere städte und dörfer mit baumwuchs verstümmeln den drahtnetzen die unser alltags geschwärts so bequem verbreiten dass es selbst dem geduldigsten unbequem wird wir pflegen ästhetische techniken und intellektuelle methoden deren absonderliche feinsinnigkeit die wirkung der künste wie wissenschaften auf unsere ganze gesinnung vereitelt wir organisieren einen religionsunterricht der so überaus vernünftig ist dass die erwürdigen worte des glaubens zum gespött der kinder werden wir entwickeln tief durchdachte erziehungssysteme die prinzipiell auf zöglinge von oberflächlich stea durchschnittlichkeit des denkens und fühlends angelegt sind wir betreiben eine politik die vor lauter interessen diplomatie das solidarste interesse der nation das soziale vertrauen in den wind schlägt wir gründen sehr sittliche einrichtungen zum schutz der menschlichen arbeits kräfte und das vollkommenste was mit all dem aufwand für volk und menschheit geschaffen wird sind instrumente der zerstörung kanonen kriegsschiffe und dergleichen wie dieser wahnwitz kuriert werden kann weder durch lehranstalten noch durch kasernen noch durch die sogenannte schule des lebens durch kein hilfsmittel von außen her autosuggestionstherapie nennt es heute die innere medizin auf gut deutsch heißt es immer noch selbst zucht soll den geist vom nahe sinn der selbst zucht befreien und kann von den werten lehrmeistern eltern und anderen vorgesetzten nur durchs eigene beispiel erläutert werden und wird das hat bildungszweck ist das bete mit dem zweck aber freilich man lernt dies mittel erst anwenden wenn der geist schon von selbst zu genesen beginnt. Kunst und Persönlichkeit Perspektiven ins Unpersönliche Wir leben seit der Betriebsamkeit der Lokomotive und des elektrischen Drahtes in einer Wiedergeburt der Künste, die der humanen Tendenz nach tiefer zu wirken und weiter um sich zu greifen bemüht ist, als irgendeine der früheren Renaissance, nicht bloß bemüht, auch berufen. Die moderne Kultur ist international geworden, und als gebildete Menschheit zieht man nicht mehr eine kleine Klasse von Bevorrechteten an, wie einst in Indien und Attica oder in den Adelsländchen und Patrizierrepubliken der Reformationszeit, sondern insgesamt all die Nationen, in denen die Leibeigenschaft für Unrecht gilt. Aus einem so viel weiteren Interessenkreis nimmt der Künstler unserer Zeit seinen Rohstoff und hat für die Verarbeitung den so viel weiteren Kreis von Interessenten. Tiefer als jemals fühlt sich das moderne Individuum im Gegensatz zur breiten Masse, die immer mächtiger wird, die freier als jemals konkurrierende Individuen aus sich emporwerfen kann. Umso viel tiefer, mächtiger und freier muss jede Persönlichkeit, die sich zur Geltung bringen will, auch ihre wesentlichen Eigentümlichkeiten zum Ausdruck bringen. Sie muss, sie kann nicht anders, das ist das Schöpferische, das Gesunde, Urnatürliche, auch wenn es sich an einer Szene aus dem Krankenhaus oder an den verdrehten Gästen einer Salonpuppe auslässt. Und denselben Eigenwillen bekundet, oft bis zum verrannten Eigensinn, einstweilen auch noch unser Kunsturteil, das heißt die Einsicht in die Ursachen der jeweils empfundenen Wirkung. Denn zu diesen Ursachen gehört zunächst der persönliche Geschmack des Genießenden, der sich aus allerlei Temperamentsqualitäten zusammensetzt, die mit dem Gefühl für den bleibenden Kunstwert nichts oder wenig zu tun haben. Insofern freilich wird kein Kunsturteil seinen laienhaft subjektiven Charakter verleugnen können, selbst der Künstler dem Kunstgenossen gegenüber wird immer darin befangen bleiben. Aber aus dieser natürlichen Befangenheit gerade entspringt das Gefühl der Unbefangenheit. Wer sich ganz dagegen sperren wollte, würde überhaupt nicht zum Genuss gelangen, und das hieße dem Künstler, solange er lebt, der Dienste schlechtesten erweisen. Eben das instinktive Geschmacksurteil, sobald es nur offen als solches bekannt wird, ist dem Künstler mindestens ebenso wertvoll wie das sogenannte rein kritische, das in Wahrheit niemals rein sein kann. Denn es wird ihn am klarsten über die Wirkung seiner persönlichsten Ausdrucksmittel auf fremde Naturen unterrichten, sei es durch Zustimmung, sei es durch Widerspruch, wird also seine Eigenart schärfen und seine Schaffenslust kräftigen. Reine Objektivität des Urteils ist ja nichts als Bewusstsein der letzten Grenzen zwischen den Eindrücken von außen her und ihrer Verarbeitung von uns aus, also ein idealer Begriff wie Schönheit, Wahrheit, Vollkommenheit, ebenso relativ und variabel. Denn wirklich erkennen und begründen lassen sich diese Grenzen erst, wenn und nachdem wir den fraglichen Eindruck subjektiv empfunden haben. Es gibt nun freilich merkwürdige Leute, die zu keiner Zeit zufrieden sind, und heutzutage besonders viele, denn seit Lassel ist Unzufriedenheit bekanntlich eine Tugend. Seit nichts C.H.E. aber darf man zum Glück gegen die bekannten Tugenden misstrauisch sein, und wenn sich der weise Sera Zustra nicht gar so tief in seine Höhle verkrochen hätte, würde ihn wohl allmählich nicht bloß das erbärmliche Behagen, sondern mehr noch das viel erbärmlichere Unbehagen gewisser Idealisten geekelt haben. In der Tat, merkwürdige Leute das. Da gibt es welche, die jammern über Gott und die Welt, und wenn nun einer sich untersteht, ihren Jammer schön in Ferse zu bringen, dann fallen sie eilends über ihn her und schimpfen ihn einen Entarteten. Da gibt es André, die haben fortwährend eine laute Sehnsucht nach der inneren Ruhe, wenn aber einmal einer auftritt, der sich diese Ruhe errungen hat, dann finden sie ihn fad und müd und werfen ihm noch Steine in seinen stillen Hafen. Wieder André regent sich drüber auf, dass die Eigentümlichen gar so unverständlich seien, gibt dann ein solcher Sonderling auch mal was gemeinverständliches von sich, schelten sie ihn einen geistigen Schwindler. Und nochmals André lassen sich den Unverstand der Menge verdrießen, weil sie neugierig mit den wenigen laufen, die den vielen nicht gleich offene Briefe sind, läuft aber einem dieser wenigen dann auch sein Volk bei Zeiten zu, so ist er natürlich ein Überläufer. Und so weiter, was so alles zum Vorschein kommt, wenn sich die Leute, die das liebe Mann ausmachen, mit einem Manne abzufinden haben. Indessen diese merkwürdigen Leute haben trotz Aledetem nie ganz Unrecht, mit der bloßen Selbstherrlichkeit kann kein Mensch etwas Großes fordern, nicht einmal ein Staat oder Volk. Jede Wiedergeburt der Künste beginnt mit krampfhaften Wachstumsregungen, deren Eigenleben die neue wie alte Kultur von Natur aus gefährden würde, wenn nicht irgendein gemeinschaftliches Lebensbedürfnis sie zugleich doch bändigte. Auch die Renaissance vor 500 Jahren hat ihre Kulturmacht und Stilvollendung nur durch den weit verzweigten Zusammenhang der lokalen Schulen und Meister erlangt, der erst zerfiel, als sie reif genug war für den universelleren Barockstil und für so umfassende Einzelgeister wie Michelangelo, Shakespeare, Bach, und Hellas ist gleichfalls erst durch den Verkehr mit Asien und Ägypten gewachsen. Dies Bedürfnis schöpferischer Kräfte, einander möglichst zu durchdringen, ist auch jetzt wieder mächtig in der Kunst, eben weil wieder selbstbewusst genug geschaffen wird, dass die Eigenart des Einzelnen nichts mehr daraus zu befürchten braucht. Kunst wie Dichtung dürfen wieder dran denken, sich dem Volk in ihrem allgemeinmenschlichen Lebenswert bemerkbar zu machen, nicht nur den eigenwillig persönlichen und nationalen Geschmackswerten nach. Denn es gibt eine Art der Kunstwirkung, die über jegliche Grenze selbstsüchtigen Schaffens und also auch Genießens hinausgeht, die überhaupt erst die höchste Kunstwirkung ist, und deren Mächtigkeit bei dem einzelnen Kunstwerk den Grad der bleibenden Schätzung bestimmt, das ist das befreiende Gefühl der Selbstvergessenheit, dasselbe Gefühl, das auch den Künstler im schöpferisch entrückten Augenblick packt, also die Wirkung gerade der Unpersönlichkeit. Dies scheint nun fast im Widerspruch zu aller so erbittert verteidigten Eigentümlichkeit des Künstlers zu stehen und jede Schätzung persönlichen Willens in Form wie Stoffwahl auszuschließen. Aber wie allenthalben im Leben bedingen auch hier die Gegensätze gegenseitig ihr Dasein. Ein Kunstwerk, das sich nicht vor anderen durch irgendwelche Besonderheit auszeichnet, kann uns auch selbstverständlich nicht zu besonderer Beachtung reizen. Aber was uns diesem Anreiz erst nachzugeben drängt und zwingt, das eben ist jenes Unpersönlichkeitsbedürfnis, das uns hinter der fremden Besonderheit etwas uns allen Teilhaftiges vermuten lässt, jenes unwillkürliche Allgemeingefühl, das uns mit jeder Kreatur, mit jedem Tier und Baum und Stein verbindet, das uns an jedem irdischen wie überirdischen Gegenstand nach immer neuen Eigenschaften, das heißt Beziehungen zu uns selbst, suchen lässt, das eigentlich Schöpferische, Unerschöpfliche, ob wir es nun Leben oder Natur, Gott oder Weltgeist, Allseele oder Seele der Menschheit, Urich oder sonst wie nennen mögen, wir wenden uns enttäuscht ab von dem Kunstwerk, sobald wir jene Vermutung des Allgemeinen hinter dem Besonderen nicht darin bestätigt finden. Und auch im Künstler selbst ist es so, erst dieses Allgemeine, Unfassbare, Grenzenlose, wie es sich im Prisma seines persönlich beschränkten Bewusstseins bricht, sei es durch sinnliche oder durch geistige oder durch Gemütswahrnehmung gleichsam die drei Flächen dieses Prismas, erst das erzeugt den persönlichen Stil mit all seinen Zu- und Unzulänglichkeiten, und einzig deswegen fühlt sich der Künstler niemals vollkommen selbst befriedigt durch irgendeins seiner fertigen Werke. Demgemäß ist es auch ganz verkehrt, wenn eine supermoderne Ästhetik sich dagegen auflehnen will, nach allgemeinen Maßstäben für künstlerischen Wert und Unwert zu suchen. Die kritische Methode, wie Lessing und Schiller sie für Deutschland begründet haben, nämlich die klar begrenzte Feststellung gewisser höchster Wertbegriffe aufgrund stets wiederkehrender Gefühlserfahrungen bei allen stärksten Kunstgenüssen, ist etwas, dessen sich die Menschheit niemals wird entschlagen können. Wenn eine neuere Ästhetik dies zu ersetzen, nicht etwa bloß zu ergänzen hofft, dadurch dass sie das Kunstwerk rein beschreibend als eigenreizvolle Erscheinung, womöglich gar als pathologische, bis ins Feinste zergliedern will, so ist sie schlechterdings in einer fortwährenden Selbsttäuschung befangen. Denn damit legt sie nicht das Geringste über die Kunstwirkung als solche dar, setzt vielmehr jene Normativ-Methode im Stillen immer fortvoraus, indem sie eben nachprüferisch nur solche Werke untersucht, die nach Maßgabe irgendwelcher Allgemeingefühle schon als irgendwie wertvoll anerkannt sind. Dass solche allgemeinen Maßstäbe immer auf allerlei Querstriche von anderem Standpunkt ausstoßen werden, liegt nicht an einem Fehler der Methode, sondern ist im Wesen der Kunstwirkung einerseits, des menschlichen Verstandes andererseits begründet, denn jenes letzte unpersönliche Grundgefühl, auf dem der Kunstgenuss beruht, reicht eben immer weit hinaus über die Grenzen klarer Wahrnehmung, und von dieser ist ja unser Verstand obendrein nur ein Bestandteil. Daher ist der Künstler auch stets der Meinung, dass sein Werk am wirksamsten durch sich selbst spricht. Nicht bloß am unwiderleglichsten, sondern sogar am gründlichsten, denn schließlich sind ja in dem Gefühl, dass durch die Einwirkung des Kunstwerks ob für oder wieder in uns erregt wird, alle Gedanken schon mit enthalten, die man sich über die Wirkung machen kann. So ist es nun einmal von Natur, das Gefühl erstreckt sich ins Grenzenlose, der Verstand ist stets auf Standpunkte beschränkt. Um jenes entrückenden Grundgefühls so gründlich wie möglich teilhaftig zu werden, muss man sich also immer wieder an die Kunstform selbst halten, nicht etwa an die Erinnerung bloß, und wer es unter dem Bann seiner Eigenart hinter der fremden Art des Künstlers nicht von selbst zu erlangen vermag, dem wird es kein Verstand der Kunstverständigen jemals zu Gemüte führen. Denn alle Kunstwirkung läuft schließlich auf das Wunder der Liebe hinaus, das sich begrifflich nur umschreiben lässt als Ausgleichung des Widerspruches zwischen Ich-Gefühl und Allgefühl, Selbstbewusstsein und Selbstvergessenheit. Ja, man kann geradezu sagen, je mächtiger ein Kunstwerk in uns dieses allumfassende Gefühl erregt, umso ausdrücklicher darf und muss sich schon um des technischen Gleichgewichts willen auch die persönliche Art des Künstlers zeigen, während sich ohne jenes Unpersönliche die menschliche Selbstentblößung der Schaffenden, diese völlig grundlose Offenherzigkeit in seelischen oder leiblichen Dingen, die jedem ursprünglichen Kunstwerk eignet, nur als die mehr oder weniger Unverschämte. Aufdringlichkeit von Marktschreiern auswiese Es hat schon manchen Sittenprediger, auch manchen Schöngeist kopfscheu gemacht, dass oft gerade Kunstwerke, die am stärksten auf Umfassung der Lebensgewalten, auf Beherrschung der Naturkräfte ausgehen, oben hin fast den Eindruck machen, als handle sich's um Verherrlichung brutaler persönlicher Instinkte. Das wäre freilich das Gegenteil von einer Kunst der Naturbeherrschung. Aber man wird nicht leugnen können, wo geherrscht werden soll, muss etwas da sein, das der Beherrschung wert und bedürftig ist. Der Lenkende Geist ohne starke Triebe, wäre ein Reiter ohne Pferd, wie hinwieder selbst das edelste Vollblut nichtsnutzig wird und niederträchtig, wenn nicht ein ebenbürtiger Herr es mit Geschick zu bändigen weiß. Als oberste Aufgabe der Menschheit wird auch dem Künstler ewig vorschweben, die Erringung jenes geistigen Allgemeingefühls, das den vom Schicksal getriebenen Einzelmenschen über sein Schicksal erhaben macht, über inneres wie äußeres Schicksal. Jede Überschätzung der Persönlichkeit ist also gleichbedeutend mit Unterschätzung ihrer höchsten Schaffenskraft, wie auch des Kunstschaffens überhaupt. Und demzufolge, je stärker sich in einer Zeit dies Unpersönlichkeitsbedürfnis regt, ob nun als soziale oder erotische oder sonst wie altruistische Hingebung, umso mehr wächst auch die Lust der Schaffenden, sich über die technischen Spezialitäten, die wie gesagt immer bloß der Ausdruck des beschränkten Selbstbewusstseins sind, hinauszuheben zu überschauenden Zeit- und Welt- und Lebenssinnbildern, nicht mehr nur der sinnlichen Anschauung zu dienen durch eigentümlich stimmungsvolle Naturausschnitte. Und zählen Zustände, die selbst den Eingeweihten anmuten wie Tempelwände voll Heroglüpen, sondern wieder einmal Pyramiden zu bauen, von denen aus jeder, der Notabene die Mühe des Ersteigens nicht scheut, beseeligt in den freien Himmel und über weites Land schauen kann. Ich will mit dieser bildlichen Floskel nicht etwa einer bodenlosen Himmelstürmerei das Wort reden, die sich auf Erden nicht zurechtzufinden weiß. Im Gegenteil, es ist ein Zeichen der Unreife, wenn man noch glaubt, den Himmel erst erobern zu müssen. Wir sind ja jeden Augenblick ich meine das ganz wirklich und wahr mitten in allen Himmeln drin, die Erde ist im Unendlichen genauso hoch oder tief zu Hause, wie etwa die Sonne oder ein anderer Stern. Das wissen freilich heute schon viele, aber fühlen, als etwas Selbstverständliches mit Fühlen, mit Fleisch und Blut und allen Nerven, tun es erst recht wenige. Und gerade dieses Selbstverständliche, genauso irdische wie überirdische Allgefühl, das jede andere Lebensempfindung, jede Einzelwahrnehmung, jeden Gedanken des Schaffenden stützt und trägt, das eben ist die magische Basis, auf der sich die großen Werke der Kunst, die im bildsamsten Sinne vorbildlichen, immer wieder aufbauen. Das hat nichts zu tun mit dem Idealismus gewisser humaner Tendenzpoeten, der nur temporärer Kritizismus und meistens ein sehr barbarischer ist. Der künstlerisch bestrebte Dichter benutzt die humanen Ideen seines Zeitalters nur, um seine Gefühlskraft daran zu erproben, nämlich als seelische Dissonanzen zwischen Menschheit und Gottnatur, die er harmonisch zu lösen hat. Er kann und will nichts weiter tun als eine bildliche Fühlung zum Leben schaffen, die alle kritischen Widersprüche gegen die Schönheit und Herrlichkeit des ganzen Daseins ganz und gar ausschließt, also auch alle speziellen Tendenzen. Das ist der Idealismus des Künstlers, und der liegt jeglichem echten Kunstwerk zugrunde, auch wenn sein Rohstoff dem oberflächlichen Blick hässlich oder schrecklich erscheint. Wer sich dann durch dies bildliche Werk in der Tat vollkommen befriedigt fühlt, den hindert freilich nichts und niemand, darin nach einem besonderen Richtziel für seine eigene Gefühlswelt zu fahnden. Und in diesem Sinne doch nur in diesem kann allerdings jede Kunstgestalt, vom ganzen Opus bis zur geringsten Teilfigur, als Vorbild der Lebensführung aufgefasst werden, selbst wieder Absicht und Meinung des Schöpfers, falls darf genauso gut wie Achilleus. Wenn das erst wieder vollkommen begriffen ist, von den Genießenden wie Schaffenden, dann wird auch der Schauer vor dem Unergründlichen, den jede gründliche Beschäftigung mit fremder Geistesarbeit in uns weckt, die Kunstwelt wieder allgemein durchdringen, dann wird sich dies Gefühl, als eine neue Erfurcht vor der ewigen Schöpferkraft, auch bald durch die Alltagswelt verbreiten, und dann wird diese Welt wohl endlich merken, dass sich wieder eine religiöse, auf Deutsch allverbindliche Kunst bei uns anbahnt. Die braucht nicht wie ein Sturm daher zu fahren, auch im Säuseln des Windes kann man Erhabenes hören. Dürers Gottvater auf dem Regenbogen über den sieben Leuchtern und dem knienten Johannes enthüllt in seinen bescheidenen Formgrenzen die Allmacht ebenso strahlend, wie Michael Angelos Apotheose der geschlechtlichen Zuchtwahl, die den Himmel der Sixtenischen Kapelle zu sprengen droht und in dem Heilands herrlichen Menschenpaar des jüngsten Gerichtes gipfelt. Der ehemalige Sinn dieser Bilder mag heute schon halber Unsinn sein, aber ihr Geist wird weit erwirken, solange die Sterne uns unerreichbar sind. Es ist dem eindringlichen Kunstgefühl auch völlig gleich und einerlei, ob jenes Tiefste und Höchste ihm durch naturell Anschauungsfreude oder symbolische Vorstellungslust vermittelt wird, das eine ist so mittelbar und unmittelbar wie das andere. Der formgewaltige Pantast zeigt im Symbol Natürliches, der Realist in der Natur Symbolisches. Die rhythmische Flut des Sonnenlichtes, die durch den scheinbar Wüstentanzknäuel der rubensschen Kaier-Messbauern braust, erhebt den andächtig Schauenden in eine nicht minder unendliche Seligkeit, wie der entschwebende Puttenreigen in dem Dämmerungsglanz und Fackelschimmer von Watte aus Abfahrt nach Züttere. Und das will doch wohl der machtvolle Künstler, als ein Seher des allmächtigen Lebens betrachtet werden, nicht als Spezialartist einer Technik. Es gibt eben auch in der Kunstgeschichte Apokalyptiker und Evangelisten, und mancher ist gar beides zugleich. Wer sich bei einer künftigen Menschheit kanonisches Ansehen erringen wird, das zu entscheiden geht freilich zu allen Zeiten über die zeitgenössische Urteilskraft. Eins aber ist sicher, die Eigenart tut's nicht. Denn nur das eine bleibt übrig von uns, wenn selbst unsere Werke längst verwest sind, das, was den anderen Vorbild ward für ihre stete Fühlung zur Welt, die Tat unserer Liebe. Das Buch und der Leser eine Untersuchung des Verständnisses Bücher sind wie spiritistische Medien, wer sie nicht richtig zu fragen versteht, dem antworten sie falsch oder gar nicht, und die meisten Leute halten deswegen den ganzen Spiritismus für Schwindel, bestenfalls für Selbsttäuschung. Jener afrikanische Wilde, der einen Missionar aus der Bibel vorlesen hörte, sich dann das Buch an die Ohren hielt und es ungläubig wegwarf, weil es ihm nichts sagte, der steckt noch in jedem gebildetsten Leser. Ich will zum Beweis ein Erlebnis erzählen. Als ich Hofmannsthal's Oedipus und die Sphinx das erste Mal las oder lesen wollte, kam ich nicht über den ersten Aufzug hinweg. Diktion und Rhythmus stachen auffallend von seinen früheren Dichtungen ab, erinnerten mich hin und wieder an Dautendes schwungvolle Üppigkeit, hin und wieder an die drangvolle Knappheit meiner eigenen Verstechnik, dazwischen doch immer an Hofmannsthal's einstige haltungsvolle Gewundenheit, und das empfand ich als ein so tolles Stillgemenges EL, dass ich mich einer heftigen, mehrfach wiederkehrenden Zwerchfellerschütterung schlechterdings nicht erwehren konnte, ich legte schließlich das Buch beiseite, weil ich mich einigermaßen schämte, einen ernsthaften Dichter auszulachen. Bald nachher traf ich mit ihm zusammen, in einem Kreis erfahrener Kunstfreunde, und gestand ihm meine Verlegenheit gegenüber seiner neuesten Dichtung. Er war daraufhin so liebenswürdig, uns die zweite Hälfte des ersten Aufzugs, die ich als besonders unharmonisch empfunden hatte, vorzulesen, und merkwürdig, trotzdem Hofmannsthal mit seiner etwas brüchigen Stimme kein bestechender Vorleser ist, auf einmal hörte ich den harmonischen Grundakkord. Ich habe später die Dichtung nochmals, und diesmal vollständig, gelesen und verspürte nichts mehr von jener Misswirkung. Ich merkte, dass ich beim ersten Mal mit allzu dramatischem Gehör auf die momentanmetrischen Dissonanzen der sensuellen Affekte geachtet und so die lyrisch-perpetuelle Rhythmik der sentimentellen Motive überhört hatte. Nun, wenn das einem Fachmann passieren kann, wie mag sich dann erst der unzünftige Leser gegen manches Buch benehmen, in dem ein neuer Geist rummort? Absichtlich spreche ich darüber mit fachmännischer Gemütsruhe, denn mit der menschlichen Leidenschaft, die auch Künstler gegeneinander einnimmt, hat der Unverstand des Lesers zunächst nichts zu tun. Ein Buch zu lesen, ist allererst eine bare Verstandestätigkeit, gleich viel ob wir ein dichterisches oder wissenschaftliches oder sonst wie schriftstellerisches Werk in uns aufnehmen. Immer handelt sich's vorbedinglich um das Verständnis der Fachsprache, und hierfür bringt der einschlägige Handwerksmann doch mehr Geschultheit mit als andere Leute. Wer das ABC noch nicht zu lesen versteht, dem ist ein Fibelvers nicht verständlicher als eine mathematische Formel, doch je mehr er es verstehen lernt, desto umfänglicher wird das ABC, desto umständlicher die Verstandesarbeit. Denn wie geht jeder Leser zu Werke? Sein mehr oder minder bewusster Verstand, je nach dem Grad eben seiner Schulung, übersetzt gewohnheitsgemäß den optischen Eindruck der Schriftzeichen in akustische Ausdrucksmittel, diese wiederum teils in Gehörswahrnehmungen, teils in Gesichts- und andere Tastvorstellungen, diese aus der blosssinnlichen Einzelempfindung in vernünftige Gefühlszusammenhänge, und dann erst entsteht die rätselhafte Gemütsbewegung, die den ganzen angesammelten Schwarm von dreifach zwiespältigen Gedankenbeziehungen zu geistiger Bedeutung vereint und uns mit ungewohnter Leidenschaft für oder wieder den fremden Geist erfüllt. Noch verwickelter wird der Vorgang dadurch, dass er von Satz zu Satz neu einsetzt und doch die Erinnerungsbilder der Vordersätze immer mit veranschlagen muss, so befindet sich der Leser fortwährend in einem Wirbelwind kalter Verstandesluft, der unwillkürliche Gefühlsgluten anfacht. Auch dem wissenschaftlichen Leser ergeht es so, wenn er sich über den Wahrheitswert irgendeiner Schlussfolgerung entscheidet, immer springt schließlich ein Gemütsfunke aus der Reibung der Verstandeskräfte. Nein, wird man einwenden, in der Wissenschaft sind die Gefühle neben Umstände, in der Dichtung dagegen der Hauptbestand. Aber ist ihm wirklich so? Gipfilt die geistige Schönheit nicht ebenso hoch über jeder Gefühlserregung wie die Wahrheit und die Gerechtigkeit? Und wurzeln nicht alle drei dennoch tief in Gründen des Gemütslebens? Ja, es kommt überall gleichermaßen auf Erkenntnis seelischen Lebens an, nur die Erkennungszeichen stehen in verschiedenem Verhältnis der sinnlichen und vernünftigen Darstellungsmittel. Welche Vorarbeit muss der Verstand schon leisten, um sich bloß erst in das besondere Verhältnis der Originalen zu den traditionellen Bestandteilen eines Sprachwerks hinein zu versetzen? In der sogenannten reinen Wissenschaft ist dies Verhältnis am leichtesten zu erhorchen, weil deren lautliche Darstellungsmittel überwiegend auf generelle Logik hin abgestimmt sind, sodass die individuelle Intuition des Verfassers dem Leser sehr deutlich ins Gefühl schlägt, wenn auch nur dem genügend geschulten Leser. Aber bereits die populäre Wissenschaft ist in ihrer formalen Technik somit persönlich sensuellen und sentimentellen Elementen durchsetzt, dass sich die intellektuellen Faktoren kaum noch scharf davon sondern lassen. Und je mehr sich die rednerische Darstellung der eigentlich Dichterischen nähert, umso schwieriger wird die Sonderung wie die Zusammenfassung der Lautbilder, und der Leser läuft immer fort Gefahr, dass der Funke der Erkenntnis zu früh aufflammt und in dem Schwarm der Gefühle entweder erlischt oder aber Brandschaden stiftet, wie bei mir in Ansehung Hofmannsthals. Denn gerade die Technik der reinsten Dichtung, die Verskunst, nein die lyrische Verskunst, denn auch Epos und Drama fußen auf lyrische Rhythmik, gerade die verpflicht allgemeinste Denkbegriffe der Sprache so eng mit eigentümlichsten Empfindungsbegriffen, dass man nirgends unmittelbar den Vorstellungswert, geschweige den Erregungswert der Lautwahrnehmungen abschätzen kann, sondern nur durch vielfältigste Rückschlüsse. Man vergleicht zwar die Lyrik gern mit der Musik, weil auch die nur indirekt durch Gefühlserregungen zur Erkenntnis geistiger Lebensverhältnisse führt, aber der lyrische Definitionsprozess ist noch um vieles indirekter. Nur zu Anfang geht die Verstandesarbeit in annähernd ähnlicher Weise vor sich, ob ich ein Notenblatt lese oder einen poetischen Text, ich übersetze einen äußerlichen Gesichtseindruck in einen innerlichen Gehörsreiz, wenngleich es schon einen Unterschied macht, ob ich mir einen gesprochenen Laut oder einen gesungenen Klang vorstelle, oder gar einen klaren Instrumentalton. Dann jedoch wird der Unterschied klaffend, das Klangbild der Tonsprache übersetzen wir unmittelbar in eine Vorstellung von Gefühlszusammenhängen, das Lautbild der Wortsprache großenteils erst auf dem Umwege über mannigfache Gesichts- und Tastempfindungen nebst allerlei Hilfsbegriffsgedanken, nur zum kleineren Teil direkt akustisch. Und dabei meint jeder Leser einer Dichtung, er sei genügend vorgebildet durch seine gewohnte Sprachkennerschaft, und traut sich in seinem lieben Gemüt ein unfehlbares Gesamtverständnis zu, wo doch schon die einzelnen Darstellungsmittel x-mal mittelbarer wirken als bei jeder anderen Kunst und durch eine viel ungewohntere Sinnbilderfülle die schließliche Erkenntnis vermitteln als bei irgendeiner Wissenschaft. Wie viel Fallgruben für das Verständnis öffnen sich schon bei der ersten Erweckung der scheintoten Schriftzeichen zu lebendigen Lautbildern. Es ist nicht gleichgiltig, mit welcher Stimme, ja nur mit welchem Zeitmaß der Stimme, man sich einen Vers oder gar ein Buchverse im Stillen laut vorgelesen denkt. Unwillkürlich legen wir da zunächst unsere eigene Stimme unter, aber der Dichter meint seine Stimme, oder vielmehr die verschiedenen Stimmen seiner imaginären Personen, denn auch das Ich des Lyrikers ist wechselnde Fantasiefigur, vielleicht noch wechselnder als die Charaktermasken, die der Dramatiker seiner Seele vorheftet. Keine Orthographie und Interpunktion reicht aus, um auch nur die gewichtigsten Betonungsverhältnisse zwischen den Satzgliedern einer einzigen Strophe unzweideutig durchs Auge ins Ohr zu buxieren. Was wird nicht alles versucht, um das flüchtige Auge russame an das Schriftwort zu fesseln und so das Ohr des Lesers aufmerksamer für die Bewegtheit der Sprache zu stimmen? Der eine Dichter ordnet die Zeilen nach der Mitte Lachse des Druckspiegels, um seine irreguläre Rhythmik durch den Kontrast der optischen Symmetrie noch sinnfälliger hervorzuheben, der André markiert seine reguläre Metrik, um die akustische Harmonie seiner rhythmodynamischen Dissonanzen von vornherein außer Zweifel zu stellen. Manch einer kann sich gar nicht genug tun mit Gedankenstrichen, Stimmungspunkten, Ausrufzeichen und Sperrfinger zeigen, und möchte womöglich auch noch die Beiwörter mit großen Anfangsbuchstaben schreiben, einige André schreiben fast alles klein und würden am liebsten gar keine Interpunktionen setzen, damit der Leser noch länger zwischen den Zeilen rätselt und ein möglichst eindringlicher Hörer wird. Hilft uns aber alles nichts, wir bleiben doch immer auf den Glücksfall des uns annähernd gleichgestimmten Gehörs angewiesen, so sehr wir mit ganzem Gemüt danach trachten, jede Menschenseele in unseren Bankkreis zu zwingen. Muss schließlich noch der Herr Buchverleger, Buchdrucker und Buchbinder helfen, durch ungewöhnliche gutes Papier, außerordentlich schöne Lettern und sonstige selten gediegene Ausstattung den Gewohnheitsleser zu verlocken, dass er sich ausnahmsweise andachtsvoll mit unserem wertvollen Werk befasse. Aber ach, je mehr das Buch selbst Kunst wert erlangt, je mehr es durch äußeren Augenreiz den Leser sinnig und willig stimmt, umso mehr gerade verführt es ihn, ein Leser des stillen Wortes zu bleiben, statt ein Hörer des lauten Satzes zu werden, und umso mehr zugleich verführt es die Dichtkunst zur inneren Augendienerei. Der Dichter ist ja auch selber Leser, und je mehr ihn die Buchdruckerpresse gewöhnt hat, als Leser statt als Hörer zu dichten, umso stumpfer hat sich die Wahrnehmungskraft für die Gehörsreize der Sprache verflacht, umso schärfer haben sich die Darstellungsmittel auf Gesichtsvorstellungen zugespitzt, das heißt umso schwarzhafter ist die Dichtung geworden. Sehr selten wird jetzt noch ein Lied erfunden, das seine organische Melodie so einfach vernehmlich in sich trägt, wie die Muschel in ihren Windungen summt. Viele Gedichte unserer echtesten Dichter sind schon dermaßen überladen mit pittoreskem Brimborium, dass sie an für die Tongprosa streifen. Oder wo doch noch mit Klanganspielungen unmittelbar aufs Gefühl gezielt wird, da paugt man meist so faustzig drauf los, als solle die Predigt Johannes des Täufers vor den taubstummen Steinen Ereignis werden. Und wer die beiden extremen Elemente gar noch ins Gleichgewicht setzen will, der verübt ein solches Panoptikum-Konzert hypersymbolischer Metaphern, dass die verzwicktesten Rätsel der Turan dort wahre Kinderspiele dagegen sind. All das bereichert natürlich ungeheuer die sinnlichen Wirkungsmittel der Dichtkunst, bloß leider auf Kosten der geistigen Wirkung. Denn je empfindlicher die Umwege vom Verständnis der einzelnen Sinnbilder zur Erkenntnis des ganzen Bildsinnes auffallen, desto zerstückelter, also unvollkommener tritt die Gemütsbewegung ein, die den lebendigen Bildungswert des schönen Fantasie-Phänomens erst wirklich fortpflanzt von Geist zu Geist. Und es bleibt ewig ein dürftiger Trost, dass noch niemals ein Mensch den anderen durchaus vollkommen begriffen hat. Welcher Dichter blickt nicht zuweilen mit Grauen und Abscheu auf seine eigenen Bücher, diese Mumien seiner Fantasie, denen immer erst eine fremde Seele den Auferstehung so dem einblasen muss, und die doch stets vom gespenstischen Dunst des stummen Sages umschleiert bleiben? Ja, könnten wir jedem, der uns hören will, wenigstens selber das Buch vorlesen? Dann würde wohl mancher dasselbe Wunder erleben, das meine Taubheit vor Hofmannsthal linderte. Denn in der körperlich warmen Menschenstimme Beben von Anfang an alle Zauberkräfte der schöpferischen Seele in eins, alle die heimlichen Verwandlungskünste und redlichen Naturanwandlungen, die sich der Leser erst nach und nach zwischen den Zeilen zusammendeuten muss. Einst, als die Dichter noch fahrende Sänger waren, gehörte es mit zu ihrem Beruf, den Menschen das Wort rechtvernehmlich zu machen, und es ist keine Imitation einer reproduktiven virtuosen Mode, sondern Symptom einer produktiven Epoche, dass auch heute wieder die Künstler des Wortes selber als Vortragskünstler auftreten. Freilich, es ist ziemlich zeitraubend, verstockte Ohren zu erweichen, und in unserer Zeit der Arbeitsteilung wird es dem Dichter womöglich übel genommen, wenn er als Anwalt des mündlichen Mitteilungstriebes ein paar Gedichtbücher weniger schreibt. Aber ob er der Mit- und Nachwelt dann wirklich etwas vorenthält. Was eine Anschöpferkraft in sich hat, das setzt er allemal in die Welt, ob nun durch hundert Fropfreiser oder zehn Wurzelschösslinge. Die paar kurzen Lieder, die uns die fahrenden Leute der Vorzeit hinterlassen haben, sind sicherlich unsterblicher, als die tausend billend wurmlangen Prosa-Romane, mit denen unsere Schreibtischhocker Jahr aus Jahr ein die Welt beglücken. Und vielleicht genießt der gebildete Europäer dermal einst von der närrischen Lesewut, die seine Augen immer gieriger, seinen Verstand immer spitzfindiger, seinen Geist immer kurzsichtiger und sein Gemüt immer schwerhöriger gemacht hat. Das Buch wird drum doch seinen Wunderwert als spiritistisches Medium behalten und dann sogar erst recht offenbaren. Auch jener afrikanische Wilde hat die Bibel ja schließlich vors Auge genommen, aber er würde es niemals gelernt haben, hätte sein christlicher Mitmensch ihm das Wort Gottes nicht immer wieder durchs Ohr zu Gemüte geführt. Philosophische und poetische Weltanschauung ansprache im Monistenbund werte Zuhörer. Der Vorstand ihres Vereins hat mich ersucht, die heutige Vorlesung meiner Dichtungen mit einer kurzen Darlegung meiner Weltanschauung einzuleiten, indem er mir zugleich erklärte, ich sei ein besonders origineller Repräsentant des esoterischen Monismus. Ich habe den Wunsch des Vorstandes abgelehnt, kann auch die schmeichelhafte Liebeserklärung nur mit klassisch Handschuhen annehmen, und möchte sie eindringlichst davor warnen, aus den Werken lebender Dichter und überhaupt zeitgenössischer Künstler das herausfinden zu wollen, was man heute unter Weltanschauung versteht, nämlich einen begrifflichen Leitfaden, mit dem sich der zweiflerische, aber glaubensbedürftige Verstand im Labyrinth der Ursachen und Wirkungen einigermaßen zu orientieren sucht. Der Künstler denkt nicht in Verstandesbegriffen, wenn er bei seiner Arbeit ist, er denkt in Gefühlsvorstellungen. Er will nicht erst zum Glauben gelangen, sondern er geht vom Glauben aus. Er glaubt an alles, was da ist in der Welt, er glaubt auch an die verschiedenen Weltanschauungen, die in seiner Zeit miteinander kämpfen. Ich habe einmal einen Politiker, einem konservativen echten Schlages, der mich fragte, was ich nun eigentlich sei, Sozialdemokrat oder Anarchist, nationalsozial oder liberal, dem habe ich geantwortet, unter anderem auch konservativ, und so könnte ich auch Ihnen sagen, ich bin unter anderem auch Monist, das heißt unter Umständen auch Dualist, oder Dreialist oder Milliardeist, oder sagen wir mal Polymonist. Der Künstler umfasst alle Welt mit Liebe. Selbst was er persönlich hasst und verachtet im Leben, sobald es ihn reizt, es in Kunst umzusetzen, ergreift ihn unwillkürlich die Liebe zur Sache. Es kann also jeder Genießer aus jedem Kunstwerk die Philosophie, Moral, Religion her ausdeuten, die gerade ihm die Liebste ist. Das schließt schon aus, dass der Dichter als Dichter eine originelle Philosophie oder Theosophie darbieten kann, denn die ist immer unduldsam gegen andersgesinnte Originale, also im ernstesten Sinne unlebenswürdig. Er kann bestenfalls ein Echo sein all der weltbedeutenden Ideen, um die in seiner Zeit gekämpft wird. Sehen wir uns einmal den Dichter an, der heute in Deutschland vorzugsweise als Weltanschauungsdichter gerühmt wird, Goethe. Wir finden keine solche Idee bei ihm, die wir nicht auch bei anderen Wortführern seiner Zeit und Vorzeit finden können, bei den Humboldt, Schlegel, Schleiermacher, Schelling, Kant, Lamarck, Spinoza und so weiter, und wir finden viele Ideen bei ihm, die einander durchaus widerstreiten. Nur weil er sie bei der Aneignung mit stärkerer Leidenschaft erfasste, mit tieferer Liebe und höherem Glauben im Augenblick der Wortschöpfung, nur deshalb gilt er uns als der typische Repräsentant seiner Zeitgenossen, und nur weil wir die verschiedenen Ideen, denen jene Männer ihr Leben lang getrennt und einzeln nachhingen, in diesem einen zusammengefasst sehen, nur deshalb entnehmen wir daraus ein gemeinsames Gedankenwellend, die sogenannte einheitliche Weltanschauung jener sehr mannigfach. Denkerischen Zeit Denn eine einheitliche Weltanschauung hat es in Wirklichkeit niemals gegeben, zu keiner Zeit und in keinem Volke, es gibt auch heute keine zwei Menschen, die unter Monismus genau dasselbe verstehen. Nur wenn wir zurückblicken auf vergangene Zeiten, düngt uns diese oder jene Gedankenverbindung die sieghaft überwiegende. Aber wenn sich die bei einigen Dichtern, wie zum Beispiel auch bei Dante, Echylos, Kalidasa, Rumi, Letaipe mit besonders originellem Pathos ausspricht, dann wollen wir doch ja beachten, dass die Originalität nicht in den Gedanken steckt, sondern eben in dem Pathos, in dem mächtigen Aufruhr der Gefühle, der mit den Gedanken sein bildhaftes Spiel treibt. Nehmen wir sogar einmal an, es könnte ein Allerweltsgenie geben, in dessen Schädel ein gleichermaßen origineller Philosoph und Poet beisammen hausten. Ich meine nicht jene Zwitterbegabung, bei der, wie zum Beispiel in Nitz C.H.E. und Schiller, ein starkes Talent der einen Gattung mit einem Schwächern der Endran verkoppelt ist, sondern eben ein pures Genie, in dem beide Talente gleichkräftig wären. Wie ja manche Leute behaupten, dass Shakespeare und Bacon in der Tat dieselbe Person gewesen seien, worüber freilich jeder lächeln wird, der Bacon's Novum Organon und Shakespeare's Dramen gründlich kennt. Aber nehmen wir an, sie waren wirklich ein und dasselbe Wundertier, ja, dann hat eben dieses Wundertier, um seine originelle Philosophie, seine neue Gedankenwelt darzustellen, seine drei philosophischen Werke geschrieben, in seinen poetischen Werken dagegen, das wird wohl selbst der abstrakteste Kommentator zugeben, da kam es ihm eben auf Poesie an, also durchaus nicht auf eine Gedankenwelt, sondern auf eine Welt von Gefühlsgestalten, in der die Gedanken nur dazu dienen, sich gegenseitig ins Boxhorn zu jagen, oder, tragisch betrachtet, einander den Hals umzudrehen. Man braucht drum noch lange nicht zu folgern, der Dichter sei nur ein Rohr im Winde, jedem fantastischen Stimmungshauch unterworfen, und daher fürs wirkliche Menschenleben eigentlich unzurechnungsfähig. Wenn dem so wäre, dann bliebe wohl alle Dichtung außer Rechnung fürs Leben der Menschheit, und das bleibt sie doch keineswegs. Der Dichter hat freilich keine Gedankenkette, an der er sich selbst und andere Leute auf dem wilden Weltmeer verankern kann, aber er trägt einen Gefühlskompass in sich, der ihm und anderen die Richtung weist, wo in der Windrose der Augenblicksleidenschaften seine stärksten und liebsten Empfindungen zum dauernden Pol zusammenschießen, zum sichern Gesichtspunkt gegenüber der Welt. Das sittliche Wort dafür ist Selbstzucht. Das ist der ideale Punkt, dem jeder Künstler in seinen Gebilden zustrebt, und zu dem er schließlich auch die hinbildet, die er bezaubert durch dies Streben, durch diese liebreiche Anziehungskraft. Das ist es auch, was Goethe meinte, als er seinen Prometheus sagen ließ, hier sitze ich, forme Menschen. Ein Geschlecht, das mir gleich sei, und nach diesem weltumformenden Lebenszweck, ob er nun göttlich oder übermenschlich oder allgemein menschlich genannt wird, mögen alle die unter meinen Hörern, denen der sogenannte rein künstlerische Genuss keine genügende Belohnung für die Anstrengung des Zuhörens ist, auch in meinen Dichtungen fahnden. Der Olympier Goethe ein Protest, eine öffentliche Gesellschaft von allerlei strebsamen Bürgersleuten hatte mich einmal eingeladen, Gedichte von Goethe zu deklamieren. Seit langer Zeit zum ersten Mal wieder las ich nun seine lyrischen Werke von A bis Z und der Reihe nach durch, um die heute noch lebensvollsten, menschlich wirksamsten Gedichte für den Vortrag auszuwählen, also absehend von artistischer und leitra historischer Fangschmeckerei, und da erlebte ich eine Überraschung. Ich fand einen wesentlich anderen Goethe, als ich ihn in der Vorstellung trug, und als er wahrscheinlich vielen Deutschen von der Schulbank her vorschweben wird. Das Bild des weisen Herrn Geheimrats, des harmonischen Olympiers, das der pädagogische Biedersinn unserer meisten Literaturprofessoren von ihm hergerichtet hat, versank vor mir in einem chaotischen Nebelbrodem von Schmerzen, Leidenschaften und Zweifeln, aus denen nicht ein Olympischer, sondern um im antiken Gleichnis zu bleiben ein titanischer Genies einen Kasmus her auszuläutern sucht, oder im Geist unserer Zeit geredet, nicht der Wille eines Oberregierungsrates, sondern etwa eines Minnen. Ingenieurs, der sich hinabarbeitet in die Wetterschächte grauenvoller Naturgewalten, hinab zu den unterirdischen Müttern, um ihre Kräfte heraufzufördern an das verklärende Tageslicht des väterlichen Heimatbodens, zu den gefüllten Hoherahnen also eine fortwährende Klärungsarbeit der Seele, keine jemals vollkommen erreichte oder gar von Hause aus mitgebrachte sogenannte abgeklärte E. Was jene oberflächliche Meinung über den viel umfassenden Aufkommen ließ, das war sein allzeitschlagfertiger Verstand, der auch das Alltäglichste in Beziehung zur allgemeinen Wohlfahrt zu setzen wusste, seine gesellige Vernunft, die im Leben die Maske des Gleichmuts vor die einsam grübelnde Seele nahm und in der Kunst das ernste Spiel mit heiteren Tändeleen mischte. Das aber hat nicht den großen Dichter gemacht, der alles Menschliche in uns aufschürt und in ein göttliches Umzuschmelzen strebt, ja, es ist fraglich, ob man nicht einst über den artigen und verständigen Goethe, der für jede Gelegenheit ein gescheites Sprüchlein oder zierliches Reimlein in Bereitschaft hatte, ziemlich achselzuckend urteilen wird, sobald wir nämlich endlich einmal der neunmal klugen Redseligkeit unserer Dreiviertelsbildung entwachsen sind. Er verstand freilich auch das kleine Weilchen mit allen Würzelchen zu erfassen, und manchmal tut er gar wie der Schmetterling, der unbekümmert von Blume zu Blume gaukelt, aber wo sich sein ganzes Inneres auftut, da quillt die bodenlose Verzweiflung hoch, die mit dem Leben nicht fertig werden kann. Da entstehen die schwankenden Gestalten alle, durch die er sich die dämonische Qual der zwei Seelen ach in der Brust immer wieder vom Herzen zu schaffen sucht, die Werther, Clavigo, Weislingen, Egmont, Tasso, Orast, Wilhelm Meister und Eduard, da entsteht Faust mit seinem Schatten Mephisto, und da auch entstehen als die unmittelbarsten Zeugnisse dieser furchtbaren Zwiespältigkeit seine ergreifendsten Gedichte. Denn, wie er selber es ausgesprochen hat, alles geben die Götter, die Unendlichen, ihren Lieblingen ganz, alle Freuden, die Unendlichen, alle Schmerzen, die Unendlichen, ganz. Erst wenn man sich das zu Gemüte führt, erst dann lernt man auch die gewaltige Kunst in diesen Gedichten ganz würdigen, die bindende Kraft, die den wirbelnden Stoff einer so widerspruchsvollen Gefühlswelt so knapp zusammenzuordnen vermochte. Es ist manchmal, als müsste all diese Wortschönheit sich selbst von innen heraus zersprengen, wenn man nur erst die erschütternde Fülle ihres geheimsten Sinnes begriffen hat, so zum Beispiel den grausigen Todesschau der in Magisternons scheinbar seliger Sehnsucht nach dem Land, wo die Zitronen blühen, letzte Strophe, oder den wilden Galgenhumor in dem lehrhaft tunden Trinklied Vanitätem Vanitas. Wer ein solches Gedicht noch mit fast 60 Jahren schreibt, der ist weit entfernt vom olympischen Ruhekissen. Kurz gesagt, es heißt Goethe verkleinern, wenn man ihn als Olympier anspricht. Soweit er wirklich olympische Anlagen hatte, war er weder ein Zeus noch ein Apoll, dazu mangelte ihm vor allem anderen die unerschütterliche Hartherzigkeit dieser antiken Ideale. Nicht einmal ein Dionysos war er in seinen unbekümmerten Stimmungsstunden, sondern höchstens ein Ganymed oder Hermes, ein Spender der Anmut und Lebensklugheit, und mehr im römischen als im griechischen Sinne, wie er selbst einmal zu Herrn Eckermann sagte. Aber wodurch er uns groß erscheint, so groß, dass wir ihn mehr bewundern oder doch sicherlich mehr lieben als seine vielfachen Vorbilder, das sind nicht diese Eigenschaften. Das ist sein ruhelos Ringendes Doppelwesen, Kraft dessen er selber ein Vorbild wurde, ein Vorbild für jede Übergangszeit, das heißt für jede ursprüngliche, neue Werte entdeckende Zeit, seine unerschöpfliche Werdelust, die sich mit prometheischer Inbrunst und parakelsischer Fantasie in alle leidvollen Anfangsgründe einer neu aufstrebenden Menschheit versenkte, weil sie herstammte aus dem Überdruss einer vollkommen vollendeten, abgetanen Freudenzeit. Das altersmüde Rokoko hatte mit letzter Mildester Grazie seine Jugendtage umspielt, und nun sucht er sein ganzes Leben lang einen Abglanz dieser verrauschten Schönheit über den brodelnden Aufbegehr der jungen Zukunft auszubreiten. Sie war ihm kein spielerischer Selbstzweck mehr, diese Klangschönheit seiner stärksten Gedichte, sie war eine zuchtvolle Notwendigkeit, um der verwirrend neuen Gefühlsgewalten überhaupt Herr werden zu können. Und das auch war's, was ihn zur Antike zog, obwohl es ihm damals schon und mehr noch heute von manchem ehrlichen Deutschtüemler nicht ohne Grundverdacht ward und wird. Auch die Griechen hatten die Schönheit nötig, ihre ganze höchste Kunst und Dichtung, bis zu den alten Mythen zurück, ist fort und fort auf das eine bedacht, die dämonischen Kräfte zu bändigen, die im Blut dieses seltsamen Volkes spukten, die lapetischen und kentaurischen, mänardischen und hekatischen Triebe, die von Natur aus in ihnen starken und mit barbarischer Brutalität die mühsam errungene Kultur immer wieder gefährdeten. Keiner aber der vielen Gräkomanen, die seit Winkelmann Deutschland überschwemmten, hat mit so schmerzlicher Klarheit wie Goethe erkannt, dass jede Heeraufführung neuer Kultur, weil sie alte Kultur untergraben muss, zugleich auch wieder und immer wieder barbarische Instinkte mit aufrührt, und dass gerade der deutsche Volkscharakter zu dieser rohen Kehrseite der menschlichen Entwicklungskraft neigt. Es ist sein höchster und reinster Ruhm, dass er unablässig gegen diese Gefahr, die auch in seinem Charakter lauerte, seinen besten Kunstwillen aufgeboten hat, nicht wie ein ausgelernter Altmeister bloß, dem die mancherlei Spiekelfechtere in der poetischen Technik glatt von der Hand gehen, sondern als ein Statue-Lehrling des Lebens, in oft sehr verzweifelter, manchmal vergeblicher, immer aber strebend bemühter und eben dadurch erlösender, für uns alle vorbildlicher Notwehr. Und deshalb wollen wir ihn nicht länger auf den hinfälligen Götzenthron verstorbener sorgloser Götter setzen, sondern uns der Grabschrift erinnern, die er selbst sich geschrieben hat, denn ich bin ein Mensch gewesen, und das heißt ein Kämpfer sein. Grabräde auf Lilienkron 22. Juli 1909 Liebe Freunde und ihr Mitfühlenden alle! Wir müssen nun Abschied nehmen von diesem Toten, dessen Leben uns unsäglich beglückt hat. Es würde nicht in seinem Geist sein, hier viele Worte darüber zu machen, was wir an ihm verloren haben. Es würde erst recht nicht in seinem Geist sein, hier uns Herrn Schmerz in die Welt zu rufen und einander das Herz noch schwerer zu machen. Wenn er jetzt unter uns treten könnte, er würde sagen, Kopf hoch, Leute, er würde es sagen, laut oder leise, mit seinem hellen trotzigen Lachen oder mit stillem gütigen Lächeln. Wir wenigen, die ihm die Nächsten waren, und die wir es anfangs kaum fassen konnten, als er so je uns entrissen wurde, er, dessen Jugendkraft unverwüstlich schien, plötzlich vernichtet durch einen Hauch, durch nichts als einen türkischen Windhauch nein, wir können es immer noch nicht fassen. Aber nicht wir Nächsten allein stehen hier um die Grube versammelt, in die seine sichtbare Gestalt jetzt versenkt wird, wir stehen hier mitten in einer Gemeinde, die weit über diesen Friedhof hinaus reicht, grenzenlos weit ins Leben hinaus, vereint durch sein unsichtbares Bild, das uns der Tod nicht entreißen kann. An solchem Grab wollen wir nicht trauern, wir wollen unsere Herzen erheben. Wenn wir weinen müssen, ist es nicht bloß aus Schmerz, es ist aus überströmender Dankbarkeit, dass wir so Unendliches mitfühlen können. Des Dichters unvergängliches Werk, des Menschen unvergessliches Wesen, ich weiß nicht, wodurch er uns mehr erhebt. Er war einer von den herrlich Gefügten, deren Leben und Dichten gleichkühn empor steigt aus ihrer unverbrüchlichen Seele, so vollkommen gleich in freier Schwebe wie der herrliche doppelte Regenbogen, der sich gestern, nachdem wir in seinem Hause den Sarg über ihm geschlossen hatten, über den ganzen Himmel Hamburgs spannte, eine überirdische Ehrenpforte. Der Freiherr von Puckfret, so steht er vor uns, hoch über allem Standes und Zittenzwang, aber treu jeder selbst gewählten Pflicht bis tiefst hinab ins Selbstlose, in das wir alle verkettet sind. Helm und Degen liegen auf seinem Sarg, so hat Ia es verdient, der alte Soldat, der mit Leib wie Seele für uns gekämpft hat, für uns Deutsche und für uns Menschen. Helm und Degen wird er nun immer tragen, und einen unverwelklichen Blumenkranz, wenn er im Geist vor uns aufersteht, nicht mehr nun der alte Soldat, sondern der immer junge Held, der uns entzückt von Kampfplatz zu Kampfplatz führt wie zu einem hinreißenden Tanz. Denn so ist er in Wahrheit durchs Dasein getanzt, noch bis zu seiner letzten Reise, die er mit Weib und Kind unternahm, um den liebsten Menschen, die er hatte, seine geliebten Schlachtfelder zu zeigen. Dort hat ihn der feindliche Lufthauch getroffen, der die tödliche Entzündung entfachte, und dann ist er dem Wink des Todes gefolgt, wie er den Winken des Lebens zu folgen pflegte, rasch dahin, ohne langes Gefakel. Ganz geschlossen ist das Spiel seines Lebens, wunderbar ganz in sich geschlossen, trotz aller Kreuz- und Querzügigkeit, vollkommen vollendet auch noch sein letztes Gedichtbuch, auf das er den Titel Gute Nacht gesetzt hat, als ob er den Schlaf schon nahen fühlte, auf den er gefasst war wie wenige, ohne Furcht vor der ewigen Nacht, ohne Hoffnung auf einen jüngsten Tag, sondern mit reiner ruhiger Erfurcht vor der unerfasslich unerschöpflichen Macht, die uns leben und sterben lässt. Nein, er war nicht bloß der kindhafte Spielmann, nicht der harmlose Junker-Übermut, der liebenswürdig Leichtsinnige, für den ihn viele gehalten haben, die sich nur an der bunten Oberfläche seiner reichen Einbildungskraft vergnügten, oder die sich ärgerten an der allzeitoffenen, zum Geben wie Nehmen offenen Hand des armen Schuldenmachers der Wirklichkeit. Er war auch der Mann der schweren Stunden, der einsamen Fragen und Gedanken, der auf Jesus mit den Worten wies, nach innen sah ich seine Schmerzen weinen, er hat nur deshalb das menschliche Leben in ein launisches Spiel der Natur umgedichtet, weil er den furchtbaren Ernst unseres Lebens aus in erster Erfahrung begriff, weil er sich frei davon machen wollte, frei von der grausigen Notwendigkeit und notwendigen Grausamkeit, vor der sein empfindliches Gewissen immerfort in Entsetzen geriet. Er hat sich ja nicht als Jüngling zum Dichter geschult, sondern als Mann erst, der vom Schicksal geprüft war, der auf Schlachtfeldern und in fremden Ländern die Menschen hatte ringen sehen. Das ist das Wunder an seinem gereiften Geist, das beides innigst in ihm vereint blieb, der trotzige Jüngling, der unbedenkliche, und der gütige Mann, der nachdenkliche. Daher sein starkes, herzbefreiendes Lachen, das niemals zerrissen geklungen hat, und zudem sein feines Huschendes Lächeln wie ein gedämpftes Echo stimmte. Daher das herzgewinnende Plaudern des mitteilsamen Menschenfreundes, aber zugleich auch der lauschend verschleierte Blick des tief verschwiegenen Menschenkenners. Daher der edelmütige Zauber seiner ganzen Haltung und Zurückhaltung, diese seltsame Liebenswürdigkeit, der niemand sich entziehen konnte, diese unwillkürliche Umgänglichkeit, selbst wo er hasste oder verachtete, diese wohlbedachte Leutseligkeit, der nur seine nächsten Freunde anmerkten, wie viel zarte und harte Menschen scheu sich darunter in einsamer Tiefe verbarg. Und daher auch die Zauberkraft des Dichters, durch die er selbst seine trübsten und leidvollsten Einsamkeiten in helle Lust für uns alle verwandelt hat, dieser große Unverkümmerte, der uns nun mit seiner verklärten Stirn auch über den Abschiedsschmerz noch hinweg hilft, auf seinem Regenbogen dahin tanzend über dem irdischen Getümmel. Habe Dank, du wundervolle Seele! Ich höre deine eigenen Worte, der Himmel lächelt seinem Sonntagskinderruhe nun aus vom Menschen Elend, du tapferes, mildes, ateliges Herz. Naivheitheit und Genie-spiritistischer Dialog Das ist naiv. Wenn wir das hören, wissen wir nicht ohne weiteres, soll das ein Lob, ein Tadel oder einfach eine Aussage sein. Besonders Künstlern passiert das oft, da ist irgendetwas in ihren Werken, das hält der eine Betrachter für recht naiv, der André für vollkommen naiv, wieder ein André für gar zu naiv, und ein abermals André für nicht naiv genug. Wenn man dann jeden von ihnen fragt, was er mit diesem beliebten Fremdwort eigentlich habe sagen wollen, erhält man regelmäßig eine Belehrung über das unbewusste Gemüt. Und wenn man hierauf zaghaft bemerkt, dass nach menschlichem Wissen noch kein Gemüt in bewusstlosem Zustand ein Kunstwerk verfertigt habe, auch das sich über das Unbewusste füglich doch wohl nichts wissen lasse, dann wird man mit neuen Fremdwörtern heimgeschickt. Vornehmlich die Wörter Instinkt und Genie spielen da eine kräftige Rolle, und wenn der Deutsche mit wuchtigster Schlagkraft auf die Tiefe seines Gemüts pochen will, dann spricht er das Wort Naturgenie aus. Bleibt dem Instinkt des Erschütterten, teils ganz naiven, teils mehr als naiven, teils nicht ganz naiven Fragestelles anheimgestellt, ob er sich für ein Schlechtweg natürliches oder ein etwas übernatürliches oder ein ziemlich unnatürliches Naturgenie estimieren soll. Denn sein bisschen Talent steht ja außer Zweifel, nur scheint es ein wenig zu kultiviert, sonst würden jene wohlmeinenden Leute doch wohl nicht um seine Natürlichkeit hadern. Merkwürdigerweise kann aber kein Künstler umhin, sein Talent nach Kräften zu kultivieren, und manches Genie, das mancher Kunstfreund für nicht ganz stark genug erklärt, weil es leider nicht naiv genug sei, ist manchem ebenso klugen Gönner bloß leider nicht kultiviert genug. Also kam ich eines Tages auf die Vermutung, dass jenes rätselhafte Fremdwort wohl etwas anderes besagen müsse als den sogenannten genialen Instinkt, diesen angeblich unbewussten Naturtrieb, der doch so sonderbar selbstbewusst auftritt, so eigensinnig in sich befangen, und ich suchte mir auf gut Deutsch zu sagen, was denn naiv klipp und klar bedeute. Da fiel mir zunächst ein, unbefangen, dann unwillkürlich, triebhaft, ursprünglich, urwüchsig, freimütig, unverstellt, ungezwungen, dann ungekünstelt, ungelehrt, unberechnet, unverdorben, unschuldig, treuherzig, harmlos, bieder, gesund, frisch, lauter, wahrhaftig, schlicht, gemeinverständlich, einfach, einfältig, aber da kam ich schon in die Brüche. Einfältig, das konnte ganz nach Beliebentum im guten altdeutschen Sinne oder dumm im neudeutschen schlechten bedeuten, konnte kindisch sowohl wie kindlich heißen, unvernünftig wie unvernünftelt. Und freimütig, unverstellt, wahrhaftig, kann das nicht unverschämt und frech, ungeschlacht, grob und plump erscheinen. Unwillkürlich, ist das nicht unter Umständen richtiger unfreiwillig zu nennen, in einem recht lächerlichen Sinne. Unberechnet richtiger unüberlegt, unbesonnen, unbedacht, unverständlich. Hat nicht jegliches Tun etwas Triebhaftes, auch die durchtriebenste Künstelei. Wird nicht gemein verständlich und schlicht genannt, was oft schlechter nur gemeinplätzig ist. Kann das Ungekünstelte nicht das Kunstlose sein, und das Kunstlose das Unkünstlerische. Und der Unverbildete, ist er nicht meistens oder der Biedermann wohl stets auch ungebildet, ungesittet, ungeschickt, unfein, teppepisch, verlegen, also durchaus nicht ungezwungen, sondern eher verbohrt, beschränkt, befangen. Etwa was die Franzosenbeete titulieren. Das alles also, sagte ich mir, kann hinter dem Naiven stecken. Ich war ausgegangen von Unbefangen und war bei Befangen angelangt, das kränzte doch arg ans Bewusste Unbewusste. Ich war naiv genug gewesen, meinen gesunden Menschenverstand zu befragen, und war anscheinend auch noch naiv genug, mich nun von ihm genannt zu fühlen, ich kam mir ein bisschen als deutscher Michael vor. Natürlich begann mein Instinkt nun erst recht nach der Erkenntnis zu begehren, bis zu welchem Grad ein Genie sich erlauben darf, naiv zu sein oder aber zu bleiben, denn es könnte ihm ja der Kulturberuf obliegen, oder vielleicht sogar der Naturberuf, sich selber gewisse Naivitäten um des menschlichen Selbstbewusstseins willen vernünftigerweise abzugewöhnen. Und da ich mich trotzdem, wie gesagt, von meiner bewussten Vernunft genassführt fühlte, so musste ich wohl oder übel nun doch versuchen, das Unbewusste zu Rate zu ziehen. Also beschloss ich, auf spiritistischem Wege ein von der kultivierten Menschheit offiziell als naiv anerkanntes Genie aus der Geisterwelt herbeizuzitieren, sei es nun aus der Unterwelt oder aus einer Überwelt. Am liebsten hätte ich selbstverständlich den Vater Homer heraufbeschworen, aber der war schon so lange tot, dass womöglich auch sein Geist nicht mehr lebte oder sich schon in irgendeine unerreichbare Welt verflüchtigt hatte. Wer blieb da übrig als der Altmeister Goethe, der von sämtlichen deutschen Professoren als das nonplusultramoderner Naivität wie klassischer Kultur deklariert war, überhaupt als ein Muster an Harmonie, bei Schakspier war die schon zweifelhaft. Also ließ ich mir den Geist Goethe kommen. Es ist das bei weitem nicht so schwierig, wie man gemeinhin zu meinen geneigt ist. Man braucht nur ein gewisses Wissen von einem solchen Geist zu besitzen, wenigstens dem Namen nach, dann ist man bereits besessen von ihm, man braucht dann dies Wissen nur zu vergessen, das heißt das Bewusstsein dieses Wissen, so dass nur das Unterbewusstsein noch weiß, von welchem geistigen Überbewusstsein man selbst vergessen besessen ist, und dann lässt man sozusagen im Schlaf diesen überbewussten Geist aus sich reden, der dadurch natürlich vollkommen erwacht. Die Wissenschaft nennt das Somnambulismus oder Autosuggestive Hypnose und lässt es gewöhnlich durch ein Medium hysterischen Charakters besorgen. Das ist aber erstens sehr umständlich, denn man muss dem Medium immer erst die zweckentsprechende Suggestion zur Autosuggestion beibringen, zweitens auch sehr unzuverlässig, denn das Medium naiv wie es ist verwechselt leicht sein hysterisches Unterbewusstsein mit dem genialen Überbewusstsein und schwindelt dann dummes Zeug zusammen, drittens auch noch recht kostspielig, von wegen der Nervenheilanstalten. Man kommt bequemer, besser und billiger weg, wenn man sich selber auf einige Zeit seines Selbstbewusstseins im Geiste entäußert, nötigenfalls durch etwas Weingeist. Man darf dabei nur nicht unterlassen, die Autosuggestion darauf einzurichten, dass man sich an die Äußerungen seiner geistvollen Selbstentäußerung nachträglich noch zu erinnern vermag. Das tat ich denn auch und merkte alsbald, wie sich Goettens Geist auf mich niederließ, oder vielmehr, zu mir her abließ. Denn er schwebte vor mir in einem sohlenden, bis an die Krafatte zu geknöpften, goldgestickten Ministerfrack, mit einem großen Stern auf der Brust, und ließ ein höchst unwirsches Reuspern vernehmen. Ich, tief benommen, reuschbere mich gleichfalls. Darauf er, mit gänzlich lautloser Stimme, ich bin zur Stelle, was wünschen Sie? Ich, mit ganz ebenso lautloser Stimme, euer Exzellenz wollen gütigst verzeihen, dass ich mir so im Geist unterstehe, ihre erhabene Ruhe zu stören. Aber es handelt sich um die Entscheidung einer ungemein bedeutenden Frage, nämlich ob die geniale Natur eine im Sinne euer Exzellenz wie der übrigen wirklichen geheimen Räte der ewig bildungsbeflissenen Menschheit harmonische Kultur zu erlangen vermag, sobald sie nur ihren produktiven Instinkt, speziell das poetische Talent, völlig naiv gewähren lässt. Er, merklich seinen Unmut bezahlt Tement, da müssen Sie unseren höchst schätzbaren Freund, den Herrn Hofrat Professor von Schiller befragen. Ich, euer Exzellenz wollen gütigst glauben, dass ich des Herrn V. Schiller unsterbliche Werke, insbesondere seinen berühmten Traktat über naive und sentimentalische Dichtung, mit meinen bewussten Geisteskräften fast ebenso sorgfältig durchstudiert habe wie euer Exzellenz eigene Schriften. Allein ich hoffe mir unbewusst eine klarere Aufklärung zu erwirken, als ich aus diesen Erzeugnissen eines weiland vernünftigen Seelenlebens zeitweilig zu gewinnen vermochte. Denn es werden in gegenwärtiger Zeit, was euer Exzellenz verewigtem Geist vermutlich nicht bewusst sein wird, die Begriffe naiv und sentimental nicht mehr so gegensätzlich empfunden, wie Herr Professor Schiller sie nahm. Vielmehr erscheint den Geistern von heute diese heftige Gegeneinanderstellung als triebhafter Ausdruck einer Zeit, die ungleich gefühlvoller war als die jetzige und deshalb auf eine heilsame Selbstzucht wieder ihre Empfindsamkeit überaus scharf bedacht sein musste. Jetzt ist als Gegensatz zum Naiven eher das raffinierte Verrufen, das problematische, mystische, kapriziöse, preziöse, bizarre, ironische, und wo der Herr Hofrat V. Schiller beinahe geneigt war, das Graziöse für das Naive zu nehmen, wird heute von manchem höchstrefflichen Volkserzieher das Brutale an dessen Stadt geschätzt. Er, etwas weniger an sich haltend, es scheint, die Begriffsverwirrung in Deutschland ist bis zur trübesten Gärung gediehen. Ich, in der Tat befinden sich seit Jahrzehnten alle Begriffe in solcher Gärung, dass gemäß den natürlichen Bildungsgesetzen wohl endlich die Klärung eintreten wird. Euer Exzellenz dürfen überzeugt sein, dass dieser gedeihliche Prozess, der nach Meinung der vorgeschrittensten Geister von Exzellenz selber inauguriert ist, zugleich auch den unterbewussten Beweggrund meines überbewussten Anliegens bildet. Es kann sich wohl niemand mehr verhehlen, dass Herrn V. Schillers gestrenge Begriffsscheidung, so sehr sie auf wirklichen Unterschieden zwischen gewissen Kunstwerken ruht, ihre ausschließende Geltung einbüßt, sobald sie auf die volle Natur eines ganzen Künstlers bezogen wird. Wie Exzellenz selbst schon in den Gesprächen mit dem jungen Herrn Eckermann bemerkten, dass keinerlei sentimentale Dichtung irgendwelchen Bestand haben kann, die nicht aus einem naiven Gefühlsgrund gleichsam hervorgewachsen ist, so dürfte auch kein im Sinne Schillers naiver Dichter zu finden sein, der ohne sentimentalische Mitgift ein menschliches Herz zu erobern vermöchte. Weswegen denn Schillers sentimentalschtes Gedicht seit umschlungen, Millionen heute für sein naivstes gilt, manchem Kenner sogar für allzu naiv. Und dass bei Homer die Pferde weinen, gar aus Trauer um den Tod eines Menschen, das ist eine solche Naivheit, wie kein moderner Poet verlautbaren dürfte, ohne von sämtlichen Ritzen senden als ein lächerlich-hypersentimentaler Natur wäre er feilscher gebrannt mag zu werden. Er, immer mehr aus seiner Zurückhaltung tretend, also erfrecht der gemeine Verstand sich bereits, den griechischen Edelmut zu bekritteln. Ich, der kritische Disput um die Griechen ist allerdings im letzten Jahrhundert dermaßen gemein verständlich geworden, dass ihre überaus edle Gemütsart nun den weitesten Kreisen zur Kenntnis liegt und mehr denn jemals gepriesen wird. Aber zugleich ist bekannt geworden, dass die Antike zu keiner Zeit so idealiter naiv war, wie Herr Professor Schiller noch mutmaßen dürfte, dass insbesondere neben Homer der Dichter Archilochos gleich hoch geschätzt war, den man nach aller Forschung durchaus für einen Sentimentaliker ansprechen muss, einen elegischen Ironiker vom dämonischen Schlage des Lords Byron, des erlauchten Freundes Euer Exzellenz. Auch hat sich bestätigt, was Exzellenz anden, dass nämlich der Dichter, der die Balladen der prähomerischen Tradition in die zwei großen Eben organisierte, kein plötzlich emporgeschossener Spruchhösling eines kindlich urwüchsigen Zeitalters war, sondern der langsam gereifte Früchtling einer freilich noch patriarchalen, aber schon äußerst regulierten Kultur. Und wer den Homer einmal darauf hinlesen will, wie deutlich in seinem epischen Kasmus menschliche Ordnung und göttliche Willkür allenthalben kontrastiert sind, der wird auch bei diesem beschaulichen Anhörn ein Gutteil Ironie entdecken und denselben merkwürdigen Hintersinn gegen eine verblühte Naturreligion zugunsten neukeimender Humanität, der einige Jahrhunderte später in den Tragödien des Echylos mit sentimentalstea-Leidenschaft auftrotzt. Ist das nun bloß naiver Instinkt, oder ist es intelligente Tendenz? Spricht nicht aus allen Konflikten der Griechen ein problematischer Aufklärungskampf um Freiheit und Gerechtigkeit, der sich schließlich bei Joripa dies zum raffiniertesten Pathos zuspitzt und zugleich bei Aristophanes zur kapriziösesten Persiflage. Er, sichtlich zur Erwägung geneigt, im Ernst eine ungemeine Frage. Und da denn alles ungemeine auch allgemeine Bedeutung hat, verlohnt sich wohl eine ernste Betrachtung. Ich, haben euer Exzellenz annehmen können, ich wollte mir zum Spaß unterstehen, ihren verewigten Geist zu zitieren. Er, mit gelassener Laune lächelnd, ich habe den Mephisto geschrieben ich, und wenn ich Exzellenz recht verstehe, haben sie dennoch auch den Faust schreiben können, samt Grätschen und dem Famulus Wagner, und die einen so naiv wie die anderen er, von unendlicher Heiterkeit leuchtend, wie bereits unser höchst vortrefflicher Schiller zu seiner naivsten Verwunderung wahrnahm. Ich, aber was ist als dann das naive, wenn es weder das Sentimentalische noch auch das Problematische ausschließt? Und wie verträgt sich das Raffinierte damit? Er, von erhabenstem Wohlwollen strahlend, wie sich alles in der Natur verträgt, was mit reinem Willen ein Ganzes fördert. Wie denn auch Einfalt gern die Berechnung heranzieht, sobald sich der natürliche Sinn in Hinsicht auf sein Gesamtbefinden nur irgend Vorteil davon verspricht, ob das der kultivierte Geist nun Bauernschlauheit oder Indianer-Listschild. Und wenn in objektivem Betracht das naive das durchaus klare ist, in subjektivem das lautere, wie sollte es dann mit dem Raffinierten, das doch auf Deutsch sowohl das Geläuterte wie auch das Abgeklärte heißt, nicht rein und willig zusammenwirken? Ich, inzwischen hat freilich das Raffinierte einen übeln Nebensinn angenommen und heißt jetzt eher das abgefeimte, durchtriebene, Geriebene. Er, mit erheblicher Ungeduld, so mag es denn auch noch ausgefeimt heißen, sofern es nur nicht betrüglich ist. Ich, doch scheint mir dies alles zwar unzweideutig das naive der Natur zu bezeichnen, aber noch nicht das naive der Kunst, während doch die geniale Natur, wenn anders mein unterbewusster Verstand meine überbewusste Vernunft nicht betrügt, beides in sich vereinigen und irgendwo durchbemessen muss, um harmonisch und kulturell zu wirken. Denn etwa zu sagen, dass jeder Künstler auf seine besondere Art naiv sei, das würde doch fast schon nichts sagend sein. Er, den obersten Knopf seines Frackes lüftend, da dürfte denn wohl das Problem erstecken? Indessen war es nie meine Art, mich mit abstrakten Spekulationen um widerspruchsvolle Begriffe zu plagen, wir wollen lieber ein Beispiel betrachten, das auf das naive ein zwiefaches Licht wirft. Es ist da unlängst in der Geisterwelt ein Herr Professor Nitz C.H.E. erschienen, der mir mit überausgütigem Eifer eine Aufmerksamkeit erweisen wollte, indem er zuvörterst auf die Autoren des Neuen Testaments schmähte, dann über Martin Luther Herzog und zuletzt auch meinen Freund Schiller angriff, und dies in einem höchstwürdigen Stil, der sich teils an dem Evangelisten Johannes, teils an dem Apokalyptiker, mehr noch vielleicht am Apostel Paulus, doch zumeist an Luther gebildet hatte, und mit einem äußerst gewaltigen Pathos, das mich stark an den jüngeren Schiller gemahnte. Das, mein werter Herr Doktor, sehen Sie wohl, das war in beidem Betracht naiv, von Natur aus wie auch von Kunst wegen, und war zugleich doch raffiniert. Ich, wenn es nicht etwa allzu naiv war. Denn es düngt mich eine Art Selbstbetrug, war also vielleicht nicht genug raffiniert. Er, die rechte Hand in den Busen steckend, ich sehe, Herr Doktor, mein werter Freund Nitz C.H.E. hat mich außerdem auch noch vortrefflich berichtet, indem er mir von der Eindringlichkeit gewisser neuester Dichter sprach. Indessen muss wohl alles naive in einer Art Selbstbetrug beruhen, ohne welche der Anschein entstehen würde, als wolle der welterfahrene Künstler mit seiner Einbildung André betrügen. Wie denn auch schon dem kindlichen Spiel eine Lust zur Verstellung innewohnt, die jeder Erwachsene leicht durchschaut, doch welche ihn umso reizender anmutet, jeniger sich die kindliche Seele über diese ihre Schauspielerei in eine artige Täuschung wiegt. Nur ist freilich das Reizende nicht das Bedeutende. Ich, so müsste denn wohl das höchste Genie, insofern es die klarste Erfahrung bedeutet, über solchen naiven Selbstbetrug in jedem Betracht erhaben sein, ob nun geläutert durch Kultur, ob aus natürlicher Lauterkeit. Er, mit entschiedener Ablehnung, ich weiß von keinem höchsten Genie. Ich weiß nur von einigen würdigen Geistern, die jeder in seiner Art sich bestrebten, irgendein hohes Heranzubilden. Wer aber vollkommen erhaben wäre, der dürfte sich wohl erst recht so gefallen, wie die Natur ihn gebildet hat, und sogar auch seine Verblendungen mit ähnlichem Gleichmut in Vogelschau nehmen wie Napoleon auf St. Helena. Ich, doch ist mir an Kunstwerken aufgefallen, dass gerade die bedeutendsten Künstler diese Art Selbstanschauung nicht pflegten, vielmehr nach einer freien Klarheit über das menschliche Innere strebten, die den blinden Trieb der naiven Natur zumindest einschränkt, wenn nicht ausschließt. Er, mit gemessener Zustimmung, es könnte sein, dass der blinde Naturtrieb durch Künstlergeist sehnt werden möchte. Ich, jedenfalls kann alsdann das Naive nicht den Wert der genialen Natur ausmachen. Sonst müsste, scheint mir, ein Burns einen Bayron, ein Claudius einen Goethe aufwiegen. Er, die Hand aus dem Busen nehmend, ich muss bitten, mein sehr werter Herr Dämmerl, das Persönliche aus dem Spiel zu lassen. Ich, doch wird ein erhabener Geist mir nicht wehren, nur des Beispiels halber noch zu bemerken, dass auch bei den anderen hohen Persönlichkeiten der vornehmsten Kulturnationen bei Sophocles wie bei Calidasa, bei Dante wie Calderon, Shakespeare wie Rablais, Cervantes wie Swift, Leonardo wie Dürer, Michelangelo wie Robbins wie R.E.M. Brandt, Palestrina wie Bach wie Mozart wie Beethoven das Naive überall höchstens die Rolle des rührigen Mägleins im Königsschloss spielt, wo nicht bloß des handlichen Prügelknaben und meistens zu gar keinem Vorschein tritt, wo hingegen es sich bei vielen sehr reizenden, jedoch nicht eben bedeutenden Künstlern mit breitestem Behagen ergeht und oft ihr ganzes Gedinge beherrscht. Allein den einzigen Vater Homer nennt man immer wieder als Gegenbeispiel, indessen wohl lediglich aus dem Grunde, weil die patriarchalen Kulturprobleme, um die sich die naiven Konflikte seiner merkwürdig sinnreichen Helden drehen, der heutigen Menschheit nichts mehr bedeuten und deshalb gern übersehen werden. Es müsste auch, deucht mir, um die Menschheit unglaublich widersinnig bestellt sein, wenn gerade die stärksten Künstlerseelen, die doch von dem ewig währenden Kampf zwischen Menschenvernunft und blindem Naturtrieb am allerheftigsten mitbewegt werden, ihre Kraft an ein kindlich einfältiges Spiel der trächtüglichen Sinne verschwenden sollten, anstatt mit männlichem Eigenwillen einen redlichen Ausgleich jener Zwiespältigkeit wenigstens zeitweilig zu erwirken? Oder denkt ein hoher Geist anders darüber? Er, das zweite Knopfloch des Frackes öffnend, sie sind sich offenbar nicht bewusst, dass allerzeitweilige Werte eines Kunstwerkes dessen dauernde Fortwirkung nicht erklärt, dass folglich nach vernünftiger Schätzung sein löblicher Inhalt an Kultur dem natürlichen Gehalt wohl beigeordnet, jedoch nicht übergeordnet werden kann. Ich, ich befinde mich allerdings zur Zeit in einer Art unbewusstem Zustand, und ich weiß nicht, ist es unterbewusste oder überbewusste Sinnentäuschung, dass ein deutscher Klassiker hier so romantisch redet. Er, befremdet, was für ein Klassiker. Ich, dessen Geist mir soeben erst gebot, das Persönliche aus dem Spiele zu lassen, wohl weil es das vollauf Natürliche ist. Er, aufs Höchste erstaunt, ich ein Klassiker. Ich, von der ganzen Nation heute so genannt. Sollte das in der Geisterwelt unbekannt sein. Er, mit Mühe seinen Vertruss beherrschend, da habe ich nun den deutschen Barbaren Zeit meines Lebens ins Ohr geblasen, dass klassische Nationalautoren in Deutschland ein Ding der Unmöglichkeit sind, solange sich dieses unglückselig zerstreute und zerfahrene Volk nicht in allen Stücken zu einer soliden nationalen Kultur gesammelt hat, habe wieder und wieder nachgewiesen, dass inzwischen das originale Talent nur auf internationaler Basis eine sichere Haltung gewinnen könne, dass überhaupt die Epoche der Weltliteratur die einzige übrige Möglichkeit für eine glückliche Bildung sei. Und nun kommt diese widerspruchsvolle Horde literarischer Sanskülorten, die mich ehemals an den Schandpfahl wünschte, und will mich zu ihrem Klassiker stempeln. Als ob durch solchen armseligen Selbstbetrug nur irgendein wahres gefördert würde. Ich, das ist freilich naiv, doch hat sich Deutschland eher, ohne Achtsamkeit weiter wetternd, da habe ich mich von Jugend auf durch tausend ungereimte Begriffe und widrig abstrakte Meditationen zu einiger Klarheit hindurch plagen müssen, und statt wahrhafte Anerkennung zu finden, muss ich hier die reizende Botschaft vernehmen, dass ich eitler Pralhansigkeit zum Deckschild diene. Das ist äußerst unerfreulich, Herr Doktor. Ich, Euer Exzellenz haben zwar vorhin beliebt, ein gegenteiliges auszusprechen, indessen könnte das Widerspruchsvolle, obwohl es gewiss nicht das Wahre ist, doch gerade das eigentlich wahrhafte sein. Er, merklich betroffen, wie meinen Sie das? Ich, wenn Exzellenz sich nicht leider verbeten hätten, ihr Persönliches zu berühren er, an dem untersten Frackknopf nestelnd, es hat mich von jeher nur wohl berührt, wenn mir jemand gehörig die Wahrheit sagte, das will heißen, mit dem gehörigen Anstand. Ich, nun, der Name Goethe gilt eben heute als Inbegriff deutschen Strebens nach Bildung, nach innerer Sammlung zu äußerer Einheit, nach einer persönlichen Harmonie mit dem sozialen Kulturinstinkt. Er, mit vollständig aufgeknöpftem Frack, man rede mir nur nicht von Harmonie, bevor man nicht alle Dissonanzen vernommen und begriffen hat. Ich, man hat sie alle so fleißig begriffen, dass heute im neuen deutschen Reich kein Skribifax zu finden sein dürfte, der seinen absurdesten Föjtong-Witz wie seine banalste Karte der Weisheit nicht mit irgendeinem beiläufigen Satz aus Goethe's widerspruchsvollen Schriften belegt und sich feierlich auf das Genie beruft. Er, mit einer Miene leidvoller Dumfheit, so hat man mich eben schlecht begriffen. Ich, oder vielleicht nur gar zu gut, nämlich ein wenig zu naiv. Er, erleichtert, mit einem belustigten Lächeln, sie scheinen mir recht raffiniert, mein würdestö Freund. Ich, oh, mein teuerster Gönner, auch ich bin ein Deutscher. Denn inzwischen hat sich unser Volk immerhin doch auf einen gewissen Grad politischer Einheit zusammengerafft, und wenn dennoch seine soziale Kultur so zerstückelt wie jemals geblieben ist, so blickt drum jeder gebildete, und mehr noch der bildungsbedürftige, mit naivste AR-Furcht auf eine Persönlichkeit, die ob sie im Einzelnen noch so triebhaft von natürlichen Dissonanzen bewegt war doch im Ganzen als ein beharrliches Vorbild für den nicht minder natürlichen Trieb nach harmonischer Kultur vor der Welt steht. Das aber, scheint mir, ist eben die Wirkung, die von jedem erhabenen Künstler ausgeht und allen erhebenden Kunstwerken beiwohnt. Mag der Bildungsstand, den sie enthalten, ein überall zeitlich bedingter sein, so ist doch der ewige Ausbildungstrieb, der diesen Inhalt zusammenhält, ein unbedingt natürliches, ein allgemein menschlich notwendiges, von innerstem Grund aus Wirksames, über Zeit und Volk hinaus Wertvolles. Und ein solcher Wert, so mysteriös und problematisch er immer ist, wird denn doch wohl selbst dem lüblichst naiven Spieltriebe über Zuordnen sein, der sich an seinem jeweiligen Zustand trüglich vergnüglich genügen lässt. Was den Zeitgenossen wie bloßes Stückwerk eines widerspruchsvollen Geistes der Urte, wird der strebsamen Nachwelt den vollen Gehalt einer wahrhaftigen Seele bedeuten, zumal da noch niemals eine Nation ihre jeweils erreichte eigene Kultur für vollkommen harmonisch befunden hat und wohl auch niemals befinden wird, so wenig wie der einzelne Mensch, am wenigsten aber der Geniale. Sollte das nicht, so wahrhaft menschlich es ist, doch vielleicht auch ein göttlich wahres Sein. Er, mit hellstem Lächeln, so sei es denn. Nur gebe man auch dem Teufel sein Recht, und der war von jeher ein dummer Teufel. Ich, in welchem Sinne soll ich das nehmen? Er, schalkhaft nickend, in keinem Sinne. Wohl aber in einem gewissen Verstande, der sich verteufelt Betrieb Sam zeigt und den edelsten Bildungstrieb ausarten macht, sofern er nicht im naiven Wurzelt. Man hüte sich vor der Reflexion, die den Wurzelboden zerwühlt wie ein Maulwurf. Ich, so sollte es wirklich das Nachdenken sein, wodurch das ursprüngliche Gefühl, das jeden Künstler zum Werke treibt, zuweilen so unholt befangen wird, dass ein unwirksames daraus entsteht. Er, immer noch schalkhaft, so könnte es sein. Ich, indessen ist mir von einem Dichter, der heute für den naivsten gilt, weil erst wenige seine originellere, höchst ironische Bedeutung hinlänglich schätzen, von meinem Freunde dem Freiherrn von Lilienkron, zu öfteren Malen anertraut worden, dass er gründlichst über sein Dichten nachdenkt. Ja, ich weiß von einem seiner Gedichte, worin das gewiss recht naive Gefühl einer starken Betrunkenheit dargestellt ist, dass er es sieben Jahre lang in Gedanken herumgetragen hat, bevor es ihm reif zur Abfassung war. Er, ernsthaft, dergleichen geschah auch mir oft genug, und wird wohl jedem Dichter geschehen. Nur verkenne man nicht, dass es zweierlei ist, über Gefühle nachzudenken oder über die Darstellung von Gefühlen. Das eine ist die Reflexion des ästhetisierenden Philosophen, das andere die technische Logik des Künstlers. Die mag und soll er nach Kräften üben, nur behüte ihn eine fromme Scheu, jene Kraft holzseliger Dumpfheit zu stören, womit sich die Seele den Sinnen hingibt, und wodurch zuweilen ein klares Gebilde so rasch aus dem willigen Geiste hervorspringt wie die Pählers aus dem Haupte des Zeus. Er verharre in seinem bewusstlosen Drange, bis sich das Kalu-Gelände-Bewusstsein dem sinnreichen Willen unterwirft. Ich, also sollte wirklich der Dichter des Faust, des Tasso und der Epigenie, des Wörzals und des Wilhelm-Meisters, von den Wahlverwandtschaften nicht zu reden, nie über Wesen und Art der Gefühle, ihren Wert und Unwert nachgedacht haben. Und wo hängt die Waage zwischen Sinn und Verstand, zwischen Klugheit und Klügelei, zwischen künstlerischer und menschlicher Weisheit, zwischen Geist und Vernunft, zwischen Dichtung und Wahrheit. Er, scheu, wie vor sich selbst erschauernd, bei den Müttern. Ich, noch aberragen leuchtend in den Äther die Marmorhäupter der verklärten Väter. Er, frostig während, dies Licht ist kalt. Ich, und sollte allein die dunkle Wärme dem Wachstum des Geistes gedeihlich sein. Er, das unterste Knopfloch wieder schließend, doch wird kein Geist die Grenze entdecken, wo Licht und Dunkel einander durchdringen. Ich, sollte nicht eben des Künstlers Geist diese Grenze wieder und wieder entdecken? Sollte jenes geisterhaft kalte Licht, das wie ein unfassbarer Eishauch jedem bedeutenden Kunstwerk entstrahlt, nicht gerade das offenbar Ende sein, das den dumpfen Stoff erst zum klaren Gebilde, die drangvolle Glut erst zur schaffenden Wärme läutet? Und mag immerhin das Unbewusste der unergründliche Mutterboden aller schöpferischen Fülle sein, was tut das über den Künstler da, über Art und Wert seiner Fähigkeit? Entspringt nicht jegliches menschliche Schaffen, ja die alltäglich gewöhnlichste Arbeit, aus solchem geheimnisvollen Antrieb, trotz allem ästhetischen aber Geschwätz. Klopft doch sogar der geringste Schuster das Leder mit einer bewusstlosen Kraft, nur wird eben ein schlechter Schuh daraus, sobald er es nicht zugleich recht bewusst über den passenden Leisten schlägt. Er, mit gleichgiltigem Achselzucken, es würde wohl auch kein guter Schuh werden, wenn der schlechte Schuster bewusster drauf losschlüge. Ich, wenn er besser Bescheid ums Zuschlagen wüsste, wäre er dann nicht ein besserer Schuster. Und um wie vielmehr erst der sinnreiche Künstler, der unzählige einzelne Schlagfertigkeiten auf ein bedeutendes Ganzes veranschlagt. Mag er durch Übung so sicher geworden sein, dass er in rascher Entschiedenheit kaum noch um all seine Kunstgriffe weiß, aber was lenkte ihn bei der Übung, was sichert seinem Griff die Bestimmtheit, wenn nicht der herrschende Gedanke, der all die beliebigen Bildgefühle auf irgendein sinnvoll Notwendiges richtet. Liegt da nicht einfach die Folgerung nahe, dass sich jeder Künstler und sonstige Schöpfer vor anderen Menschen nur dadurch auszeichnet, in welcher Art und in welchem Umfang das bisher Unbewusste bei ihm bewusst wird? Warum gelingt keinem unreifen Künstler ein Werk von wahrhaft voller Bedeutung, wohl aber manchem Wunderkind Willkommenheit? Ich glaube, weil sein Geist noch nicht ausgebildet, sein Gemüt aber schon durch geistige Erbschaft für klare Gefühle vorgebildet ist. Da mag ihm denn in holzseliger Dumfheit auch wohl einmal etwas Sinniges glücken, dass er höchst naiv seinem eigensten, bloß sogenannten Mutterwitz zuschreibt, ist aber in Wahrheit Väterweisheit, tiefst raffiniert im Liebeskampf mit der gern empfänglichen Mutter Natur. Er, halb gelangweilt, halb gereizt, in diesem Verstande könnte es hingehen. Nur erspare als dann die brave Vernunft sich erst recht die überflüssige Mühe, dem Gemüt in sein tiefstes reinzureden. Mag der Gedanke sich hinter das Sinnliche stecken, damit jedes scheinhaft einzelne Plan voll aufs ganze Wesen deutet, aber er macht sich unerträglich, sobald er die Gefühle belästigt, die dieses Ganze tragen und halten. Ich, doch scheint es mir schwach um Gefühle bestellt, die keinen starken Gedanken aushalten. Bei Sharkspier strotzt selbst der Narr von Gedanken. Er, ganz gereizt, in der Tat, er strotzt. Das dürfte denn wohl das Nährische sein. Ich, und der weise Hamlet, der doch nur halb ein Narr ist. Hängt nicht sein ganzes Gefühl von Gedanken ab? Ja, ich getraue mich nachzuweisen, dass das gesamte Kunstwerk Hamlet auf einem bestimmten Gedankengrund steht, um den der Dichter gewusst haben muss. Er, stutzig, da wäre ich aber wahrlich gespannt. Sie sind überaus Eigensinnig, Herr Doktor. Ich, nur in euer Exzellenz eigenem Sinne. Denn wie Exzellenz selbst einmal kommentierten, wollte Sharkspier hier eine Seele schildern, die eine große notwendige Tatpflicht bewusst auf sich nehmen will, ohne der Tat gewachsen zu sein, kurz, einen edelmütigen Menschen, der nur leider Gottes durchaus kein Held ist. Nun liegt es jedoch, wie Exzellenz gleichfalls und mehr als einmal dargelegt haben, nicht im Wesen des bedeutenden Dichters, ein lediglich negatives zu zeigen, wenn sich also das Positive hier nicht in dem sogenannten Helden des Dramas findet, muss man es wohl in dem Drama selbst, das heißt in dem Ausgleich der anderen Personen mit dem unheldischen Helden suchen. Und in der Tat sehen wir jeden Charakter, der neben Hamlet die Handlung fördert, auf diese Ergänzung hin angelegt, zu Anfang den Geist des heldischen Vaters, zum Schluss den lebendigen Helden Fortinbras, in der Mitte den verbrecherischen Dreiviertelshelden Claudius, den echten Mann Horatio, das Unreife über Männlein Lartes, und als den Nullpunkt für diese ganze Skala positiver Energie den wohlweisen Schwächling Palönyas, gegen welchen selbst der passive Hamlet zu einem gewissen Grade aktiv wirkt. Da muss sich denn wohl der Gedanke aufdrängen, der Dichter habe in dieser Tragödie das dem vornehmen Sinn seiner Zeit gemäße Problem der heroischen Tendenz vom Grunde aus behandeln wollen, nach Art wie Abart, Wert wie Unwert, zumal wenn wir auch seine anderen Werke auf solche seinen Zeitgenossen erbauliche Grundgedanken gestellt sehen, auf die Probleme des Aristokrone Artismus, Nationalismus und Humanismus, von den psychologischen ganz zu schweigen. Nur war er freilich raffinierter Künstler genug, und derlei interessante Tendenzen nicht mit solchem naiven Pathos ins urteilslose Gemüt zu schleudern, wie dem populären Genie Ansatz Schillers beliebte, sondern als finare Menschenkenner sehr oft bis zum Zynismus fein blieb er sich überall bewusst, dass diese geistigen Rätselfragen die Seele umso nachhaltiger fesseln, je unlöslicher sie dem Verstande scheinen, verfädelt unter ein buntes Gewebe von dunklen und hellen, dumpfen und klaren Gefühls- und Sinnestäuschungen. Mag es schon halbwegs echte Verrücktheit sein, wenn man wie Hamlet Wahnsinn heuchelt, so wäre es sicherlich ganzer Irrsinn, wollten wir drum auch dem Dichter zutrauen, er habe sich ebenso selbst betrogen und nicht viel mehr genau gewusst, warum er uns über diesen Zustand seines problematischen Prinzen in deutungsvollem Dunkel lässt. Sollte er das nicht einfach gewollt haben, um uns recht sinnfällig anzudeuten, wie durch einen launenhaft unklaren Willen selbst die klarste Vernunft der edelsten Seele in grausige Unvernunft zu entarten droht. Er, wieder die Hand in den Busen steckend, ich sehe, mein Freund, sie verstehen es, eine Sache von vielen Seiten zu nehmen. Und freilich tut es, wie im Leben, so auch in der Kunst unter Umständen gut, wenn man andere über sein Innerstes täuscht. Doch was einem Geist wie Schakspier bewusst war, ohne dass es ihm Schaden tat, könnte minder kräftige Geister behindern, ihre Gefühle wirksam von sich zu geben. Ich, es wäre wohl kein sehr schlimmer Schaden, wenigstens nicht für andere Leute, wenn solche Geister ihre Gefühle ganz und gar für sich behielten. Er, mit ergetztestem Behagen, das war äußerst naiv geurteilt, mein Teurer. Ich, wenn man sieht, wie sogar der simple Homer gegen den naiv-brutalen Achilleus den raffiniert-dollosen Odysseus ausspielt, wie er diesen Kontrast zwischen Intelligenz und Instinkt noch mit allerlei Parallelpersonen durch beide Eben hindurch unterstreicht, vom rasenden Eijakes und weisen Nesta bis zum ochsenhaft rohen Polyphem und hündisch verschlagenen Tersites, von den tolldreisten Lustweibern Helena und Sörse bis zu den sittig klugen Frauen Anderomache und Penelope, kann da irgendein geistvoller Kopf noch glauben, das sei alles bloß aus bewusstlosem Drange so auf gut Glück zusammengedichtet. Er, sichtlich des trockenen Tones satt, credo quia absurdum est. Ich, in der Tat, dieses mystische Mäntelchen um den Busen des gottbegnadeten Sängers rührt wohl noch aus den dunklen Zeiten her, wo sich der Dichter in einer Person mit dem Priester oder König zusammen befand. Da musste der Volksredner, der er war, wohl nur Dülans wohlns darauf bedacht sein, die Menge durch einiges Zauberwesen in ein dumpfes Staunen vor seiner Kunst zu versetzen, war wohl auch selber noch dumpf genug, sich abergläubisch darauf zu bewundern. Er, den Stern auf seiner Brust zart berührend, wie denn auch dieser Orden, Freund, nur eiteltand und blendwerk ist, und bedeutet doch ein höchstwürdiges. Ein barbarischer Putz aus roester Zeit her, und hängt nun als Mahnzeichen zuchtvollen Strebens auf dem Gewande der feinsten Gesittung. Ich, und wenn denn die löblich-gläubige Menschheit nicht ohne etlichen Huckuspuckus auf ihrer Würde bestehen kann, warum dann die seelische Dumfheit vergöttern, warum nicht die geistige Erleuchtung? Als ob unser hochbestrebtes Bewusstsein nicht zum mindesten ebenso rätselhaft, geheimnisvoll und wunderbar wäre, wie das tiefste drangvollste Unbewusste, das uns mit jedem Kohlkopf gemein ist. Als ob nicht dieses erst durch jenes in seiner besonderen Fülle erfasst, ins Eigentümliche durchgebildet, ins Allgemein Wertvolle ausgestaltet, ins menschlich Bedeutsame umgeformt würde. Was hat denn dem Menschen seine Bedeutung vor Tier und Pflanze und Stein erschlossen, wenn nicht die Entwicklung des Bewusstseins, mag sich das nun Vernunft oder Geist, Verstand oder Sinn, Gedanke, Witz, Intellekt, Idee, Reflexion oder Logik taufen? Und zeigt nicht die ganze mannigfache Formenfolge der Lebewesen ein Z-Stufenstreben der Geisteskraft, sich immer wahrnehmbar auszugestalten? Er, bedächtigt den untersten Fragknopf drehend, so meinen sie denn, der naive Impuls sei nur etwa der Pulverkraft vergleichbar, die hinter einem Feuerwerk steckt. Ich, allerdings, ohne Pulver kein Feuerwerk, aber in unverständiger Hand verpufft das Pulver und blendet bloß. Er, in Gedanken den Knopf abdrehend, unter solcher Beleuchtung betrachtet, läuft freilich das löbliche Gerede über den dunklen Drang des Künstlers am Ende auf den Gemeinplatz hinaus, dass eine Schöpferkraft da sein muss, wenn eine Schöpfung werden soll. Ich, auch scheint mir dieser dunkle Drang, wenn anders mich die Erfahrungen aus meinem bewussten Dasein nicht täuschen, in seinem jeweiligen Denkzustand durchaus nicht so holzselig zu sein, wie er sich später in unserem Gedächtnis ausnimmt, das jeden vergangenen Zustand geistig verklärt, sonst würde der Künstler wohl kaum geneigt sein, sich diese Dumpfheit jedes Mal so rasch wie möglich vom Halse zu schaffen. Ich wenigstens fühle mich in der Regel durch solche holde Gedanken Drangsal so unausstehlich bedrückt und befangen, wie der Homunculus in der Retorte oder Helena im Hochzeitsgewand. Er, wieder vollständig aufgeknüpft, steckt lächelnd den Knopf in die Westentasche, es freut mich, teuerster, wie sie das sagen, mit solchem holden Eigensinn. Indessen ist mir doch aufgefallen, dass sie fortwährend in überaus freundlicher, jedoch nicht eben ganz glücklicherweise bei unserem Gespräch darauf bedacht sind, nach Art meiner späteren Schriften zu sprechen, und es war mir von jeher das höchste Vergnügen, wenn sich ein eigenwilliger Geist auch einer eigenen Sprache bediente. Ich, und darf ich dann fragen, Heinrich von Kleist? Er, augenblicks heftigst die Stirn runzelnd, ich sprach vom beherrschten Eigenwillen. Ich, sein Leben mag haltlos gewesen sein, aber wohl nur, weil er alle Kraft an die Selbstbeherrschung als Künstler setzte. Er, voller Zorn auf den Fußboden stampfend, dieser junge Mann war unbedenklich genug, sich dem Dämon in die Arme zu werfen, dem ich selber zeitlebens behutsam auswich. Ich, das hat der Lord Byron auch getan. Und Goethe hat ihn dafür bewundert. Er, herrisch auf meine Tischplatte klopfend, in Byron Warskraft, ihn riss Heldenmut fort, der André erlag seinem mystischen Drang wie ein ungesund schwächliches Frauenzimmer. Ich, er hat uns als dichter Helden enthüllt, an die keine Heldentat Byrons heranreicht. Er, mit noch stärkeren Klopftönen, er hätte euch wohl noch mehr enthüllt, wenn man ihm Mannszucht hätte eintreiben können. Er hatte das Zeug zu einem Schakspiel, wenn er kein Hamlet gewesen wäre. Er strebte nur heldisch, sobald man sein Selbstbewusstsein mit härtisch dem Stachel zum Trotz aufreizte, er war nicht über sein Schicksal erhaben. Ich, er war es immerhin bis zu dem Grade, dass er das alles im Prinzen von Homburg mit klarsteher Erkenntnis dargestellt hat. Er, immer noch mit umwölkter Stirn, und da hatte der Dämon sich erschöpft. Ich, so wäre denn dieser bedeutende Künstler seinen Instinkten allzu naiv gefolgt. Er, mit verteufelter Anerkennung, sie sind wirklich gründlichst raffiniert, werter Freund. Ich, ich bin in der Tat über derlei Dämonen ein wenig durch eigene Erfahrung gewitzigt. Ich wurde in meinen unreifen Jahren von allerlei krampfhaftem Spuk heimgesucht, wie man das fast jedem kraftvollen Geist mit biederem Gruseln als krankhaft nachsagt, und wie ja auch sie, verehrtester Genius, mehrfach von sich selbst berichtet haben. Ich entdeckte jedoch, dass sich diese Visionen, Somnambulismen und Katalepsien immer nur einzustellen pflegten, wenn meine Vernunft nicht bei vollen Kräften war, in Folge von Geldnöten, Katzenjammer, Liebescreme und dergleichen mehr, oder weil ich als naiver Fan meine poetische Fantasie leider oft zu holzselig faul lenzen ließ, also gleichsam wie manhaft anpochende Boten aus einer ratlosen Unterwelt, die über ihr Bestes bewusst werden wollte. Ich habe mir dann durch Selbstbeobachtung, Willensgewöhnung und Kunstausübung all das gespenstisch aufdringliche Wesen nach und nach vom Leibe geschafft, ohne jede medizinische Quacksalberei, und jetzt besuchen mich solche Klopfgeister nur noch, wenn ich sie eigens herbeizitiere. Er, aufgeräumt, zu Befehl, euer Liebten, ich danke für die lange Audienz. Ich, während ich aber in jenen Jahren ein dumpfverdüstererter Jüngling war, dessen Haar sich dunkler und dunkler färbte, und der zumeist nichts weiter tat als sich und André gefühlvoll betrügen, seine Geliebte obenan, bin ich nun, wo ich grau zu werden beginne, wieder so emsig und wohlgemut wie in meiner hellblondlockigen Kindheit. Er, wund ehrlich durch mein Zimmer blickend, da mache ich ihrer jetzt so Frau liebsten mein allerartigstes Kompliment. Ich, ich habe durchaus nicht im Spaß gesprochen. Er, von reinster Beschaulichkeit verklärt, auch ich nicht, verehrte, ganz und gar nicht. Es muss wohl ein jeder kräftige Künstler zu einer zweiten Naivheit erwachsen, die sich zu seiner ersten verhält wie das aufmerksam hingebungsvolle Weib zur unbequemlich kopfscheuen Jungfrau. Wie nun freilich die gewöhnliche Frau nie von ihrer beschränkten Eitelkeit lässt, so verharren auch die meisten Künstler bei ihrer ersten Naivheit und verflachen in eine triviale Manier. Noch um vieles halsstarriger aber benimmt sich die dämonisch okkupierte Natur, die denn auch besser dem Helden ansteht, dem Abenteurer und Volksführer, dem politischen oder religiösen Redner, als dem künstlerisch aufwärts strebenden Dichter, dem freien Eroberer des Lebens, der dem Wandel der Welt wie der eigenen Seele unbefangen will fahren muss, mit einer überlegenen Ruhe. Da wird denn natürlich, um diese Ruhe bis ins drangvolle Innerste auszudehnen, auch die Vernunft je tiefer je stärker manchdüchtiges Wort mit reinreden müssen, und wenn da dem männlich ringenden Geiste noch ein vernünftiges Weib beispringt und ihm gleichsam als ein artiges Vorbild willfähriger Herrschaft zu dienen weiß, da darf man ihm wohl im Ernst gratulieren? Ich, und er darf sich mit heiterem Dank bewusst sein, dass dieser Glückwunsch ins Zentrum des Lebens trifft, und somit auch unseres Kunstgespräches. Er, immer verklärter um sich blickend, wir sprechen wohl einst noch gewisser darüber Ich, doch ist uns schon jetzt zu Bewusstsein gekommen, dass zwar das naive Gemüt die Ex ist, an die auch die genialste Natur mit allen Trieben gebunden bleibt, und deren einer Pol ins Dämonische, der André ins Triviale verläuft, dass aber die geistige Reflexion die formbestimmende Triebkraft ist und umso harmonischer auf die Kulturwelt einwirkt, je energischer der gestaltende Sinn das Tiefste der Persönlichkeit. Auf ein Zentrolls Gleichgewicht ordnet er, geisterhaft in die Höhe wachsend, und rings um ihn kreisen die Himmelsbilder und die Planetensysteme des Heters samt allen Meeren und Inseln des Erdballs Ich, und die Menschheit wird endlich jeglichen Genius so natürlich dankbar entgegennehmen, wie er aus voller Natur sich gibt, auch wenn er nicht erst ein Alter wie Goethe erreicht, sondern jung wie Kleist zu den Vätern dahin muss er, spukhaft aus weiter Ferne lachend, sie sind in der Tat höchst. Naiv, lieber Dämmerl und mit diesen Worten versetzte er mir einen väterlich derben Nasenstüber, der mich aus meiner hypnotischen Situation in jenen bewussteren Zustand zurückboxierte, worin die Dichter zu arbeiten pflegen. Seitdem aber bin ich von allen Skrupeln über das wahrhaft naive Kuriert. Kultur und Rasse ein Gespräch zwischen Künstlern ein deutscher Dichter und ein jüdischer Maler waren einander in Verehrung zugetan, trotz oder wegen ihrer sehr verschiedenen Begabung. Den Maler reizten simple Motive, die er mit räumlich packender Rhythmik in verwickeltem Lichtspiel zu zeigen verstand, der Dichter ließ sich umgekehrt meistens von komplizierten Impulsen anregen, die er bei rhythmisch lebhaftestem Tempo in unvermutet einfachen Zusammenklang zu setzen wusste. Gemeinsam war ihnen also nur, was allen vollkommenen Künstlern gemeinsam ist, ein stark beweglicher Scharfsinn bei gründlicher Gemütsruhe. Das gab dem persönlichen Charakter des Juden eine sprunghafte Schlagfertigkeit, die sich mit Vorliebe hinter der Maske berlinischer Fopperei versteckte, an dem Deutschen dagegen prägte es sich in einer hartnäckigen Spannkraft aus, die sich nach Art des märkischen Landvolkes gern etwas nückeboldig stellte. Als Leute, deren Zeit kostbar war, sahen sie einander nur selten, aber jeder verfolgte des anderen Arbeiten mit angelegentlicher Aufmerksamkeit. Nun hatte der Maler ein Bild ausgestellt, dessen dramatisches Pathos beträchtlich von seiner sonst mehr lyrischen Wirw abstach und infolgedessen viel Kopfschütteln erregte, da konnte der Dichter nicht unterlassen, ihn doch einmal wieder zu besuchen, um ihm für diesen neuen Beweis seiner rastlosen Entwicklungskraft ein respektvolles Kompliment zu sagen. Das Gemälde zeigte ein nacktes Weib von mänardischer Gelenkigkeit, wie es sich auf verwühltem Lager über einem stirnackigen, wollustgeschwächten Kerl hochreckt, in der rechten irgendetwas Blankes wie eine sieghafte Waffe hebend, bis zu den Hüften vom Zwielicht des Morgens und einer Kerzenflamme beglänzt, während sich der schlaftrunkene Mann an ihrem Schoß im Halbschatten wälzt. So nahm sich die Gebärde des Weibes wie ein geschmeidiger Hohn auf die Reukraft aus, wie ein Sieg wachsamer Geistesgegenwart über plump verschlafene Sinnlichkeit, ein fleischgewordener Triumph der raffinierten Intelligenz über den brutalen Instinkt, mit einfachster Wucht in feinste Beleuchtung gerückt. Der Maler hatte das große Werk Judit und Hala Furnies getauft, obwohl es lediglich durch die Idee auf die biblische Legende zurückwies. Kein orientalischer Teppich verlieb reizte das Lager, und die Mähnade konnte nach ihrem Typus irgendeine zigeunernde russische Fürstin oder deutsche Prinzessin sein, der Mann ein x-beliebiger braver Zirkusathlet. Der deutsche Dichter wollte jedoch von diesem Gesichtspunkt nichts merken lassen, sondern sprach vor allem seine Bewunderung auf sich folgende Unterhaltung entspann. Der jüdische Maler, naja, sehr schön. Aber nicht wahr, die Hauptsache ist doch, das Ding hat Rasse von oben bis unten. Der deutsche Dichter, wenn Sie also doch davon sprechen wollen, dann muss ich Ihnen offen gestehen, ich sehe eher etwas allgemeinmenschliches. DJM. Sie sind wohl allgemein übergeschnappt. So was kann doch bloß einer, der Jude ist, machen. DDD? In der Tat bloß einer, nämlich sie. DJM. Na ja, weil ich eben noch voll Blut bin, die anderen sind meistenteils schon alle so ins Allgemeinmenschliche vermanscht. DDD? Ich glaube nicht mehr an das Rassendogma, wenigstens nicht, soweit es seelische Werte und geistige Leistungen begründen soll. Bei den künstlichen Tierrassen ist das von selbst ausgeschlossen, denn die züchtet ja erst der menschliche Geist. Aber auch die natürliche Rasse kann höchstens für körperbauliche Eigenschaften eine Grundbedingung sein, eine neben mancherlei anderen, vielleicht aber gar keine Grundbedingung, sondern immer nur ein Endergebnis aus langen seelischen Sonderbestrebungen einer Gemeinschaft beliebiger Einzelkörper gegen die gefährliche Umwelt, eine Art Schutzmarke auf Gegenseitigkeit, die dann wieder neue Arten herbeiführen kann, durch neue Anlässe zur Gemeinschaftsbildung. Wie soll denn durch Rasse, dies allerallgemeinste Merkmal oberflächlicher Unterscheidung, die künstlerische Begabung erklärt werden, die allereigentümlichste Sonderlichkeit, die nur von den gründlichsten Kennern geistiger Werte vollkommen erkannt und gewürdigt wird, gleich viel von welchem Rassekörper. DJM. Sie haben sich da, ne lange Strippe von Geist und Seele zusammen gedreht. Aber ich will Ihnen mal was sagen, ganz einfach, ohne Textilapparat, dumm muss der Künstler sein, dumm und geil. Und das kann bloß ein Rassekerl. Ich meine, so richtig dumm und geil, cum cräne hussalis, wissen Sie. DDD. Und wahnsinnig. Gleichfalls cum cräne hussalis. DJM. Und ein Frechdachs. Sie wollen mich wohl üzen, Verehrter. DDD. Ich wollte Ihrer gesalzenen Weisheit bloß einen Rassepsychologischen Wink geben, aus welchem Pökelfass sie stammt. Dumm, geil und verrückt, das ist der Künstler, wie er heute bei allen Professoren der höheren Zoologie im Buch steht. DJM. Na, ich meinte natürlich nur, während er Kunst macht. Im Leben kann er der klügste Geschäftsmann und bravste Familienvater sein, je klüger und braver, umso besser für ihn. DDD. Also während er Kunst macht, soll er gewissermaßen seine besseren menschlichen Qualitäten an den Nagel der Theoretik hängen. Ich fürchte nur, dass er dann zugleich seine besseren Rassequalitäten mit Weg hängt. DJM. Na, nu. So plötzlich. Sie haben doch eben ganz deutlich gesagt, sie glauben an solche Qualitäten nicht. DDD. Ich nicht, aber Rasse- Oretiker glauben, dass Familiensinn und Lebensklugheit die besonderen jüdischen Tugenden sind. DJM. Ja natürlich. Was blieb uns denn auch weiter übrig, solange wir im Ghetto hockten DDD und nachdem in aller Herren Ländern aus einigen tollkühnen Nomadenstämmen, die wahrscheinlich auch bereits nur zur Hälfte echte Semiten gewesen sind, allmählich eine brave Sippschaft von allerlei Kriti und Pliti geworden war. DJM. Also Karnikel und Hasenhecke. Na ja, das stimmt, da haben die Antisemiten ganz recht, das ist heute genau solche jüdische Spezialität, wie's auch deutsches Vetter Michel Pack gibt. Aber was hat das speziell mit Kunst zu tun? Die verdolmetscht doch eben das Generelle. Da entpuppt sich das unsemitisch-rassige wieder. DDD merkwürdig nur, dass das alte Volk Israel, solange sein Hauptstamm wirklich noch reinrassig war, das heißt längstens bis etwa zur Zeit Samüles, fast gar keine Kunst hervorgebracht hat, die spärlichen religiösen Psalmen, die vielleicht in die Zeit vor David zurückreichen, sind doch wohl erst embryonische Dichtkunst. DJM. Das war ihnen doch verboten. Siehe Moses, ihr sollt euch kein Bildnis noch Gleichnis machen. DDD. Mir durcht, in einem kunstfähigen Volk hätte solch Verbot gar nicht erst laut werden können. Was meinen sie wohl, was die Griechen gesagt hätten, wäre Söllan ihnen mit sowas gekommen? Das haben sich nicht mal die Deutschen bieten lassen, die doch, solange sie reine Germanen waren, gleichfalls kein nennenswertes Kunstvolk gewesen sind, und dasselbe gilt von den alten Römern. Überhaupt, betrachten sie's mal historisch. Die sogenannte reine Kunst entsteht überall erst in Mischvölkern, also wo mehrere Rassen einander kreuzen und mag man das nun einen günstigen Zufall oder Ergänzung passender Anlagen nennen eine neue zu bilden beginnen. Da tritt dann die Kunst gleichsam vorbildnerisch auf, aus Verlangen nach neuem Menschentum. DJM Mischuge ist Trumpf. Oder sind sie wirklich verrückt? DDD. Ja, ich will wirklich einmal so verrückt sein, die physische Rasse als Element für psychische Phänomene gelten zu lassen. Dann wüsste ich nicht, wo durchaus so einfacher Ursache ein so mannigfach lebensvolles Ding, wie es jedes starke Kunstwerk doch ist, auf natürliche Weise entspringen sollte, es müssten denn mehrere solche Elemente in dem Künstler verbunden sein. Der machtvollste Künstler wäre dann der, in dessen Familie sich nach und nach alle Kulturrassen abgelagert hätten. Aber sie sehen mich ja weiß Gott an, als ob sie mich für irrsinnig hielten. DJM Nein, dichten sie nur ruhig so weiter. Ich habe mir bloß ihr Gesicht angesehen. Ich werde mal fix, ne Skizze von machen, sie sehen ganz apart aus, wenn sie so dichten. Und das mit der Rassenablagerung, das kann ja auf ihr Gesicht ganz gut stimmen. DDD Aha, sie meinen, ich rede Prodöhmehöh. DJM Na, ich habe neulich mal wo gelesen, sie sollen ja so ne Art Slave sein, auswendig Buchholz oder so her. DDD Da könnte ich Ihnen nun leicht beweisen, dass ich ein waschechter Deutscher bin, bis ins 17. Jahrhundert zurück. Meine väterlichen Vorfahren waren niederschlesische Handwerker, ein Paar Schmiede, ein Zimmermeister, ein Seiler, ein Tierarzt und ein Laborahnt, meine mütterlichen teils märkische Bauern, teils thüringische Beamten und Fabrikanten, mit einem rheinischen Nebenzweig. Die Familiennamen haben in allen Linien den sogenannten reinen Klang, außer meinem eigenen deutschstämmligen Namen noch Vlies Schmidt, Hillmann, Weidner, Zahn, Öme, Eule und Ille. Nur in dritter Linie, von Vaters Seite, kommt der slawisch klingende Name Josh vor, doch ist er wahrscheinlich aus deutschem Georg oder Jörgiv vertschechisiert, oder vielleicht aus französischem George verdeutscht. Ich könnte mich also vor jedem Teutobold mindestens ebenso gut als Germanen aufspielen, wie man Luthers böhmachisches Gesicht oder Bismarcks wendischen Rundschädel ins Germanische umdichten will, bin aber trotzdem überzeugt, dass ich wie mehr oder weniger jeder Deutsche seit der Völkerwanderung nicht bloß slawisches und keltisches, sondern wahrscheinlich auch romanisches und vielleicht sogar mongolisches Blut in meinen Werten Adern beherberge. DJM Da säße ich also damit Talent, als so ein kümmerliches semitisches Inzuchtgewächs. DDD Ja, wenn Sie wirklich ein echter Hebräer wären. DJM Na, hören Sie mal, erlauben Sie mal, ich soll Sie wohl wegen Verleumdung verklagen. Wollen Sie etwa meine leiblichen Urgroßmütter für lauter Herodieser erklären? DDDO Zwei bis drei genügen wohl schon, und wenn Ihre Gatten Herodesse waren, werden Sie's ihnen wohl nicht verdenken. DJM Na, Spaß beiseite. Ihr Schädel wirkt brabürr, Sie sitzen faktisch brillant modell. Sitzen Sie jetzt mal ein bisschen stille. Sehen Sie sich mal derweil meine Augenbrauen und Nasenwurzel und Stirnbogen an. Sehen Sie, sowas, das gibt's nicht bei allgemeinem Mensch-Mansch, das ist ganz aparts Rasse-Produkt. DDD mag schon sein, die Oberstirn scheint mir faulämische Rasse, die Augenknochen spanische. Ihre Familie ist ja wohl zum Teil aus Spanien über Holland gekommen, und der belgische Architekt Van de Veldt hat einen ganz ähnlichen Gesichtsschnitt, obgleich er wahrhaftig kein Jude ist. DJM Nein, wahrhaftig nicht. Aber apart ist er auch. Faktisch, ein ganz famoses Kerl Chen, rassig bis in die Fingerspitzen. Wer weiß, vielleicht ist er doch ein Jude. DDD sagen Sie mal, Sie Rasse-Mensch, Sie haben doch englische Vollblutpferde gemalt. Halten Sie die etwa nicht für rassig? DJM Na, und ob? Ach so, Sie möchten mich wieder döppen. Na aber, das hab ich doch gleich bloß gemeint, da hat sich eben die angelsächsische mit arabisch-türkischer Zucht gekreuzt und schließlich, ne neue Rasse gebildet. Aber seien Sie mal jetzt, ne Sekunde lang stille, mir stimmt was nicht an Ihrer Stirn. Einen Moment bloß, ich werd's gleich haben. Faktisch, ne ganz verflixte Stirne, von vorne breit wien her all die Scherbulle, und im Profil schlankretur wien Lämmergeier. Sie wollen gewiss auch, ne neue Rasse gründen. Bitte, bloß nahme Moment noch, dann bin ich soweit. So, jetzt los auf die Weltgeschichte. Dichten Sie bitte ungeniert weiter. DDD Also Tatsache ist doch folgendes, ob nun im alten Ägypten und Hellas, oder im mittelalterlichen China und Indien, oder im späteren Japan und Persien, oder in der europäischen Renaissance eingerechnet die Vorstufen, byzantinische wie maurische, romanische wie gotische Überall sind die kurzen Epochen höchster künstlerischer Kultur erst dann reinlich hervorgetreten, wenn sich durch Kriegs- oder Handelszüge verschiedene Volksstämme oder Nationen innig miteinander befasst und neue Staats- oder Standesformen, Herrschäfts- oder Gesellschaftsklassen durch Mischheiraten angebahnt hatten. Sogar bei den verschollenen amerikanischen Kulturen ist von der Forschung festgestellt, dass die großen Tempel der Azteken und Inka erst nach langwierigen Eroberungskämpfen zwischen diversen indianischen Rassen entstanden. Und heute, wo sich in Nordamerika aus dem allgemeinen Mensch-Mansch, wie sie zu sagen belieben, eine neue weiße Rasse langsam her ausschält, erst heute zeigen sich dort auch die Anfänge einer spezifischen Yankee-Kunst, recht respektabel bereits in der Poesie und in der profanen Architektur, passabel auch in der Malerei. Nun aber gar das moderne Europa. Woher denn auf einmal seit etwa 50 Jahren die Hochflut aller möglichen neuen oder doch neu sein wollenden Kunstrichtungen, von Skandinavien und Russland bis Frankreich und Spanien? Sollte es bloß ein Zufall sein, was auch hier wieder unverkennbar vorausging, die Durcheinanderwürfelung aller Nationen durch die napoleonischen Kriege, die Entfachresselung internationaler Tendenzen durch Handel, Industrie und Technik, die enorme Steigerung des Völkerverkehrs durch die Eisenbahnen und Andretransportreformen, und zu alledetem noch als wahrer Rassenextrakt eine Fülle nie dagewesener Mischungsversuche durch die Emanzipation der Juden? D.J.M. sieht ja ungeheuer verführerisch aus, ihre Distille von Menschenblut. Aber wissen Sie, Kunstrichtungen, unter uns gesagt, das sind doch wohl eigentlich immer die Künstler. Na, und die Künstler, die Richtung machen, das sind eben die paarurigen Kerls, die sozusagen noch kuscheres Blut genug haben. Sehen Sie sich doch mal selber im Spiegel. Haben, ne richtige deutsche Schusternese. Brauchen mir gar keine Flappe zu machen, Goethe hatte auch solchen Zinken. DDD Und hatte außerdem Augen und Lippen, wie man sie sonst nur an italienischen Frauen sieht DJM Sie, sagen sie das bloß nicht zu laut Sonst steigen ihnen die Deutschen aufs Dach DDD Wie kommt es denn aber, dass die Deutschen, solange sie sozusagen noch kuscheres Blut genug hatten Also längstens bis etwa zur Zeit Karls des Großen Keinen einzigen namhaften Dichter gezeitigt haben Von anderen Künsten gar nicht zu reden Wo doch die Griechen schon vor der geschichtlichen Zeit mit Amphion Eumolpos und Museus Orpheus Homer und Hesiodae paradieren Sind das auch nur fingierte Namen So beweisen sie doch das Volksbedürfnis nach vorbildlichen Kulturpersonen Nämlich die Griechen hatten sich damals schon mit allerhand fremdem Volk gemischt Von Illurien bis Asien und Ägypten Und wie kommt es, dass all die winzigen Rassen Die wir heute noch wirklich rein nennen dürfen Entweder weil sie von Hause aus keine Anlage zur Vermischung hatten Vielleicht auch bloß keine Gelegenheit Oder weil sie erstarrte Mischrassen sind Also die sogenannten wilden Völker Vom Peshae bis zum Eskimo Vom Australneger bis zum kapländischen Buschmann Vom indischen Paria bis zum Sio-Oxindianer Gar kein Kulturgenie im Leibe haben Geschweige hohe Kunstbegabung D.J.M. Na, sie Das liegt doch klar auf der Hand Wo alles die reine Unzucht ist Kann keine reine Zucht daraus werden Natürlich muss mal erst Mischung kommen Damit sich die bessere Rasse selbst auskennen lernt D.D.D. und dann dieselbe reine Unzucht weiter treibt D.J.M. Nein, sie müssen mich nicht für ein Bählam halten Natürlich kapert sie dann allmählich auch die besseren Elemente der anderen Rasse D.D.D.D. Sehr richtig Was ich vorhin schon sagte D.J.M. Nanu Das ist doch nichts Allgemeinmenschliches Allgemeinmenschlich ist leider Gottes Dass sich auch schlechte Elemente mit einmischen D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D seien sie nur friedlich. Ich meinte ja gerade, wenn der VHESCHE-Kuttelmuttel zu doll wird, dann gibt's eben so ein paar bessere Menschen, wie die richtigen Künstler doch wohl sind, und in denen muckt was dagegen auf. Was muckt denn da auf, sie man mit Talent? Doch wohl das Tröpfchen stärkere Rasse, das sie noch irgendwo im Gemächte haben. Das nenne ich Reaktion der Persönlichkeit gegen das Allgemeinmenschliche. Da zeigt sich eben die reine Natur. Dddd schön, immerhin sind wir schon einig darüber, dass man mehrere Rassen im Blut haben muss, damit sich eine davon als die Stärkere fühlen und mit ihrer reinen Natur hervortun kann. Aber nun bitte, sagen Sie mal, es ist doch eine sehr seltsame Reaktion, dass zum Beispiel sie in Recht agierter Jude die norddeutsche Landschaft samt ihrem Volksschlag, von Hamburg bis hinter Amsterdam, mit solcher natürlichen Kraft gemalt haben, wie bis jetzt noch kein Holstein, Scher oder frisischer Künstler. Warum hat denn ihre Persönlichkeit, will sagen ihre reine Natur, nicht lieber semitisch reagiert? Und warum hat zum Beispiel der Holländer R.E.M. Brandt so wenig germanisch reagiert, dass er seine Motive und Modelle mit Vorliebe aus dem Judenviertel nahm? D.J.M. Ja wissen Sie, wenn ich ehrlich sein soll, das hab ich mich auch schon manchmal gefragt. Auch warum ich bloß blonde Weiber liebe. Dddd. Das ist nicht so sonderbar, wie es scheint, gerade die sogenannten Kulturrassen sind seit jeher auf Weiberraub ausgegangen, offenbar weil eben nur durch Blutmischung Kultur entwickelt und fortgepflanzt werden kann. Übrigens ist ihre Judit doch dunkelhaarig, wenn auch keineswegs von semitischem Typ D.J.M. Na, solch Biest, das soll man doch eben nicht lieben. Das kann man meint halben Vorhass bewundern. Dddd. Ja, und sehen Sie, mir geht's gerade umgekehrt. Ich stamme aus durchweg blauäugigen und überwiegend blonden Familien und liebe die dunklen jüdischen Frauen. Ich finde bei keiner anderen Art Weib so viel hellen Geist mit seelischer Glut verbunden. Es gibt ja freilich auch da böse Kreuzottern und allerhand gute Gänse und Schäflein, aber die Besseren sind doch geborene HeldInnen, RichterInnen und PriesterInnen, um nicht zu sagen GöttInnen. D.J.M. Sie, jetzt schwärmen Sie aber, weiß der Herrgott, wie ein erotischer Muselmann. Dddd. Oder vielleicht, von christlichem Standpunkt betrachtet, wie ein heroischer Jesuit bloß dass ich keine himmlische Jungfrau, sondern möglichst viel irdische Musterweiber züchten möchte. Und da dürfte ein bisschen Menschenliebe doch vielleicht etwas fruchtbarer sein als der beliebte Rasseninstinkt, der sich meistens doch recht zuchtlos geberdet und in der Regel nur als Vorwand dient, um den gemeinen Menschlichkeiten des Hasses und Nähids nach Willkür zu frönen. D.J.M. Nun, bei Licht besehen, wird wohl jeder Künstler auf die Art Modelle versessen sein, die seinen Instinkt am kräftigsten auf sein Talent hin dirigiert, also aufs rein Persönliche. Dddd. Und seine Fantasie aufs Allgemeinmenschliche, um nicht zu sagen Göttliche. D.J.M. Ach was, Fantasie ist doch keine Kunst. Fantasie ist immer bloß Notbehelf. Dddd. Sie wollen wohl sagen, noch keine Kunst, und auch bloß immer ein Notbehelf. Wie jeder naturelle Impuls bloßer Notbehelf zur Kunstschöpfung ist, zum Beispiel auch der Rasseninstinkt. Kunst ist eben nur als Kulturprodukt schätzbar, und als solches will sie uns seelische Reize, die von Natur stets sehr mannigfaltig und herzundsinneverwirrend sind, in geistig beherrschter Einheit zeigen. D.J.M. Naja, das ist ja wohl selbstverständlich. Aber seien sie mal wieder, en Moment lang stille, sie nickköppen immer, wenn sie reden. Ihre Nase ist doch nicht ganz so einfach, wie sie von vorne besehen aussieht. Von links, das ist ja freilich wahr, ist's, ne richtige brave Schusternese, aber von rechts, da könnte sie ebenso gut einen spanischen Torero zieren, oder, nen polnischen Insurgenten, oder sonst sowas mannichtfaltiges. So, bitte, fantasieren sie weiter. Dddd. Mit der Nase, das wird wohl daran liegen, dass sie nicht mehr ihre natürliche Form hat, sie ist mir mehrmals in meiner Studentenzeit auf der Mensur zerhauen worden. Aber das soll ja wohl ebenfalls ein germanisches Rassemerkmal sein. D.J.M. Sie, nun ulken sie mal gefälligst nicht. Ich bin wirklich gespannt, ob sie leugnen wollen, dass jedes Volk einen eigenen Stil produziert, und den machen doch wohl die einzelnen Künstler, wenn auch jeder daneben noch seine aparte persönliche Manier kultiviert. Übrigens, unter uns gesagt, imponiert mir die primitive Kultur von irgend so nem Kaffernstampf verhältnismäßig Millionen Mal mehr als unser europäischer Knach, Sohn Maori oder Botokode hat im kleinen Finger mehr Stilgefühl, als der ganze Michelangelo mitsamt der Sixtenischen Kapelle. D.D.D. Verhältnismäßig ist das auch meine Meinung, nur taxiere ich, schein's, die Verhältnisse anders. Zunächst ist Volk und Rasse doch wohl zweierlei. Jene Volkshorden, die noch reinrassig sind, haben's leicht, einen reinen Stil zu bewahren, nicht wegen ihrer reinen Rasse, sondern bei ihren beschränkten Bedürfnissen, und weil wie gesagt in reinbleibenden Rassen die Nötigung zur Entwicklung ausbleibt. Lassen Sie solch ein simples Völkchen mit irgendeiner Kulturnation in nähere Berührung kommen, was geschieht? Sofort entsagt es seinem natürlichen Stilgefühl und behängt sich mit importiertem Tand, genau wie der Bauer bei uns mit Stadtkram. Warum denn, trotz allem reinen Instinkt? Doch wohl nur aus der dumpfen Empfindung heraus, dass ihm da, im großen Ganzen genommen, etwas wesentlich Wertvolleres zuteil wird, bloß vermag seine Unbildung nicht zu erkennen, dass es an ihm ein wertloses Einzelnes wird, zu seinem Wesen Unpassendes. Sehr ähnliches aber vollzieht sich auch in den gebildeten Schichten der großen Völker, die wie gesagt durch Rassenmischung und André natürliche Nötigungen in einer fortwährenden Entwicklung ihrer kulturellen Bedürfnisse leben. Da wird gerade selbst das genialste Talent, weil es den geistigen Bedarf seiner Zeit bis in alle Seelengründe begreift, immerfort zwischen überlieferten und erst entstehenden Formtrieben pendeln, wird also wohl niemals im einzelnen Werk ein ganz vollkommenes Gleichgewicht zwischen traditionellem Stil und individueller Manier herstellen. Was soll uns da noch der Aberglaube, dass irgendein besonderer Volksgeist diese fort- und fortwechselnden Stile erzeugt, oder gar eine Extrarassenseele? Gerade die Ornamentik der wilden Rassen zeigt ja sogar in getrennten Erdteilen eine oft auch kenner-täuschende Gleichförmigkeit, und die Stile der Kulturnationen sind nirgends bloß in einem Land, sondern jedes Mal zu gleicher Zeit bei mehreren Völkern Brauch gewesen. Daraus folgt einerseits, Stil entsteht aus einem allgemeinmenschlichen Anpassungstrieb an bestimmte neue Lebensbedingungen, der sich am schnellsten, stärksten und deutlichsten eben immer in den Künstlern regt. Und andererseits, mein verehrter Mitmensch, die stilistische Missgeburt eines Michelangelo ist millionenmal wertvoller für die künftige Menschheit, das heißt geistvoller, seelenvoller, formvoller, als selbst die vollkommenste Tätowierung eines melanesischen Malermeisters. DJM Naja selbstverständlich, alles was recht ist. Aber sagen Sie mal, hab ich Ihnen schon mal meine kleine Sammlung Nanking Porzellan gezeigt. DDD Ja, es sind kostbare Stücke darunter. DJM Wunder Hat auch ein kostbar Stück Geld gekostet. Aber was ich eigentlich sagen wollte, kennen Sie auch alte Delfter Fajangsen? DDD einigermaßen, und nun soll ich wohl eingestehen, der Holländer hab's dem Chinesen nachmachen wollen und wegen seiner Rasse nicht fertig gekriegt. DJM Ach was, Blech Fajangsen ist natürlich kein Porzellan. Aber dass er bei der Nachmacherei ganz was anderes aus den Mustern gemacht hat, was in seiner Art ebenso kostbar ist, und dass nachher, als die Delfter Muster dann in Japan weiter nachgemacht wurden, die Tö was anderes daraus geworden ist, was sagen Sie dazu, Sie deutsche Dichter? DDD Darauf könnte ich erstens erwidern, dass es japanische Ornamente genug gibt, die man für holländische oder chinesische ansprechen würde, wenn man ihren örtlichen Ursprung nicht wüsste oder aus Nebenumständen erjähte. Wie man zum Beispiel auch das Buch Ruth, wenn es nicht in der Bibel stünde und hebräische Nomenklatur an sich trüge, für ein wahres Schatzkästlein altdeutscher Treuhherzigkeit, Rechtschaffenheit und Innigkeit ausgeben dürfte. Und der im Schädelbau sehr germanische Schiller könnte nach seinem gesamten Sprachbau viel eher ein Landsmann von Racine, Rousseau und Victor Hugo sein, als von Hans Sachs, Krim Elshausen und Heinrich von Kleist. Überhaupt, wenn man ohne Vorurteil nachprüft, beruht die ganze Beweismethode der rassendogmatischen Kunstgeschichte auf dem bekannten Fehlschluss Postpropter, oder sogar bloß auf Tautologie. Eine konstant gewordene Verbindung gewisser Eigenschaften benamst man Rasse, und im Handumdrehen wird dann die Benamsung zur innersten Ursache dieser Konstanz und womöglich auch noch der Eigenschaften, also etwa wie nach Onkel Bressig die große Armut der kleinen Leute von der großen Poverte herkommt. DJM Dadurch wird aber die Konstanz doch bestätigt, die Tatsache des Rassencharakters. Freilich gibt's überall Ausnahmen, die beweisen aber bekanntlich die Regel. DDD Wenn sie nicht etwa auf anderweite, minder bekannte Regeln hinweisen. Und deswegen möchte ich zweitens einwenden, weil Feierenz natürlich kein Porzellan ist, und weil der menschliche Kunstsinn aus zweierlei Stoff natürlich auch zweierlei Formen entwickelt, deswegen hat sich den Delfter Töpfer meistern trotz ihrer asiatischen Vorbilder schließlich von selbst ein neuer Stil aufgedrängt. Aber nicht bloß deswegen allein, sondern jetzt will ich drittens gern zugeben, wenn ich auch nicht an einen beständigen Volksgeist aufgrund einer Rassenseele glaube, so doch an bestimmte zeitweilige Volksbedürfnisse, die sich auf die verschiedensten Ursachen, ideelle wie materielle, zurückführen lassen, zum Beispiel moralische, religiöse, politische, ökonomische, klimatische, territoriale. Es wird noch viel zu wenig beachtet, und selbst Tinne hat es nicht bis zu Ende gedacht, was Himmel und Erde, Luft und Licht, Landschaft und Witterung, Arbeit und Müßiggang, Reichtum und Armut, Freiheit und Knechtschaft aus der Menschenseele machen. Man verpflanze ein paar Millionen Briten nach Spanien und pferche sie in die katholische Kirche, und in einhundert Jahren schon wird ihr Rassecharakter bis zur Unkenntlichkeit verwandelt sein, Denn, die Assyrer, Babylonier und Römer haben ja diese Art Politik an den Juden recht gründlich praktiziert. Aber auch im Gebiet seiner Heimat verändert der Mensch fortwährend den Erdboden, und der Boden rückwirkend ihn, wo einst Urwald war, ist heut Gartenland, oder wo Gärten waren, Wüste. Das geht freilich beträchtlich langsamer vor sich, als die seltene plötzliche Volksübersiedlung in ein ganz neues Wohngebiet, und da auf beständigem Heimatsboden auch die kulturelle Tradition beständiger bleibt, daher scheint das jeweilige Volksbedürfnis den Zeitgenossen so wunderbar urwüchsig, als stamme es von einem besonderen, durchs Blut vererbten Rasseninstinkt. So mag denn mancher Stil in der Tat, obgleich auch er nur dem menschlichen Anpassungstrieb einiger weniger Künstler entsprang, einem alten Volksbedürfnis entsprechen. Ich sage absichtlich, mancher Stil, das heißt durchaus nicht all und jeder, der nachträglich eine populäre oder nationale Geltung erlangt. Denn in dem Kunstbedarf der Kulturnationen sind zwei sehr verschiedene Arten Kunst begehrt, da ist einerseits die große Masse aber ich glaube, ich langweile sie. DJMO bitte, wieso denn? Ich male ja. Und ihr Mund sieht allemal sehr forsch aus, wenn sie sich so für die Menschheit aufregen. Sie sollen mal sehen, ihr Porträt wird gut. DDD Also einerseits, wollte ich sagen, die große Masse der allgemeinen Gebrauchsgegenstände, vom kleinsten Topf bis zum ganzen Wohnhaus, deren Formung unterliegt in der Tat mit ziemlicher Dauerhaftigkeit der populären Tradition. Und weil hier die Form ganz überwiegend von körperlichen Bedürfnissen abhängt, so mag dabei auch die physische Rasse einigermaßen merklich mitwirken, wenigstens in reinrassigen Völkern, oder wo vielleicht eine ältere Mischrasse noch die Oberhand hat über jüngeres Mischvolk, wie zum Beispiel in Russland und in Teilen von China. Ich freilich möchte auch das bezweifeln, denn wenn wirklich irgendeine Art Form Trieb auf spezifischem Rassetalent beruhte, dann wäre völlig unbegreiflich, wieso dieser Trieb in manchem Volk abstirbt, trotzdem die Rasse im Volke noch fortlebt. Wie kurzlebig war die Kultur der Hellenen, und doch gibt es heute noch griechische Bauern genug, deren Körperbau ganz den antiken Typ hat. DJ Mblos leider mit türkischem Blut verkleistet. Und schließlich wird jeder mal altersschwach. DDD Das sagt man ja freilich auch Völkern nach, und es würde vielleicht sogar ganz vernünftig sein, wenn wirklich jeder Grieche von heute schon als Kreis aus dem Mutterleib käme. Aber dem Rassenelement soll doch seelische Urkraft inne wohnen, und seit wann werden Urkräfte altersschwach? Der Kunsttrieb in einem Tizian ist erst zugleich mit ihm selber gestorben. Er hat mit 99 Jahren gewiss nicht mehr wie als Jüngling gemalt, aber gemalt hat er bis zuletzt. DJ M Ja gewiss. Sehen Sie wohl. Was hab ich gesagt? Der war eben nicht vermuselmanscht. DDD Na, wer weiß. Venedig lag nicht so weit von den Harems. Und er soll ja, unter uns gesagt, ein halb Dutzend Gattinnen tot geliebt haben, mehr dürfte wohl auch kein Türke leisten. Doch Spaß beiseite, und Schutt auf die Griechen. Aber die Araber und die Perser, die noch bis in die Renaissance hinein selbstständige Kulturformen schufen und sich seitdem nicht mehr so reichlich wie früher mit anderen Rassen gekreuzt haben, sind heute gleichfalls barbarisiert. Es sind wirtschaftlich verlotterte Völker, infolge der Unzulänglichkeit ihrer humanen Ideale, denn die recht sich stets auch sozialpolitisch. Solche Völker vermögen dann nicht einmal in den gewöhnlichsten Kunstgewerben ihre stilistische Tradition auf alter Höhe zu erhalten, geschweige, dass sie die Andreat-Kunst, die aus rein seelischen Bedürfnissen stammt, noch irgendwie schöpferisch betreiben. Und nun die Hauptsache, diese Andreat-Kunst weist wiederum zwei durchaus verschiedene, zwar sinnlich vielfach verbundene, aber geistig ganz gesonderte Spielarten auf, die der Unterhaltung und die der Erhebung. Mag sein, dass die unterhaltenden Künste, die ja die eigentlich populären sind, noch Rückschlüsse auf die Rasse erlauben, zwar kaum des Künstlers, doch vielleicht seiner Kundschaft. Denn auch diese Künste wurzeln noch halb im Gewerbe, vom Volkslied der alten Benkelsänger bis zum modernen Familienroman, vom Nationaltanz bis zur Salongakrobatik, vom Rüppelspiel bis zum Ersamenrührstück, vom ungeschlachten Jahrmarktsbild bis zum allerleckersten Esszimmerstillleben. Sie hängen direkt vom Bedürfnis des Alltags ab, sie betreiben den Zeitvertreib als Geschäft, sie behandeln das sinnliche Leben als Selbstzweck, sie müssen gemeinverständlich sein, sie zielen mit einfachsten geistigen Reizen auf körperliche Erregungen, auf Augenweide und Ohrenschmaus, auf Zwerchfell und Tränendrüsenkitzel, auf Herz und Nieren und Rückenmarksgruseln, also wird ihre Form wohl auch zum Teil von denselben Naturkräften mitbestimmt, die dem menschlichen Körper den groben Stempel einer beständigen Rasse aufdrücken. DJM Na, was anderes hab ich doch niemals behauptet. DDD Nun aber die freieren, reineren Künste, die ich vorhin die Erhebenden nannte, weil sie höher hinaus wollen als das sinnliche Dasein, was hat der Volkskörper damit zu schaffen? Er dient ihnen höchstens als Mittel zum Zweck, hier herrscht ganz und gar nur die Schöpfermacht der begeisterten und begeisternden Seele. Diese Künstler bewerben sich nicht um Volksgunst, sie betreiben das innere Wachstum der Menschheit. Da will der Geist die Nerven des Leibes nicht bloß mit flüchtigen Reizen liebkosen, sondern innigst mit seinem Liebreiz befruchten, bis in die feinsten Gehirnzellenfasern, die kein Vivisektor je auskennen wird, weil immer noch welche nachwachsen werden. Da empfängt die Form kaum noch indirekt von der populären Tradition ihren Stil, denn das Durch- und Durchmaßgebende ist da eben die befreiende Leidenschaft, die neues Menschentum schaffen will, dieselbe göttliche Leidenschaft, aus der auch die religiösen Visionen, die sozialen und nationalen Pantomäe, kurz alle Ideale entspringen. Sie tritt immer zuerst nur im Einzelgeist auf, ist nie und nirgends dem Volk gleich willkommen, muss überall erst im Kampf mit der Welt ihre rätselhafte Kraft erweisen, die an jedem Widerstand wächst und reift. Ja, sie stammt sogar aus dem Widerstand, aus dem Zwiespalt zwischen Mensch und Natur, den die Kultur überbrücken möchte, und der sich im schaffenden Einzelgeist als Konflikt mit den Masseninstinkten auftut. Oder meinen sie etwa, dass ihre Judit, an der sie sich jahrelang abgequält haben, sofort begeisterten Zuspruch fände, wenn ihr verehrliches Publikum aus lauter koscheren Juden bestünde. DJM Gott der Gerechte Dann doch schon lieber aus lauter gemischten ollen Hellenen. DDD Ja, die hättens ihnen erst recht gesteckt, den Phidias wenigstens haben sie wegen Gottlosigkeit aus Athen weggekrault, und der Echylos wurde so kohoniert, dass er ebenfalls ausgewandert ist. Die deutschen Schulmeister sind zwar der gütigen Meinung, dass jeder Spießbürger von Athen ein Zeitgenosse des Pericles war und begeistert in die Tragödie ging, er ging aber hin, weil es Staatspflicht war, weil ihm das Eintrittsgeld ausgezahlt wurde, weil er den berühmten Obolus kriegte, durch den ein paar raffinierte Patrizier die primitive K.R. Messbühne zur sozialpolitischen Anstalt entwickelten. Begeistert war man vielleicht für den Chortanz, für die bacher Antische Sateierposse, für die religiösen Prozessionen, und was sonst noch an festlichem Schaugepränge mit dem Drama seit Alters zusammenhing. Begeistert war man für alle Gymnastik, wie man's heute für Zirkus und Variete ist, oder in Spanien fürs Stiergefecht. Das Volk begeistert sich immer bloß für Panis Erziehert seances von selbst, das war im antiken Athen und Rom ganz wie im modernen Paris und Madrid. Die Plebs will sich einfach delektieren, zwar möglichst variabel, doch immer simpel. Das Erhabene, wenn es nicht altersgrau war, beschmiss der Athenische Bildungsböbel mit genau solchem kritischen Schnutterwitz, wie heute der Berlinische, beweist die aristophanische Passi, die diesen Witz mit genialer Selbstironie in die poetische Sphäre erhob. Die Kunst des geläuterten Menschengeistes, die sich aus instinktiven Konflikten zu ästhetischen Harmonien hinaufringt, liegt ursprünglich stets nur im Bedürfnis komplizierter Persönlichkeiten, schon dem Wesen der Motive nach, sie wird überall erst durch die Liebhaber dem Volksgeschmack allmählich vermittelt, und mit gründlichem Erfolg nur dann, wenn die Vermittler zur herrschenden Klasse gehören oder sonst wie in Amt und Würden sitzen, zum Beispiel auf dem Schulmeisterthron. An ihrer Judit hat sich's ja deutlich gezeigt, wer sieht denn da heute das geistige Pathos hinter der sinnlichen Atheiteüde. Selbst der gebildete Durchschnittskenner hat einstweilen noch keine leise Ahnung von dem allgemeinmenschlichen Wert dieser Gäste, er besieht sich den naturalistischen Akt. DJM Ist mir ja ungemein schmeichelhaft alles, aber eigentlich muss ich ehrlich bekennen, ich hatte selber noch keine Ahnung davon. Ich denke beim Malen an nichts Allgemeines, ich will immer was ganz Besonderes machen. Sie sehen doch, ich zeichne hier ihre Visage, und sie reden das Blaue vom Himmel herunter. Kommt mir ja alles sehr gottvoll vor, und mein sogenannter Menschengeist denkt sich ja auch allerlei dabei, aber bilden sie sich nun faktisch ein, davon soll was auf ihr Porträt abfärben. Ich sage ihnen, die Sorte Geist hat mir noch keinen Bleistiftstrich machen helfen. DDD Sie scheinen das sehr genau zu wissen, aber ihre Kolenzskizze da würde doch vielleicht etwas anders ausfallen, wenn ich hier stumm wie ein Fakir säße oder tragische Verse deklamierte. DJM Alles was recht ist, sie töppen mich wirklich gut. DDD Man weiß nämlich nachträglich nie so genau, was man bei jedem Bleistiftstrich denkt. Ich habe sie übrigens im Verdacht, sie legen's drauf an, sich töppen zu lassen, dann wäre also ich der Gedenköpte. DJM Ja, eigentlich geht's ja auf keine Kuhhaut, was einem beim Malen so durch den Krebs geht. Ich hab's auch wahrhaftig schon immer gesagt, ich pfeif aufs Geschäft, ich bin Idealist. DDD Das ist wohl schließlich jeder Künstler, und sogar jeder echte Kunsthandwerker, auch wenn er nicht so laut pfeifen kann. Und das allein schon beweist zur Genüge, wie wenig im Grunde das Talent mit einer bestimmten Rasse zu tun hat. Der Rasseninstinkt, wenn er ehrlich ist, hat ja nicht das mindeste Interesse an irgendeinem Ideal, das über die Reinrassigkeit hinausgeht, das ist ihm ja geradezu gefährlich. Selbst schon das nationale Ideal, das sich vielleicht noch am ehesten auf primitive Instinkte stützt, muss seinem politischen Wesen nach von Hause aus darauf bedacht sein, sich mit mehreren Rassen abzufinden, denn es gibt kein einziges Staatsgebilde, dessen Volkskörper nicht aus wenigstens zwei verschiedenen Stammvölkern aufgebaut ist, aus Eroberern und Unterworfenen. Und nun gar die humaneren Ideale, die entstehen doch eben aus der Sehnsucht, uns über die rohen Zwangsgewalten der Naturinstinkte hinwegzusetzen, und diese Sehnsucht stag schon im simpelsten Schnörkel, mit dem der Urmensch an seinem Beilgriff oder am Rand seines Trinkgefäßes den Zweck der Notdurft verkleidete. Wenn man also unseren höchsten Kulturprodukten wirklich noch Rassenelemente als Formkräfte unterlegen wollte, dann könnten es immer nur Mischungsverhältnisse sein, die gerade den harmonischen Stil in die originale Manier hineinbrächten. Denn nur aus vielfachen Blutmischungen ließe sich allenfalls die Zeugung jener komplizierten Temperamente erklären, die überhaupt das Bedürfnis empfinden, die Dissonanzen, Kontraste und Konflikte ihres persönlichen Seelenlebens um der Menschheit willen zu harmonisieren. Das gilt sogar von dem populärsten, dem ökonomischen Idealismus, den man heute speziell den Sozialen nennt, auch dessen Formen und Reformen sind ursprünglich immer nur Hirngespinste von einigen wenigen Menschenfreunden, die das Volk bekanntlich zu kreuzigen pflegt, bevor es sie vergöttern lernt. Und wer hat denn die nationale Idee, die von Bismarcks Gnaden realisiert und dann von seinen Kreaturen zur patriotischen Phrase verpöbelt wurde, dem deutschen Michel eingetrichtert? Etliche edle Brauseköpfe des europäischen Völkerfrühlings, ein paar Poeten, Philosophen und Legislatoren, durch den Tyrannen Bonaparte zu glühender Freiheitsliebe erregt, die von den hohen Obrigkeiten so rasch wie möglich abgekühlt wurde, während der sogenannte Volksgeist von selber kalte Füße kriegte. Lesen Sie nur nach, wie die Kleist und Arndt, die Fichte und Schleiermacher, die Jan und Görres ihre Hoffnungen auf Deutschland zu Krab betrugen, wie die Scharnhorst und Kneisnau und Tank ernteten, wie selbst der Freiherr vom Stein und Pellüscher um den Sinn ihrer Taten betrogen wurden. Oder wenn Sie noch mehr Beweise wünschen, DJM Nein, Gott soll schützen, ich schwitze schon. Und überhaupt, ich bin nämlich fertig. Die Skizze ist wirklich gut geworden. Wenn Sie erlauben, möchte ich jetzt einpacken. DDD Na, darf man sie denn nicht erst mal sehen? DJM Ja, wenn sie fertig ist, wissen Sie. Ich wollte bloß sagen, für heut bin ich fertig. Wenn Sie wieder mal herkommen, mach ich sie weiter. Sie ist wirklich nicht schlecht, Sie können mir's glauben. Na, wenn's sein muss, bitte, treten Sie näher. DDD Da scheint unsere Disputation aber doch etwas heftig abgefärbt zu haben. Ich sehe ja aus Wien Federvieh, dass ihr Teckel zwischen den Zähnen gehabt hat. Aber ich sag's ja, schließlich bin ich der Gedenköbte. DJM Ja, nicht wahr. Da merkt selbst, NK für die Rassenmischung. Man kann es auch von weiter weg besehen. Ist, ne Nummer, wie Sie im Zirkus sagen, der reine Kraftmelangeakt. DDD Mir durcht aber, mehr Melange als Kraft. Sie wollen's wohl in den Papierkorb packen. DJM Was? Wieso denn? Sie sind wohl nicht von hier, mein Herr. Das verkauf ich an irgendein Museum. Sie sollen mal sehen, Sie deutsche Dichter, wenn Sie erst in der Nationalgalerie hängen. DDD Nein, im Ernst, die Skizze scheint mir wirklich missglückt. Sie haben zu viel an mein Geschwätz gedacht. DJM Ach ja richtig, Sie sind ja nicht fürs Nationale. Und nun denken Sie einfach, ich mache Spaß, weil Sie meinen, ich sei ein Franzosen Schüler. DDD So einfach pflege ich nicht zu denken. DJM Na, oder ein allgemeinmenschlicher Jude. Ich habe doch ziemlich deutlich gehört, dass Sie aufs Nationale pfeifen. DDD Da haben Sie ziemlich vorbeigehört. DJM Nanu Sie haben doch deutlich gesagt, DDD, dass die Nation keine Kunst erzeugt. Damit ist doch aber durchaus nicht geleugnet, dass die Kunst nationalen Charakter annehmen kann. Selbst der weiseste Künstler bleibt der Nahe seines Mitgefühls. DJM Die Logik ist mir etwas zu kringlich. DDD Nun, es ist doch dieselbe Leidenschaft, dieselbe schöpferische Begierde, derselbe göttliche Sinn oder Wahnsinn, woher die Menschen naturkulturelle Ideen und die Volksmasse nationale Tendenzen empfängt, überhaupt alle irgendwie universalen Illusionen und Panthasmen. Es ist immer wieder die ewig gleiche, ungleiches Einende Einbildungskraft, die auch im Kunstwerk dem Einzelwesen harmonischen Allgemeinwert verleiht, nur die Interessenssphären liegen verschieden. Warum sollten sich die aber nicht berühren können und unter Umständen miteinander verbinden? Vielleicht ist sogar zu gewissen Zeiten die eine der anderen Not-Helferin. Wenigstens zeigt die Geschichte der Menschheit, dass immer, wenn in den ruhigsten Völkern neue humane Ideale entstehen, dass dann zugleich auch die Nationalen am ungestümsten aufbegehren, womit ich natürlich nichts sagen will, dass das nun ewig so bleiben muss. DJM Und da denken sie also, die beiden Aale verwickeln sich so mit den Schwänzen zusammen, dass der Mensch die göttliche Sehnsucht kriegt, einen einzigen Aal daraus zu fantasieren. DDD nein, so verwickelt denken wahrscheinlich bloß bellend Würmer. DJM Na, wovon kriegt man denn aber den dollen Gieper auf sowas allgemein göttliches? Irgendwovon muss der doch kommen. DDD Ja, da müssten sie mir schon wirklich erlauben das Blaue vom Himmel herunter zu reden. Von der Rasse kann doch wohl lediglich der Gieper auf allgemein tierisches kommen, und von irgend sonst welchen Formationen der irdischen Materie, ob's nun klimatische Ortsumstände oder soziale Zeitumstände sind, werden sie diese ewige Sehnsucht nach harmonischer Umformung der Natur erst recht nicht hinreichend ableiten können. Wenn sich die überhaupt noch logisch ergründen und mechanisch begreifen lässt, dann müssen wir schon den mystischen Äther der Herren Physiker psychisch ausdeuten, unsere Abstammung von der Sonnenmaterie, die rhythmodynamische Struktur der kosmischen Zentralsysteme, die sogenannte Harmonie der Sphären, den Einfluss der schwingenden Sternenwelten auf unser eigenes kleines Gestirn, all die bewegten zeitrischen und planetarischen Konstellationen, die bis in den Erdball hinein vibrieren und sich als wechselnde Innerfationspotenzen, als besillende und begeisternde Kräfte, den Erdbewohnern einverleiben. Oder halten sie's etwa für Aberglauben, dass immer, wenn sich die Menschenwelt zu erhabenen Kraftanstrengungen aufrafft, zu Völkerwanderungen, Staatsumwälzungen, Befreiungskriegen, Entdeckungsfahrten, Glaubenskämpfen und anderen Kulturekstasen, dass dann immer zugleich auch in der Naturwelt gewaltige Katastrophen ausbrechen, Erdbeben, Springfluten, Wirbelstürme, Heuschreckenschwärme, Mikro- bis CHE-Epidemien, vulkanische Eruptionen und dergleichen, begleitet von seltsamen Himmelserscheinungen, ungewöhnlichen Meteoren, Kometen, Nordlichtern, Sonnenfinsternis sehen. DJM Das faktisch so ist, wird's wohl so sein. Es rumort ja auch jetzt wieder allenthalben. DDD Und also wird sich wohl auch kein Künstler, selbst wenn er's mit stärkstem Eigensinn wollte, den jeweils zeitbewegenden Kräften, die sich als Ideale äußern, entziehen oder verschließen können. Und wenn in unserer ebenso stark nationalen wie internationalen Epoche ein schöpferischer Geist auf dem norddeutschen Weltteil mit seiner reichsdeutschen Staatsbürgerhand allgemein menschliche Werte malt, und zwar aus rein malerischer Lust zur Sache, dann ist er nicht bloß ein wertvoller Maler, sondern zugleich, auch wenn er ein Jude ist und in Paris auf die Schule ging, einer der reinsten deutschen Künstler, die sich je in der Nationalgalerie aufhängen ließen. Der jüdische Maler, Na sehen Sie, das freut mich. Und offen gesagt, das hab ich von Ihnen bloß hören wollen. Der deutsche Dichter, Oh meine Ahnung. Ich Michael. Sie Schurke. Das soll wohl heißen, der Moor kann gehen. Der Maler, bloß, er muss versprechen wieder zukommen. Und das nächste Mal, da mal ich ihn besser. Der Dichter, und ich singe ein Loblied aufs Rassige. Die Menschenfreunde Drama in drei Akten Zweite Ausgabe Copyright 1917 Es Fischer, Verlag Personen Christian Wach, ein Multimillionär Justus Wach, sein Vetter, Kriminalkommissar Die alte Anne Wirtschaftsehrin bei Christian Ein Geheimer Sanitätsrat Ein Oberbürgermeister Ein Oberregierungsrat Ein Regierungspräsident Ein Minister Alle männlichen Personen treten in schwarzem Gehrock auf, die Wirtschaftsehrin in schwarz- und weißer Schwestern tracht. Der Dialog hat langsames Tempo. Zeit Sommer Herbst Winter 1913 Alle drei Akte vormittags Ort Empfangszimmer bei Christian Wach Sehr einfach ausgestattet, fast dürftig, mit altmodischen Möbeln. Nirgends Spiegel noch Bilder, nur in der Mitte der Hintergrundwand, über einem halbhohen Bücherbord, hängt das Porträt einer älteren Dame mit hageren Zügen und auffälligen Augen, lebensgroße verblasste Fotografie. Links im Hintergrund Eingangstür, vorn ein schlichter Kamin mit Standuhr. In der Seitenwand rechts ein Fenster mit verschossenen Vorhängen, daneben ein Lehnstuhl aus dunklem Korbgeflecht und ein kleiner Lesetisch. In der Mitte des Zimmers ein größerer runder Tisch mit drei Stühlen aus dunklem Holz. Rechts und links immer vom Zuschauer aus. Erster Akt Christian Wach Sitzt lesend am Fenster Von der Vormittagssonne beglänzt Also auch der Gallnergü hat seine Milliarde mit Menschenschinderei erworben ehe er Millionen verschenken konnte, nickt vor sich hin und klappt das Buch zu Schau ehrlich Die alte Anne Tritt ins Zimmer Einen hellroten Rosenstrauß in der einen Hand In der anderen eine weiße Serviette und schlichte blaue Glasvase So, Herr Christian, wenn Sie auch schelten, ich gratuliere zum 50. Geburtstag. Kostet nur 30 Penning bitte, der ganze Markt war voll Bauernrosen, ich konnt der Sommerfreude nit widerstehen und dem erquickenden Geruch. Sie legt die Serviette auf den Tisch, setzt die Vase mit dem Strauß darauf. Nun machen Sie mal ein helles Gesicht, wie sich's gehört zu den schönen Blumen und dem Geburtstagssonnenschein. Christian ist aufgestanden und hat das Buch in den Wandbord gestellt, ich danke dir, Anne, du meinst es gut, aber du weißt, mich peinigt solche Verschwendung. Für die 30 Pfennige hättest du besser einem Bettelkind etwas zu essen gekauft. Anne ja, das hätt sich wohl mehr gefreut als sie. Ach, Herr Christian, geb Ihnen Gott ein bisschen Kindersinn zurück. Dann würden Sie bald auch wieder gesund werden. Christian, unruhig hin und her, Kopf gesenkt, Hände auf dem Rücken, in der Erregtheit zuweilen stotternd, aber stets mit Zurückhaltung, la la lass das Gerede, ich bin nicht krank, ich spüre bloß, dass ich alt werde. Anne, weil Sie nicht auf mich hören, Sie junger Mann. mich drücken meine Jahre nicht, und könnte doch fast Ihre Mutter sein, mit meinen beinahe 66. Nehmen Sie sich ein Kind ins Haus, wenn Sie durchaus keine Frau nehmen wollen. Christian, bist doch auch ledig geblieben, alte Anne. Anne, ich was wissen denn Sie davon? Bloß, dass mich leider keiner heiraten wollt, mit meinem Huckepack aufm Rücken, da hab ich halt Kinder und Kranke gepflegt. Christian, dein Rücken ist nicht viel krummer als meiner. Was siehst du mich wieder so auffällig an? Anne, ja, nehm ihnen Gott ihren Huckepack von der Seele. Christian, heftig, la la lass mich in Ruhe mit deinem Gott. Sich bezwingend, sein Reich ist nicht von dieser Welt. Nach dem Porträt hinüber deutend, geh, stell den Strauß da auf den Sims. Anne was? Meine Rosen da unter das Bild. Christian, geh, tu mir die Liebe, ich bitte dich. Anne, neun Jahre liegt sie nun unter der Erde, und immer noch spukt sie ihnen im Hirn, als hätten sie Angst vor ihrem geizigen Blick. Das ist Janareit, Herr Christian. Christian, nein, das ist Dankbarkeit. Anne, versteh doch, du weißt, ich habe seit Tante Brigittens Tee tot über das menschliche Elend nachdenken lernen, und wenn ich nun die V vielen Millionen, die sie mir hinterlassen hat, nicht gerade in ihrem sparsamen Sinne verwende. Anne Gott sei Dank Christian, dann muss ich ihr doch tatsächlich im Stillen gewissermaßen Abbitte leisten, sozusagen als ihr Schaar schuldiger, wie's im Wahaha Hatterunze heißt. Anne spotten sie nicht, Herr Christian. Und meinen Rosenstrauß stell ich nicht dahin über. Hab ihn auch gar nicht bloß ihnen zulieb gekauft. Wenn nachher die Herren gratulieren kommen, Christian, was soll das heißen? Ich hab dir ausdrücklich gesagt, dass du niemand vorlassen sollst. Anne doch nur die Herren von der Regierung, die kann man doch nicht vor den Kopf stoßen. Und dann muss es hier doch ein bisschen freundlich aussehen. Auch ein Fläschchen Türkeiö hab ich noch mitgebracht, man muss doch ein Gläschen Wein anbieten. Christian, mit dem Fuß auf Stampfend, du wirst mich weh wirklich noch krank machen, Anne. Du trägst die Fafafalasche zum Krämer zurück. Da Anne Mine zum Widerspruch macht, du trägst sie zurück. Ich will's, sag ich dir. Anne, wenn ich sie damit beruhigen kann. Christian, wieder durchs Zimmer wandernd, wenn ich mir selber keinen Wehwein spendiere, bin ich dem Bürgermeister auch keinen schuldig. Kannst die Flasche aber für dich da behalten. Hast wenig genug vom Leben bei mir. Anne, ihr gutes Herz in Ehren, Herr Christian, ich hab noch nichts entbehrt bei ihnen. Aber trotz all ihrer Wohltätigkeit, manchmal scheint's fast, die selige Tante hat ihnen auch was von ihrem Geiz vererbt. Christian scheint's fast. Haar hat sie. Was scheint dir denn sonst noch? Anne, wenn ich denk, wie sie früher mit Teil Zähm waren. Der Herr Sanitätsrat ist auch der Meinung, wenn sie ab und zu ein Gläschen sich gönnen wollten, das wird sie wieder umgänglich machen. Auf die Bibliothek weisend, ihre Bücher machen sie bloß immer menschenscheuer, sie sprechen ja manchmal tagelang kein überflüssiges Wörtchen mehr. Christian, also meine einzige Freude gönnst du mir nicht, die ellletzte, die ich mir noch erlaube. Anne aber nein, wie sie reden, ich mein doch bloß, sie holen sich keine Freude daraus. Über Büchern lässt man den Kopf hängen, man holt sich bloß seine eigenen Grillen daraus. Christian, wieder aufstampfend, schweig. Schweig, sag, ich dir, ich hab genug. Ich hab mir das LL längst schon selber gesagt, ich werde morgen die Bücher verkaufen. Anne aber liebster, bester Herr Christian. Christian ich werd's, sag ich dir? Anne ja ja doch, gewiss doch. Aber bitte, lieber Herr Christian, quälen Sie nicht mich dumme Person, nehmen Sie mir zuliebe Ruhe an. Kommen Sie, setzen Sie sich in den Lehnstuhl, rennen Sie nicht so herum immer fort. Glauben Sie mir, ich kenn Ihre Nerven, wozu war ich denn Krankenschwester? Christian du sollst mich nicht so a ansehen, Anne. Anne kommen Sie, seien Sie nicht so verbiestert, der Herr Sanitätsrat hält's auch nicht für gut, nötigt ihn währenddem in den Korbstuhl. So, jetzt hole ich Ihnen ein Buch, draußen elektrisches Klingelzeichen. O Schad, da sind die Herren wohl schon, nehmen Sie Ruhe an, Herr Christian, ab nach links, Christian, allein, schauerliche Komödie, Anne, lässt zwei Herren eintreten, bitte, Herr Oberbürgermeister, bitte, Herr Oberregierungsrat, dann wieder ab. Christian wach, hat sich erhoben, weist auf die Stühle am Mitteltisch, willkommen, meine Herren, nehmen Sie Platz, was verschafft mir die ungewöhnliche Ehre? Bürgermeister, stehenbleibend, die Ehre liegt ganz auf unserer Seite, verehrter Herr Kommerzienrat. Regierungsrat, Regierungsrat, ebenso, heute tatsächlich auf unserer Seite, tatsächlich, Herr Kommerzienrat. Bürgermeister, ich habe den angenehmen Auftrag, Ihnen im Namen der Bürgerschaft und der übergeordneten Ratspersonen die ergebensten aufrichtigsten Glückwünsche zu Ihrem 50. Jahrestag auszusprechen, in der festen Hoffnung, dass es Ihnen, hoch zuverirrender Herr Kommerzienrat, noch jahrzehntelang beschieden sein werde, Ihre gemeinnützige Gesinnung mit unverminderter Kraft zu betätigen, und um die Dankbarkeit öffentlich kundzutun, mit der wir zu dem selbstlosen Menschenfreund aufblicken, Christian wachzuckt merklich zusammen, stützt sich auf die Stuhllehne rechts des Tisches, zu dem Stifter so vieler Wohlfahrts- und Bildungsanstalten, haben wir einstimmig beschlossen, sie am heutigen Tage zum Ehrenbürger unserer Haupt- und Residenzstadt zu ernennen. In Rücksicht aber auf Ihre bekannte Abneigung gegen persönliche Celebrationen, glaubten wir Abstand nehmen zu sollen von den üblichen Förmlichkeiten, und ich erlaube mir deshalb, die Ernennungsurkunde hiermit in denkbar einfachster Form zu Ihren Händen gelangen zu lassen. Er überreicht ihm eine Rolle und schüttelt ihm gewichtig die Rechte. Regierungsrat im Namen nicht nur der Regierungsorgane, sondern auch seiner königlichen Hoheit des Großherzogs, darf ich Sie, Herr Kommerzienrat, als erster zu dieser Ernennung beglückwünschen. Seine königliche Hoheit haben zugleich geruht, ihnen in Anerkennung ihrer Verdienste um das allgemeine Wohl den Kronenorden der obersten Klasse mit der Kette zu verleihen. Sie wissen, wie viel Aufmerksamkeit unser gnädiger Herr den sozialen Bestrebungen widmet, und dass es mehr als eine Förmlichkeit ist, wenn jemand in unserem Staatswesen einen solchen Ansporn zu weiterer Betätigung seiner Menschenfreundlichkeit empfängt. Er überreicht ihm ein Kästchen und verneigt sich. Christian Wach meine Herren, ich danke untertänigst. Ich fühle mich in Wahrheit beschämt und bebitte es als einen Beweis meiner Ergriffenheit anzusehen, wenn ich diese huhuhultvollen Ehrenzeichen vor dem Bilde derjenigen Person Niet erlege, auf deren wirtschaftliche Tüchtigkeit ich meine sogenannten Verdienste zurückführen muss, er legt beides auf den Bücherbord unter das Porträt. M.M. Menschenfreunde sind wir wohl alle nur, soweit es unsere Selbstsucht zulässt, und was bedeutet ein bisschen Wohltäter-Ei in der ungeheuren Wehwüste des menschlichen Elends? Sie hat höchstens den Wert eines Grashelmchens, an das sich die Hoffnung klammern kann, dass mehr H-H-Halme nachwachsen werden. Regierungsrat also ein vorbildlicher Wert, der immer weiter und höher zunehmen kann, und somit der höchsten Beachtung aller strebsamen würdig. Christian Wach sich wieder auf die Stuhllehne stützend, ich verstehe, Herr Oberregierungsrat und das wird mir ein Ansporn, wie Sie gütigst sagten, zu weiterer BTT-Tätigung sein, obgleich die unverminderte Kraft, von der Sie, Herr Oberbürgermeister, mit Ihrer bekannten Freundlichkeit sprachen, leider an die selbstsüchtigen Schranken meiner angegriffenen NN-Nerven gebunden ist. Bitte, wollen wir uns nicht setzen? Bürgermeister in Rücksicht auf Ihre werte Gesundheit möchte ich meinerseits vorziehen, mich jetzt ergebens zu empfehlen, nicht ohne dem herzlichen Wunsche Ausdruck zu geben, dass es Ihnen bald wieder vergönnt sein möge, an den geselligen Freuden Ihrer Mitbürger einigermaßen teilzunehmen. Ich habe im Anschluss an die Sitzung, in der wir Ihre Ehrung beschlossen, die Gelegenheit wahrgenommen, einen neuen Verein zu gründen, der alle wohlgesinnten Elemente unserer strebsamen Landeshauptstadt allmählich konsolidieren soll, die Gesellschaft der Menschenfreunde. Ich gebe mich der Hoffnung hin, auch Sie, verehrter Herr Ehrenbürger, demnächst als Mitglied begrüßen zu dürfen. Christian Wach außerordentlich schmeichelhaft. Aber verzeihen, Herr Oberbürgermeister, meine N-Nerven erlauben mir wirklich nicht, an solchen m-menschenfreundlichen Sitzungen mit der nötigen Ausdauer teilzunehmen. Bürgermeister nun, wenn auch nicht im Augenblick, es wird uns jederzeit aufrichtig freuen, einen so würdigen Mitbürger in unserem Bunde willkommen zu heißen. Und deshalb bleibt es mein inniger Wunsch, der allseits mitempfunden wird, ihre baldige Wiederherstellung im engeren Kreise feiern zu können. Er schüttelt ihm abermals die Hand. Regierungsrat Ich schließe mich diesem Wunsche an, unbeschadet der hohen Achtung, die ihre stoischen Lebensgrundsätze jedem eifrigen Staatsbürger abnötigen. Er verneigt sich. Christian Wach, die Herren zur Tür geleitend, ich danke ebenso aufrichtig, meine Herren, und wiederhole die ährebebittige Bitte, auch bei den zuständigen Stellen meinen Dank auszurichten. Ich werde wie gesagt bestrebt sein, mich in der allseits gewünschten Weise nach wie vor zu bitte hei hei hätigen. Er verneigt sich gleichfalls und schließt die Tür hinter ihnen, setzt sich dann matt an den Mitteltisch, grauenhaft, er nickt vor sich hin, blickt zu dem Porträt empor, du rechst dich gut, es klopft, er schrickt auf, die alte Anne, behutsam nähertretend, es ist noch jemand draußen, Herr Christian. Christian was soll das? Untersteh dich nicht, Anne, Verhalten, der Herr Justus. Er wollt sich nicht abweisen lassen. Christian was? Fetter Justus. Der Leute lurt nannt. Anne, wie vorher, ja. Das heißt, er ist doch jetzt Polizeikommissar, sie trennen sich beide prall um, da die Tür aufgeht, Justus wach, tritt gelassen ein, mit einer Aktenmappe unterm Arm, du musst mir schon einmal erlauben, Christian wach, während Anne beklommen hinausgeht und die noch offene Tür wieder schließt, du bist mir natürlich durchaus willkommen, Justus, lächelnd, so. Ich erhebe nicht den Anspruch. Christian nun, dann ist deine Aufrichtigkeit mir willkommen. Offene Arme kannst du wohl nicht erwarten, nachdem du damals unseren Verkehr, unser verwandtschaftliches Bellend, um Geldes Willen zerschnitten hast. Justus meinst du? Aber du erlaubst wohl, dass ich mich setze. Er nimmt Platz auf dem linken Stuhl, legt die Mappe auf den Tisch. Christian aber natürlich, be bitte höflichst. Sich gleichfalls setzend, fühle mich heute auch etwas matt, ein außerordentlich warmer Tag. Justus und obendrein deine Ehrenlast. Alle Zeitungen sind ja wieder des Lobes voll. Wird dir allmählich wohl doch etwas drückend? Christian darf ich lieber fragen, weh was dich zu mir führt. Justus oh, traust du mir also gar nicht zu, dass ich bloß die uneigennützige Absicht habe, dir auch mal wieder zu gratulieren, dem musterhaften Menschenfreund, der mich Schuldenmacher dazu gebracht hat, den schrecklichen bunten Rock auszuziehen und ein nützlicher Mitmensch in Schwarzgrau zu werden. Seine Hand auf die Mappe legend, wirklich, ich habe jetzt allen Grund, der rühmlichen Betätigung deiner nächsten Liebe dankbar zu sein. Christian bitte, lass das, mir sind diese Phrasen peinlich. Justus mein Lieber, ich kenne deine Art Ehrgeiz. Du hast schon als Schuljunge Äpfel gestohlen, obgleich du dir aus Äpfeln nichts machtest, bloß um uns Freunde damit zu begönnen und dich an deiner Großmut zu weiden, vielleicht auch an deiner Kühnheit und Schlauheit, denn erwischen ließest du dich ja nie. Ich habe dich schon damals durchschaut. Christian so? Meinst du? Lächelnd, nun, vielleicht hast du recht. Aber inzwischen wirst du wohl auch ein A-A-Andra geworden sein. Justus ja, seit neun Jahren ungefähr, dank deiner Betätigung wie gesagt. Christian und hast du dich wirklich nun ausgesöhnt mit deinem wehbürgerlichen Beruf? Justus, legt lächelnd wieder die Hand auf die Mappe, ja, seit einem Monat etwa vollkommen. Und einigermaßen auch früher schon. Was blieb mir schließlich denn anderes übrig? Schulden konnte ich doch keine mehr machen, nachdem du die ganze Erbschaft mir weggefischt hattest, kurz bevor ich zum Hauptmann aufrücken sollte. Christian nun, ich habe auch nicht das werden können, wonach ich als Jüngling verlangen trug, Geld hatte ich ja von Hause aus noch weniger zu erwarten als du. Auf seine Bücher hinüberweisend, du weißt sehr gut, wie ich drauf brannte, die Stadtteatswissenschaften zu studieren, Sozialpolitik, Nationalökonomie, und es sogar ein paar Semester lang durchhielt, bis Tante Brigittens harte Kopf mich zwang, mir als B-Bankbeamter mein Brot zu verdienen. Justus ja, du warst ihrer Begönnerung würdig. Ich hab ihr die Faust unters Kinn gehalten, als sie ihren Mann zu Tode gepeinigt hatte und ihn dann einscharren ließ wie einen Bettler, den reichsten Grubenbesitzer des Landes, du zuckst es vor, ihr die Krallen zu streicheln. Christian sie hat sich selbst noch viel mehr gepeinigt, du solltest nicht über Handlungen urteilen, für die dir jedes M-Mitgefühl mangelt. Und notabene, auf ihr Testament konntest du doch im Ernst wohl nicht rechnen, nach deiner Gleichgiltigkeit, Gellinde gesagt, bei ihrem lalala langen Krankenlager. Justus nein, zum Erbschleicher war ich mir allerdings zu schade. Seit wann stotterst du übrigens? Christian ist vom Stuhl aufgefahren, ich verbebitte mir deine Brutalitäten. Sich bezwingend, denkst du, es war mir ein Vergnügen, die Launen der alten geellähmten Person zu ertragen. Ihre Heftigkeit, ihre Wutanfälle. 13 Jahre lang, Tag für Tag. Justus, lächelnd, nein, das denke ich keineswegs bei deiner Art Menschenfreundlichkeit. Christian, fängt wieder an durchs Zimmer zu wandern, und deine Schulden hätte ich dir gern bezahlt, wärst du damit zufrieden gewesen, statt mir Millionen abpressen zu wollen, für die ich be bessere Anwendung wusste. Bin auch jetzt noch bereit dazu, falls du nicht bloß gekommen bist, um mir aufs Be-Butter-Brot zu streichen, dass du dich selber seit einem Monat von deinen Gläubigern befreit hast, lächelnd, das wolltest du doch wohl andeuten. Justus, nein. Aber ich danke für Gnadenbrocken von deinem Butterbrot, werter Vetter. Christian, ja, wozu reibst du dich dann an mir? Und worauf bist du eigentlich neidisch? Was Haar habe ich denn von all meinem Reichtum? Hat er mich etwa davor bewahrt, v. vorzeitig graue Haare zu kriegen? Ich lebe wie ein Mönch in der Wüste, und trotzdem ist mein M-Magen krank, meine Milz beklommen, mein Haarherzschlag verhaspelt, meine Nerven von Schlaflosigkeit zerrüttet. Justus dein Gehirn von Gewissensbissen zerfressen. Christian deinetwegen. Stehenbleibend, du dauerst mich Justus, steht nun gleichfalls auf, tritt dicht an Christian heran, solltest du nie befürchtet haben, dass ein gewisser Brief entdeckt werden könnte. Christian, weicht unwillkürlich etwas zurück, dann spottkalt, ah, Herr Polizeikommissar Justus in der Tat das ist mein Beruf mit dem ich mich jetzt vollkommen ausgesöhnt habe, seit einem Monat wie gesagt, als ich in einer auswärtigen Chemikalienfabrik, er unterbricht sich, greift nach der Mappe, aber wollen wir uns nicht widersetzen, an diesem außerordentlich warmen Tag. Er nimmt Platz, während Christian stehen bleibt und sich fest auf eine Stuhllehne stützt, die er bei dem Wort Chemikalienfabrik umklammert hat, also als ich in einer Chemikalienfabrik einen ungetreuen Buchhalter festnehmen sollte und bei Durchsicht der Boreaupapiere zufällig einen Geschäftsbrief fand, worin ein gewisser Christian Wach, laut seiner aufgedruckten Adresse angeblich Apothekenbesitzer, eine Partie Medikamente bestellt hat, darunter auch einige heftige Gifte, etwa fünf Wochen vor dem Tode, auf das Porträt weisend, seiner teuren Erbtante Brigitte. Wieder die Hand auf die Mappe legend, hier hab ich das menschenfreundliche Schriftstück. Christian, lächelnd, sehr verbunden für dieses Geburtstagsvergnügen, auf das du dich also vier Wochen lang in aller Stille präparpariert hast. Justus ja, zufällig ungefähr ebenso lange, wie du dich vor genau neun Jahren auf dein Geburtstagsvergnügen präparpariert hast. Christian, ja, es gibt spaßhafte Zufälle, es klopft, die alte Anne, tritt ein und meldet, der Herr geheime Sanitätsrat, Sanitätsrat, ihr ohne Umstände folgend, ja, ihrem alten Hausfreund dürfen sie nicht verwehren, ihnen heute die Glückshand zu schütteln, verheirter Ehrenbürger und Ritter vom Kronenorden. Überrascht, aber was es hier ist, ist's möglich? Herr Justus, Padin, Herr Leutnant, die alte Gewohnheit, haben sich also zur Feier des Tages endlich ausgesöhnt mit dem reichen Herrn Vetter. Anne blickt forschend von einem zum anderen. Justus, ist aufgestanden, immer eine Hand auf der Mappe, schon möglich, Herr Geheimrat, zur Feier des Tages. Sanitätsrat, ihm die Rechte schüttelnd, na, das freut mich, freut mich, edel sei der Mensch. Haben schließlich doch wohl Respekt gekriegt, mit Verneigung zu Christian hin, vor der segensreichen Betätigung. Christian, aufstampfend, kommen sie auch noch angequägt mit dieser verfluchten, absichtlich, bietete Rätätigung. Das ist ja wirklich zum Krämpfe kriegen. Wie kann ein Mensch mit etwas Geschmack dies Schandwort auf die Zunge nehmen? Diesen Ahanschmierer Ausdruck für alles getue, das den Namen Tat nicht verdient. Sanitätsrat aber mein lieber Kommerzienrat, was haben sie denn, was erregen sie sich? Denken sie bitte an ihre Nerven. Kommen sie, setzen wir uns gemütlich, und geben sie mir mal endlich die Hand. Es geschieht, und auch Justus setzt sich. So ja aber, sie zittern ja, als ständen sie im Staatsexamen. Und was ist denn los mit ihren Pupillen? Da muss ich doch gleich mal Reflexprobe machen. Schwester Anne, holen sie mal einen Spiegel. Anne, hat inzwischen die Vase mit dem Rosenstrauß unter das Porträt gestellt, aber nein, Herr Geheimrat wissen doch, der Herr Kommerzienrat will keine Spiegel um sich. Sanitätsrat, sich an die Stirn tippend, ja so jawohl Moralpsychose, Hypochondriastroika sozusagen. Na, werde mal morgen genauer vorsprechen, bringe dann meine Lupe mit, die wird ihrem strengen Gewissen nicht wehtun, sie geschworener Feind aller Eitelkeit. Was sagen sie denn zu der neuen Gesellschaft, die der Bürgermeister zusammentrommelt? Mich hat er natürlich auch breit geschlagen, na, ein bisschen Menschenfreund ist ja jeder. Christian, ich meines Teils bin nicht für Trommelreklame. Sanitätsrat, ja, sie können sich's leisten, drauf zu pfeifen. Aufstehend, dann also bis morgen, werter Freund, muss jetzt weiter zu meinen anderen Patienten. Bitte Platz zu behalten, Herr Leutnant, wünsche allerseits Frieden auf Erden, winkt heiter mit beiden Händen Abschied, und Anne begleitet ihn hinaus, während die Vättern sitzen bleiben, Justus links am Tisch, Christian rechts, Justus du scheinst dein Gesicht nicht gern zu betrachten, Christian, die Arme verschränkend, ich habe in der Tat besser als zu tun. Justus du kannst ja niemand mehr grad in die Augen sehen. Christian glaubst du, Herr Untersuchungsbeamter? Er fixiert ihn, bis Justus beiseite blickt, durchschaust du die Menschen immer so. Justus ja, deine Selbstbeherrschungskunst, man könnte auch sagen, Verstellungskunst war von jeher bewundernswert. Christian und einer besseren Sache würdig. Justus der Spott wird dir bald vergehen, teurer Vetter. Christian es scheint, du legst enormen Wert auf dein Papapierernes Dokument. Das hältst du wohl für einen Indizienbeweis. Justus nein, das allein würde nur beinahe genügen. Aber, auf seine Mäppe Tippend, ich habe hier noch ein anderes Papier, nämlich deinen Empfangsschein, Herr Apotheker, über die eingetroffene Giftsendung. Christian du hast dich tatsächlich gut präpariert. Justus es freut mich, dass du nicht länger heuchelst. Du darfst die Maske ungeniert lüften. Christian, immer sehr gemessen, du freust dich etwas vorschnell, mein Lieber. Du scheinst meine Schlauheit trotz aller Anerkennung noch immer für recht kindlich zu halten. Vor neun Jahren, werte Herr M. Menschenkenner, war ich wohl doch nicht mehr Schulbub genug, mich dem Spiel des Zufalls so plump auszusetzen, wenn ich kein reines Gewissen hatte. Justus oh, das Spiel des Zufalls ist allemal plump. Damals konntest du ja nicht ahnen, also auch noch nicht damit rechnen, dass dein Edelmut mich veranlassen würde, spitzig, Detektiv-Offizier zu werden, geschweige, an seine Mäppe tippend, dass dies für jeden anderen Finder unscheinbare Wertpapier gerade mehr in die Hand fallen könnte. Nur das triebt ein feines Spiel in den Plumpsack der sogenannten Schicksalshand. Christian nennst lieber gleich den Finger Gottes, dann kommst du dir noch wichtiger vor. Hey, hältst du mich im Ernst für so nerisch, dass ich mir solche Tat auf die Seele geladen hätte, bloß um die Millionen unserer alten Tante etwas früher unter die Leute zu streuen? Denn ihr Testament lag ja schon da für mich. Justus bloß, sie hätte es doch vielleicht ändern können. Und am Krankenbett warten, wer weiß wie lange, vielleicht nochmals 13 Jahre lang, ist in der Tat kein vergnügliches Geschäft, selbst für die edelsten Wohltäter nicht. Tante Brigitte war damals nur 5 Jahre älter, als du heute geworden bist, und hatte trotz ihrer Lähmung recht zähe Nerven. Christian und deshalb soll ich so sinnlos gewesen sein, so sinnlos und so ruchlos zugleich, mir einen M-Mord aufs Gewissen zu wälzen. Und das, denkst du, wird dir irgendwer glauben? Justus oh, das Gewissen beißt immer erst nachträglich, deine Frage klang ziemlich wund. Auch glauben die Schwurgerichte gern, dass ein Bankbeamter sich nicht ohne Zweck falsche Briefbogen drucken lässt und Apothekerwaren bestellt. Christian, du hast dich wohl nie mit Selbstmordgedanken getragen. Justus, scharf, vor meiner Enterbung nicht, lieber Vetter. Übrigens kannst du dir deine verblüffenden Fragen für die Gerichtsverhandlung aufsparen, für das Zeugenverhör zum Beispiel. Christian, du denkst dir also, ich habe es fertig gebracht, den Sanitätsrat sowohl wie die alte Anne über die Todesursache zu täuschen, meinem Opfer kaltblütig die Augen zuzudrücken, die L-Leiche hohnlächelnd einzusagen, und dann hier in dem Haus, wo sie aufgebahrt lag, mich triumphierend festzusetzen, er steht auf, mit Erregtheit um sich weisend, hier, sieh dich um, zwischen diesen öden Wänden, wo sie einst geatmet hat, hier seit neun Jahren es auszuhalten, immer von ihren Möbeln umgeben, immer ihr B-Bild vor meinem Blick, ihre Pflegerin mir zur Seite, eigens dabehalten zur steten Erinnerung. Das, meinst du, habe ich auf mich genommen, ich maskierte Schurke, um einer Erbschaft willen, von der ich mir keinen Genuss vergönne, keine Annehmlichkeit, nicht die kleinste Erholung, bloß Nahrung für meinen Großmutsdünkel. Du traust mir wirklich merkwürdige Kunststücke zu. Er ist hinter seinen Stuhl getreten und stützt sich wieder auf die Lehne. Justus ja, die Verbrecher halten sich gern für Helden, die ihrer Tat überlegen sind, und liebäugeln mit dem Erinnerungswurm. Manche brüsten sich so lange im Stillen, bis sie sich schließlich laut verraten, fromme Leute nennen das Gottes Stimme. Merkend, dass Christian nach dem Porträt starrt, du redest wohl öfters mit dem Bild da. Christian du stellst starke Ansprüche an meine Geduld. Justus das beruht wohl auf Gegenseitigkeit. Immerhin scheinst du so geneigt zum Verhandeln, dass du darüber das Stottern verlernt hast. Christian, lächelnd, nun, vielleicht war auch das nur Maske, man lernt dabei seine Zunge hüten. Wie hoch taxierst du denn deine Entdeckung? Justus, lächelt ebenso, möchtest du nicht etwas deutlicher fragen? Christian nun, mein gesamter Vermögensrest beträgt noch etwa 20 Millionen Euro, nach Abzug der Reserve-Depots für meine letzten Stiftungen. Um mir die Plackerei vom Haarhalse zu halten, die du als A-A-A-Amtsperson, erstampft auf, dann wieder gemessen, mit dem Plunder da anzetteln könntest, und um meine innerste Menschlichkeit nicht vor dem Pöbel entblößen zu müssen, biete ich dir den vierten Teil, das sind also rund zwei Millionen mehr, als du mir damals abverlangtest. Justus, deine Menschlichkeit ist seitdem beträchtlich großmütiger geworden, ich erkenne das an, obgleich ich es erwartet habe. Aber du musst mir schon erlauben, deine bekannte Opferwilligkeit, mit Christian gut, ich lege noch eine Million zu. Sechs Millionen, das ist mein letztes Wort. Justus, du hast mich missverstanden, mein Teurer, du musst nicht denken, ich sei deinesgleichen, weil ich jetzt im schwarzen Rock vor dir sitze. Du hast mich aus meiner Bahn gestoßen, du Opferwilliger Ehrenbürger. Du erntest den Lohn deiner Heldentaten, wenn ich dir nun dazu verhelfe, in der Strefflingsjacke vor mir zu stehen. Jawohl, edler Vetter, Gerechtigkeit will ich. Die Welt von deinesgleichen säubern. Das ist meine Art Menschenfreundlichkeit. Christian, deine Gerechtigkeit braucht sich nicht zu ereifern, ich begreife, dass du dich rächen willst. Justus, sehr scharfsinnig, dein Begriffsvermögen. Christian, willst du mich trotzdem noch ruhig anhören? Nur eine kleine Weile noch. Justus, bitte, ich habe warten gelernt. Außerdem zappelst du sehr ergötzlich im Netz. Christian, ich könnte sagen, mein Anerbieten sei nur eine Maske gewesen, um dein Pflichtgefühl auf die Probe zu stellen. Aber gesetzt, ich hätte weh wirklich die ungewöhnliche Tat vollbracht, deren du mich für fähig hältst, ich hätte eine bejahte Person, die nichts mehr konnte als sich und andere quälen, mit ihrer Krankheit, mit ihrer Haartherzigkeit, mit ihrer heihämischen Habgier, erballt die Fäuste, dann wieder ruhig, die hätte ich aus dem Wege geräumt nach jahrelangem Gewissenskampf, hey hätte dann wie ein Asket versucht, meine heimliche Gewalttat zu sühnen, hätte sie hier in meiner Einsamkeit, in der Nacht meines Schweigens schwerer gebüßt, als sich's ein Schuldloser träumen lässt, hätte immer weiter diese Erblast geschleppt, die ich nur für ein Hirngespinst verwalte, für eine M-Menschheit, die ich zu spät durchschaute, die nichts ist als ein Martander schämen, verlangst du noch mehr Gerechtigkeit. Justus du vergisst, ich bin nicht mehr Leutnant genug, um deiner heroischen Märtyrer-Pose einiges Verständnis zu widmen. Christian aber vielleicht verstehst du, dass ich inzwischen manches anders ansehen lernte. Vielleicht war mein Abscheu gegen dein früheres Handwerk deinen Beruf, wenn du das lieber hörst nur Verbordheit eines B-Bücher-Menschen. Vielleicht ist mir die Erkenntnis gekommen, dass auch Nächstenliebe zur Hartherzigkeit führt, wenn sie die Allernächsten vergisst über ihrem fernen Ziel. Ich bin dein Schuldner, ich weiß es lange, deshalb empört mich deine Beschuldigung nicht. Und deshalb nur deshalb, Justus. Hörst du? Wiederhole ich mein Anerbieten. Justus zu spät, euer Gnaden, einen Monat zu spät. Christian du erst. Ich habe schon letzte Weihnacht, denn dies, auf sein Herz deutend, Wewrak wird nicht lange mehr standhalten, mein Testament beim Notar hinterlegt, darin stehst du mit dem Betrag verzeichnet, den du einst von mir gefordert hast. Ich biete dir jetzt das Doppelte, weil ich dir mehr verdarb, als ich ahnte. Justus, auf seine Mäppe schlagend, zum Teufel, alles verdarbst du mir. Willst du mich jetzt noch mit Großmut beschwindeln? Dein Testament, wenn's wahr ist, ist mir ein Wisch. Ein Verbrecher wie du hat sein Erbrecht verwirkt. Kein Pfennig von deinem Mammon gehört dir. Wo nimmst du die Stirn her, mich beschwatzen zu wollen, denn, du verrätst dich ja selber mit jedem Wort. Christian, tritt ihm langsam näher, ah du hoffst auf den ganzen Rest meiner Erbschaft. Verrechne dich nicht, nimm Vernunft an, Justus. Vergiss nicht, ich sprach nur bedingungsweise. Es hat sich schon im Mancher die Hand verstaucht, der zu sehr auf die Gerechtigkeit pochte. Justus, ich poche nur auf die Mappe hier. Er nimmt sie unter den Arm und steht auf. Christian, du kannst dir also gar nicht die Möglichkeit denken, dass ich jene Giftsendung für mich selbst kommen ließ. Dass ich mich wand vor Scham und Verzweiflung unter den frevelhaften Wünschen, die ich ja wohl, ich bekenne es dir unablässig in mir wehwuchern, fühlte am Krankenbett meiner Quellerin. Justus, eine Möglichkeit zieht die andere nach. Christian und wenn nun die Zeugen für mich aussagen, willst du nicht wenigstens die Anne erst hören? Justus, der kannst du viel vorgemunkelt haben. Aber wenn dir's Vergnügen macht, dich in ihrem Beisein verhaften zu lassen, Christian, nähert sich der Tür, ich tue's um deinetwillen, Justus, Justus, ich warne nur vor Fluchtversuch. Das Haus ist auf beiden Seiten umstellt, Christian, ruft zur Tür hinaus, Anne, tritt dann neben den Bücherbord, lehnt sich an und verschränkt die Arme, Anne, kommt, macht die Tür zu, beklommen, was ist, Herr Christian? Justus, der Herr Kommerzienrat, will verreisen. Christian, ich bitte dich nochmals, nimm Vernunft an. Anne, beide Hände hebend, oh, Herr Justus, wie schauen sie drein? Ihm nähertretend, ich beschwör sie, was wollen sie tun? Von ihm wegweichend, einen Blutsverwandten ins Elend stoßen. Justus A, sie wissen, worum es sich handelt. Anne, noch weiter wegtreten, bis vor den Tisch, ich, was soll ich wissen? Ich erziehe ich nur ihr Auge drohen. Ich kenn sie ja beide von Jugend auf. Ich weiß nur, was ich als Kind gelernt hab, mein ist die Rache, spricht der Herr. Justus Verzeihung, Schwester Anne, der Herr ist mir fremd. Und dem grauen Sünder da wohl erst recht. Mein Herr ist der Staat. Mit seinen Gesetzen, Anne, einen Leidenden wollen sie quälen. Spüren sie's nicht, wie er bebt bis ins Herz. Christian lass gut sein, Anne, es ist genug. Zum letzten Mal, Vetter, ich bitt dir die Hand. Justus, ich verbitte mir deine bestechenden Gästen. Christian, sich reckend, nun, dann Kampf. Hüt dich. Ich bin bereit. Justus, sehr gnädig. Im Namen des Gesetzes, ich verhafte dich. Christian wach. Die Tür öffnend, wenn's gefällig, du hast den Vortritt, sie schreiten beide langsam hinaus, Anne, die Hände faltend, leise, Herr, erbarme dich seiner Seele, Vorhang. Zweiter Akt Christian wach, an die Stuhllehne rechts des Tisches gestützt, zu dem Porträt hinauf stahend, jawohl, du hast dich in mir verrechnet von jeher, du Vampyr, du zwingst mich nicht. Sich die Hand auf den Kopf legend, schwer lächelnd, hier diesen Geheimschrank öffnet keiner, jetzt weiß ich es endlich, kein Mensch bezwingt mich. Es klopft an die Tür, und Anne tritt ein, bringt einen bunten Astern Strauß, also soll's wieder losgehen mit der Verschwendung, du unverbesserliche Person. Anne, die Vase mit dem Strauß auf den Tisch stellend, ja, das hab ich mir gestern Abend schon vorgenommen, als sie heimkamen aus der der Christian Untersuchungshaft meinst du, sag's nur getrost. Anne nein, solch hässlich Wort, das passt heut nit, aus der Prüfungszeit wollt ich sagen. Christian und ziehst mich dabei schon wieder an, als müsst ich dem Himmel dafür auf den Knien danken. Anne war's nicht auch eine Segenszeit. Als sie hinein mussten, blühten die Rosen, mögen die Herbstblumen noch mehr Segen bringen. Christian du sollst mich nicht so ansehen, Anne, sich an den Tisch setzend, wie erschöpft, aber lieb ist dein Strauß, und diesmal ohne Dornen. Anne gib's Gott, Herr Christian, gib's Gott. Aber sie schauen nit dornlos drein, sie müssen jetzt wieder zu Kräften kommen. Geld, ich darf ihnen etwas Stärkendes bringen, ein Gläschen Wein. Das macht Appetit. Christian Wein. Kein Tropfen kommt mir ins Haus. Anne nur ein Gläschen Türkeiö, ich hab die Flasche noch. Christian so also für mich, nimmt plötzlich ihre Hand, oh Anne, Anne, und presst seine Stirn hinein, Anne ja, sollt ich denn schwelgen, während sie fasten mussten. Behutsam über sein Haar streichend, sie müssen ihr Herz erleichtern, Herr Christian. Christian, schiebt sie sanft weg, steht auf, nein, mach mich nicht weich, es war nur ein Augenblick. Nichts wird an meinem Leben geändert. Wenn du dir etwa einbildest, die Haft habe mich mürbe gemacht, Anne, oh Hätzi nur. Nein, ich bild mir nix ein. Christian, sie hat mich im Gegenteil ruhig gemacht, er wendet sich ab, geht nach dem Fenster, innerst ruhig, das musst du doch merken, lässt sich in den Korbstuhl nieder, Anne, ihm folgend, das wird, mich ja freuen, innerst freuen, Christian, warum hast du denn so geweint im Gerichtssaal, als ich das Geständnis ablegte, ich wollte, an das Porträt weisend, die da wirklich vergiften, wenn mich das Schicksal du weist, der Schlaganfall, der sie in ihrer Erregtheit hinraffte, nicht gnädig davor bewahrt hätte. Anne ja, wie sollt ich denn da nicht weinen, als sie das so gewaltig aussagten, mit solchem Entsetzen vor sich selber, sogar von den Herren Geschworenen und Richtern schnäuzten sich welche vor großer Rührung. Und ich hab doch alles einst miterlebt, ich kenn doch ihr Herz, Herr Christian. Christian, abermals aufstehend, nun, der Sanitätsrat war gar nicht gerührt, der hat einfach den Schlaganfall bezeugt. Anne, ihm wieder durchs Zimmer folgend, ja freilich, natürlich, das tat ich ja auch. Christian und konntest vor Schluchzen nicht weiter reden. Plötzlich sich umdrehend, Auge in Auge, du glaubst wohl nicht, dass es ein Schlaganfall war. Anne, zurückweichend, oh wie fragen sie frevelhaft. Was ich beschworen hab, glaube ich auch. Und was ich außerdem glaube, oh möchten sie's fühlen, wir sind allesamt Werkzeuge Gottes, der eine so, der André so Christian, ist an den Kamin getreten, mich friert, Anne, im Gefängnis war's wärmer. Von morgen an bitte musst du heizen. Anne aber ich kann doch natürlich gleich. Christian nein, ich sagte, von morgen an, sich wieder an den Mitteltisch setzend, ich bekomme Besuch heut, für den ich Kälte brauche. Anne aber Geld, doch ein Gläschen Tökeiö. Wirklich, Herr Christian, es wird Ihnen gut tun. Christian ich bitte dich ernstlich, mach mich nicht wild. Weh Wein macht schwarzhaft, ich hasse das. Aber damit du deinen Willen kriegst, Vetter Justus hat mich gestern nach der Freisbrechang fragen lassen, ob er heute Vormittag herkommen dürfe, dann kannst du deine Flasche kredenzen. Anne oh, welche Fügung sehen Sie, auch dem hat ihre Prüfungsstunde das Herz gerührt. Oh, und ich hab's ja noch gar niet bestellt, der Herr Regierungspräsident, der hat sich auch vorhin anmelden lassen. Sehen Sie, wie alle Menschen sich beugen, wenn sie den Finger Gottes spüren. Christian du beurteilst die Menschen nach dir, gute Anne. Sie kriechen zu Kreuz vor meinem Geld, und sind gerührt davon, wie's mich drückt. Anne nein, nein, das sagt nur ihr Groll auf Herrn Justus. Man hat sie doch einstimmig freigesprochen. Christian ja, weil man keine Beweise hatte. Weil man auf Staatsankosten mal gnädig sein konnte. Weil man dem berühmten Menschenfreund zeigen wollte, wir kennen zwar jetzt deine giftige Seele, aber wir sind keine Unmenschen deinesgleichen, wir zahlen dir deine Wohltaten heim. Eingeächteter bin ich ihnen. Meinst du, ich habe das nicht gemerkt. Anne oh, wenn sie nicht alles so schwarz ansehen möchten. Die Menschen sind lieber gut als schlecht, will jeder nur abwälzen, was ihn drückt. Christian mein Geld drückt mich, begreifst du das nicht? Übrigens, vorgestern ist da eine Witwe wegen Diebstahls verurteilt worden, die kleine Kinder zu Hause hat. Du wirst ihr ihre Adresse verschaffen, und wenn sie aus dem Gefängnis kommt, richtest du ihr einen Laden ein, irgendein Geschäft, das ihr passt. Inzwischen nimm dich der Kinder an, dass man sie nicht ins Armenhaus sperrt. Anne gern, Herr Christian, Oh, wie gut sie Christian schwarz nicht, Anne, die Frau scheint mir tüchtig. Sie hat den Diebstahl ziemlich fein eingefädelt, erzählte mir mein Rechtsanwalt. Es macht mir Spaß, ihr Vertrauen zu schenken. Anne, sich zu ihm neigend, warum verhehlen sie ihr Herz? Warum schenken sie nicht auch mehr Vertrauen? Christian, aber mal aufstehend, ich kann mich noch gar nicht wieder hier eingewöhnen, bitte, hilf mir den Lehnstuhl herübersetzen. Während sie den Stuhl an den Mitteltisch tragen, es scheint, du bist jetzt stärker als ich. Platz anweisend, nein, hierhin, den Rücken gegen die Wand, ich mag das Bild heut nicht immer fortsehen. Anne, den überschüssigen Holzstuhl ans Fenster stellend, ja, das hätt längst schon hinaus gemusst. Darf ich es nicht endlich weghängen jetzt? Christian, was soll das wieder? Elastis Gepure. Ich weiß besser, was ich ihr schuldig bin. Sich setzend, wenn sie auch unleidlich war, das ist vorbei. Dass du's ihr immer noch nachträgst, ich versteh nicht, wie sich das mit deinem Christentum reimt, du hast sie doch früher bemitleidet. Anne, die Toten haben das nicht mehr nötig, mir ist nur um die lebendigen Beng. Christian, du sollst mich nicht so ansehen, Anne. Wahrhaftig, manchmal machst du Augen, grad wie die Tante in ihrer Sterbestunde, so merkwürdig in die Ferne fragend. Wiederum aufstehend, ich will mich doch lieber dorthin setzen, sonst denkst du wohl wirklich, ich fürcht mich vor ihr. Er schiebt den Lehnstuhl rechts neben den Tisch, Anne stellt einen anderen Stuhl nach hinten. Nicht wahr? Das hast du doch eben gedacht. Anne, ich glaub an keine Gespenstermärchen. Es hat sich jeder genug vor sich selber zu fürchten, Christian, sich setzend, ja, du hast recht, Gespenstermärchen, Anne, nun fangen sie wieder zu grübeln an. Ach, wenn sie doch dahinter kämen, dass alle Selbstbespiegelung eitel ist, nit bloß im Spiegel an der Wand. Christian lass, Anne, das verstehst du nicht. Ich muss mich erst wieder zurechtfinden hier. Anne, ich fühl doch aber, wie ihnen das schwer fällt, und möcht die Last doch tragen helfen. Christian, nein, geh jetzt, ich muss das allein überlegen. Ich habe schon selbst daran gedacht, du warst vielleicht die rechte Person, mir den Rest des Vermögens verpupulvern zu helfen, ich werde das nächstens mit dir besprechen. Anne, nicht das Geld, Herr Christian, fassen sie doch Vertrauen zu mir. Erleichtern sie ihre bedrückte Seele. Wie eine Mutter bitte ich zu Gott darum, das wird sie auch wieder gesund machen. Christian, aufstampfend, ich sag dir, L lass das Geh, bring mich nicht auf. Ruhiger, stell die Flasche für den Justus bereit, aber bring sie erst, wenn ich es dir sage. Während Anne langsam zur Tür geht, und ich dank dir für deinen Asterenstrauß, ich dank dir für alles, alles hörst du. Da Anne an der Türschwelle zögert, nun, lass gut sein, geh jetzt, was stehst du noch Anne, mit feierlichem Ausdruck, gedämpft, und nimmest du Flügel der Morgenröte und flüchtetest übers äußerste Meer, so würde dich meine Hand doch erreichen, spricht der Herr, dein Erbarmer, sie geht hinaus, Christian, sich erhebend, mit abwehrender Handbewegung, gespenster Märchen, er nimmt den Strauß und stellt ihn unter das Bild. Ihr zwingt mich nicht, ihr kennt mich nicht, niemand. Draußen elektrisches Klingelzeichen, er gibt sich Haltung, tritt neben den Lehnstuhl. Dann geht die Tür auf, und es erscheinen, der Regierungspräsident und der Oberbürgermeister, Präsident, nach gegenseitiger leichter Verbeugung, Verzeihung, wenn ich stören sollte, und bitte doch Platz zu behalten, Herr Rat, sie werden sich leider noch etwas erschöpft fühlen. Christian Wach nicht sonderlich, Herr Regierungspräsident, ich müsste lügen, wenn ich ja sagen wollte. In unseren Gefängnissen lebt sich's bequemer, als es mancher bei sich zu Hause hat. Präsident, lächelnd, ich möchte es lieber doch nicht versuchen. Aber um zur Sache zu kommen, ich stehe vor Ihnen auf Befehl seiner königlichen Hoheit Anzahl des gnädigsten Herrn, zugleich im Auftrag des Ministeriums, um Ihnen unverzüglich ihre Ernennung zum geheimen Kommerzienrat anzuzeigen. Die Regierung will damit ausdrücken und vor der Öffentlichkeit bekunden, erstens ihre Teilnahme an dem glücklichen Ausgang eines Prozesses, der so viel peinliches Aufsehen erregt hat, zweitens ihr unverkürztes Vertrauen in den gemeinnützigen Charakter eines Mannes, der für die Sache der Wahrheit und Gerechtigkeit seinen persönlichen Ruf gewagt hat. Nach der erschütternden Seelenweichte, die sie vor dem Gerichtshof abgelegt haben, soll ihnen diese Anerkennung eine dauernde Aufrichtung geben, er verbeugt sich mit Gemessenheit, Christian wach, lächelnd, sie soll mir wohl auch, Herr Präsident, eine dauernde Richtung geben. Ich danke ihnen ererbittigst und bitte diesen, sich verneigend, untertänigen Dank auch höheren Ortes zu vermelden, erstens für die Teilnahme, zweitens für das unverkürzte Vertrauen. Ich werde mich, soweit es noch in meinen kurzen Kräften steht, dieses Vertrauens würdig zu machen versuchen. Bürgermeister davon ist jedermann überzeugt, Herr Geheimrat. Ich habe mich nicht bloß mit eingefunden, um ihnen zu der neuen Würde meinen Glückwunsch darzubringen, er verbeugt sich gleichfalls gemessen, ich komme zu Fürtherst in Vertretung des Ausschusses der Bürgerschaft, so dann noch besonders als erster Vorsitzender der Gesellschaft der Menschenfreunde, um ihnen das allgemeine Bedauern über diese Anklage auszusprechen, die zwar amtlich genügend begründet war, aber deren augenscheinliche Unhaltbarkeit schließlich sogar der Herr Staatsanwalt zugab. Sie dürfen davon durchdrungen sein, dass niemand in den maßgebenden Kreisen bei ihrer stets betätigten Menschenliebe einen anderen Ausgang erwartet hatte, und dass die Untersuchung der Leichenreste ihrer verewigten Frau Tante lediglich als Formalität, wie sie die Rechtspflege unvermeidlich erfordert, vorgenommen werden musste. Es stand wohl jedem von vornherein fest, wenigstens jedem Wohlgesinnten, dass das Gift nicht mehr entdeckt werden konnte, das heißt, ich wollte natürlich sagen, überhaupt nicht entdeckt werden konnte, Herr Präsident, sehr rasch, überhaupt natürlich Christian Wach, sehr langsam, überhaupt ich danke verbindlichst, Herr Oberbürgermeister. Darf ich nicht bitten, Platz zu nehmen? Präsident, es tut mir außerordentlich leid, aber meine Zeit ist heute gemessen. Sich verbeugend, ich empfehle mich, Herr Geheimer Rat. Christian Wach, ebenso, ich empfehle mich, Herr Präsident. Präsident begleiten Sie mich, Herr Oberbürgermeister. Bürgermeister, ich habe noch eine Kleinigkeit mit dem Herrn Geheimrat zu erörtern. Präsident also auf Widersinn, meine Herren, er verbeugt sich nochmals, geht ab, Bürgermeister, ich möchte mich nur in aller Kürze, doch ich bitte zunächst um Entschuldigung, Sie werden sich hoffentlich nicht verletzt gefühlt haben, weil ich vorhin ein wenig im Ausdruck fehlgriff. Christian Wach, lächelnd, oh, wie dürfte ich mich verletzt fühlen nach allem, was geschehen ist, da Sie es doch so aufrichtig meinten, Bürgermeister, ja, dessen dürfen Sie sich versichert halten, aufrichtig. Verehrter Herr Geheimrat, und deshalb, da Christian Wach auf die Stühle weist, nein danke, ich will mich wie gesagt nur in aller Kürze erkündigen, wenn es Ihnen etwa erwünscht sein sollte, dass Ihr missliebiger Verwandter, der zwar in amtlicher Eigenschaft, aber offensichtlich nur aus Feindseligkeit gegen Sie vorgegangen ist, aus seinem Amte entfernt werde, dann will ich Ihnen diese Genugtuung gern bei dem Herrn Polizeidirektor erwirken. Christian Wach sehr freundlich, Herr Oberbürgermeister, aber ich bitte Sie sich versichert zu halten, mein Vetter handelte nur aus dem Pflichtgefühl, dass eine Eigentümlichkeit unserer, lächelnd, etwas starrköpfigen Familie ist. Bürgermeister nun, ich meinte bloß, wenn sein Aufenthalt hier, in unserer traulichen Residenzstadt, Ihnen jetzt vielleicht unliebsam aufstoßen sollte, eine zeitweilige Strafversetzung würde ihm ohnehin wohl gebühren für seinen fruchtlosen Überreifer. Christian Wach, lächelnd, also hätte er doch vielleicht fruchten können. Nein, im Ernst, ich bitte sogar inständig, meinem Vetter jegliche Gunst zuzuwenden, die seine Vorgesetzten ihm zollen würden, wenn er nicht zufällig mich bimzeifert hätte. Es wäre mir wirklich sehr unliebsam, wenn man ihn gerade mehr zuliebe für eine Verdächtigung strafen wollte, die sein Beruf ihm aufnötigte, und die anfangs nicht war, ich irre wohl nicht auch anderen eifrigen Amtspersonen und Menschenfreunden begründet erschien. Er ist gestraft genug durch den Misserfolg, nicht zu reden von dem Erbschaftsverlust, den er einst durch mich erlitten hat, wenn auch nur wegen seines eigenen Starrsinns. Bürgermeister, ich bewuntere die Selbstlosigkeit, Herr Geheimrat, mit der sie nach dieser herben Erprobung ihrer mitmenschlichen Gefühle die Angelegenheit ins Auge fassen. Und ich darf mich also der Hoffnung hingeben, sie werden auch uns am Gemeinwesen gegenüber ihre rühmlichst bekannte Gesinnung nach wie vor betätigen. Christian wach in der Tat, ich werde nach Kräften versuchen, mich auch ferner hin zu betätigen, sich an die Kehle fassend, Verzeihung, mein Nervenübel meldet sich wieder. Aber wollen wir uns nicht doch lieber setzen? Vielleicht ein Gläschen Wein gefällig. Denn sie lieben doch die geselligen Freuden. Bürgermeister, oh danke, danke, bedauere aufrichtig, muss mich heute leider besonders beeilen. Aufrichtig, verehrter Herr Geheimrat. Also wie gesagt, um mich kurz zu fassen, ich wünsche allseitige Wiederherstellung unseres guten Einvernehmens und ihrer so wertvollen Gesundheit. Er verbeugt sich würdevollst. Christian wach, ich werde wie gesagt bestrebt sein, er verbeugt sich etwas weniger und lässt den Bürgermeister hinausgehen, ohne ihm das Geleit zu geben, sinkt dann in den Lehnstuhl und nickt vor sich hin, aufrichtig, verehrter Herr Geheimrat, es klopft, die alte Anne erscheint, Anne kann der Herr Justus jetzt eintreten. Christian natürlich. Weshalb fragst du erst? Anne soll ich den Wein gleich mitbringen? Christian du sollst tun bitte, was ich dir sagte. Ich werde schon rufen, wenn's an der Zeit ist. Anne geht Justus erscheint, tritt zögernd näher, bleibt halbwegs stehen, nun, diesmal ohne Aktenmeppe. Sehr liebenswürdig, bitte setz dich. Während Justus an den Tisch tritt, willst dich wohl teilnehmend erkündigen, wie mir der Spaß bekommen ist. Justus ich muss deinen Spott leider hinnehmen, fette, oder viel mehr, ich nehme ihn gern hin. Ich habe das ehrliche Bedürfnis, dich um Verzeihung zu bitten für die Kränkung, die ich dir leider antat in meinem blinden Hass. Die alte Anne hatte ganz recht, schließlich sind wir doch Blutsverwandte. Christian ich habe schon so viel Ehrlichkeit heut genossen, dass ich dir auch die deine verzeihe. Also nochmals, nimm endlich Platz. Justus setzt sich links des Tisches, ich begreife deine misstrauische Laune. Aber sie kann mich nicht hindern, dir zu bekennen, dass sich meine Meinung über deinen Charakter von innerstem Grund ausgeändert hat. Du hast mich entwaffnet ganz und gar bis unter die nackte Haut sozusagen, so dass ich mich vor mir selber schämte. Christian armer Fette, wie stockend du redest, du hast dich wieder mal gut präpariert. Beruhige dich, ich werde dir's nicht vergessen, wenn ich nächstens mein Testament neu verfasse. Oder brauchst du gleich einen Vorschuss drauf? Justus ich muss mir's gefallen lassen, wenn du mich demütigst, aber du brauchst es nicht noch mehr zu tun, als ich es wahrlich selbst schon tat. Es ist mir nicht leicht geworden, Christian, mich dermaßen zu überwinden, dass ich einem Menschen Abbitte leiste, den ich glaubte verachten zu dürfen. Ich hab's mir natürlich überlegt, und weiß alles, was du mir einwenden kannst, aber mir deucht, auch du könntest wissen, nach meinem ganzen Verhalten bei dieser Erbschaftsgeschichte, dass ich es nicht aus Berechnung tue. Christian nein, du bist ja Justus, auf Deutsch der Gerechte. Nun, es freut mich ehrlich, wenn du erkannt hast, dass die Rachsucht ein schlechtes Geschäft ist, man verrechnet sich leicht, wenn man gar zu eifrig ist. Justus, ich gebe zu, ich wollte mich rächen. Aber ich glaube, ein Mensch wie du wird es menschlich verstehen können, dass ich mich einigermaßen gereizt dazu fühlte. Und jedenfalls, ich bereue es jetzt. Christian ja, das Lebensgeschäft macht uns alle mürbe, selbst den schneidigsten Rechenmeister. Justus, du legst mir wirklich falsche Beweggründe unter. Christian oh, jeder rechnet auf seine Weise, auch wer die Abschleicher glaubt verachten zu dürfen. Du stößt wohl jetzt auf allerlei Schwierigkeiten in deiner amtlichen Regel de 3. Justus, es schmerzt mich um deinetwillen, Christian, dass du dich boshafter stellst, als du bist. Oder fühlst du mir es in der Tat nicht an, dass auch ich aus reiner Wahrheitsliebe meine menschliche Schwachheit bekenne? Ich kann dich nicht für so viel loshalten, jetzt nicht mehr, du hast mich überwältigt. Dein letztes Bekenntnis vor Gericht hat mich ergriffen wie noch nichts im Leben. Christian aber dann gönne mir doch den reinen Triumph, den meine Selbstbeherrschungskunst, man könnte auch sagen, Verstellungskunst über deine Schwachheit errungen hat. Nicht wahr? Auf diesen ehrlichen Kunstgriff war deine Menschenkenntnis nicht vorbereitet. Ja ja, lieber Vetter, sie ist nicht so einfach, die Algebra der Verbrecherseele. Justus, du wirst mich nicht irre machen mit deinen Scherzen. Ich werde nicht aufstehen von diesem Stuhl, bis du mir die Hand zur Verzeihung reichst, meinetalben Aufnehmerwidersinn. Ich traue dir nicht die kleinliche Rachsucht zu, dass du die einzige Genugtuung ablehnen wirst, die ich dir in meiner erbärmlichen Lage, der Besiegte dem Sieger, noch bieten kann. Christian oh, du kannst noch allerlei von mir lernen, sogar im Satisfaktionskomment. Ich gebe dir zum Beispiel den guten Rat, deine Rache nicht auf die lange Bank zu schieben, es ist dir schon einmal schlecht bekommen. Hättest du im Sommer nicht vier Wochen gewartet, um mir die scherzhafte Überraschung zu meinem Geburtstag zu bereiten, wer weiß, ob du jetzt der Besiegte wärst. Einem simpeln Kommerzienrat hätte man eher die Maske des Menschenfreunds abgerissen, als einem Ehrenbürger und Kronordensritter, die Behörden konnten es doch nicht wünschen, durch meine Verurteilung mit B.A. blamiert zu werden. Also lieber Justus, ich rate dir nochmals, deine geheimpolizeilichen Gerechtigkeitspläne nicht aus gar zu langer Hand weiter zu spinnen, du verwickelst dich sonst im eigenen Netz. Justus, aufstehend, wenn du mich durchaus wegjagen willst, nun gut, du kannst es, dann sind wir quitt. Dann bist du nicht der hochherzige Dulder, vor dem ich mich endlich beugen wollte. Dann bist du wirklich vom Flucht des Reichtums so bis ins Mark zu Schanden gequält, dass du überall nur noch Schmarotzer witterst. Christian, dann bin ich der ehrlose Knecht meines Geldes, der nicht geduldig zum Pranger geschleift sein wollte. Gleichfalls aufstehend, dann bin ich der verworfene Heuchler, der nicht die gnädige Hand drücken will, die ihn dem Schandmaul des Pöpels P. preisgab. Dann bin ich der Schurke, der argwöhnische, der aus all die wehwohlfeilen Worte höhnt, womit wir unsere Untat beschönigen. Dann a, taumelnd, haha halt mich, Justus, das Herz. Justus, ihm beispringend, verdammt ja, was ist? Christian lass es geht schon vorüber. Sich setzend, es war nur ein kleines Erinnerungszeichen, lächelnd, an meine Selbstbeherrschung, weißt du. Lass dich's nicht kümmern, setz dich wieder. Da Justus zögert, was äffst du uns beide mit Großmutskrimassen? Du musst doch merken, wie gern ich mich aussprechen möchte, du bist doch sonst ein witziger Mensch. Also setz dich, hier hast du meine Hand. Justus, ich dank dir, gibt ihm die Rechte, Christian, ihn fixierend, ich trau dir. Nun, was zuckst du zurück? Justus, du bist mir unheimlich, Christian, Christian, haha herrlich. Siehst du, wie ich mich freue. Das war doch endlich ein ehrliches Wort. Aber im Ernst, hast du wirklich nicht gemerkt, wie ich brenne auf eine Aussprache, eine wirklich vertrauliche Aussprache, nach meiner unfreiwilligen Einsamkeit? Mit der alten Anne, so redlich sie ist, kann man doch bloß das Einfachste reden, und André Freunde hab ich ja nicht. Es klopft, und Anne tritt mit dem Sanitätsrat ein, ah, lieber Geheimrat, alter Freund, nett, dass Sie auch auf den Buschklopfen kommen, ich fühle mich recht behaglich heute, er weist auf die Stühle neben sich. Sanitätsrat, hinter dem Tisch Platz nehmend, kann mirs denken, verehrt es der Herr Kollege von der Finanziellen Fakultät, traf eben den Bürgermeister, gratuliere, sich verneigend, zu der neuen Würde und Würdigung. Ist ja ein wahrer Triumph der Gerechtigkeit, schade, dass Sie keine Zeitungen lesen. Die ganze Presse singt Ihnen Hosianna, selbst die Sozi-Blasen ins Jubel holen. Zu Justus, der stehen geblieben ist, ich geniere Sie doch nicht, Herr, gedehnt, Polizeikommissar. Justus keineswegs, Herr geheimer Sanitätsrat, ich wollte mich ohnehin empfehlen. Ich kam nur her, um meinem Vetter die gebührende Abbitte zu leisten. Christian nein, Justus, das darfst du mir jetzt nicht antun, ich muss dich tatsächlich noch etwas fragen. Sanitätsrat dann nichts für ungut, Herr Leutnant, Sie kennen mich ja, ihm mit komischer Würde die Hand hinstreckend, es irrt der Mensch, solange es geht Christian also bitte, im Ernst, Versöhnungsfeier, Justus gibt lässig dem Sanitätsrat die Hand und setzt sich wieder links des Tisches. Bitte, Anne, du weißt ja, sie nickt, geht hinaus, ich danke dir, Justus. Sanitätsrat aber Sie haben's zu kalt hier im Zimmer, für Ihren Körper ist Kälte jetzt Gift. Christian zuckt ein wenig zusammen. Abhaden, das verflixte Prozesswort, man wird es gar nicht mehr los aus den Ohren, alle Zeitungen wimmeln von Vergiftungswort spielen. Für einen Medizinmann recht amüsant, ich darf doch ruhig davon reden. Christian O bitte, lächelnd, es sieh ich denn unruhig aus. Sanitätsrat na, Verehrter, nur keine Physi-Maten, Ihre Ruhe ist mir nicht ganz geheuer. Inzwischen ist Anne zurückgekommen, setzt eine Platte mit Gläsern und Weinflasche auf den Tisch. Christian nun, dann wollen wir heizen, meine Herren. Bitte, Anne, schenk ein Sanitätsrat und Justus, nein danke danke, strecken gleichzeitig rasch die Hand zur Abwehr, Christian so enthalt zähm auf einmal. Nun, Anne, dann mir nur, lächelnd, es ist wirklich kein Gift drin, meine Herren. Sanitätsrat aber bester, empfindlich. Na, Schwester Anne, dann seien Sie mal auch zu mir barmherzig, er lässt sich gleichfalls einschenken, Christian Justus. Justus, ich bin's zwar nicht mehr gewohnt vormittags, aber Anne, nachdem Sie auch ihm ein geschenkt, ist gern geschehen, Herr Justus. Sanitätsrat, während Anne hinausgeht, also dann, mein teuerster Herr Patient, wie gesagt, es lebe die Herzensbewegung. Sie stoßen gemessen an und trinken, denn wie gesagt, ihre Ruhe gefällt mir nicht, kommt mir nach all dem Traraa etwas unheimlich vor. Hat er eigentlich von der verträgten Affäre eine Art Nervenbelebung für Sie erwartet? Drückt Sie vielleicht ein geheimer Schmerz? Das heißt, verstehen Sie recht, ich meine, irgendein Groll, ein verbissener Kummer. Nur nichts in sich fressen, Verehrter, trinken Sie öfters ein Gläschen Champagner und sprechen Sie sich mit jemand aus, wenn die Geschichte Sie immer noch wurmt. Christian H. Hörstus, Justus, ich soll mich gesund beichten. Vor Gericht, das genügte noch nicht. Also klopf mir mal gründlich aufs Gewissen. Sanitätsrat spotten Sie nur, das ist gut gegen Blutstockung, der Herr Vetter wird's Ihnen nicht verargen. Wir müssen uns hüten, Verehrter, vor Apoplexie. Und bei Neurosen, so rätselhaft wie die Ihre, kann Herzenserleichterung Wunder tun. War mir schon im Prozess höchst interessant, dass Sie plötzlich nicht mehr zu stottern brauchten. Also nochmals, nur keine Mördergrube. Christian, Justus zu trinkend, haha heil dir also, du Wundertäter. Aber, mein lieber Geheimrat, was reizt Sie bloß, dass Sie mich durchaus gesund machen wollen. Meine Krankheit ist doch viel interessanter. Sanitätsrat nah, erlauben Sie, Beste, bedenken Sie, ich bin doch immerhin Vorstandsmitglied der Gesellschaft der Menschenfreunde. Jahresbeitrag 50 M, ungerechnet die Liebesmäler. Er trinkt aus und steht eilfertig auf, also wohl bekomm's, meine Herren, mehr als guten Rat kann ich leider nicht geben, verbeugt sich lächelnd, geht Händereibend ab, Christian nun, so nachdenklich, Herr Gewissensrat. Trink doch, du sollst mich doch animieren. Justus auf den neuen Charakter, denn, Herr Geheimrat, blickt ihn forschend an und trinkt aus, Christian, ihm das Glas wieder füllend, in der alten Mördergrube, nicht wahr. Du dachtest wohl wirklich im ersten Augenblick, ich wollte uns alle zusammen vergiften. Justus offen gesagt, Vetter, ich würde dir dankbar sein, wenn du einen anderen Ton zu mir anschlagen könntest. Ich bin vielleicht doch nicht witzig genug, um über derlei Scherze zu lachen. Christian und wenn's nun keine Scherze wären, wenn ich nun doch vielleicht gemordet hätte, noch viel planmäßiger, als du dachtest. Wenn, nach dem Porträt weisend, der Schlaganfall meines Opfers kein Zufall war, sondern von mir herbeigeführt, um auf alle Fälle sicher zu gehen, bist du noch gar nicht auf den Einfall gekommen, dass man Wutanfälle künstlich bewirken kann. Justus es scheint, du gefällst dir in der Rolle des Skrupellosen über Menschen. Du solltest mit solchen Gedanken nicht spielen in deinem überreizten Zustand. Du kannst dich doch unmöglich wohl dabei fühlen. Christian meinst du, die menschenfreundlichen Milliardäre, die in Amerika Kirchen und Schulen stiften und Krankenhäuser und Volksküchen, die zügen ihre Gefühle zu Rate, wenn sie mit ihren Börsenmanövern andere Menschen zugrunde richten. Oder um ein Beispiel zu wählen, das deinem Opfersinn näher liegt, hat sich etwa der General Bonaparte, oder irgendein Andréö-Schlachtenlenker, jemals mit Gewissensskruppeln über M-Massenmord abgegeben. Und doch bewundert ihn die christliche Menschheit, genau wie den großen Kaiser Karel, der zum höheren Ruhm seines Hahahaha-Heilands ein ganzes Herr Heiden abschlachtete, oder den edlen Bürger Robespierre, der zu Ehren der Freiheit tausende Mitbürger in den Kerker und aufs Schafort spedierte. Ja, die menschliche Bestie ist sehr beverlissen, heilige Zwecke zu erfinden, unter deren Nimbus sie sich austoben kann. Sein Glas hebend, trink, lieber Justus, und lerne L lachen. Justus, während Christian trinkt und sich hastig das Glas wieder füllt, du könntest dich auch auf Nero berufen, an dessen ehrsinnigen Gräueltaten sich der Pöbel im Kino noch heute entzückt. Trotzdem hält jeder anständige Mensch solchen großspurigen Bösewicht im Grunde für einen armen Teufel, der in die Besserungsanstalt gehörte. Christian, auflachend, haha-Himmlisch, du bist ja ungemein witzig. Wahrhaftig, das Alleranständigste wäre, wir gingen alle in die Besserungsanstalt, es ist für Hans jedermann immer noch leichter, ein Engel in Menschengestalt zu werden als ein Teufel von Übermenschengröße. Aber du trinkst ja gar nicht, du M-Menschheitsretter, zum Wohl, mein gütiger Beichtvater. Er trinkt mit sichtlicher Erregtheit. Justus, nur kurz Bescheid tunt, zum Wohl, wenn dich die Beichte nicht reut. Vielleicht ist es dir in Wahrheit lieber, dich nicht weiter auszusprechen. Christian, was weißt du von meiner Wahrheit, Mensch? Sich mäßigend, starr vor sich hin, was weiß ich schließlich selber davon? Justus beruhige dich, ich will sie nicht wissen. Christian, wer kann denn die Wahrheit über sich sagen? Das Wahre ist immer nur, was man tut. Justus, ich will auch von deinen Taten nichts wissen. Ich bin durchaus nicht darauf versessen, mich in dein Vertrauen zu drängen. Christian, lächelnd, aber du bleibst mit Vergnügen sitzen, weil meine Worte deinem Misstrauen ködern. Vergiss nicht, es sind bloß Gedankenspiele. Er trinkt wieder mit merklicher Hass. Justus, ich bin geblieben, Christian, weil du mich etwas fragen wolltest. Wenn's dir leid geworden ist, gehe ich gern. Christian, aber nein, das wirst du mir doch nicht antun, du reuevoller Blutsverwandte. Du musst doch anstandshalber ein bisschen Mitleid haben mit meinem überreizten Zustand. Natürlich will ich dich etwas fragen, sehr viel sogar, du wirst dich wundern. Du musst doch auch von Berufs wegen einigen Anteil daran nehmen, wie der verfolgten Unschuld zumute ist. Nicht wahr, lieber Vetter, das musst du doch. Justus also. Christian du scheinst es ja gar nicht erwarten zu können, er will wieder trinken, beherrscht sich aber. Also, gesetzt zum Beispiel den Fall, dir kämen jetzt, nachdem sich dein Urteil über meinen Charakter geändert hat, von Grund aus geändert hat, wie du sagtest, da käme dir nun ein D-Dokument in die Hand, womit du dem hohohohoen Gerichtshof den vollen Beweis erbringen könntest, dass ich mich in der Tat vor Jahren als Unmensch, absichtlich, betätere, tätigt habe, was würdest du da tun, lieber Justus? Justus du wirst doch nicht im Ernst erwarten, dass ich auf solche wahnwitzige Frage eine vernünftige Antwort geben soll. Christian du meinst, ich würde jetzt nicht mehr ins Zuchthaus, sondern ins Irrenhaus gehören. Sehr freundlich, aber das scheint mir falsch, ich halte meine Vernunft für recht klar. Doch gesetzt, ich war wirklich so irrsinnig, aus allgemeiner M-Menschenliebe einen einzelnen Menschen zu morden, dann ist doch Irrsinn noch kein triftiger Grund, einen M-Mörder frei zu sprechen. Das wäre wohl höchstens dann vernünftig, wenn alle Ehrenmörder wären. Du bist doch jedenfalls der Ansicht, mindestens doch von Amts wegen, dass man verbrecherische Gelüste aus der Menschheit ausrotten müsse, und dass sich das nur durchsetzen lässt, wenn man die Verbrecher bestraft. Warum also einen M-Mörder schonen, der zufällig auch noch irrsinnig ist, den müsste man doch erst recht bestrafen, damit sich nicht etwa André ihre ein reizendes Beispiel an ihm nehmen. Ja, wär's noch ein M-M-M-Massenmörder, vor dem sich die vernünftige Menschheit mit Staunen und Grauen verkriechen könnte. Aber ein ganz gewöhnlicher Gelegenheitsmörder, wozu denn den unter die Glasklocke setzen? Ich glaube, du wirst mir zugeben müssen, dass meine überreizten Gedankenspiele ziemlich folgerichtig sind. Justus unheimlich richtig, wie ich gleichfalls schon sagte. Christian, lächelnd, ja, es ist schwer, sich verstehen zu lernen. Das Glas hebend, zum Wohl. So trinkt doch endlich aus. Justus, sein Glas mit der Hand bedeckend, nein, danke, keinen Tropfen mehr. Christian, du fürchtest wohl, du lernst mich zu gut verstehen. Das Glas hinsetzend, ohne getrunken zu haben, soll ich dich lieber nicht weiter fragen. Justus, lächelnd, ich fürchte, du wirst es nicht lassen können. Christian, sehr wahr. Du fängst wirklich an zu verstehen. Also gesetzt, du fändest irgendein Schriftstück, das mein Verbrechen unwiderleglich bewiese, zum Beispiel ein Tagebuch von mir, das ich damals geschrieben hätte, in das ich alles verzeichnet hätte, was mich zu der Untat verführte, indem ich mir Rechenschaft ablegte, über meine Gedanken und Gefühle, vor der Tat und nach der Tat, wie ich mit meinem Gewissen kämpfte, Jahr aus Jahr ein, von Wehwoche zu Woche, wie ich mich prüfte und mich quälte mit meiner scharhauderhaft klaren Vernunft, wie Ich L langsam die Feigheit überwand, die in unseren sittlichen Grundsätzen nistet, wie ich in allen Gründen und Abgründen meiner Seele herumstocherte, um die Gewürme der Angst und Reue, des Ekels und Dünkels zu zerquetschen, er hat sich krampfig ans Herz gegriffen, würdest du jetzt noch wehwillens sein, mich aufgrund eines solchen Bekenntnisses öffentlich zu brandmarken? Justus aber lieber Christian, nimm's nicht übel, verzeih mir meine Offenheit, das sind ja leere Hirngespinste. Solch Tagebuch ist doch nicht vorhanden, also kann ich es auch nicht finden, also auch zu der Frage nicht Stellung nehmen. Christian du meinst, weil du's nicht gefunden hast bei deiner amtlichen Haussuchung hier. Lächelnd, hast wohl gründlichst an den Wänden geklopft. Zum Beispiel, nach dem Porträt weisend, hinter dem Erbstück da. Nun, vielleicht gibt es doch Verstecke, die selbst einem Detektivoffizier ein Buch mit sieben Siegeln sind. Justus, lachend, da kann ich dich gründlichst beruhigen. In der alten Budde, die wir von Kindheit an kennen, ist mir kein Blättchen verborgen geblieben, geschweige ein ganzes Tagebuch. Christian nun, die Mühe hättest du sparen können. Es wäre doch gar zu gewöhnlich gewesen, ein solches Beweisstück hier aufzubewahren, wo jeder Schnüffung Flair es finden konnte, für einen so harmlosen Bösewicht wirst du mich jetzt wohl nicht mehr halten. Aber gesetzt, ich hätte es anderswo, an ganz sicherer Stelle, hinterlegt, unter unantastbarem Siegel zum Beispiel bei irgendeinem Notar, oder in der Stahlkammer einer Bank, etwa als Anhang zu meinem T-Testament, das erst nach meinem seligen Tod gerichtlich geöffnet werden darf, gesetzt, ich hätte meine Erben, zum Beispiel einen gewissen Justus, oder vielleicht auch die alte Anne, mit der Erlaubnis betrauen wollen, die Menschheit darüber aufzuklären, welch Scheusal dieser M-Menschenfreund war mit welcher kaltblütigen Hehehinterlist er ein gebrechliches Weib umgarnte, wie er ihre Krankheit mit langsamen Reizmitteln nährte, ihren zügellos gewordenen Jähzorn bis zur Selbstzerrüttung auf Peet Pellte, wie er ihr schließlich seinen M-Mordplan enthüllte, dass sie vor unemmächtiger Wut Justus, brüsk aufstehend und sich reckend, genug, jetzt hab ich genug gehört, ich bedauere meine Gutgläubigkeit, ich speihe auf deinen frechen Hohn, du denkst, du bist jetzt sicher vor mir, du wirst dich irren, du kennst mich noch nicht, ich werde nicht ruhen, bis du entlarvt bist, keinen Schritt mehr sollst du im Leben tun, hinter dem du nicht meine Augen spürst, bei Tag und Nacht, ich werde dir nah sein, dein Doppelgänger, dein Alb, dein Gespenst Christian, hat sich gleichfalls erhoben, im Fibrik in die Augen starrend, du wirst mir von Grund aus willkommen sein, du wirst mir das höchste Vergnügen bereiten, nachdem ich im Leben getrachtet habe, du wirst mir tagtäglich den vollen Genuss meiner M-Menschenwürde verschaffen, du wirst mir der Hund sein, der bis zum Irrsinn nach meiner Gewissenspfeife tanzt, du wirst Justus, ich werde dein Spiegel sein, du bist ja der buddenloseste Teufel, der sich jemals vor sich selber versteckt hat, ich werde dir endlich einmal zeigen, Christian, dein wahres Antlitz, nicht wahr, Ha ha ha, ist das deine Reue, du anständiger Mensch, kenn ich dich jetzt, du ehrlicher Fette, ich kann dir noch mehr Verbrechen vorlügen, um dein M-Mitgefühl zu befriedigen, ich sollte wohl gleich vor Rührung zerschmelzen ob deiner edlen Gutgläubigkeit, ha ha himmlisch, du entlarvter Engel, du Chirub der Gerechtigkeit, hab ich dir endlich einmal ins Herz geleuchtet, in die M-Mördergrube, ha ha ha, sein Gelächter schlägt um in einen Will-Out, er greift in die Luft und bricht zusammen, Justus, beugt sich über den Tisch vor, mit beiden Fäusten aufgestemmt, betrachtet kalt den Ohnmächtigen, diesmal scheint's echt, du traust dir zu viel zu, Bursche, er geht langsam zur Tür, öffnet, ruft, Schwester Anne, er zieht seine Taschenuhr, überlegt, Anne was ist, erschreckend, um Gottes Willen, sie eilt an den Lehnstuhl, nimmt Christians Kopf in den Arm, lockert ihm Kragen und Halsbinde, Justus, an der Tür bleibend, dem Herrn ist der Wein wohl zu stark gewesen, ich werde den Sanitätsrat holen, und den Notar, wie heißt er doch gleich, Anne welcher Notar, ich weiß ihn nicht, der Herr sagt mir nichts von seinen Geschäften, Justus nun, dann nachher, auf bald, Schwester Anne, wir müssen dem Herrn jetzt ein bisschen beistehen, wir wollen nachher darüber sprechen, Anne gewiss, Herr Justus, das wollen wir, Justus also auf bald, Anne auf bald, Herr Justus, nachdem Justus gegangen ist, leise, Vater, hilf deinen schwachen Kindern, Vorhang, dritter Akt, Christian Wach, sitzt im Lehnstuhl hinter dem Mitteltisch, den Unterkörper in schwarze Decken gehüllt, vor ihm liegen Geschäftspapiere, in denen er blättert und Zahlen nachrechnet, in der linken Hand einen Bleistift haltend, man sieht, sein rechter Arm ist gelähmt, hängt in einer schwarzen Binde, seine Stimme klingt untergraben, also noch knappe neun Millionen, den Bleistift hinlegend, es geht zu Ende, Christian Wach, sich mühsam nach dem Porträt umweisendend, deine Schatzgrube ist bald leer, alter Drachen, Hand aufs Herz legend, schwer vor sich hin, und die Mördergrube wird immer voller, die alte Anne, tritt in die Tür, ein winziges, aber sorgsam geschmücktes Weihnachtsbäumchen auftragend, so, Herr Christian, damit sie doch merken, dass uns heute der Heiland geboren ist, vor ihn hintrittend, der Erlöser, lieber Herr Christian, das Bäumchen auf den Tisch stellend, Geld, ich darf es heute Abend uns anzünden, zu Heiligabend ist das keine Verschwendung, Christian, das hast du doch früher nicht getan, lächelnd, du denkst wohl, jetzt bin ich hilflos genug, dass du mir neue Lichter aufstecken kannst, Anne, ja, ich hätt mir schon eher ein Herz fassen sollen, wir sind allesamt hilflos genug, Christian besonders, wenn wir es uns einreden lassen, ich halte mich lieber an das Sprichwort, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott, das ist auch für die Gottlosen brauchbar, Anne, es gibt noch ein anderes Sprichwort, Herr Christian, Gott verlässt die Seinen nicht, und mancher ist sein, der es nicht wahrhaben will, Christian, wenn ich nicht wüsste, wie gut du's meinst, könnte ich glauben, du dankst deinem Gott im Stillen, dass er mich damals nach meiner Freisprechung, auf seinen rechten Arm deutend, mit dem Schlaganfall begnadet hat, Anne, seine Wege sind nicht die Unzehren, Christian, schon recht, schon recht, ich kenn deine Stendreden, auf den Stuhl zu seiner Linken weisend, komm, setz dich lieber, ich muss dir was sagen, aber stell erst das Bäumchen einstweilen beiseite, sonst vergeht mir bis Abend die Freude daran, während Anne es auf den Bücherbord trägt, ich habe gestern mit dem Notar mein Testament ins Reine gebracht, er berührt die Papiere, schüttelt sich unwillkürlich, aber leg noch bitte etwas Holz aufs Feuer, und wenn nachher der Minister kommt, legst du nochmals ein bisschen nach, hat er nicht im Melden lassen, worum sich's handelt, Anne, ein paar Scheite in den Kamin legend, es wird halt wegen der neuen Stiftung sein, die Grundsteinlegung der Radioklinik, Christian, nein, das hab ich mir schon verbeten, dass sie auf meinen Namen getauft wird, also komm jetzt, wir wollen uns aussprechen, Anne, sich setzend, ihm in die Augen blickend, ja, wenn sie das wollten, Herr Christian, Christian willst du mich wieder aufregen, Anne, das kannst du dem Justus überlassen, er hat sich wohl jetzt mit dir verschworen, meine werte Seele zu retten, seitdem er hier mit im Hause wohnt, wird er von Tag zu Tag christlicher, Anne, auch der Herr Justus meint's gut auf seine Weise, Christian gewiss, versteht sich, und ich lohns ihm auf meine, das eben will ich mit dir besprechen, Anne, wenn sie's aber doch aufregt, grad immer das, immer wieder diese unselige Erbschaft, diese Sorge um den morgigen Tag, und grad zum Christfest, es hat doch Zeit, Christian nein, Anne, mit meiner Zeit ist's bald aus, kannst ruhig darüber reden mit mir, meinst du, ich fürchte mich vor dem Tee tot, was tut's denn, ein bisschen früher zu sterben, als es ohne die Sorge vielleicht geschehe, was heißt denn sterben, keine Sorgen mehr haben, kann man sich davor fürchten im Leben, kann man das überhaupt begreifen, ich kann meinen Tod mir nicht vorstellen, Anne ja, sie will nicht sterben, die ewige Seele, Christian kommst du schon wieder mit deiner Gottesfurcht, versteh doch, ich habe andere Sorgen, Anne, seine Linke streichelnd, nicht Furcht, nicht Furcht, Gott will vertrauen, furchtbar ist bloß die menschliche Selbstsucht, Christian, lächelnd, dann sei also selbstlos und hör mir zu, ein Schriftstück aus den Papieren nehmend, hier ist mein Vermögen drin verzeichnet, es sind, nach Abzug aller Unterhaltsgelder für die bestehenden Stiftungen, noch etwa neun Millionen Mark, davon habe ich drei dem Justus vermacht, den Rest, wenn du nichts dagegen hast, dir, Anne aber Christian lass mich erst ausreden, bitte, du kannst damit machen, was du willst, kannst den Plunder verschenken, an wen du willst, meinet halben an den vollkommensten Strolch, nur die eine Bedingung ist dir gestellt, keinen Pfennig mehr darfst du für irgendeine dieser öffentlichen A-Anstalten stiften, die unter der Maske des Samariter-Dienstes eine Gesellschaft von Pharisäern züchten, denn dass du's nur weißt, liebe alte Anne, ich will dich nicht in Versuchung führen, ob deine Barmherzigkeit auch am Ende in die allgemeine Herzlosigkeit umschlägt, die sich im Menschenfreundlichkeit nennt, selbst das größte Gefühl wird klein, wenn es sich aufputzt mit großen Begriffen, ein bisschen Güte von Mensch zu Mensch ist besser als alle Liebe zur Menschheit, Anne das sagen sie bloß wieder, um sich zu quälen. Der gute Wille ist allzeit heilig. Christian, wenn du also einverstanden bist, dann liegt es auch in deiner Hand, das Vermächtnis an Justus größer zu machen. Ich möchte mit ihm nicht darüber sprechen, und ich bitte auch dich inständig, es nicht vor meinem Tee-Tode zu tun, er denkt sonst, ich wolle ihn bestechen, und das würde die Versöhnung erschweren, die ich noch von ihm zu erlangen hoffe. Also nicht wahr, du schweigst darüber. Anne ja gewiss, Herr Christian, gern. Christian du kannst dir ja immer überlegen, ob es vielleicht ein christliches Werk ist, ihm mehr als die drei Millionen zu geben, die er vor Jahren von mir verlangt hat, meinet halben das Doppelte. Anne was ist da groß zu überlegen? Was braucht ein einzelner Mensch so viel Geld? Es lädt ihm bloß Ängste auf die Seele. Sie, Herr Christian, hätten's auch leichter gehabt, wär nit die große Erbschaft gewesen. Christian, lächelnd, du fühlst dich wohl nicht als einzelner Mensch. Anne, lachend, oh, ich leichte Person. Bei mir bleibt's nit lang. Hier in der Nähe gibt's, ne ganze Straße, da konnt man in einer Nacht die Millionen loswerden, damit das geschminkte Elend mal ein rechtschaffen Christfest feiern kann. Christian, du hast's ja gut vor, gib nur Acht, dass dir die Lichter nicht den Baum verbrennen. Glaub mir, was der Mensch auch tun mag aus Mitleid, es ist nie genug und immer zu viel. Du wirst vielleicht noch zufrieden sein, dass du dem Justus die Sorge aufpacken kannst, wie man das Geld am besten loswird. Anne davor ist mir nit beng, dafür sorgt unser Herrgott, ist eitel Dunst um jegliche Guttat, die seine Welt verbessern will. Einfach wohltun, so viel man kann, aus Freud am Wohltun, mehr kann man nit. Was wird denn der stolze Herr Justus sagen, wollt ich vor ihn hintreten und ihm was schenken? Nein, das geht nit, dem kann ich das nicht antun. Christian, langsam nach ihrer Hand tastend, verzeih mir, Anne ich hab dich zu spät erkannt Anne und wenn's noch Zeit wär, Herr Christian die andere Sorge auch loszuwerden. Christian, sich aufraffend, rau, was soll das? Lass das! Ich sagte, zu spät, Anne, seine Linke mit beiden Händen ergreifend, ich hab geschwiegen so viele Jahre lang, ich werd schweigen darüber bis ans Grab, sprechen sie aus, was ihnen das Herz abdrückt. Christian sei vernünftig, Anne, reg mich nicht auf. Lächelnd, du weißt, das verträgt der Geheimrat nicht. Anne ich bitte sie, Herr Christian, Herr Christian, liebster Herr, spotten sie nicht, ich flehe sie an. Zu ihm hin knient, ich hab noch nie vor einem Menschen gekniet, ich beschwör sie bei ihrer Qual, mit beiden Händen nach dem Porträt weisend, bei den Augen, die sie verfolgen, nehmen sie nicht das Geheimnis mit hinüber. Christian steh auf, du beschämst mich. Ich dir dulde das nicht. Der Justus hat dich ganz wirr gemacht. Steh auf, sag ich dir, du machst mich zu schanden. Willst du mir noch einen Schlaganfall einjagen? Anne ich will ihrer armen Seele beistehen. Die macht's ja nur, dass der Körper büßt. Christian, will seine linke gehen himmel spreizend, ist denn selbst die Barmherzigkeit eine Furie? Die Hand auf Annens Kopf senkend, sanft, was weißt du von meiner Busse, du Engel? Steh auf, du überhebst dich vor Demut. Die Hand an seine Stirn legend, in dies geheimfach dringt nur der Tod. Draußen elektrisches Klingelzeichen, während Anne sich erhebt. Geh, öffne, matt ihre Hand ergreifend, du hast mir wohl getan Anne. Küss seine Stirn, dann mit traumhaftem Ausdruck, denn uns ist heute der Heiland erschienen, legt beglückt ihre Hände vor die Brust und geht so leise nickend hinaus. Christian, wendet sich langsam nach dem Porträt um, verfolgst du mich wirklich noch? Wendet sich langsam zurück, schließt die Augen, dann mit verklärtem Gesicht, bald nicht mehr, die Tür geht auf, Anne lässt den Minister und den Oberbürgermeister eintreten, der Minister, mit einer Verbeugung, der sich der Bürgermeister anschließt, während Anne Holz in den Kamin legt, guten Tag, Herr Geheimer Rat, es tut mir leid, sie stören zu müssen. Christian wach nicht im Geringsten, euer Exzellenz. Wollen Sie nur entschuldigen, dass mein Zustand mir nicht erlaubt, den Herren geht's ihm ent entgegenzukommen. Darf ich bitten, Platz zu nehmen? Minister, während Anne hinausgeht, die Ehrerbietung erfordert zunächst, meinen Auftrag stehend zu erstatten. Auf Befehl seiner königlichen Hoheit, ansatzgnädigsten Landesherrn, habe ich Ihnen, Herr Geheimer Rat, die persönliche Eröffnung zu machen, so sehr die Gesinnung zu würdigen ist, aus der Sie Ihre Namensverknüpfung mit dem von Ihnen gestifteten Radioklinischen Institut ablehnen, kann doch des guten Beispiels wegen ein solches Geschenk nicht angenommen werden, ohne es durch ein rühmliches Zeichen der allgemeinen Erkenntlichkeit zu erwidern. Seine königliche Hoheit haben daher geruht, in der Annahme, dass es Ihnen eine Weihnachtsfreude bereiten wird, Sie in den Adelsstand zu erheben, die Urkunde folgt heute Nachmittag. Sich auf den Stuhl links des Tisches setzend, mit lächelnder Unamtlichkeit, ich erlaube mir, Herr von Wach, Ihnen ohne Phrase zu sagen, dass ich Ihren Dank richtig ausrichten werde. Christian von Wach Doch es liegt meinem Selbstgefühl fern, Exzellenz, mich gegen ein gütiges Wort zu wehren, Sie reichen einander unwillkürlich die Hand. Der Bürgermeister, ist stehen geblieben, räuspert sich, ich bin nicht bloß erschienen, Herr Geheimrat von Wach, um Ihnen meinen aufrichtigen Glückwunsch zu der soeben vernommenen hohen Auszeichnung darzubringen, ich stehe hier zugleich in Vertretung der behördlichen Körperschaften unserer Haupt- und Residenzstadt, die auf mein Sachliches betreiben, trotz der persönlichen Widerstände gewisser starkköpfiger Mitbürger, den weitherzigen Beschluss gefasst haben, zur dauernden Erinnerung an die gemeinnützige Betätigung ihrer unentwegten Menschenliebe ein bedeutsames Merkmal zu errichten, sowohl um Ihnen selbst im Gedächtnis künftiger Zeiten und Geschlechter Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, als auch um andere Menschenfreunde zu gleicher Betätigung anzuleiten. In diesem überpersönlichen Sinne, hoch zuverirrender Herr Geheimrat, soll Ihr in Öl gemaltes Porträt, und zwar von der Hand des bewährten Direktors unserer Kunstakademie, in unserem Rathause aufgehängt werden, und in Rücksicht auf Ihre so werte Gesundheit, deren baldige Wiederherstellung jeder Wohlgesinnte wünschen muss, bitte ich Sie, ihm mitzuteilen, zu welchen Stunden Sie ihm in der Festwoche die leider aus künstlerischen Gründen unumgänglich erforderlichen Modellsitzungen gewähren wollen. Christian von Wach Sie dürfen überzeugt sein, Herr Oberbürgermeister, dass ich Ihren weitherzigen Beschluss im vollen Umfang zu schätzen weiß, sowohl die überpersönliche Gerechtigkeit wie die persönlichen Widerstände. Ich meines Teils würde zwar am liebsten ebenso starrköpfigen Widerstand leisten, aber da ich nicht mehr kräftig genug zu dieser, absichtlich, betätere Tätigung bin, so bitte ich dem Herrn Akademiedirektor mit einem verbindlichen Gruß zu bestellen, dass er seine Staffelei wohl bald vor meiner L-Leiche wird aufschlagen können. Bürgermeister, ich hoffe, verehrter Herr Geheimrat, Sie werden damit nicht sagen wollen, Christian von Wach erregt, ich will damit sagen, verehrter Herr Oberb-Bürgermeister, dass ich nach meinem Tod nicht verhindern kann, der M-Menschheit in Öl serviert zu werden, zu meinen L-Lebzeiten bin ich lalala leider, sich zusammennehmend, für diese sachliche Behandlung meiner nebensächlichen Person nicht ganz menschenfreundlich genug. Bürgermeister, sich in die Brust werfend, ich hätte es kaum für möglich gehalten, dass eine so wohl erwogene Ehrung auf solche Verkennung stoßen würde. Zu meinem tiefsten Bedauern bleibt mir nur übrig, dies der Bürgerschaft zur Kenntnis zu bringen, und wenn ich mich jetzt hier verabschieden muss, so geschieht es mit dem Bewusstsein, mit dem erhebenden Bewusstsein, dass ich des Beifalls der weitesten Kreise in diesem Falle gewiss sein darf. Ich empfehle mich Euer Exzellenz, der Minister steht auf, oder falls Sie mich zu begleiten gedenken Christian von Wach darf ich wohl bitten, Exzellenz, noch einen Augenblick zu verweilen. Minister Gern, Herr Geheimrat, Verzeihung, Herr Oberbürgermeister, Bürgermeister so empfehle ich mich denn wie gesagt, man verbeugt sich gemessen, er geht gewichtig ab, Minister, indem er sich widersetzt, ich bin zu jeder Vermittlung bereit. Christian von Wach Es tut keine mehr not, lächelnd, ich bin erledigt. Ernsthaft, ich wollte nur fragen, Exzellenz, würden Sie wohl einem Sterbenden eine unumwundene Antwort geben? Minister Soweit das Menschen möglich ist Christian von Wach Warum häuft man Ehren auf eine Person, die man doch für schändlich hält? Warum peinigt man mich mit Gnaden mähnen, hinter denen der Abscheu grenzt? Minister Die Ehre gilt niemals der Person, stets nur der Sache, der man dient. Lächelnd, das entschuldigt auch die Person, die uns soeben verlassen hat. Christian von Wach Also Wir sind alle dazu verdammt, einander Böses zu tun im Kampf um das Gute. Minister Wenn's die Sache verlangt Jeder Sieg kostet Opfer Christian von Wach Wo bleibt dann die Grenze zwischen Tat und Untat, Heldentum und Verbrechertum? Was berechtigt uns, André zu opfern? Minister Diskret ihm huldigend, wohl was uns verpflichtet, uns selbst zu opfern? Aufstehend, wem es die innere Stimme sagt, der fragt wohl nicht nach dem Urteil der Welt. Christian von Wach Ich danke Euer Exzellenz. Minister Ihm die Hand hinstreckend, ich wünsche Ihnen ein frohes Fest. Christian von Wach Ihnen noch viele Exzellenz Minister Ab An der Tür sich nochmals verneigend, Christian erwidert den Gruß, schließt dann die Augen und raunt vor sich hin, wem es die innere Stimme sagt. Es klopft und Justus Wachtritt ein, nun, Justus, mein Spiegel, bist du schön blank heut. Justus, sich rechts des Tisches setzend, macht es dir wirklich noch immer Vergnügen, mir das unbedachte Wort nachzutragen, das ich damals in der Erregtheit hinwarf. Christian, wie sollte es nicht? Du bist doch noch immer bestrebt, mir mein wahres Gesicht zu zeigen. Das macht mir wirklich ein ungemeines Vergnügen, das Einzige, das mir die Welt noch bietet. Ich bin dir auch wirklich dankbar dafür. Justus, also dazu hast du mich in dein Haus gelockt, dem Herrn Geheimrat als Hofnarr zu dienen. Und ich war einfältig genug, mir von der guten Anne aufschwatzen zu lassen, es sei dir ernstlich um eine Versöhnung zu tun. Christian, außerordentlich rührend bei deinem Beruf, dies Selbstbekenntnis deiner Einfalt. Seit wann bist du denn so versöhnlich gestimmt? Justus, du weißt sehr gut, dass es mich reut, deinen Schlaganfall veranlasst zu haben, wenn es auch ohne Absicht geschah. Christian, ja, das hast du mir schon mehrmals gesagt. Aber nicht wahr, mein Tagebuch, das hast du noch immer nicht aufgespürt. Justus, hältst du es denn in der Tat für möglich? Ich hätte bei einiger Überlegung nur eine Minute lang geglaubt, dass ein solches Geständnis vorhanden sei. Wenn du es je geschrieben hättest, wär es doch längst von dir vernichtet. Christian, wie zufällig die Hand auf seine Papiere legend, und wenn es nun doch noch irgendwo läge. Justus, ich lasse mich nicht mehr zum Narren halten. Christian, wenn es mir nun eine Wollust wäre, mit der Entdeckungsgefahr zu spielen. Wenn mich immerfort die L-Lust stark hältte, die unersättlich marternde Lust, mein Geheimnis der Welt ins Gesicht zu schreien. Und dabei die Wehwonne der Selbstbeherrschung, der Welt nicht den Gefallen zu tun. Mich nicht knechten zu lassen von dieser Beweichzucht. Diesem schamlosen Mitteilungstrieb, der uns alle zu armen Sündern macht. Hast du dir das noch nie überlegt? Justus, wenn du mich etwa nötigen willst, Weihnachten anderswo zu feiern, dann bitte sage es mir doch offen. Die Anspielungen auf meinen Beruf werden mir nachgerade lästig. Christian, du kannst dir also gar nicht denken, dass ein M-Mörder ein ehrlicher Mensch sein kann. Justus, ich denke mir, dass du durch deinen Reichtum, weil du keine André Beschäftigung hattest, zum Grillenfänger geworden bist. Nun tüftelst du dir aus allerlei Zufällen ein neunmal kluges Verbrechen zusammen, bloß um dir nicht einzugestehen, dass dir glücklicherweise der Mut dazu fehlte. Christian, deine Menschenkenntnis ist fast so gründlich wie deine gute Meinung von mir. In der Tat, Vetter, es ist tief beschämend, so als Elender mit Mensch dazusitzen, wo man Teufel und Engel zugleich sein wollte. Justus nun, die Märtyrerrolle hat auch ihre Glorie. Sonst hättest du wohl die Selbstquälerei nicht so lange ausgehalten. Christian und wenn ich nun all die Jahre lang gegen die Versuchung angekämpft hätte, diese Qual mit eigener Hand ab zu bebrechen. Krampfhaft die Hand aufs Herz drückend, wenn's mir nun zu erbärmlich gewesen wäre, so vor mir selbst in die Bebinsen zu gehen. Wenn ich lieber die Busse ertragen hätte, vor jedem unbebedachten Wörtchen zu beben, als diese Bebaballer, sich bezwingend, da Justus ihm Hilfe leisten will, lass ich danke ich wollte sagen, Blamage des Selbstmords. Justus ich muss es wohl aufgeben, Christian, dein Gewissen zu beruhigen. Christian, lächelnd, ja, wir haben beide unseren Beruf verfehlt, du als Mitmensch, und ich als Unmensch. Justus, ich will dich wahrhaftig nicht aufregen, aber du zwingst mich ja dazu. Warum bringst du das Unrecht, das ich dir antat, trotz meiner Abbitte immer wieder zur Sprache? Christian, vielleicht weil es mein Gewissen beruhigt, deine Gerechtigkeit wanken zu sehen. Wenn du sicher wüsstest, ich hatte gemordet, würdest du dann wohl noch geneigt sein, mir die Hand zur Versöhnung zu bieten? Justus es gibt doch Morde, die sogar das Gericht verzeiht. Christian in der Tat, du bist sehr entgegenkommend. Und die Massenmorde fürs Vaterland, das heißt für Thron und Altar und Kapital, oder für Freiheit, Gleichheit, Elüderlichkeit oder sonstige große Rosinnen, die verherrlicht sogar die Wehweltgeschichte. Bloß, das sind alles Morde aus Leidenschaft, aus Eifersucht, Rachsucht, Ehrgefühl, Pflichtgefühl, die freilich entschuldigt man etelmütig. Justus nun, wenn auch nicht gerade vor Gericht, aber unter vier Augen betrachtet, ist wohl auch deine Art Menschenliebe eine entschuldbare Leidenschaft. Christian, lächelnd, aber Justus, ich werde Ehre an dir. Sollte ich endlich dein Herz erweicht haben? Justus, schroff, wenn du mir keinen Glauben schenkst, beweisen lässt sich dergleichen nicht. Christian, die Hand auf seine Papiere legend, wer weiß, ich könnte mich doch vielleicht unter vier Augen überzeugen, wie weit du mein Vertrauen erst. Justus, so, könntest du das? Christian, wenn ich wüsste, Justus, wie weit du dir selber trauen darfst. Da Justus meine Macht aufzufahren, bitte bleib sitzen, ich will dich nicht kränken. An deinen guten Willen glaube ich gern. Ich wollte dich sogar zum Christfest um einen kleinen L-Liebesdienst bitten. Justus, wenn es dir wirklich ernst darum ist. Christian, nimmt aus seinen Papieren ein mit fünf roten Siegeln verschlossenes Heft. Ich habe gestern mein Testament neu verfasst. Ich wollte dich bitten, hier das alte, draußen elektrisches Klingelzeichen, ah, der Sanitätsrat, nun, dann nachher. Das Heft wieder unter die Schriftstücke schiebend, ich bin sein besuchtester Patient, seitdem er mich nicht mehr retten kann. Anne lässt den Sanitätsrat eintreten, willkommen, mein werter Lebensretter. Sanitätsrat, während Anne an den Kamin geht und wieder Holz aufs Feuer legt, danke, danke, mein teuerster Todeskandidat. zu Justus, der aufgestanden ist, aber bitte doch Platz zu behalten. Sich gleichfalls setzend, links des Tisches, und bitte mich nicht misszuverstehen. Todeskandidaten sind wir ja alle, sie können mich noch gut überleben. Christians linkes Handgelenk nehmend, sich nach Anne umdrehend, Geld, Schwester, der reine Methusalems Puls. Sie messen den Blutdruck doch noch regelmäßig. Anne gewiss, Herr Geheimrat, er ist etwas niedriger. Sanitätsrat, während Anne hinausgeht, natürlich. Bloß Aufregung vermeiden. Bei ihrer zähen Konstitution, wir werden schon wieder Lebensmut fassen. In der letzten Sitzung der Menschenfreunde hat man sogar darauf gewettet, sie würden doch noch Mitglied werden. Christian sehr gütig, aber einstweilen scheint mir, der ehrlichste Menschenfreund ist der T-Tot. Sanitätsrat ja, der Mensch bleibt ewig ein Grillenfänger. Christian haha hörst zu's, fette, jetzt muss ich es wohl glauben. Justus, lachend, die Diagnose stellt dir jeder Sanitätsrat jeder Wohlgesinnte, sagt der Herr Bürgermeister. Zu Christian, aber was hat denn der Biedermann? Begegnete mir bei der neuen Klinik und machte ein Gesicht wie ein Truthahn, als ich ihren Namen nannte. Christian ist ihnen vielleicht auch der Akademie der Direktor bei der neuen Klinik begegnet. Sanitätsrat aber verehrt Esther, ruhig Blut. Sie werden sich doch nicht einbilden, ich hätte den Kitsch mit ausgeheckt. Christian nein, aber jeder P-Pinsel bildet sich ein, er dürfe mich mit Berühmtheit beschmattern, weil ich das selber schon reichlich besorgt habe. Sanitätsrat ja, der Mensch ist von Natur größen wahnsinnig. Aber wie gesagt, nur nichts tragisch nehmen. zu Justus, nicht wahr, Herr Leutnant, sie werden das ihre tun, uns die Grillen vertreiben zu helfen. Justus ja selbst verständlich. Nach Kräften mein möglichstes Sanitätsrat aufstehend, also dann, gesundes Fest allerseits. Und nicht wahr, wenn das Herz Chen doch wieder muckt, sind ja nur drei Schritte zu mehr hinüber. Christian, lächelnd, die Hand ins Leere schwenkend, mancher geht auch ohne Schritte hinüber Sanitätsrat oho. Solche Witze darf ich bloß machen. Beiden Herren die Hand schüttelnd, na wie gesagt, gesegnete Mahlzeit, geht Händereib enteilen's ab, Christian es scheint, die Menschenfreunde wollen mich jetzt zum eingebildeten Kranken stempeln. Justus das könnte dir doch nur angenehm sein. Christian und wenn es mir nun entsetzlich wäre. Justus über diese Annahme darf ich wohl lächeln. Christian wenn ich dir aber nun eingestände, wie es mich manchmal ekelt und reut, dass ich mich nicht verurteilen ließ. Wie es mich damals bebohrend drängte, öffentlich für die Tat einzutreten, zu der mir, wie du jetzt gütigst meinst, geglücklicherweise der Mut gefehlt hat. Justus dann müsstest du mir schon erlauben, auch diese Einbildung zu belächeln. Christian auch wenn ich weh wirklich gemordet hätte. Justus dann doch erst recht, bei deiner Gemütsart. Christian bei meiner Feigheit, willst du wohl sagen? Justus nein, in diesem Falle, bei deiner Verstocktheit. Christian sehr schmeichelhaft, dass du die für so stark hältst. Aber die Reue kann ebenso stark sein, selbst im verstocktesten Missetäter. Dein bewundeter Bonaparte zum Beispiel, haha, hunderttausende hat er skrupellos auf seinen Schlachtfeldern umgebracht, aber der eine Dükdeng hin, den er Hai hinterlistig hinrichten ließ, der wurmte ihn noch auf Sankt Helena, trotz aller staatsklugen Entschuldigungsgründe. Die Vernunft mag noch so zielbewusst über das Gewissen hinweg schreiten, das Gemüt L lässt sich nicht hintergehen. Justus nun, du merkst wohl, ich sprach dir bloß zum Munde. Da es dir Spaß macht, dich selbst zu narren, will ich kein Spielverderber sein. Christian also du hältst mich nicht für verstockt. Justus sonst hättest du doch wohl kaum die Absicht, gerade mir einen Liebesdienst anzuvertrauen. Christian, lächelnd, sehr freundlich, dass du mich erinnerst. Das versiegelte Heft wieder aber darf ich dich erst noch bitten, mir mit deiner ermöglichsten Offenheit eine Frage zu beantworten. Justus und Christian gesetzt, ich hätte den Mut gehabt, den du mir ehrlicherweise absprichst, gesetzt, ich hätte trotzdem die Reue, die du mir anstandshalber nicht zutraust, schwer die Hand auf das Heft legend, gesetzt, ich lieber Vetter nicht vor Zeugen, Herr KI Kriminalkommissar, wärest du dann noch bereit zu dem Liebesdienst? Justus wie kann ich das wissen ohne Beweis Christian ist mein Anblick dir nicht Beweis genug? Justus ich muss wohl verstummen, wenn du so fragst. Christian du meinst, ein Verbrecher verdient kein Vertrauen? Justus wenn er bereut, vertraut ihm sogar der Richter Christian und wenn dich nun ein solcher Verbrecher, dem die Reue aus jeder Krimasse stiert, den sie teetausendfältig härter gestraft hat, als irgendein Richter strafen kann, wenn dich der nun unter vier Augen wähte, wieder die Hand auf das Heft legend, hier ist mein Geständnis, vernichte es. Du hältst meine Seele in der Hand. Du kannst sie aus der Verzweiflung retten. Du siehst, es foltert mich stückweis zu Tee Tode, dass ich ein einzig Mal unmenschlich war. Du gibst mir den Glauben ans Leben zurück, ans ewige Leben, an Gott und die Menschheit, wenn du im Menschlicher handelst als ich Justus, die Hand nach dem Heft ausstreckend, ich soll es also ins Feuer werfen Christian, überlässt es ihm lächelnd, ja, Justus zum Christfest wie gesagt Justus, steht auf, macht einige Schritte nach dem Kamin hin, wendet sich plötzlich ruckhaft um, und du denkst, so lasse ich mich begimpeln. Du bildest dir ein, ich durchschaue nicht dein Lächeln. Du glaubst, du kannst mich, nach dem Porträt weisend, beschwatzen wie die da und dann mich auslachen wie noch nie. Du nah, der André zu narren meint, den Umschlag von den Heftblättern reißend und ihn vor Christians Füße schleudernd, hier, so behandle ich dein Geständnis. Kraft meines Amtes, du Auswurf der Menschheit. Hast dich die Blätter musternd, was war, steht in sprachloser Verblüfftheit da, Christian nun, was sagt dir das leere Papier? Justus, die Blätter zerfetzend und wegschmeißend, ah, du Jammergestalt, du Schandschnäuzige. Mit geballten Fäusten auf Christian los, du bist ja die raffinierteste Weiper, die jeden Erdball begeifert hat. Vor Christians Blick zurückzuckend, wenn mir nicht kraute, dich anzurühren, ich schlüg dir die Zähne aus dem Giftmaul. Die Fäuste in die Hüften stemmend, ist denn kein Funkenscham in dir, so mein heiligstes Pflichtgefühl zu verhöhnen. Christian, endlich gel loslachend, ha, 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 dein hei, ha, ha, plötzlich krampfhaft nach Luft ringend, lallend, heile, heile, ha, hilf, hilf, justus dir, Christian, röchelnd, hilf, justus, ich dank dir's, ich sterbe, ich fühl's, justus dann stirb, Giftmischer, Christian, mit brechender Stimme, unsäglich lächelnd, hab Dank, du im Mörder, er singt zusammen, justus, sich an die Brust fassend, ich, hart, mit abwälzender Handbewegung, lächerlich, er geht erhobenen Hauptes zur Tür, öffnet, ruft, Anne, Schwester Anne, sie kommt, er zeigt auf Christian, sehen sie nach, ob noch zu helfen ist, ich möchte den Arzt nicht unnütz bemühen, Anne, auf die Papierfetzen deutend, was ist geschehen, war das die Versöhnung, justus rasch, helfen sie lieber, mir scheint, erregt sich Anne, rechts des Tisches sich über Christian beugend, während Justus sich links auf die Stuhllehne stützt, das Herz, das klopft noch Christian, traumhaft, Anne, bis zu's, Anne ja, Herr Christian, ich, nur still, nur nit, ben Christian, sie sollen mich nicht so ansehen, alle, Anne nein, Herr Christian, niemand, nur ich, sich aufrichtend, mit unabweisbarer Frage, Herr Justus, Justus, von ihrem Blick bezwungen, ja, dann ist's meine Pflicht, den Arzt zu rufen, geht gesenkten Hauptes hinaus, Christian, sind wir allein, Anne, Anne ganz allein, sie legt ihren Arm um seine Schultern, Christian, ich, ich, noch immer die Augen, alle nicht, im Menschenaugen, Anne, Engelaugen, Christian, sie wollen alle, ich soll es, es sagen, nur einmal sagen, Anne, dann ist's gesünd, Christian, ich hör's zu, Anne, Anne, Gott will es hören, Christian, ich hilf doch, Anne, Anne, nur Gott kann helfen, Christian, ich, ich, ha, habe, je, sich aufbäumend, schreiend, nein, Gott, sich ans Herz greifend, selig lächelnd, ich nicht, er stürzt mit dem Gesicht auf den Tisch, Anne, fasst ihn bäng bei der Schulter, Herr Christian, lieber Herr Christian, neigt ihr Ohr an seine linke Seite, kniet dann erfürchtig neben ihm nieder, faltet die Hände zu stillem Gebet, Justus, öffnet horchend die Tür, lässt sie offen, tritt leise ein, nähert sich verhalten dem Tisch, wartet bis Anne sich erhebt, dann mit heiser drängender Stimme, hat er gebeichtet, was hat er gesagt, da Anne zurückweicht, barsch auf sie los, was hat er gesagt, ich treib sie zum Zeuge Neid, Anne, noch einen Schritt zurücktretend, hohe ETS voll nach der Tür weisend, gehen sie endlich, sie arme Mensch, Justus, langsam sich an die Brust fassend, starrt auf den Toten, Vorhang, Michael Michael Komödie in Versen, zweite Ausgabe, Personen, Michael Michael, ein deutscher Bergarbeiter, Lise Lied, sein Mündel, die Frau Venus, T-Y-L-L-Eulenspiegel, der getreue Eckart, der Kaiser Rotbart, der rote Karel, ein Sozialdemokrat, der schwarze Karel, ein Ultramontaner, der Bergrat, der Landrat, der Bürgermeister, die Frau Bürgermeisterin, ein Kaplan, ein Pastor, drei Maschinenheizer, Polizisten, Kobolde, Leute in Masken, Zeit und Ort, eine Johannisnacht in einer mitteldeutschen Kreisstadt, rechts und links immer vom Zuschauer aus, Eulenspiegel als Vorredner, von rechts kommend, in roter Googeltracht mit Pritsche, meine allergnädigsten Damen und sehr verehrlichen Herren. Sie werden mir wohl glauben, ich gefiele ihnen gern. Aber mein Herr, der Dichter, hat mich leider ausersehen, jedem eine Nase zu drehen. Wer weiß, vielleicht drehe ich ihm selber auch eine, in dessen diese Nase hat lange Beine. Zunächst nämlich soll ich mich erfrechen, über den Gang der Handlung im Voraus mit ihnen zu sprechen. Sie sind's schon an mir, und merken mit Gruseln, hey, hier geht's offenbar geheimnisvoll zu. Meine Maske hat weder Haut noch Haar, bloß ein unverschämtes Allerwelts Spiegellöcherpaar, er weist auf seine Augen, und einen Schlitz für diese meine Zunge, er streckt sie heraus, und darunter, ganz im Dunkeln, hängt mein Herz und meine Lunge. Damit mach ich meistens nichts weiter als den Wind, in den meine Worte gesprochen sind. Denn mit Worten, da die Worte im Kopf entstehen, kann der Mensch zwar herrlich anderen Menschen den Kopf verdrehen, aber da es in der Welt, die sich um uns dreht, dennoch nicht nach unserem Kopf zugeht, so verläuft der Gang der Handlung auf den zweimal fünf Beinen der Hauptpersonen, ausschließlich der meinen. Ich bin also kein großschneuziger Tugend-Schwein-Igel, sondern heiße T-Y-L-L-Mit-Y-Bitte-Eulenspiegel, das heißt, ich husche als närrischer Kauz durch die Welt, der sich und an drehnerische Kreuze mit seinem Doppelspiegel prellt, er weist wieder auf seine Augen. Was für Nebenpersonen noch drin herumlaufen, das ist ein kaum zu zählender Haufen, denn zu den Nebenpersonen um jede Menschenseele herum gehört bekanntlich das ganze PP-Publikum, er verbeugt sich. Manche Person ist übrigens eigentlich keine, und zwei der Hauptpersonen sind im Grunde nur eine. Manche André zählt mindestens für ein paar Schock, und die Hauptpersönlichste natürlich steckt in jedermanns Rock. Kurz, jegliche Seele tut alles, was sie kann, aha. Es scheint, sie fangen schon an. Vierstimmiger Gesang mit lautem Spiel, Hinterm Vorhang Wir tragen alle ein Licht durch die Nacht, unter Tag. Eulenspiegel Horcht und spricht parodierend nach Sie tragen alle ein Licht durch die Nacht. Gesang Wir träumen von unerschöpflicher Pracht, über Tag. Eulenspiegel Wie vorher sie träumen von unerschöpflicher Pracht. Gesang Wir helfen ein Werk tun, ist keins ihm gleich, Glück auf. Eulenspiegel Sie helfen ein Werk tun, ist keins ihm gleich. Gesang Wir machen das Erdreich zum Himmelreich, Glück auf. Eulenspiegel Sie machen das Erdreich zum Himmelreich. Dafür kriech ich mich schleunigst, ich armer schuft, sonst sprengen sie mich am End in die Luft. Er dreht eine Nase, wickelt sich in den Vorhang, und diesen mit Weg ziehend verschwindet er rechts. Erster Aufzug Bild Altes kleines Landhaus mit Obstgärtchen Rechts Wald und Gartenzaun Links hinten das Haus Vorn entlang Landstraße An der Hauswand links ein Wegweiser, dessen drei Arme folgende Aufschriften tragen, Zur Stadt Zur Grube Feldweg Am Gartentisch sitzen Michael Michael, der rote Karl und der schwarze Karl, daneben steht Lieselied mit der Laute, in hellgrünem Sommerkleid und weißer Schürze. Lieselied singt bei offener Bühne weiter, während die anderen nur den Kehrrei mitzummen einst fiel alles Leben vom Himmel herab, über Tag. Wir Bergleute schürfen's aus dem Grab, unter Tag. Wir fördern's herauf, das tote Gestein, Glück auf! Wir machen's wieder zu Sonnenschein, Glück auf! Die Männer stoßen mit ihren großen Schnapsgläsern an und trinken sie leer. Michael Michael, in schwarzer Gamaschenhose und weißem Hemd mit offenem Halskragen, so, Liese, nun hol uns noch jedem so ein Glas, denn die Bergmannskehle Liese, weiß schon, ist mehr trocken als nass. O Michael! Michael, bloß heut mal so'n kleinen Seelenwärmer, morgen fließt wieder Milch und Sauerbrunn durch die Därmer. Man muss sich doch für das nächtliche Fest vorbereiten. Liese, ja, und dann stöhnt er über die schweren Zeiten. Sie geht mit den Gläsern und der Laute ins Haus. Der rote Karel, trägt gewöhnlichen schwarzen Jackettanzug, schwarzen Schlapphut und rote Krawatte, also willst du wirklich nachher aufs Johannisfest. Michael, warum nicht? Der rote Karel, oh bloß, weil der Michael sonst sich zehnmal bitten lässt, ehe er einmal kommt. Aber ja, der Herr Berggrat hat's gewünschen, da ist's freilich ratsam, sich untertänigst mit zu bepunschen. Sicher wittert man's da oben so gut wie ich, manche Stimme in der Knappschaft schwört auf dich. Hast ein Eigenhaus, bist bald vorheuer, kannst Leute dingen, möchtest dich gewiss gar zum Steiger aufschwingen, wirst morgen für, ne Stütze von Thron und Altar gelten, und der Berggrat Michael, hör mal, roter Karel, den lass ich nicht schelten. Er meint's leutselig mit uns Arbeitern allzumal. Er bezahlt auch heute Nacht wieder Musik und Zahl. Der rote Karel, sehr wahr. Und in vier Wochen ist Reichstagswahl. Du Schäfersohn lässt dir leicht was vormusizieren. Der schwarze Karel, trägt gleichfalls schwarzen Jackettanzug, aber steifen Hut, schwarze Krawatte und eine auffällig große Hornbrille mit dunkelblauen Gläsern. Ja, ich meine auch, man muss sich doch wohl etwas zahlfähren. Ich sage nichts gegen den Regierungskandidaten, aber der Herr Berggrat Privatim ist doch sozusagen ein Teufelsbraten. Nicht etwa weil er ob zwar, auch das ist bedeutungsvoll, ne jüdische Urgroßmutter gehabt haben soll. Aber was man so im Stillen von seinem Lebenswandel hört, der rote Karel, du, hörst du's, Michel. Der schwarze ist christlich empört. Fraglos ist er einzig drum aus der Stadt gekommen, um hier dem Heil deiner armen Seele zu frommen. Lise kommt mit den gefüllten Schnapsgläsern wieder. Der schwarze Karel, hoffte allerdings, sie, Herr Namensvetter, nicht anzutreffen. Der rote Karel, sein Glas nehmend ja, Gott voll, wie sich die Menschen effen. Der schwarze Karel, ebenso nun, Gefatter Michael weiß, welche Tiere am lautesten kläffen. Michel, mit ihnen Anstoß enthaler. Frieden, ihr Karel. Gäste sollen sich vertragen. Muss ich junger Kerl das euch beiden Alten sagen? Hi Knappschaft. Glück auf. Jeder Knappe im Schacht nehmt sich vor falschen Wettern in Acht. Der schwarze Karel, Glück auf, Jungfer Lise. Auf das schöne Lied vom Himmel. Lise, während die Männer trinken, oh, das ist am schönsten ohne euer Kümmelgebimmel. Michel, sieh mal, roter Karel, deine Zukunftsrepublik, das ist doch auch ne Art Rattenfängermusik. Und sind sie, schwarzer Karel, ihr Ewigkeitsparadies lockt wohl erst recht die liebe Maus zur Mies. Und derweil ihr Pfiffikusse so die Gegenwart wechsiert, hat der dumme Michel sie längst sehr anders kapiert. Denkt ihr, ich will bloß drum heut aufs Maskenfest, weil der Berggrat da ein paar Sektproppen tanzen lässt. Dann tät ich mich lieber mit euch hier draußen besaufen. Nein, ich will mein Haus an die Grubengesellschaft verkaufen und in die Stadt ziehen, werte Zeitgenossen. Lise, Michel, nein. Michel, ja, Lise, das ist nun mal beschlossen. Er langt ein paar Schriftstücke aus der Brusttasche. Hier, ich hab schon alles mit dem Rechtsanwalt aufgesetzt, und der Berggrat ist kein Nicke, besonders jetzt, wo sie doch die Vorstadtzeche weiter austäufen wollen und Platz brauchen für den neuen Wetterstollen, da wird er heut Nacht bei Nährbuddelwein gern zu sprechen sein und mir die Werteunterschrift geben. Potsthaler, Lise, sollst sehen, das wird ein Leben. Na, was machst du denn für ein Sechstreiergesicht? Lise, mir ist Beng um dich, Michel. Oh bitte, tu's nicht. Michel, ach gotte doch, dass dir's Herzchen nur nicht bricht. Brennst doch sonst drauf, mit in die Stadt zu flutschen. Lise, aber für immer. Michel, für immer tut kein Weibsbildmuckchen. Er nimmt ihre Hand. Weißt du, wenn wir abends hier manchmal so einsam sitzen und ich es hier, da drüben im Tal den großen Lichterknäuel blitzen, die Bahnkörperlampen, die Schaufenster, die Straßenlaternen, wie sie wetteifern mit den Sternen, und was hinter den erleuchteten Scheiben all die tausend Menschenköpfe wohl sinnen und treiben, was für Strahlen hin und her zucken zwischen ihnen aus den wunderlichen Instrumenten, Apparaten, Maschinen, elektrischen Drähten, er erhebt sich, ich kann es gar nicht ganz sagen, wie das, strahlt und mittendurch rollen funkelnd die Wagen, Wodrin hoch und niedrig zusammen übers Pflaster jagen, zu Festzählen, Theatern, Bibliotheken, Clubs, Volkshallen, kann sich jedermann immer höher bilden mit allen ja, dann fühl ich es wild, da bewegt sich die Welt. So wild, du, dass mir manchmal die Stirnadern schwellt. Er setzt sich und nimmt einen großen Schluck. Der rote Karel, ja, Fräulein Liese, sie können's noch nicht ermessen, in der Stadt, da erwacht der Mensch zu edlern Interessen. Er nimmt gleichfalls einen großen Schluck. Der schwarze Karel, ja, nämlich auch die Kirchen nicht zu vergessen. Er trinkt sein Glas leer. Michel, auf die Schriftstücke hauend kurzum, ich will mehr, als mein väterlich Abteil begaffen, ich will mir auf eigene Faust meinen Fußboden schaffen, das ist mein Interesse. Jawohl. Wirst es auch noch kapieren, wirst vielleicht der einst noch in seitenen Kleidern stolzieren, in glassy Handschuhen und Diamanten und ausländischen Spitzen, und an einer Tafel mit dem Berggrat sitzen. Also Kopf hoch, Liese, Maul nicht. Du übertreibst es. Liese, oh Michel, du bist ein Träumer und bleibst es. Michel, hat noch niemand unter meinen Träumen gelitten. Er trinkt Rest mit dem roten Kadel. Komm, bring uns lieber noch solchen Lütendritten und sing eins. Der schwarze Kadel, darum allerdings möchte ich gleichfalls schön bitten. Das heißt, ums Singen mein ich. Liese, meinen Sie? Ums Singen? Oh, euch sollt alle miteinander der Hörselberg verschlingen. Sie stampft mit dem Fuß auf und rennt ins Haus. Der rote Kadel, hasst sie doch wohl ein bisschen gar zu herrisch überrascht. Mich auch, muss ich sagen. Wer erst am Kapitalismus nascht Michel, nochmals auf die Schriftstücke hauend. Ach was, redan sauten. Ich tue, was sich verinteressiert. Ihr lauert bloß immer und lamentiert. Er steckt die Papiere wieder in die Tasche. Der rote Kadel, Michel, Michel, jeder Knappe im Schacht nehmen sich vor falschen Wettern in Acht. Der schwarze Kadel, deren gibt's allerdings mancher auch über Tag. Michel, ja, wenn's eure Trinksprüche täten, dann ging's Schlag auf Schlag. Schwere Not, ihr macht einem wirklich den Feiertag schwül, und dabei ist's ein Abend, wie feucht Moos so schön kühl. Hi, Lise, gleich kommst du. Auf der Stelle. Der schwarze Kadel, ich hol sie, er begibt sich durch die Gartenpforte vors Haus zur Tür, Lise, mit einer sehr großen Schnapsflasche ihm entgegen, da habt ihr eure Interessenquelle. Sie drückt ihm die Flasche in den Arm. Der schwarze Kadel, heimlich, während der Rote mit Michel gestikuliert, PST, Jungfer Lise, im Vertrauen, ich mein's wirklich gut. Wenn der Michel nun, und seien sie froh, dass er es tut, in die Stadt zieht, dann drängen sie ihn so Schritt für Schritt, dass er in das Kränzchen zur heiligen Elisabeth tritt, und sie, Jungfer Lise, natürlich mit. Es ist vergnüglich, und lohnt sich, wie jede Christenpflicht. Lise, ja, wenn sie eins mehr versprechen als Christ, sonst nicht. Der schwarze Kadel, gern. Und Lise, dass er nicht in die Stadt zieht, sie Kirchenlicht. Sie macht ihm einen Knicks und verschwindet. Der schwarze Kadel, verflixte Hexe. Michel, also wirklich, Roter, gib dich endlich zufrieden, die hohen Herren, die dienen mir bloß, um vorerst mein Eisen zu schmieden. Nachher was? Die ganze Flasche schickt sie uns her. Der schwarze Kadel, die Flasche auf den Tisch stellend, ja, die Jungfer scheint sehr entgegenkommend, sehr. Michel, aha, sie will ihren Vormund mal wieder im Stillen beschämen. Jetzt soll sie's aber merken, ich kann mich bezähmen. Kein Schluck jetzt wird getrunken. Der schwarze Kadel, hm, der rote Kadel, nu ja, der schwarze Kadel, ja, im Grunde soll der Mensch sich beherrschen, der rote Kadel, besonders mit dem Munde. Michel, sie denkt gewiss, weil ich manchmal Händel anfange, und da ist ihr vor den fremden Stadtmenschen bange. Der schwarze Kadel, oder vielleicht auch hm vor den Menschen. Michel, wie? Ach so? Nein, schwarzer, ich bin kein solches Vieh. Und sie kennt mich, wie Bruder und Schwester sich kennen. Der rote Kadel, könnt drum doch wohl so'n Fünkchen Eifersucht brennen. Woher hast du sie eigentlich so als Mündel genommen? Michel, ja, woher? Aus fernem Süden wohl ist sie gekommen. Es war ein Abend wie heute. Da im Wald. Ich suchte Vogelnester, war so zwölf, dreizehn Jahre alt, da hör ich auf einmal ein fremdländisch Lied erklingen, rein als wollt mich ein Bergquell tief aus der Erde durchdringen. Und wie ich mich leise im Mosenäher stehle, sitzt da ein klein Braunmädel in einer Höhle, so klein noch, und barfuß, gewiss kaum sechs Jahre, einen Kranz wilde Efeu ranken im Haar, und mit Augen, wie der Kuckuck für war ja, so saß sie unter dem Felsenhang und sang und sang, konnte anfangs kein deutsches Wörtchen sagen, ließ sich nur ihren Namen, der hieß Lillied, abfragen, aber weil sie sang, wo sie ging und stand, haben wir sie Lieselied genannt, bis sie schließlich ganz unsere Sprache angenommen und vergessen hat, woher sie gekommen. Und da mein Vater starb, ehe dass sie großjährig war, bin eben ich jetzt ihr Vormund, bis zum neuen Jahr. Der schwarze Karel, wird wahrscheinlich irgendein verlaufen Zigeunerkind sein. Wart sie denn getauft? Michel, oh, reichlich, mit Wasser und mit Wein. Der rote Karel, da sollt man doch eigentlich eins drauf trinken. Der schwarze Karel, hm, ist alles Gottes Gabe. Michel, jawoll. Prost Schinken, jetzt wird gefastet. Und wenn ihr noch so druckst. Leise. Sie steht nämlich hinter der Gardine und luchst, ich kenn sie. Der schwarze Karel, scheint ja in der Tat recht schwesterlich aufzupassen. Michel, je nun, ich muss sie doch im Haus schalten lassen, hütet auch heute Nacht wieder allein das Nest. Der rote Karel, so sie geht nicht mit aufs Johannesfest. Michel, nein, sonst wird sie mir doch vielleicht das Geschäft verleiden. Der rote Karel, so, so der schwarze Karel, an der Flasche fingern, jo, jo der rote Karel, und wie willst denn du dich verkleiden? Michel, ich geh einfach in Vaters Schäferhut und Trock und mit seinem langen Hirtenstock. Hat nun manch ja schon still in der Ecke gestanden, und strich früher Wien fällt ernst ab hier herum in den Landen. Ja, kannst mir's glauben, gern zieh ich auch nicht heraus aus dem lieben alten Haus, wo ich von Kind auf jeden Holzflock drin kenne. Aber wenn ich morgen für morgen zur Schicht auf die Zeche renne und ich denk mir, wir sollen hier ewig so hocken, uns immer wieder denselben Alltagsbrei einbrocken, denn ihr, was wollt ihr denn? Bloß lüstern aufmucken und euch dann untern öffentlichen Suppenlöffel ducken, zu dem schon jetzt alle Ja und Amen nicken, bis selbst die Bettelleute schließlich im Fett mit ersticken HRR, dann fühl ich es heiß mehr durch jede Port oben, Luft. Schenkt uns einen Krieg, ihr Herrn da oben. Er greift nach der Flasche, gießt sich das Glas voll und trinkt. Der schwarze Karel, sich bekreuzend Josef Maria, Krieg, Gevater, das heißt Gott versuchen. Mit Verlaub, er gießt sich gleichfalls ein, der rote Karel, ja, erlaube, Michel, du hast leicht Fluchen. Du bist noch jung, und kennst den Krieg nicht, und meinst Vollfeuer, er sei, ne Art Welteroberungsabenteuer. Ist er auch, und tät heute die Sturmtrommel schlagen, ich würd meine Knochen wieder mit auf die Schanze tragen, das steckt uns im Blut, uns Bestien. Ja, ne Wollust ist der Krieg, verhilft uns er an Raubtiergelüsten zum Sieg, aber Glück, Michel, menschlich Glück schafft er keins. Michel, Papalapap, Karel, ist dein Glück etwa meins. Halt keine Volksreden, roter, trink lieber eins, ihm einschenkend und dann mit beiden Anstoßend. Glück, das ist ein Wort wie ne Fliegenfalle, Glück auf. Es liebe der Sirup für alle. Sie trinken? Lise, tritt lachend aus der Tür an die Hausecke, wohl bekomm's. Ihr beherrscht euch aber lustig. Michel, oh, du kobold du. Seht ihr's? Da habt ihr's? Das wusste ich. Lise, tritt an den Gartentisch und nimmt die Flasche, will sie aber doch vor euch selbst beherrschen, lieber verstecken. Gute Nacht, ihr Herrn. Und lasst's euch schön langsam schmecken. Sie geht wieder ins Haus. Der schwarze Karel, Potzkuckuck der rote Karel, glaub mir's. Michel, du kennst die Kriegswut schlecht. Höchstens aus Notwehr ist sie ein Menschenrecht, das sollte man nicht als ein Glücksspiel verkündigen. Der schwarze Karel, nein, bei den heiligen Nothelfern allen, das heißt sich versündigen. Der rote Karel, verspielst bloß deine Kraft, wenn du immer so überschäumst, Michel, und dabei den Zukunftsstaat versehumst. Der rote Karel, auch die Gegenwart, Michel, glaub mir's, du träumst. Der schwarze Karel, das kommt, wenn man sich dem ewigen Heil verschließt und zu viel in den neuen Büchern liest. Er nippt behutsam an seinem Glas. Michel, oh, auch in den alten. Ich könnt euch manche Historie sagen, wie sich's hier in Wahrheit einstmals hat zugetragen, als unsere Väter im Herzgau von allen Deutschen Landen hier zwischen der Wartburg und dem Blocksberg ihr Seelenheil fanden, zwischen dem Kiffhäuser und dem Hörselberg. Damals ging's Handeln noch nicht so über Zwerch mit Flajusen und Klauseln und Staatsrücksichten wie heute, damals vermochten noch strax die aufstrebsamen Leute, mit der Faust oder Stirn ihren Hochsinn durchzudrücken, sich selbst und allen Nachkommen zum Entzücken. Oh, ich sag euch, hier so lesen von den glorreichen Zeiten, und die Dämmerung beginnt aus den Schatten der Zweige zu gleiten, dass die Buchstaben flimmern auf den vergilbten Seiten, schier leibhaftig es siehe ich sie dann Gestalt annehmen und einher schreiten, die gewaltigen Schämen, die gewappneten Herren aus trotzigem Bauerngeschlechte, die frommen Einsiedler, die klugen Schalksknechte, mit ihren blinkenden Schwertern, Kruzifixen, Helm zierten, drummähten, gleich als wollten sie da aus dem Wald zu mir. Treten und mit mir beten der schwarze Karel, was hier gestalten hier unter diesen Bäumen. Nein, Gevatter Michael, es scheint wirklich, sie träumen. Er nippt wieder ein Schlöckchen. Michael, na, dann seid ihr beiden ja endlich einmal einig und könnt austrinken. Es wird dunkel, mein ich. Der rote Karel ist freilich Mondschein. Erstes Viertel, wie du siehst. Aber wenn du meinst und dich unsere Gesellschaft verdrehst, er trinkt aus. Der schwarze Karel, ja, dann wollen wir wahrlich keine Zeit verlieren. Er trinkt ebenfalls aus. Michael, na, ich mein bloß, ich muss mich doch zum Fest ausstaffieren. Lieselied singt im Innern des Hauses, durchs Dachfenster sichtbar willkommen, weißer Mond im Blauen, allein. Lass mich in deine Heimat schauen, sei mein. Ich sitz im Dunkeln voll Geduld, du scheinst. Oh leuchte jedem Heim voll Hult, der einst. Sie schließt das Fenster. Der schwarze Karel, meiner Seel. Wenn sie singt, dann ist sie der reine Engel. Der rote Karel, aufstehend ja, und winkt uns heim mit dem Tulpenstängel. Im Haus wird Licht angesteckt, hinterm Dachfenster. Also, Michael, Glück auf, vielleicht siehst du mich noch um Mitternacht. Michael, gleichfalls aufstehend wie der rote Karel, nu, es ist doch Maskenfreiheit angesagt und jeder wahlberechtigte Bürger nebst Familie eingeladen, da wird's, nem alten Kriegsveteranen, denk ich, wohl auch nicht schaden. Michael, siehst du, rote, das ist wacker. Wahrhaftig, das freut mich. Der rote Karel, trotzdem bergrat. Na, ich will nicht hoffen, es rollt dich. Er schüttelt ihm die Hand und geht langsam links ab. Der schwarze Karel, ich denk, ich komm auch. Michael, Sonntag. Der schwarze Karel, ja, ich denk, es bringt Segen, unsere alte, erwürdige knappen Tracht wieder mal anzulegen. Michael, schön, Stolper, nur niemand nicht übern Degen. Glück auf, Gevater. Er winkt ihm Abschied und geht ins Haus, der schwarze Kall folgt, verdutzt dem roten. T-Y-L-L-Eulenspiegel, kommt von rechts aus dem Wald geschlichen, steigt über den Zaun auf die Gartenbank und ruft gedämpft immer vorwärts, gnädiger Herr, die Luft ist jetzt rein. Nur das Jungfräulein wäscht sich im Kämmerlein. Auch unten im Haus wird ein Fenster hell. Der Kaiser-Rotbart tritt aus dem Wald in goldnäher Rüstung mit geschlossenem Visier, sodass nur sein langer Bart sichtbar ist. Hütig, Schalk, sie hat Augen, hurtig wie Eidechsen. Der getreue Eckart, in schwarzer Kutte mit hohem Kreuzstalltab, die Kapuze tief ins Gesicht gezogen, so dass nur sein weißer Bart hervorguckt und könnt dich leicht wie den braven Michael behexen. Eulenspiegel, oh, der Michel, der ist gänzlich in sich selber versunken. Seht, er hat nicht mal sein Glas ausgetrunken. Der Rotbart, zu Eckart wie stellen wir's an, getreuer, ihm zu erscheinen. Eulenspiegel, von der Bank springend hopp, wir erscheinen eben. Das genügt, sollt ich meinen. Eckart, mir deucht, gnädiger Herr, der Schall kräht gut. Eulenspiegel, nach dem unteren Fenster deut entseht, er ist ganz behext von dem alten Schäferhut. Ach, er küsst ihn, amt den Kuss ulkig nach. Eckart, darüber soll man nicht lachen. Eulenspiegel, nun, dann werd ich uns mal ernstlich bemerkbar machen. Er klappt mit der Pritsche an die Scheibe und klingelt dazu mit einer Schelle, die am linken Zipfel seiner Google-Kappe hängt. Dieser Zipfel ist so lang, dass Eulenspiegel die Schelle in die Gürteltasche stecken kann, damit sie nicht von selbst klingelt, sondern nur, wenn er sie herausnimmt. Michel Michael, tritt in Schäfertracht auf die Schwelle, in blauem Rock und grauem Mantel, eine brennende Kerze in der Hand, so dass die Scheibe nun dunkel ist. Wer klopft so spät und dringlich an meinem Fenster? Wer sind die Herren der Rotbart, wie ein Standbild aufs Schwert gestemmt gestalten Eckart, gestalten Eulenspiegel, mit Verbeugung sozusagen Gespenster? Michel, die Herren scheinen sehr spaßhaft gelaunt. Ich vermute, sie wollen in die Stadt Eulenspiegel, mit dir auf die Maskenredoute, wenn du uns den Weg zeigen willst. Denn merke dir, mit Gespenstern spricht man per du und ihr. Eckart, wir kommen, Michel Michael, um dich aus deinem Unmut zu reißen, ich vom Hörselberg, der getreue Eckart geheißen. Der Rotbart, ich habe bislang im Kiffhäuser meinen Rotbart beglotzt, nun hat mich dein Wackmut endlich heraufgetrotzt. Eulenspiegel, ich brauch mich, Vetter Michel, wohl nicht vorzustellen. Ich bin überall her und starb bekanntlich in Mölln. Das Dachfenster wird plötzlich dunkel. Weiß also nirgends mehr auf dieser Erde Bescheid, aber desto gründlicher in der Ewigkeit. Lise kommt die Flurtreppe herab, wie früher gekleidet, doch ohne Schürze, tritt unbemerkt hinter Michel. Eckart, willst du uns nun, hier wo sich die Wege verzweigen, die rechte Richtung durchs nächtliche Vaterland zeigende Rotbart, so wollen wir's lohnen und dir zum guten Gelingen deines gewagten Geschäftes beispringen. Eulenspiegel, zum Verkauf deines Hauses Michel, wie ihr wisst, Eulenspiegel, dass der Herr Michael heute durchaus kein Träumer mehr ist. Eckart, brauchst nicht starr stehen, als stünd hier der Antichrist, wir haben nur im Wald davor hin ein wenig gelauscht. Lise, Michel, tust nicht, stehst ja jetzt schon wie ausgetauscht. Michel, was? Du bist noch auf, Lise. Lise, soll wohl mit dir um die Wette träumen? Ich muss doch noch euer Teufelsgeschirr da beiseite räumen. Sie will an ihm vorbei in den Garten. Eulenspiegel, ihr zuvorkommend auf ihr Wohl, mein frommes Fräulein, den teuflischen Rest. Er spritzt ihn hoch in die Luft und überreicht ihr die Gläser. Dürfen wir hoffen, sie wallfahrten auch mit aufs Fest. Lise, danke. Hab keine Lust. Leise, ich bitte dich, Michel, tust nicht. Was sind das für Leute? Eulenspiegel, durch die hohle Hand Lockspitzel fürs jüngste Gericht. Michel, noch leiser sind wohl Grubenbesitzer aus dem Nachbarkreis. Sei friedlich, Lise. Lise, ihm den Leuchter abnehmend ist mancher friedloser, als er weiß, sie geht mit den Gläsern und dem Licht ins Haus, ein anderes Fenster als vorher wird hell. Michel, entschuldigen die Herren, sie kommt wenig unter Leute, mein Mündel, und ist voller Unruhe heute. Der Rotbart, nach links zeigend das dort unten, der Lichterhaufen, das ist wohl die Stadt. Michel, ja, Herr, nicht wahr, was das einen Andrang nach oben hat. Wie die Glanzpunkte einander immer übersteigen, überflügeln, und doch sich zusammentun zum Reigen, rein als möcht sich der Erdkreis da selber von Grund aus beschwingen, immer heller hinauf in den dunklen Weltkreis zu dringen, Eulenspiegel, pathetisch und nachher kopfüber wieder herunter zu springen. Michel, wie, Eckart, der Eulenspiegel hat dir nur andeuten wollen, der Rotbart, dass es nun wohl Zeit sei, uns langsam hinunterzutrollen. Michel, ja so? Ja. Ins Haus rufend, Lise, bring mir mal Vaters Stock, den langen. Ich hoffe, mein schlichter alter Rock passt zu den Herren Gespenstern nicht schlecht am Ende. Eulenspiegel, vortrefflich, fetter, besonders, leise, zu meinem nagelneuen Hemde. Lise, hier, Michel, Michel, den Stock nehmen zu. Jetzt, ihr Herrn, sollt ihr sehen, ob der Michel versteht, durchs nächtliche Deutschland zu gehen und bis Tagesanbruch sein festlich Geschäft zu vollbringen und auch ohne euren Beistand, Lise, einen Rausch zu erringen. Der Rotbart, ei, gestrenges Fräulein, im Rausch wird die Herzenslust rege. Gute Nacht. Ich gönn euch ein Rausch entherz aller Wege. Er verneigt sich und schreitet linkschen davon. Eulenspiegel, ihm folgend Ich schenk euch alles Rauschgoldtroben im Blauen. Eckart, ebenso ich wünsch euch, allen himmlischen Festrausch zu schauen. Lise, ihnen nachrufend und ich euch ein höllisches Morgen grauen. Ach, Michel, Michel, gute Nacht, du ewige Unruh, du. Geh schön schlafen und schließ die Haustür hübsch zu. Wirst schon sehen, ich sorge für dich aufs väterlich Beste und übers Jahr kannst du auch mit auf solche Feste. Lise, wirklich. Michel, ja wirklich, du. Aber jetzt lass mich gehen, horch, man hört schon Musik herüberwehen, eine ferne leise Walzer Musik tönt bis zum Schluss des Aktes fort, und die Herren da warten, es ist höchste Zeit. Also leg dich aufs Ohr und träum dir ein fein Neukleid. Indem er den anderen neck heilt und schickt deine Mucken heim, du, da auf die Mondsichel, du dumme Lise, er verschwindet, Lise, ihm mit beiden Händen einen Kuss nachwerfend, du dummer Michel. Sie huscht ins Haus, löscht das Licht, kommt gleich darauf wieder, in einen langen schwarzen Schleier gehüllt, ein silbernes Diadem mit flimmerndem Stern auf dem Haar, einen langen silbernen Stab in der Hand, der oben wie eine Wünschelrute gespalten ist, und verschließt die vom Mond beglänzte Tür. Dann sich reckend, oh ja, ich schließ zu, und den Schlüssel, ihn hebend, den sollst du erst finden, ihn ins Miedel steckend, wenn dir die Sinne vor Unruhe um mich schwinden, du väterlicher. Ja, berausch dich nur gut, du Lieber. Ich fühl's, was dir brauchst im Blut. Ich folg dir, ich halt dich im Heimatland, oh, er weiß noch, wie er sein Findelkind fand. Wie's ihn durchdrang, durchdrang, Herz, als er mich sah, wie ein Bergquell tief aus der Erde, in Gesang ausbrechend, ja, so saß ich unter dem Felsenhang, linkschin davon schreitend, während der Vorhang sich schließt, und Zang und Zangstern Eulenspiegel als Zwischenredner, tritt aus dem Mittelspalt des Vorhangs, klingelt mit seinem Schellenzipfel meine Herrschaften, das Fest ist in vollem Schwung, selbstverständlich mit polizeilicher Genehmigung. Die ganze Stadt schwebt auf dem Gipfel der Seligkeit, einschließlich der beiderseitigen Geistlichkeit. Jeder darf sich also, ohne irgendeine Pflicht zu entheiligen, an der allgemeinen Begeisterung voll und ganz beteiligen. Das soll nicht etwa heißen, ich buhle um ihre Gunst, sondern bloß mein Herr, der Dichter, betreibt diese schändliche Kunst. Er betreibt sie leider mit höchst wohlgeziemenden Mitteln, das Gestampf einer Maschine wird hörbar, und ist fest überzeugt, sie finden nichts dran zu kritteln, denn, wie sie hören, sogar mit Dampfkraft und Elektrizität, weil es ohne diese Errungenschaften heute nicht mehr geht. Dennoch muss ich sagen, eine laut schnarende Stimme hinterm Vorhang wird hörbar, na aber, das wird denn doch zu kräftig, ich bitte um Ruhe da drinnen. Hi? Sie begeistern sich zu heftig. Heda, Ruhe! Oder ich rufe die Regie. Ich bin ein Gespenst, ich kann nicht so schreien wie sie, er schreit immer stärker, sie rattern ja lauter als die Dynamo-Maschine, bitte schließen sie gefälligst ihre Phrasenterrine. Sie? Hören sie nicht. Jetzt habe ich das Wort. Er hört nicht. Er rattet ruhig fort. Ich fürchte, über solchen voll und ganzen Begeisterungstuhn verfügt nur eine wirkliche neu hochdeutsche Regierungsperson, jeder André-Geist kriegte davon den Schlucken. Da muss ich braves altdeutsches Gespenst mich wohl ducken, er tut es, und ererbittigst das Mundwerk der hohen Behörde enthüllen, damit sie auch lernen, so begeistert zu brüllen. Er schiebt geduckt den Vorhang links hin auf und verkriecht sich im Vordergrund der Bühne. Zweiter Aufzug Bild Eine Gartenwirtschaft mit elektrischen Ampeln, bunt voller Leute in Maskenkostümen, doch herrscht die schwarze Farbe vor. Im Hintergrund ein erleuchteter Tanzsaal. Rechts ein Laubengang mit Tischen und Stühlen, die grün und weiß gestrichen sind, auf dem vordersten Tisch ein weißes Tischtuch und ein Schild mit der Aufschrift reserviert, links unter Bäumen ein langer Tisch, an dessen hinterem Ende der Schnarrende Landrat steht, mit aufgedrehten Schnauzbartspitzen, in schwarzer Halbmaske, Frag und Domino. An den Seiten dieses Tisches sitzen der Bergrat und der Bürgermeister, ähnlich maskiert, nur mit anderen Bärten, der Bergrat mit dunkelem spanischen Spitzbart, der Bürgermeister mit grauen Tintenwischer Schnurrbart, dann die Frau Bürgermeisterin und André Damen in farbigen Masken, ein Kaplan und ein Pastor unmaskiert, der schwarze Kall in bergknappen Tracht mit Hornbrille, ihm gegenüber Michael Michael ohne Maske, an der linken Ecke vorn. Die Honoratioren tragen Zylinderhüte, nur der Kaplan hat flachen Seidenhut. Hinter Michael stehen wie Wachtposten der Kaiser Rotbart und der getreue Eckart, immer mit geschlossenem Visier und Kapuze, und Eulenspiegel hat sich zu seinen Füßen unter die Tischplatte gehockt. In der Mitte der Bühne ein Lindenbaum, hinter dessen Stamm Lieselied verborgen steht, davor eine grün- und weißgestrichene gerade Bank ohne Lehne. Ringsherum maskiertes Volk, darunter auch Kinder. Der Landrat, immer lauter schnarrend, um das Gestampf der Maschine zu übertönen und demnach, da sie merken, ey bin zwar in Maske erschienen, aber ey unverkennbar, ihr Landrat redet zu ihnen demnach, sag ich, will ich hier ey in ihrer festlichen Mitte, wo uns alle nach guter, echter, alter Sitte sozusagen die brüderlichsten ey Gefühle besillen, will ich, sag ich, jedem väterlichst anempfehlen, trotz allen, wie Schiller sagt, feindlichen Gewalten unentwegt unsere heiligsten Güter ey hochzuhalten. Und diese ey Gefühle Gefühle, sag ich sollen uns auch geleiten, wenn wir in diesen unverzeihlich vaterlandslosen Zeiten demnächst, meine Herren, wie sie wissen, zur Wahlurne schreiten. Also, meine Herren ey und Damen, wollen wir uns jetzt von den Stühlen zum Zeichen von unsern ey undern Eulenspiegel, über den Tischrand weg hochgefühlen der Landrat, jawohl, von unsern vaterländischen Hochgefühlen wollen wir uns, sag ich, jetzt mit unsern Gläsern erheben, unser allverehrter Reichstagskandidat, der Herr Berggrat, er soll leben, hoch. Chorgesang mit Musik, während der Landrat dem Berggrat die Hand schüttelt und alle anstoßen hoch soll er leben, hoch soll er leben, dreimal hoch. Dann noch immer das Geräusch der Maschine. Der Landrat, Himmelkreizrudiment. Da muss Jas Trommelfell reißen. Nach hinten schreiend. Die Kerls, die Heizer, sollen die Tür zuschmeißen. Hedda, Tür zu, sag, ich, sofort den Kesselraum schließen. Man hört eine eiserne Tür zuklappen, das stampfende Geräusch verstummt. Bande, Frechheit, da soll man nur volksfest genießen. Unerhört. Verstand kaum mein Eigenwort. Tun's selbstredend extra, diese Sozi, uns hier zum Tod. Musste schreien, dass mir jetzt noch's Trommelfell klärt. Der Berggrat, ach bitte, Herr Bürgermeister, sie sorgen wohlgütigst beim Wirt, dass uns die Lichtmaschine, bitte, nicht widerstört. Der Bürgermeister, mit Vergnügen, Herr Berggrat. Der Landrat, ja, bin wirklich empört. Der Berggrat, er soll den Heizern ein Achtelpilz näher auflegen. Der Bürgermeister, gern, Herr Berggrat. Er entfernt sich mit der Volksmenge nach dem Tanzsaal. Der Landrat, Prost, Herr Chorbruder. Meinen volksfreundlichsten Segen. Er trinkt dem Berggrat zu. Diese Rasselbande. Diese roten Radau-Gesellen. Michel, hat wieder Platz genommen, stampft seine Weinflasche auf den Tisch mit Verlaub. Indessen, von wegen den Trommelfellen der Landrat, etwas schwerhörig, Eulenspiegel. unterm Tisch hervor Trommelfellen. Michel, so im Kesselraum schuften, ist auch kein Volksvergnügen. Der Rotbart, Volksvergnügen. Eckart, Volksvergnügen. Der Berggrat, der Berggrat, der Berggrat, der Berggrat, die Frau Bürgermeisterin, auffällig bunt kostümiert, lognettierend entzückende Gruppe. Der Landrat, gottvoll. Michel, verfluchtige Lügen. Eulenspiegel, Fistel, und Eckart, was lügen? Lügen. Der Rotbart, Bariton, man soll nicht meinen, ihr Leute, man könne den Michel betrügen. Die Bürgermeisterin, während die anderen lachen, nein, wie reizend. Der Landrat, köstlich. Die Bürgermeisterin, wie echt gemacht. So natürlich. So romantisch. So richtig sagenvichürlich. Nicht wahr, Herr Pastor? Der Pastor, in schwarzem Gehrock, zugeknöpft, wohlbeleibt in der Tat, Frau Bürgermeisterin, ein Maskenscherz mit tiefem evangelischen Sinn. Der Kaplan, in schwarzer Soutane, noch beleibter man könnte, Herr Amtsbruder, eher wohl katholischen sagen. Der Bergrat, also, meine Damen und Herren, erlaub ich mir vorzuschlagen, weil der Biedre Sekü da Michel Michael heißt und offenbar erfüllt ist von wahrhaft volkstümlichem Geist, wir erteilen nachher dem Deutschen Michael nebst Geisterbegleitung den Maskenpreis. Alle, bravo, Eulenspiegel, aufstehend und klingelnd und setzens in die Zeitung. Der Landrat, selbstredend, Eulenspiegel, sich vor ihm verbeugend und weiterklingelnd es lebe die hochwohlweisliche Volksfestleitung. Im Saal fängt gedämpfte Tanzmusik an. Michel, ist gleichfalls aufgestanden, Herr Bergrat, spaßen sehr gütig, ja, und ich danke auch sehr. Aber, wie Herr Bergrat wissen, kam ich eigentlich her, um mein Haus der Rotbart und Eckart, während Lieselied hinter dem Baum hervorschaut, Haus Haus Michel, die Vertragspapiere aus der Brusttasche holend, hier ich bin so frei der Bergrat, schon gut, lieber Michel, gewiss, kommt auch an die Reihe. Jetzt muss ich erst tanzen gehen. Zur Bürgermeisterin. Gnädige Frau, darf ich bitten. Verschiedene Paare, auch der Landrat mit einer Dame, ab nach dem Saal. Michel, die Papiere einsteckend und sich widersetzend, verdammte, verquere, katzenfreundliche Sitten. Er stürzt ein Glas Wein hinunter. Eulenspiegel, ja, Sitten. Der Rotbart und Eckart, Sitten. Der schwarze Karl, hat bis dahin mit dem Kaplan getuschelt, gratuliere, Freund, Gevatter, scheinst hier recht wohl gelitten. Michel, Halsmaul, Lieselied, ganz hervortretend, dicht verschleiert, mit verstellter Stimme, Michel, Michael, lass dich zum ersten Mal warnen, schon beginnt der Stadt rausch deinen Geist zu umgarnen. Ich bin deine Glücksfee, bäng von fern komm ich her, von den Sternen, durch die Nacht, übers gründunkle Meer, meinen Wünsch elst ab in bebender Hand, flüchtigen Fußes von Land zu Land, durch den Wald deiner Kindheit bin ich gegangen, in den Schoß der Berge trieb mich dein Glück verlangen, bis zum höhes El-Grundtief, wo Frau Venus wacht und den feurigen Quell der Jugendträume entfacht. Michel, Michael, jetzt durch meinen Mund tut dir die ewige Göttin kund, du sollst deiner lieben Heimat nicht untreu werden, damit du kein Flüchtling wirst auf Erden. Lebe wohl! Der Rotbart, Halt, Flüchtling! Eulenspiegel, Halt, Edle Fee! Nicht so schnell! Er läuft ihr nach, sie verschwinden im Hintergrund rechts. Der Rotbart, du scheinst wahrlich kein Flüchtling, Glücksvogel Michael! Michel, ach was, Maskenschnack! Lachhaft! Lauter Alfanzer ein! Hi! Bedienung! Ein altdeutsch gekleideter Kellner erscheint und bringt auf seinen Wink eine neue Flasche. Der schwarze Karl, wer mag's wohl gewesen sein? Die Jungfer Liese! Michel, Schnack, sag ich! Die liegt zu Hause im Bett! Verstanden? Höchstens etwa, dass sie, ne Freundin hätt und lässt ihrem Vormund heimlich so'n kleinen Stups aufschwenken, braucht drum niemand nichts Schlechtes von ihr zu denken. Eckart, Michel Michael, hüt' dich vor des Hörsel-Werksrenken. Der schwarze Karl, ja, ich meine auch Michel, wie? Der schwarze Karl, das heißt, natürlich nur so im Allgemeinen, die bösesten Weibsbilder sind, die die besten scheinen. So zum Beispiel der Bergrat und die Frau Bürgermeistern. Da hilft kein Vertuschen mehr, kein Verkleistern, rein schon öffentlich tut sie's ja mit ihm treiben. Michel, mein netthalben, man soll mir mit Stadtklatsch vom Halse bleiben. Der Kaplan, wohlgesprochen, mein Sohn. Jedoch, in dem städtischen Sündenschwarm braucht der Mensch eines Schutzpatrons starken Arm, du hast ihn schon lange nicht mehr im Weichtstuhl erprobt. Wirst hoffentlich trotzdem, wenn nun die Wahl Schlacht tobt, wissen den rechten Schild hochzuhalten. Michel, aufstehend zu gnaden, er würden, ich lass den alten Gott walten. Obgleich ich, verzeihen Sie, in meinem einfältigen Sinn eigentlich mehr für die Protestanten bin. Der Pastor, gleichfalls aufstehend ein männliches Wort, lieber Freund. Und ich darf wohl hoffen, Sie wissen, auch unser Arm steht der christlichen Einfalt offen. Michel, viel Ehre, Herr Pfarrer. Indes, um Sie nicht zu wechsieren, ich bin überhaupt fürs Protestieren. Wenn ich wählen müsste zwischen Pastor und Kaplan, wäre ich doch wohl lieber dem Stärkeren untertan. Er verbeugt sich schwerfällig, dreht ihnen den Rücken und setzt sich ans Andréende des Tisches, der Rotbart und Eckart folgen ihm, seine Flasche und sein Glas nachtragend. Der Pastor, zum Kaplan, der ebenfalls aufgestanden ist, Wer ist nun der Stärkere von uns beiden? Der Kaplan, die Hände über den Bauchfaltend, ich schätze, Herr Kollege, wir lassen's vom Publikum entscheiden. Die Tanzmusik im Saal hört auf. Eulenspiegel, zurückkommend Vetter Michel, ich habe den ganzen Stadtpark durch und durch geguckt, deine Glücksfee scheint von der Hölle verschluckt. Michel, Glück auf! Der Rotbart, war dich, Schalk! Dass der Michel nicht Flammen spuckt. Währenddem kommt Maskengewühl aus dem Saal. Voran der Berggrat und der Landrat, hinter ihnen her der Kellner mit Sektkübel und Würfelbecher, zu dem reservierten Tisch hin im Vordergrund rechts. Der Landrat, sich mit dem Taschentuch fächelnd Himmelkreiz. Dolafez, bewundere sie, ohne zu schmeicheln. Der Berggrat, ja, man lernt allmählich die Volksdatze streicheln. Der Landrat, Herr Berggrat, na, ich danke. Michel, hat sich durch die Leute nach vorn gedrängt. Herr Berggrat, wenn sie jetzt, ich will nicht behelligen, aber solche Unterschrift ist doch leicht zu bewerkstelligen, da sie doch geneigt. Der Berggrat, aber bester Michael, sie benehmen sich wirklich etwas auffällig schnell. Hat doch Zeit bis morgen. Michel, morgen muss ich arbeiten gehen. Der Berggrat, den Würfelbecher nehmend nah, dann nachher. Jetzt bin ich beschäftigt, wie sie sehen. Michel, ich esseh ich schließe Lied, erscheint im Hintergrund. Michel, Michael, ich warn dich zum zweiten Mal, horch, schon singen die Bergleute ein Spottlied im Saalsprechgesang. Auch Kinder stimmen der Deutsche Michel, der hat sich verlaufen, Glück auf. Er will sein Haus an die Stadt Lloyd verkaufen, Glück auf. Ein Zug maskierte Bergknappen, kommt weiter singend aus dem Saal, geführt vom roten Karel, der als Militär in Waede maskiert ist, und begleitet von Kindern in blaugrauen Koboldtrachten mit Zippelmützen und weißen Bärten. Oh Michel, die Stadt hat ein Herz von Stein, bald wirst du ein steinreiches Schindludersen, sein, Glück auf. Lieselied, drum, aus der Berge feurigem Herzensgrund, tut die Herrin der Zukunftsträume dir kund, du sollst deine herzwarmen Augen heller aufmachen, dann wirst du zum Goldangstentraum erwachen. Glück auf. Sie verschwindet. Der rote Karel, seine Mütze abziehend, ein alter Kriegsveteran, der um ein Almosen bettelt, Michel, ah, roter Karel, du hast das angezettelt. Ich sag dir, hüt dich. Ich kenn dich. Scher dich um deine Sachen. Der Michel lässt sich von niemand zum Popanz machen. Merkte ihr's. Sonst, hier, bei meines Vaters Stock, die Maschine stampft plötzlich wieder los, der Landrat, den Würfelbecher aufstampfend und sich die Ohren zuhaltend Kreizrudiment der rote Karel, man stoppt um für Stimmen im Hintergrund, man stopp, man stopp, man stopp. Eulenspiegel, Platz da, Michel. Der rote Karel, Platz. Sonst gibt's Flecke am Rock. Drei Maschinenheizer, russgeschwärzt, kommen mit geschulterten Schaufeln im Marschtritt nach vorn, Eulenspiegel klappt mit der Pritsche den Takt dazu. Der Oberheizer, Stopp. Zum Berggrat. Euer Hochwohlgeboren haben die Gnade gehabt und uns mit einer Erfrischung der rote Karel, soufflierend kleinen Erfrischung der Oberheizer, kleinen Erfrischung gelabt. Euer Hochwohlgeboren, wir danken ihnen sehr und melden der rote Karel, wie vorher gehorsamst der Oberheizer, gehorsamst, das Achtel ist bald leer. Euer Hochwohlgeboren wissen, die Nacht ist noch lang, und wir halten der rote Karel, ergebenst der Oberheizer, ergebenst die Beleuchtung in Gang. Euer Hochwohlgeboren, wir möchten der rote Karel, mitunter der Oberheizer, mit untertänigstem Respekt der rote Karel, mal probieren alle drei Heizer, mal probieren, ob auch Sekt uns schmeckt. Der Landrat, vor sich hin kreuzschwere Brett, der Berggrat, aufstehend, räuspernd Leute, hört mal Eulenspiegel, steigt hinten auf einen Stuhl und klingelt hört, hört. Der Berggrat, ich bitte doch dringend, dass man den Geist des Festes nicht stört. Eulenspiegel, nochmals klingend, ich schließe mich dringend, dem verehrten Herrn Vorredner an und verordne somit strengstens, so geisterhaft ich kann, auf Geheiß seiner allerhöchst geistigen Majestät des Weiland Kaisers Rotbart, weil er hier auf Gebet des anuchdeutschen Michels auferstanden steht im Zeitalter des Dampfes und der Elektrizität, und weil es ohne diese Errungenschaften nicht geht, Eckart, mit Grabes Stimme in eurem erleuchteten Jahrhundert, der Rotbart, mit Donnerstimme über das Er sich ungeheuer wundert, Eulenspiegel, so verordnet er hiermit den Anstiftern der Beleuchtung zur weiteren nächtlichen Kesselraumbefeuchtung aus seiner johannisfestlichen Kellerei unter Aufsicht der hochwohlwürdigen Geisterpolizei einen Korbhenkel trocken die Heizer und Bergknappen, Ha! Hurra! Bravo! Hi! Eulenspiegel, wir werden unverzüglich die nötigen Amtsbefehle geben. Er springt vom Stuhl und läuft nach dem Saal. Die Heizer und Bergknappen, während Michel sich auf den leeren Stuhl setzt, Hurra! Hoch! Der deutsche Michel soll leben, Leben, und Kaiser Rotbart daneben. Der Landrat, während die Heizer und Knappen mit dem roten Kalle nach links abmarschieren, schwere Brett, Herr Korbruder, war ja, ne nette Bescherung. Na, Prost! Immerhin sozusagen, ne soziale Belehrung. Sie stoßen an und trinken Rest, zugleich klappt wieder die eiserne Tür, und das Geräusch der Maschine hört auf. Wird der Michel Spaß nicht am Ende bedenklich? Der Berggrat, unbesorgt. Der Mann ist absolut unbeer-efänglich, hat sicher mit dem kleinen Putsch nichts zu tun. Etwas dick Kopf, aber sonst ein gemütliches Huhn, will mir bloß partout sein bisschen Grundstück beibiegen. Ist auch preiswert, und wie die Chancen liegen, müsste ich ihn sowieso bald aus seiner Waldbude schaßen. Wollt ihn bloß noch, ne Zeit lang zappeln lassen, sie verstehen. Der Landrat, vollkommen. Bloß diese E-Geister gestalten, die uns da eben die noble E-Abfuhr aufknallten. Der Berggrat, ja, sonderbarer Scherz. Der Landrat, schon mehr im Pertinenz. Der Berggrat, während die Tanzmusik wieder anfängt, vermutlich Herren von der linksseitigen Konkurrenz, scheint mir ratsam, hier niemand zur Entlarvung zu zwingen, sie stehen auf, um sich nach dem Saal zu begeben. Eulenspiegel, vom Maschinenhaus zurückkommend gnädiger Herr, ich habe zu hinterbringen, mit Trinkgeb Erde, der kaiserliche Geist beginnt schon ins Volk zu dringen. Hält Michel, halt dich zum Hurra-Schrein bereit. Michel, steht brüsk auf, ein wenig schwankend, und steuert zu dem Berggrat hin um Verzeihung, Herr Rat in aller Bescheidenheit, aber es könnte sonst sein, Herr Rat, das Geschäft wird mir leid, den Bittsteller machen, fällt mir von Hause aus schwer, der Rotbart und Eckart, sind ihm nachgeschritten, schwer schwer der Berggrat, so. Es hier ist einer. Na, dann geben Sie mal her. Pardon, Herr Chorbruder, der Landrat, bitte. Ab zum Saal. Michel, die Vertragspapiere überreichend hier zu dienen, Herr Rat, lieselied, aus dem Laubengang tretend, Michel Michael, hör mich. Zum dritten Mal naht Michel, Ruhe, Eulenspiegel, Hala, die Glücksfee, Halt, Göttin, Halt, er setzt ihr nach, sie verschwinden beide. Michel, Verzeihung, Herr Berggrat, sie drängt sich mit Gewalt der Berggrat, wohl ein Schatz. Michel, Gott bewahre, Herr Berggrat, nein, keine Spur. Der Berggrat, sich wieder an den reservierten Tisch setzend wär doch keine Schande, Mann, delikate Figur. Na, nehmen Sie Platz, die Papiere aufmachend und seinen Füllfederhalter herauslangend, aber eins, mein Lieber, schick ich voraus, Sie müssen nicht denken, Sie wären der Herr im Haus. Ihre Scholle ist uns auf alle Fälle verfallen. Michel, wie? Der Berggrat, nun, wenn wir den Luftschacht etwas mehr seitwärts verstellen und legen, ne Schutthalde vor ihre Tür, dann gibt kein Mensch mehr, ne Schippe Koks dafür. Michel, ja, aber der Rotbart und Eckart, wieder hinter ihm Wache stehend aber. Aber? Der Berggrat, da gibt's nichts zu abhören leider. Im Übrigen bin ich kein Halsabschneider. Kellner, noch ein Glas. Wollte bloß meinen Standpunkt klar machen, den Vertrag durchsehend. Nein aber Bester, das ist ja rein zum Lachen, ich nannte ihnen 15.000 als unseren äußersten Preis, und hier stehen 18. Michel, ja, Herr Berggrat, weil, ich weiß nicht, ob der Herr Berggrat weiß, mein Großahn war Grobschmied und und der Berggrat, während der Kellner das Glas bringt. Und? Michel, es geht eine alte Sage von Mund zu Mund, der Rotbart, des Michel Michaels Haus steht auf eisernem Grund, Eckart, könnte manch einer Silber und Gold daraus schlagen, Michel? Ja. Das heißt, Herr Rat, ich wollte damit nur sagen, da der Berggrat ihm einschenkt, sehr gütig, Herr Rat der Berggrat, na, Michel, viel ist nicht zu profitieren. Aber na gut, lufthalber wollen wir's mal riskieren. Also, ihm zu trinkend, Glück auf. Michel, Glück auf. Er leert sein Glas. Der Berggrat, unterschreibt Sonntag abgemacht. Hier, nun sie? Nein, hier, auf dem anderen Papier? Michel, nachdem er das Duplikat unterschrieben hat auf. Heiß. Der Berggrat, hat das erste Schriftstück gefaltet und gibt es ihm zurück so, bitte. Nun, sind Sie nun zufrieden? Michel, während jeder sein Schriftstück sorgfältig einsteckt, Herr Berggrat, schon. Jetzt geht's doch erst los, das Schmieden. Das Glück Schmieden mein, ich. Hier die paar tausend Mark Geldes wert, die sind doch bloß erst das erste Roheisen auf dem Herd, hoffe der einst die Welt noch als von Schmied und Herrn Hammer zu kriegen. Der Rotbart, Michel, Michael, lass nur das Feuer nicht verfliegen. Eckart, ist schon manche Glut zu Asche zerstoben auf Erden. Der Berggrat, Michels Glas wieder füllend, ja, ich rate auch, lieber Michel, nicht übermütig werden. Michel, oh, Herr Rat, das sind bloß so Volksfestgeberden. Sein Glas abermals leerend, auf Ihr Wohl, Herr Rat. Ich muss schon den ganzen Abend denken, wie wir hier so sitzen auf den schönen Stühlen und Bänken, hoch und niedrig zusammen bei den guten Getränken, und fühlt sich jeder so recht mitbeglückt im Gewühl, das ist doch ein sehr erhebendes Gefühl. Nicht wahr? Der Berggrat, aufstehend, ja, sehr erhebend, ja, aber jetzt Eulenspiegel, kommt mit Lise Liedarm in Arm angetanzt, hurra, fetter Michel, hier kommt dein Glück angesetzt, hat sich endlich von mir am Schlaf Etetetchen kriegen lassen. Die Tanzmusik hört auf. Eckart, Schalk, Schalk, des Michels Glück, das kann nur er selber fassen. Michel, seine Brusttasche befühlend, ja, wahrhaftig. Lise Lied, Michel, Michel, unwillkürlich Lise, sich besinnend, ach nein, dumm Zeug, was rührt dich, Michel, auffahrend, schockschwere Not, ihr, was kümmert's euch? Schert euch zum Teufel, setzt sich wieder und stört ins Glas. Eulenspiegel, ha, hörst du's, Göttin, verschmäht, das fordert Rache, Rache, den Würfelbecher nehmend, soll ich mit diesem Gerät, Kraft meiner spiritistischen Wupptizität, Heere Fee, ihn zerschmettern. Nein. Ach, das ist bitter. Der Berggrat, oh, eine Fee, die findet wohl zartere Ritter. Aber eine Glücksfee, die sollte sich eigentlich entschleiern, darf ich es wagen? Lise Lied, während die Tanzpaare aus dem Saal kommen, vielleicht, Herr Ritter, doch müssen wir ihn erst feiern, der da selig in seiner Selbstherrlichkeit thront und die Dienste der Geister mit Eitel nicht Achtung lohnt. Versteht ihr, Ritter? Der Berggrat, stolze Fee, ich beuge in Demut das Knie, er tut es, und verstehe. Die Bürgermeisterin, dazwischen trittend, aber Berggrat, was treiben sie? Man ist sehr erstaunt, der Berggrat, knienbleibend, oh, gnädigste Frau, ich desgleichen. In der Johannisnacht Eulenspiegel, erlebt man Wunder und Zeichen. Der Rotbart und Eckart, Wunder und Zeichen. Der Berggrat, eine holde Fee, stieg die Himmelsleiter herab, die Bürgermeisterin, Schockking. Der Berggrat, sich erhebend und gebeut uns mit ihrem Zauberstab, damit wir die Geister der Vor- und Nachwelt versöhnen, den deutschen Michel zum Weltherrn von ihren Gnaden zu krönen. Die Bürgermeisterin, empörend. Der Landrat, gottvoll, Berggrat. Eulenspiegel, Hurra, Michel. Jetzt heißt es erscheinen. Kopf hoch, Brust raus. Der Rotbart, stehst du auch fest auf den Beinen. Michel, aufstehend hoch, ich. Er stolpert. Die Bürgermeisterin, hoch. Michel, brüllend bombenfest, sollt ich meinen. Er stellt sich breitbeinig vor die Bank in der Mitte, während der Rotbart und Eckart hinter sie treten. Der Berggrat, also vielwerte Gäste. Etliche Bengal in Koboldtracht, Hurra. Der Berggrat, und Zaungäste. Die Kobolde, Hurra. Eulenspiegel, und Geister, bitte. Der Berggrat, bitte. Eulenspiegel, danke. Der Berggrat, hier steht er Kobolde, steht er der Berggrat, in unserer beglückten Mitte Kobolde, Mitte Eulenspiegel, leibhaftig Kobolde, leibhaftig der Berggrat, unter dem Lindenbaum Kobolde, Lindenbaum der Berggrat, unser teurer deutscher Michael Kobolde, Hurra. Eulenspiegel, es ist kein Traum. Der Rotbart und Eckart, kein Traum. Der Landrat, Himmelkreiz Rudiment zum Donner. Silenzium jetzt. Ruhe, Bengals. Sonst wird ihr rausgesetzt. Er nimmt einem der Kobolde seine Sippelmütze weg und treibt die Schreihälse nach hinten. Weiter, Berggrat. Der Berggrat, Lissensarm nehmend also bezaubert von dieser Himmelserscheinung die Bürgermeisterin, Unglaublich. Der Landrat, PSZT, Eulenspiegel, und nach der offenbar völlig einstimmigen Meinung der Berggrat, aller Freunde und Freundinnen der höheren Sphären Lieselit, wollen wir ihn jetzt zum Beherrscher der Lüfte erklären. Der Berggrat, zum Alleinherrscher sämtlicher Zukunftsflugmaschinen, Eulenspiegel, Glücksgondeln, Traumschiffe und sonstiger Zeppelinen. Der Berggrat, möge er immer flüger, lenkbarer Eulenspiegel, und bombenfester werden. Lieselit, und selig enden als Luftschlossbesitzer auf Erden. Der Landrat, diese Pellmütze schwenkend hurra, deutscher Michel. Alle durcheinander, während Michel auf die Bank gehoben wird und ein Glas Wein in die Hand bekommt hurra. Hurra. Michel, an den Baumstamm gelehnt halt. Jetzt komm ich an die Reihe. Der Berggrat, Glück auf, Michel. Trinkt ihm zu? Michel, schön Dank, Herr Berggrat. Trinkt. Ja. Schön Dank fürs Geschrei. Denn der Michel nämlich ja kann viel Spaß vertragen. Der Landrat, Bravo, Michel. Trinkt ihm zu? Michel, immer wieder Bescheid trinkend, worauf ihm unter Gelächter immer wieder das Glas gefüllt wird, bald mit weißem, bald mit rotem Wein. Schön Dank, Herr Landrat. Herr Landrat. Aber wollt ich sagen, kann auch ernst machen. Kann kann sich lange ducken der Kaplan, wohl ihm, Michel. Michel, schön Dank, er würden, trinkt, kann seine dummen Mucken ja vor euch Stadtläuten, ja auch sein Heimweh verschlucken. Der Bürgermeister, hoch, Michel. Michel, schön Dank, Herr Bürgermeister. Trinkt, ja, kann sich recken, kann auf einmal, ja, kann er seine Hand ausstrecken, kann vielleicht der einst noch, hab die ganze Welt in die Tasche stecken. Der Pastor, Heil, Michel. Michel, schön Dank, Herr Pfarrer, trinkt, jawohl, Lufterde hab mehr den ganzen Himmel hab, er fällt von der Bank herunter, Lieselit, wirft sich auf schreiend über ihn Michel. Eulenspiegel, sehr laut Kellner, den Eiskübel her. Der Berggrat, während der Kellner Eiskübel und Tischtuch bringt aber teuerste Göttin, er hat sich ja nichts zerbrochen. Der Landrat, während man Michel auf die Bank setzt und an den Baum lehnt kein Bein. Der fällt einfach auf seine gesunden Knochen. Eulenspiegel, aus der Ziepel der Zappel der Zeppeline. Der Berggrat, da, er macht eine ganz majestätische Miene. Der Landrat, na, dann kann man ja endlich sozusagen die Krönung vollziehen. Er setzt Michelin die Zippelmütze auf, so dass die Trottel ihm über die Nase her abbaumelt. Hoch liebe unser Michel! Alle, während man ihm das Tischtuch wie einen Mantel umhängt, hoch, 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 Eckart, Ernst der Himmel erhalte ihn. Der Rotbart, er mache ihm jede Bank zum Throne die Kobolde, Throne Eulenspiegel, jede deutsche Zippelmütze zur Siegeskrone Kobolde, Siegeskrone Eckart, jedes deutsche Stück Leinwand zum Hermelin Kobolde, Hermelin der Rotbart, jeder deutsche Baum sei ein Baldarchen Kobolde, Baldarchen Eulenspiegel, während man Michel lang auf die Bank streckt und das Tischtuch über ihn breitet für den allerhöchsten, allerstärksten, allerlängsten, allergrößten die Bürgermeisterin, hinter dem Berggrat her, der die halblachende Halbschluchtsende Liese nach rechts beiseite führt. Nein, sie Wüstling, sie sollen das arme Kind nicht trösten. Der Landrat, PSZSZT, Eulenspiegel, und allerreichsten unter den Putentaten Michel, halb erwachend wie Eulenspiegel, still, Michel mit und ohne Staaten. Seht, hier ruht er der Rotbart, daheim im wildige Brause, Eulenspiegel, jetzt kann er selig Michel, wie vorher Liese Eulenspiegel, ja, Michel Michel, ich will nach Hause Eulenspiegel, ja, Michel Eckart, daheim im unendlichen Hafen Eulenspiegel, zwischen Himmel und Erde und Hölle schlafende Rotbart, jenseits von euren Zeiten und Räumen Eulenspiegel, mit wildfantastischer Gäste und Träumen Eckart, ruhig, während der Vorhang sich schließt, träumen Stern Eulenspiegel, als Zwischenredner, von links kommend, anfangs mit verhaltener Stimme SSST, er träumt, eine Menschenseele im Traum ist ein Schaurichting, ist ein Unding, ist verflocht näher als ein Baum in alle Wurzel, wirren und Wipfel wehen aus Staub und aus Licht, ist Feuer, Wasser, Luft, was sie will, und ist's nicht, verschlafenes Tier, Wotschö Gott, urweltvoller Stern, Hollöball, allmächtig bis zur Ohnmacht, spielt sich auf als All. Wahrlich, einen Menschen im Traum belauschen, das heißt mitspielen mit einem höllisch lebenslustigen Geist. Ich und wir anderen längst verstorbenen Geister gestalten, wir würden uns gern solcher spukhaften Tätigkeit enthalten, allmählich lauter, aber wir müssen uns, ach, noch immer zum Dienst der Menschheit hergeben, denn unser Herr, der Dichter, dieser auch Mensch, will davon leben. Dieser Teufel. Nicht genug, dass wir wirklich leibhaftig erschienen, er lässt uns sogar noch als Hirngespinste nun dienen, oh, wär ich ein Mensch, ich glaube, mir kraute vor mir. Aber da ich ganz Geist bin, und jetzt ein Doppelgeist schier, so kann ich sie nicht mit derlei Halbgottsgefühlen beglücken, sondern drehe ihnen den Gefühlen nämlich im Geiste den Rücken. Er dreht sich mit hoch erhobenen Armen um und teilt mit beiden Händen den Vorhang. Dritter Aufzug Bild Große Höhle aus Bergkristall in weiß und grüner Flackerbeleuchtung Rechts und links durcheinander getürmte Pfeiler In der Mitte des Hintergrundes, auf einer fantastischen Pyramide, thront Frau Venus, ebenso vermummt wie Lise Lied, nur trägt sie lange weiße Klassi-Handschuhe, und ihr grünes Kleid ist aus funkelnder Seide, ihr schwarzer Schleier mit Diamanten besetzt. Zu Füßen des Throns, in Gesteinspalten, Hocken schlafende Kobolde, wieder blau-grau mit Zippellmützen und weißen Bärten. Zu beiden Seiten des Throns zerklüftete Krotten, mit Schnüren aus Bruchkristallen verhängt, hinter denen ein rot-gelb glühender Glanz bald aufwärts bald abwärts quillt und strudelt, so dass sie wie feuriges Netzgeflecht aus in, hin und wieder zieht rötlicher Rauch durch die Höhle. Eulenspiegel, sofort, noch während der Vorhang sich öffnet, ins Knie sinkend verzeiht, Göttin Venus, ich weiß zwar, ihr glaubt es kaum, aber wirklich, wir sind beide jetzt nichts als Traum, also entschuldigt den frechen Possenreißer Streich. Frau Venus, zögernd wer dringt hier ein in mein heimlich Reich? Eulenspiegel, nur ein armer Schalt namens T-Y-L-L, aber abgesandt, er erhebt sich, von eurem mächtigsten Nachbarn im ganzen deutschen Land, von des Kaiser-Rot-Barts verewichter Majestät, der voll Unruh, schönste, hinab in den Hö-S-E-L-Berg spät, denn auch ihn treibt es Michels Traumblick her. Frau Venus, so vermeldet es Hohen Herrn Begehr, der so mächtig ist, dass ein stiller Schlaftrunk näher man seinen ewig wachen Willen verunruhen kann. Eulenspiegel, O, Frau Venus, Zauberin, sehr gewaltig ist dein Bann, aber nimm in Gnaden die zarte Gewissensfrage hin, Traumsköac und Reitplatzferin, warst du niemals von deinen Geschöpfen gebannt. Frau Venus, O Schalk, Eulenspiegel, so erfahre, des Michels Seele ist unauslöschlich entbrannt von all und jeder Macht Sehnsucht Himmels und der Erden, heute Nacht soll sein Hauptwunsch entschieden werden. Du hast eine Flamme in seinem Blut angefacht, die hat all sein junges Hirn in Rausch und Aufruhr gebracht, nun kennt er sich selbst kaum vor lauter hochfliegenden Bromüensten. Drum, erlauchte Göttin, dank deinen Zauberkünsten, sind die anderen unsterblichen Hauptpersonen, die seit Alters in seiner Geisterwelt wohnen, aus ihrer gottseligen Ruhe, klappt mit der Pritsche, jählings mit aufgeschreckt und als der stärkste von seinen Schutzgeistern streckt der Kiffhäuser her die gepanzerte Faust dir entgegen, wenn du ebenso mächtig bist wie verwegen, mögest du ehrlichen Wettstreit mit ihm pflegen um des Michael Michaels wahres Seelenheil. Desgleichen mit mir für mein bescheiden Teil, du wirst es nicht weigern, erlauben wir uns zu hoffen. Frau Venus, mein Reich steht allen Geistern, starken und schwachen, offen. Eulenspiegel, ja, gnädigste, offen wie ein Grab. Und dein zauberkräftiger Wünsch elst abglänzt empor über deine dunklen Schleierfalten wie ein Ehrsternschweif nach zwei Seiten gespalten, in dessen die Weltküclein an den beiden Spitzen gar nach jeglicher Windrichtung drehbar blitzen. Ich sehe, viel gewandte, trotz unsern verhüllten Minnen, denn auch ich verstehe, Herren, Zwehenwelten zu dienen. Frau Venus, so schwöre ich bei diesem einen unlöslichen Ringe, Kraft dessen mein Scepter die zwiegespaltene Schwinge der immer wieder sich verjungenen Welt in der Schwebe hält, du nahst ungefährdet meinen vulkanischen Quellen. Eulenspiegel, und meine Begleitung, Frau Venus, ist gefeit wie du vor den Feuer brünstigen Wellen. Eulenspiegel, tritt dem Thron etwas näher und klappt mit der Pritsche wohl an, edle Hexe, du siehst, wie strax wir uns stellen. Zugleich sind der Rotbart von links und Eckart von rechts aus den Pfeilergängen getreten, beide noch immer mit vermummten Gesichtern. Frau Venus, auffahrend A, Schalk, du verkündetest mir der Wettkampen 2, jetzt seid ihr drei. Wieder ruhig sich setzend. Nun, Eckart, du warst von jeher ein Schleichwegverfechter. Eckart, ich war von jeher, Frau Venus, dein Treustertorwächter. Ich tue nichts wider dich, als am Eingang des Hörselbergs warnen, wer der Warnung trotzt, den magst du getrost umgarnen. Eulenspiegel, und selbst für Göttinnen bleibt's doch ein Akt der Huldigung immer, wenn sich Dreimannsleute mühen um ein Frauenzimmer. Sieh da, du lächelst. Dein ganzer Schleier lacht. Frau Venus, vor dir, Eulenspiegel, hat wohl mein Ernst keine Macht. Und auch den Rotbart wird schwerlich ein trauerndes Weibsbild rühren. Der Rotbart, ho, Hultin, wir hoffen noch innigst eure Trauer zu spüren, wenn erst der Michel von uns selbst Beherrschung annimmt. Inzwischen freilich sind wir herzlich wenig gestimmt, christliche Stufen zu eurem heidnischen Thronsitz zu hobeln. Eulenspiegel, Eulenspiegel, also kurz und gut, ich schlage vor, sein Seelenheil auszugnobeln. Er holt den Würfelbecher aus der Tasche und schüttelt ihn. Bester Wurf, er stülpt die Würfel auf einen Kristallblock. Hier, dreimal der nackte Spatz. Frau Venus, in der Tat, ein unwiderleglicher Satz. Gib her! Eckart, Halt, Hexe! Leg erst den Zauberstab nieder. Frau Venus, das versprach ich nie wem. Eckart, dann, Schalk, nimm den Becher wieder. Rasch! Nimm ihn! Rasch! Die Unholtin wirft dir Pasch auf Pasch. So bliebe das Wettspiel in alle Ewigkeit gleich. Frau Venus, ich hätt ihn heimzahlen können, den schnöden Gauklerstreich, aber, T-Y-L-L, des Michels Seele gilt mir zu viel für ein Würfelspiel. Ich sehe, Rotbart, zu meiner Freude, du nixst. Der Rotbart, ich fühle, Fandin, wie ehrlich du um dich blickst. Frau Venus, so hört meinen rückhaltlosen Bescheid, der Michel Michael selber löse im Traum und Zern Streit. Wenn du Herrscher in seinem dir zu geweihten Land, du Wächter an deinem ihm geheiligten Stand, du Landstreicher da aus vogelfreien Bezirken, wenn ihr vermögt seiner Sehnsucht ein habhaftes Ziel zu erwirken, das ihm wettmacht den einen einzigen unruhvollen Bann, den meine Inbrunst, die verwunschene, ihm antun kann, so sei er hinfort, in Zeit und Ewigkeit, von mir befreit. Seid ihr's zufrieden? Der Rotbart und Eulenspiegel, zufrieden? Zufrieden? Eckart, nur unter der Sicherheit, dass dein Scepter, solange der Streit dich drängt, sein Träumendes Haupt nicht berührt, noch umkreist, noch sonst wie lenkt. Frau Venus, die Sicherheit geb ich. Eckart, dann ruf ihn. Die Wette hängt. Frau Venus, berührt die Kobolde mit dem Scepter aufgewacht, Klopfgeister, aufgewacht, der Wunschquell sprudelt, öffnet den Schacht. Feuerfluss werde kristallene Flut. Erde, enthülle dein Himmelsblut. Verschlinge das Trübe, beschwinge das Reine. Erscheine, Michael, erscheine. Die Kobolde haben die Kristallschnurgeflechte der rechten Grat inzwischen geöffnet und eine ferne langsame Tanzmusik ertönt. Aus rötlichem Qualm auftauchend erscheint ein Zug schwarz gekleideter Gestalten. Voran 5K-Plane, im Gänsemarsch mit Polkarschritt. Dann je 5 Landräte und Bürgermeister, die den schlafenden Michael Michael auf seiner Bank einhertragen, er hat noch immer die Sippelmütze auf dem Kopf und ist mit dem Tischtuch an die Bank festgebunden, mit dickem Knoten auf der Brust, doch so, dass seine Arme frei sind. Hinter 3 und 5 Pastoren, wieder im Polkarschritt. Jeder Kaplan, Landrat, Bürgermeister, Pastor ist den vier übrigen zum Verwechseln ähnlich, in den gleichen Kostümen und Masken wie früher. Chor der Landräte und Bürgermeister, hier naht er, hier naht er, der Weltputentater. Chor der Kaplane und Pastoren, da liegt er im Wickel, das Hochmutzkarnickel. Die Landräte und Bürgermeister, du Großmaul, du Saufsack, du Raufbold, du Strolch, die Kaplane und Pastoren, jetzt kommt die Vergeltung, du Sündenmolch, Rache. Der Zug macht ruckhaft in vier Kolonnen halt und stellt die Bank in der Mitte der Höhle nieder, Michels Füße dem Venusthron zugekehrt, zugleich wird die Grat wieder verhängt, sodass die Tanzmusik verstummt, und die Kobolde eilen auf ihre Sitze zurück. Michel liegt immerfort regungslos. Frau Venus, erhebt ihn. Die Landräte, eh, der Rotbart, erhebt ihn. Eulenspiegel, ja ja, hier pariert man aufs Wort. Immerartig, werte Herren, hübschkusch und apport, halblaut, Held Michel, hier braucht dich bloß das geheimste Lüstchen zu jucken, und wir sind allesamt deine tiefstleibeigenen Heiducken. Die Amtspersonen haben inzwischen, unter schreckhaften Bücklingen, die Bank mit Michel hochgekippt, sodass sein ganzer Körper verdeckt steht, so dem Venusthron zugewandt, an die aufgerichtete Bank gebunden, bleibt er stehen, bis sich der Vorhang schließt, und nur ab und zu wird Arm oder Hand von ihm sichtbar. Der Rotbart, hier schützt dich mein Schwert, es ist allzeit unbestechlich. Eckart, hier stützt dich mein Kreuz, es ist unzerbrechlich. Eulenspiegel, hier nützt dir meine Pritsche, sie ist unüberwindlich, und deine Schlafmütze, sie ist unergründlich. Michel, immer mit schlafbefangener Stimme, wo bin ich? Frau Venus, im Reich deiner reinsten Kräfte. Hier siehst du im Glanz kristallklarer Säulenschäfte, deine stärksten Schutzgeister tausendfältig sich spiegeln und dir ihre innerste Strahlenfülle entriegeln. Hier hast du für immer die Wahl zwischen ihnen und mir, hier bist du allein her. Zu den Amtspersonen, kniet nieder, ihr, die Kaplane, gehorchend her, erbarme, die Pastoren und Bürgermeister, ebenso dich unser, die Landräte, aufmuckend Himmelkreizrudiment, Eulenspiegel, sie einzeln rasch mit der Pritsche duckend nieder, 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 nieder. Blitzelement, der Rotbart, Michels Kopf mit dem Schwert berührend ich, Michel, kröne dein Haupt mit dem herrlichsten Mut, dem zu dir selbst, bewahre ihn gut. Eckart, desgleichen mit dem Kreuzstall tapp ich, Michael, mit der heiligsten Macht, der über dich selbst, nimm sie wohl in Acht. Eulenspiegel, ich verhalte mich selbstverständlich ergebenst stille, denn die Hauptsache bleibt, es geschehe dein Wille. Ihm ins Ohr? Wenn du willst, ist der ganze Weltrummel nichts als, ne Flause. Michel, ich will nach Hause. Der Rotbart, hier bist du's. Eckart, ewig. Frau Venus, dies Haus kannst du nie verkaufen. Michel Michael, bald ist die Zeit abgelaufen, in der du den Raum der Geister heimlich erleuchtet siehst, wenn du willst, dass dein innerstes Heim sich erschließt, ich zeig dir's. Michel, wer bist du? Frau Venus, von feurigem Rauch verhüllt, ich weiß nicht mehr. Wohl aus tiefem Süden kam ich einst her, wohl aus höchstem Norden, aus allen Zonen, wo Urvater Schmerz und Allmutter Wonne wohnen. Wohl der einsamen Glut seines Geistes bin ich entsprossen, wohl vom willigen Feuer ihrer Seele durchflossen in des Erdgrunds kreisenden Leib getropft, aus dem nun mein Himmelsblut flammt und flackert und drängt und klopft, aufbegehrlich durch deine, auch deine irdischen Adern hineckert, hüt dich, hüt dich, Michael, vor der Teufelin. Die Kaplane, sich bekreuzend Teufelin. Der Rotbart, schweigt, ihr Winseler. Frau Venus, hab Dank. Ja, Gebeter, ich bin nur die Stimme, die aus dir selber lacht, wenn dein Mutwille hoch lodet aus dem Kiffhäuser Schacht. Ich, Eckart, brauche des Michels Haupt nicht mit wehren Machtsprüchen ewigen Heils zu kehren, nicht wie du, Freund T-Y-L-L, mit gleißenden Freiheitsblicken sein Hirn bestricken, ich rühre nur leise an sein Herz, sie senkt ihren Stab auf Michels Brust, seht, wie er aufzuckt. Sag, Michel, ist's Schmerz? Michel, Schmerz Frau Venus, ist's Wonne. Michel, Wonne Frau Venus, ist's Heimweh nach dem Licht. Michel, Licht. Frau Venus, ihren Stab wiederhebend fühlst du nun des Blutes selige Unruhpflicht. Oder willst du leben sprich wie diese Machtstreber hier, ein Ruhestifter voll furchtsamer Gier. Michel, die Arme breitend O Göttin, die Pastoren, Gnade, Eulenspiegel, mit der Pritsche klappend Ruhe, die Bürgermeister, während sich die Kaplane bekreuzen Gnade, Göttin, Eulenspiegel, Eulenspiegel, Ruhe, die Landräte, göttlichste Göttin, Frau Venus, ihr, ihr meint eine André, ihr meint die teuflische Fratze, die jene Diener des Heils da, auf die Kaplane weisend, mit plump geiler Tatze an die Wand euch malten, drum sitz ich im Trauerschleier. Aber auch euch treibt heimlich, wisst es. Mein missgunstfreier Hauch, eure Ängste auszurasen und euren unreinen Atem irgendwie von euch zu blasen, drum habt ihr den Erdball zum Höllenkessel gemacht. Die Kobolde mit dem Scepterstreifend. Auf, Klopfgeister, öffnet den Wetterschacht, durch den der Qualm ihrer Süchte zur Läuterung niederquillt. Jetzt, Ihr Herrn, beseht, beseht euch das Ebenbild eurer knächtischen Notdurft und krampfhaften Mühseligkeit, eurer zielbewussten Wohlfahrtsbeflissenheit, eurer Mammonstollenstoffwechselbracherei, eurer jammervollen Naturgesetzschacherei, des zivilisierten Barbaren würdigste Konkubine, da steht eure Göttin, die Maschine. Die Kobolde haben währenddem das kristalline Flechtwerk der linken Grat geöffnet, und schwarz-grauer Dampf ist herausgequollen. Nun wird ein feuriges Ofenloch sichtbar, neben dem der rote Kall in seiner militärischen Maske zwischen maskierten Bergleuten und rußschwarzen Heizern hockt, und darüber eine Schwungradmaschine, zugleich hört man wieder das dumpfe Kolb enge Stampf, aber weniger laut als früher. Die Landräte, sich die Ohren zuhaltend Himmelkreisroh der rote Kall, tritt drohend vor Mannstopp. Chor der Heizer und Bergleute, dumpf Mannstopp, 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 der rote Kall, jetzt kommt die Vergeltung. Los, Genossen, Hopp hopp, Rache, Die Heizer und Bergleute, Schaufeln und Spitzhacken schwingend, bilden mit Hopp senden Tanzschritten einen Halbkreis um die Amtspersonen, die sich mit flehenden Geberten knierutschend um Michel zusammendrängen. Wir sind nicht mehr Menschen, wir dienen, wir dienen, lebend gemaschinen, den toten Maschinen. Jetzt wollen wir mal herrschen, mit Gewalt, mit Gewalt, wir armen Teufel in Menschengestalt. Rache, die Kaplane und Landräte, wir flehen erabitigst um Gnade, um Gnade. Die Pastoren und Bürgermeister, es wäre doch schade, jammerschade, jammerschade die Kaplane und Landräte, um unsere christlich-germanische Staatskultur, Staatskultur. Die Pastoren und Bürgermeister, O Michel, O Michel, besinne dich nur. Eulenspiegel, klopft laut mit dem Finger an die Rückseite von Michels Bank. Michel, hörst du? Michel, ich höre. Der Rotbart, so verschließt ihr einstweilen die Ohren. Eckart, und verwechsel nicht uns mit diesen vom Zeitgeist besessenen Toren. Frau Venus, nein, hör sie nur betteln, die dich mit städtischer Hoffahrt benebeln, um hinterrücks deinen bäuerischen Waghals zu knebeln, seht, ihr Kriecher, jetzt schlägt sie über die Schnur, die türkische Glut eurer Unnatur. Eine grelle Flamme pufft aus dem Ofenloch, die Amtspersonen fahren entsetzt in die Höhe und taumeln geblendet durcheinander. Sie macht alles so hell, sie macht alles so schnell, dass eure lichtscheuen Sinne sich dran verbrennen, bis ihr nichts mehr könnt als blindwütig hasten und rennen, nun, ich will euch erlösen, ihr armen, ihr Lichtschürer. Los, ihr hetzt Teufel alle, packt eure Verführer. Die Heizer und Bergleute, hinter den flüchtenden Amtspersonen herhetzhetz, ins Feuer. Die Kaplane und Landräte, erbarmen, erbarmen. Die Heizer und Bergleute, ihr Fettungeheuer. Die Pastoren und Bürgermeister, wir armen, wir armen. Die Heizer und Bergleute, nehmen einen Landrat und einen Kaplan am Kragen, während die übrigen in den Pfeilergängen verschwinden, ihr Schweinepriester, ihr Rindviehmagnaten, jetzt singt Halleluja, jetzt wärt ihr gebraten, Marsch. Der Kaplan, o Sankt Michael, hilf uns. Der Landrat, inhibieren sie diesen Radau. Der Kaplan, o Sankt Eckart, bitt für uns bei der gnädigen Frau. Eckart, fahr zur Hölle, Memme. Der rote Kadel, Höllaluiah. Marsch, Marsch. Die Heizer, ins Feuer. Der Kaplan, wird ins Ofenloch geschoben. Au, au. Der Landrat, Sakrament, plötzlich sich losreißend, Herr Korbruder. Der Berggrat, kommt sofort durch das Flechtwerk der rechten Grat gehopst, maskiert wie früher wünschen. Der Landrat, während er wieder gepackt wird, nah Hilfe, Kreuz Sakrament. Der Berggrat, nach der linken Grat hinüber galoppierend bedauere, bin beschäftigt, im Dienst der Herrin, es brennt. Die Bürgermeisterin, kommt plötzlich aus der rechten Grat ihm nach galoppiert, ach bitte, bitte, bitte. Na warte, ich werd dich schon kriegen. Der rote Kadel, jawohl ja. Marsch, Marsch. Immeran, verehrliche Fliegen. Die Heizer, den Berggrat gleichfalls ins Feuer schiebend und die Bürgermeisterin hintert rein, immerin, immerin, immerin ins Vergnügen. Der rote Kadel, zum Landrat, Marsch, Marsch, immer schneidig. Der Landrat, na, wenn's sein muss, dann los. Platz da, er stürzt sich selbst in das Ofenloch, der rote Kadel, allerhand Achtung. Die Heizer und Bergleute, Sohn Schuppiak, Sohn Gerne Groß, der rote Kadel, still, Genossen, die Bergleute, oho, der rote Kadel, ich sag euch, der Kerl hatte Schneid für drei. Die drei Heizer, ho, Eulenspiegel, ihm mit der Pritsche auf die Schulter klopf, entnimm dir ein Beispiel dran, Roter, jetzt kommst du an die Reihe. Der rote Kadel, war, Eulenspiegel, zu dienen, Herr Volksbefreier. Jetzt ist man so frei. Der rote Kadel, zu Hilfe, Genossen, die Heizer und Bergleute, ho, oho, Eulenspiegel, die Zeit ist vorbei. Der Oberheizer, vorbei, du Schrei Hals. Jetzt wird nicht mehr schwadroniert. Der rote Kadel, aber Kameraden? Ein Bergmann, jawohl ja. Hast uns lange genug kommandiert. Marsch ins Feuer? Die ganze Bande, Marsch, Marsch, du Freiheitsverräter. Du Redelsführer. Du Erzschuft. Du Hauptattentäter. Der rote Kadel, zu Hilfe, Michel. Eulenspiegel, der lässt sich erst recht nicht drillen. Der Rotbart, mit besonders wuchtigem Tonfall, hier ist jeder nur Bruchstück von seinem Willen. Frau Venus, und sein Wille ist, ihr Schächer, ich soll euch ein bisschen leutern. euch alle. Eulenspiegel, nachher könnt ihr säuberlich weiter meutern, Eckart, und einer den anderen mit reinem Gewissen regieren, Eulenspiegel, und euch gegenseitig immer reiner Kuli kultivieren. Was meinst du, Michel? Michel, die Hand nach dem Feuerloch hebend, Marsch, Marsch, Frau Venus, hinein, ihr Teufel, hinweg, Klopfgeister, schließt den Sündenversteck. Erde, enthülle dein Himmelsblut. Feuerfluss werde kristallene Flut, beschwinge die Zeiten, durchdringe die Räume, bringe Klarheit ins Reich der Träume. Der Rote Kall wird inzwischen samt seinen Genossen von den Kobolden an das Ofenloch gedrängt, und das Flechtwerk der Krat schließt sich hinter ihnen, auch die Kobolde mit Verbergend, zugleich verstummt das Geräusch der Maschine. Sag, Kiffhäuser her, ist nun zur Genüge gestritten. Der Rotbart, fragt den Michel, edle Feindin. Du kennst die Geistersitten. Frau Venus, ja, du herrlicher du, werd's endlich inne, ich bin nur den armen Sünderseelen die Teufel inne. Aus dem Samen, den ich verschwenderen streue, keimt alles Künftige, alles Junge und Neue, jeder Traum von Schönheit und Kühnheit, von Freude und Ruhm, jeder Glaube an wahrhaftes Heiligtum. Wahrlich, Eckart, unser Wettstreit bleibt ewig gleich, denn dein wie mein ist das Iadi wie das Himmelreich. Also, Eulenspiegel, schür sie nur immer fort, die Hölle der Freiheit zwischen hier und dort. Und sorge dafür, dass deine Schelle selbst in die verschlafensten Ohren gelle. Eulenspiegel, zu Befehl, gnädige Frau, er hockt sich ans Fußende von Michels Bank. Frau Venus, ich nehm dich beim Wort auf der Stelle. Sprich, Michel, glaubst du an unsere Schutz- und Trutzeinigkeit? Und willst du ihr treu sein, treu sein in Lust und Leid? Michel, Lust und Leid. Frau Venus, und willst du mir, was dein Mund so im Traum verspricht, auch beschwören von Augen zu Augenlicht? Michel, Augenlicht. Frau Venus, oh, erkenne mich erst, du. Weißt du nicht mehr, fremd aus fernem Süden wohl kam ich einst her, so fremd, dass ein Schreck dein nordisches Blut durchlief, wie ein Bergquell wohl aus der Erde tief, eines Abends im Wald, war kaum sechs Jahr, einen Kranz wilde Efeu ranken im Haar, sie lüftet lächelnd ihren Schleier, und mit Augen, wie der Kuckuck für war Michel, je emporgreifend Liese. Frau Venus, ja, so saß ich unter dem Felsenhang und sang Michel, und sang Frau Venus, nickt und verhüllt sich wieder und nun siehst du mich hier, wie du wünschtest, in seitenen Kleidern sitzen, mit klassie Handschuhen und Diamanten und ausländischen Spitzen, und gilt dir doch all das in Wahrheit nicht einen Nied gegen ein einziges kleines heimatliches Lied von Herzensgrund aus meinem Mund Michel, deinem Mund Frau Venus, sich erhebend hört's, Geister, hört's, schlingt den Zaubereigen Die Kobolde eilen von rechts wie links durch das Flechtwerk aus den Grotten herbei, eine leise Walzer Musik beginnt von fern. Round mein gebet ihm ein in sein innigstes Eigen, in Fleisch und Blut, in Mark und Mut, Körperrausch werde Seelen glut. Sie senkt ihr Zepter wieder auf Michels Brust, während der Rotbart mit dem Schwert und Eckart mit dem Kreuzstalltab sein Haupt berühren, zugleich beginnen die Kobolde Ringelrei um die Bank zu schreiten, während Eulenspiegel am Fußende Kauern bleibt. Frau Venus, Michel Michael, mehr kann kein menschlicher Geist erwerben die Kobolde, gedämpft Geist erwerben Frau Venus, als ein Haus, das er heiligt für seine Erben. Die Kobolde, wie vorher seine Erben. Frau Venus, als einen Hof, wo er spielt mit Weib und Kind. Die Kobolde, Weib und Kind. Eckart, als einen Herd, an dem er Frieden findet. Die Kobolde, Frieden findet. Der Rotbart, eine Schwelle zum Himmel, wenn er den Kampf bestand für seine Mutter Erde, sein Vaterland. Die Kobolde, allmählich lauter seine Mutter Erde, sein Vaterland. Eulenspiegel, alle zehn Finger hoch spreizend, dieser Traum der Menschheit, Michel, hat vielerlei Enden. Die Kobolde, vielerlei Enden. Frau Venus, lass dich nicht von träumen, die eitel sind, blenden. Die Kobolde, plötzlich niederknieend, Hände vors Gesicht blenden. Die ferne Tanzmusik hört auf. Eckart, bei dem Gott, dem der Geist seiner Väter entsprang, der Rotbart, bei deines Namens hellem Erzengel klang Eulenspiegel, den Schellenzipfel gen Himmel hebend, doch noch nicht klingend bei der dunklen Macht, über die ich weine und lache. Frau Venus, erwache, Michael die Kobolde und Eulenspiegel, aufspringend, Sippelmützen und Schellenzipfel schwenkend, während der Vorhang sich schließt, erwache. Stern Eulenspiegel als Zwischenredner, aus dem Mittelspalt des Vorhangs tretend, mit verlegenem Achselzucken, er schläft immer noch. Was tun? Aufhorchend, jetzt schnarcht er sogar. Das ist höchst bedenklich, denn wir laufen alle miteinander Gefahr, noch geisterhafter von ihm geträumt zu werden, und das könnte doch vielleicht unseren leiblichen Zustand gefährden. Ich würde ihn wecken, aber wer weiß, was passiert, wenn er unversehens seine Sippelmütze verliert und ernstlich nachdenkt über dies nächtliche Abenteuer. Auch unserem Herrn Dichter übrigens scheint das durchaus nicht geheuer, ich glaube, er fragt sich lieber schon gar nicht mehr, wer jetzt wirklich Herr ist, wir oder er. Hinterm Vorhang beginnt leise Tanzmusik. Aha. Da lässt er gleich wieder den Fiedelbogen schwingen, vermutlich, um den Gang der Handlung besser in Trab zu bringen. Seit wir dem Michael klar machen mussten, was er im Grunde will, steht dem Herrn sein Wille ebenso gründlich still vor den unberechenbaren Folgen dieser Geisterstunde. Ich höre ihn bereits mit sperrangelweitem Munde um uns Herrn Beistand gegen seinen schnarchenden Helden flehen, ja, so dreht sich der Weltlauf im Handumdrehen. Wenn nun der Michel träumen will bis zum jüngsten Tage, was wird dann aus der ganzen tatsächlichen Lage? Sein Haus fällt der groben Gesellschaft in die Hände, und seine Glücksfee nimmt womöglich als alte Jungfer ein Ende, ich muss doch mal nachsehen, was sich da machen lässt. Er steckt einen Augenblick den Kopf in den Vorhangspalt. Halt. Er schnarcht nicht mehr. Er liegt bombenfest, nicht einmal seine Krone ist verschoben, und man hat ihn inzwischen sogar auf den Thron gehoben. Da heißt's doppelt Vorsicht. Ich warne nochmals jeden vor Schaden, denn sie wissen, er ist reichlich mit allerlei Sprengstoff geladen, und wie leicht kann der plötzlich ganz von selber loskrachen. Also werde ich ihm mal Platz für den Explosionsfall machen. Er schiebt den Vorhang nach rechts beiseite. Vierter Aufzug Bild Wie beim zweiten Aufzug Doch ist jetzt die Bank mit dem angebundenen Michael quer auf zwei zusammengerückte Tische gesetzt, die rechts unter dem Laubengang stehen, und überhaupt sieht alles ziemlich verratet aus. Hinter Michael Auf Stühlen zur Ebner Erde sitzen der Rotbart und Eckart, ebenfalls schlafend, und an dem langen Tisch links schläft der schwarze Karel, mit einer leeren Flasche im Arm. Von unten vor Michael sitzt und wacht Lieselit, noch immer als verschleierte Glücksfee, neben ihr steht der maskierte Berggrat, mit zwei Sektgläsern in der Hand. Die leise Musik im Saal dauert fort, man sieht, es wird eine Koeluntur getanzt, und ab und zu huscht ein Pärchen heraus in die Büsche. Eulenspiegel prallt mit dem Vorhang an den Berggrat, sodass dieser die Sektgläser fallen lässt. O Paden, Herr Rat! Der Berggrat, O zum Teufel, sie t-r Eulenspiegel, t-r Der Berggrat, sie Traumspuk mein, ich Eulenspiegel, ah, danke höflichst, sie er er sie Raumspuk mein ich und werde sofort das Glas neu erscheinen lassen, unter des dürften Scherben nicht schlecht zu dem Fräulein Glücksfee passen. Der Berggrat, also zwei Gläser, bitte Lieselied, nein, danke, nichts mehr, nicht einen Tropfen, halblaut zum Berggrat, etwas kokett, ach, ich fühle mein Herz schon rasch genug klopfen. Eulenspiegel, Eulenspiegel, also eins, Herr Glücksrat, der Berggrat, nein, danke gleichfalls, danke, Eulenspiegel, also keins, Glück auf, Spuk, ab nach dem Saal, der Berggrat, der Berggrat, der Berggrat, Papier, der Berggrat, der Berggrat, seine Brieftasche herauslangend aber herz, natürlich, wie hoch soll der Check sein? Hier? Liese, Check? Was ist das? Ach so? Ha ha ha! Nein, danke recht sehr, ich meinte, zupft an dem Vertragspapier, plötzlich schreckhaft, oh Gott, er hat sich gerührt, der Berggrat, den Vertrag rasch wieder einsteckend was? Wer? Liese, na, er, wenn er aufwacht, ach bitte, Herr Berggrat, Schnell, bringen sie mich heim, der Berggrat, ja natürlich, Schatz, in welches Hotel? Liese, Hotel, nein, nach Hause, der Berggrat, Hause, Liese, ja bitte, geschwind, der Berggrat, hm wer bist du denn? Liese, ach, Herr Rath, bloß dem Michel sein Pflegekind, die Tanzmusik setzt ab, der Berggrat, ach so, ha ha ha, süßer Räkü, Liese, er darf mich hier nicht finden, will ihn bloß noch rasch von der Bank losbinden, sie tut es, Eulenspiegel, Eulenspiegel, erscheint im Hintergrund mit der noch immer maskierten Bürgermeisterin bitte dort, schöne Frau, sie sehen, man will schon verschwinden, der Berggrat, Lissensarm nehmend also los, die Bürgermeisterin, nach vorn eilend, während Eulenspiegel zurück in den Saal geht, da, Monsieur, sie treiben's ja rein schon zum Skandal, der Berggrat, wie, Madame, drum verlass ich auch das Lokal, ihr Diener, Liese, empfehl mich, Madame, die Bürgermeisterin, während die beiden nach rechts verschwinden, sie dirne, sie freches Stück, O, meine Nerven, O Theodor, komm zurück, sie ist dabei auf den Stuhl gesunken, auf dem vorher Liese gesessen hat, die Tanzmusik setzt wieder ein, Eulenspiegel, erscheint mit dem etwas schwankenden Bürgermeister bitte dort, Herr Bürgermeister, entfernt sich wieder, der Bürgermeister, gleichfalls noch immer maskiert, mit einigen Koelong-Orden am Domino aber Walli, was sollen die Leute denken, so mitten aus dem Koelong abzuschwenken, ich bitte dich, die Bürgermeisterin, schluchzend, ach, Männe, der Bürgermeister, ach, lass das getu, die Bürgermeisterin, was, kreischend, fui, du fläbst, du elender Fatzke du, geh, der Bürgermeister, aber Frauchen, die Bürgermeisterin, geh, sag ich, oder ich schrei, der Bürgermeister, um Gottes Willen, er schlägt sich nach rechts in die Büsche, die Bürgermeisterin, schluchzend so ein Stesel, und riecht noch nach Bier dabei, Eulenspiegel, erscheint im Hintergrund mit dem Kaplan bitte dort, er würden, dann wieder ab in den Saal, der Kaplan, auch schon ein bisschen schwankend, zur Bürgermeisterin, ei, teuerstes Beichtkind, ei, so vereinsamt inmitten der Fröhlichkeit, er nimmt einen Stuhl und setzt sich dicht neben sie, die Bürgermeisterin, ach, er würden, es gibt so viel Herzeleid, der Kaplan, ihre Hand nehmend, ei, ei, die Bürgermeisterin, o fühlen sie, wie ich zittere und bebe, sie drückt seine Hand an ihren Busen, während Michel oben hinter ihnen erwacht und unbemerkt sich allmählich auf seiner Bank zurechtsetzt, ach der Kaplan, ach die Bürgermeisterin, oh hätt ich etwas, wofür ich lebe, mir ist manchmal so schwach, so unbeschreiblich schwach, der Kaplan, ja, ich fühl es die Bürgermeisterin, ach, wie das wohl tut, ach wie das wohl nicht klang, als sie sagten, ei, ei der Kaplan, weiter fühl entei, ei die Bürgermeisterin, ach, mir wird auf einmal so anders, so frei, wie das himmlisch ist, so getröstet zu werden, der Kaplan, ja, da fühlt man das Paradies auf Erden, die Bürgermeisterin, ach wenn ich auch etwas abgehärmt scheine, der Kaplan, oh das sind ja gottgesegnete Beine Eulenspiegel, er scheint im Hintergrund, mit dem Pastor bitte dort, Herr Pastor Michel, breit von oben herab, zu dem Pärchen, ihr Schweine, die Bürgermeisterin, hoch, läuft nach rechts davon, der Kaplan, ruhig aufstehend, was, er säufererfrecht sich, hier fromme Gespräche zu stören, Michel, über die Stühle vom Tisch niedersteigend, Platz da, pfaff, der Rotbart und Eckart, von Eulenspiegel wachgemacht, treten aus dem Laubengang Platz, Platz, der Kaplan, vor Michel, zurückprallend, er soll von mir hören, warte, bursch, ab in den Saal mit dem Pastor zusammen, der im Hintergrund gewartet hat, Eulenspiegel, nun, Herrahelde, zurück aus dem Geisterland, wie steht's, Michel, ganz mit sich beschäftigt, schlägt nach der Trottel der Sippelmütze verdammtes Gebammel, und reißt sie sich vom Kopf, Eulenspiegel, oh aber, solch Ehrenpfand, das schlägt man doch nicht, Michel, die Mütze anstarrend, was ist das, was soll das, hi, wer tat das, Schwarzer, der schwarze Kadel, von Michel gerüttelt Hilfe, mein Portepi, Josef Maria, ist aufstehend über seinen Degen gestolpert, fällt unter den Tisch und schläft weiter, Michel, Ficklumpen, und ich, oh Fie, 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 die Mütze zerfetzend und zu Boden schleudernd, Schandlappen verfluchte, da lieg, du infami, oh, ich nah, ich statt nah, er fasst seinen Kopf mit beiden Händen, die Tanzmusik setzt wieder ab, Halt, Michel, Halt, besinn dich, Mensch, er blickt scheu nach dem Rotbart und Eckart hinüber, tastet an seiner Brust herum, holt das Vertragspapier aus der Tasche, entfaltet es, starrt es kopfschüttelnd an, Eulenspiegel, nimmt unterdessen Eckart beiseite Exzellenz, und da dieser ihm rasch den Mund zu hält, ah, pardon aber gehen wir nicht bald, wir könnten leicht den rechten Moment verpassen, der Rotbart, ist zu ihnen getreten, nein, wir dürfen den Mann nicht in seinem Zorn verlassen, Eulenspiegel, wie's beliebt, gnädiger Herr Michel, wo ist er? Er soll mir heraus. Der Rotbart, wer, Michel, wer? Michel, dem ich hier mein Haus vorhin verschrieb ohne Sinn und Verstand, er zerknautscht das Papier, will es wegwerfen, hält plötzlich inne und steckt's in die Brusttasche, Eulenspiegel, der, Herr Vetter, ist leider inzwischen kurzerhand mit deiner Glücksfee durchgebrannt. Die Tanzmusik setzt wieder ein. Michel, nimmt seinen Hut und Stock von dem Tisch unter der Bank, ihr Herren. Ich bin nur ein Mann in geringem Kleid und mit Ehrfurcht im Leibe, aber was ihr auch seid, ich schätz mich zu wert, euren Schabernack einzustecken. Ich bin kein Hanswurst für naseweise Gäcken, und im Wirtshaus ist jedermann nichts als Zechkumpan. Auf die zerrissene Mütze deutend. Wer hat mir den Schimpf da angetan? Eulenspiegel, da musst du den dort fragen, Freund Kropin. Er zeigt nach hinten, wo eben der maskierte Landrat erscheint, ganz mit Coelongorden bepflastert, begleitet vom Kaplan und vom Pastor, alle drei den Hut auf dem Kopf und nicht mehr vollkommen fest auf den Beinen. Michel, sich gleichfalls den Hut aufstülpend, a, her. Der Landrat, sich mit dem Taschentuch fächelnd, e, a, was a. Michel, ich fordere Aufklärung, her. Der Landrat, paha he, ist ja gottvoll. Na also, sie aufkläre er, erst mal Hut ab, wenn sie hier um was bitten. Michel, mit Verlaub, mein Hut kehrt sich ganz nach Anderleuths Sitten. Eulenspiegel, mit Fisteltonia Sitten. Der Rotbart und Eckart, tief und schwer Sitten. Der Landrat, Himmelkreiz, Ruhe, das ist ja eh unerhört. Der Kaplan und der Pastor, unerhört. Unerhört. Der Landrat, er besoffener Flegel, merkt er sich, wenn er das Fest weiter stört. Michel, den Hut kurzlüftend um Verzeihung, Herr Landrat, wer ist hier besoffen? Ich für mein Teil, hab meinen Rausch ausgeschlopfen. Der Landrat, immer heftiger fächelnd Ruhe. Michel, wie vorher sehr gern, Herr Landrat. Nur bitte ich noch diese Nacht um Antwort, wer hat mich besoffen gemacht? Und im Übrigen bitte, hier leg ich hin, was ich etwa irgendwem dafür schuldig bin. Er langt eine Handvoll Geld aus der Hosentasche und wirft sie dem Landrat vor die Füße. Der Landrat, etwas zurückweichend, aber das ist ja ein ganz, ganz unglaubliches Vieh. Der Kaplan, ja, ein Vieh. Michel, a, hebt in heller Wut seinen Stock. Der Rotbart und Eckart, halt, Michel, halt. Michel, bezwingt sich ja, wahrhaftig, für die, die Biastö da, ist mein Stock zu gut. Aber ehe ich ihn heimtrag, ihr Krötnung-Tunkenbrut, soll euch doch mal erst, und müsst ich den Hals drum wagen, eine Menschenstimme ans Trommelfell schlagen. Der Landrat holt Notizbuch und Bleistift heraus. Ja, notieren Sie's nur. Ich stell's gerne auch noch unter Eid. Oh, mit welchem Brustkorb voll Feiertagsgläubigkeit kam ich heut auf dies Fest, dies Volksfest, her in die Stadt. Wie hat ich mein einsames altes Waldnest satt? Wie sah ich die Welt hier von neuen Lichtern leuchten, die mir alles Leben weiter und größer zu entfalten deuchten? Halb zum Rotbart und Eckart hingewendet, wie war ich willens, die Herren da sind, mehr Zeugen jedem überlegnen Geist, mich mit Kopf und Kragen zu beugen, wie glaubt ich, dass hier, wo Männer zum Wahlkampf rüsten, die rechten, aufrechten Vorbilder ragen müssten, einen Kerl wie mich zur vornehmer Art anzuleiten? Und was fand ich? Zorn schluchzend, lauter Gemeinheiten, Eckart, dumpf Gemeinheiten, Eulenspiegel, nah heul nicht, Michel, der Rotbart, hast höhere Obrigkeiten, der Landrat, was? Schwere Brett, ja, was unterstehen sie sich? Ich verbannte Tete mir, meine Herren da, wer sind sie eigentlich? Wie heißen sie? Inzwischen hat sich im Hintergrund ein Haufen maskierter Leute versammelt, darunter das Bürgermeisterpaar Arm in Arm, und ein lärmender Wirrwarr drängt gegen den Rücken des Landrats. Drei Bengelstimmen, plärren aus dem Gedränge, weinehrlich, Fritze, dreist, Peter Paul, ruppig, Ludewig, der Landrat, Himmelkreizrudiment, Herr Kaplan, da soll man nicht fluchen. Drei Kobolde kommen plötzlich zum Vorschein, der Erste ohne Mütze und mit Flennender Miene. Michael, für sich träum ich. Der Landrat, verflixte Bengals, was habt ihr hier noch zu suchen? Er würden hat euch doch extra vorhin zu Bett gejagt. Der Pastor, ich auch, Herr Landrat. Erster Kobold, weinehrlich, ich will meine Mütze. Der Landrat, was? Zweiter und dritter Kobold, Mütze. Erster, ja. Mutter hat gesagt, Fritze, hat sie gesagt, zweiter und dritter, Dussel Fritze. Erster, weinehrlich, Dussel Fritze. Zweiter, erst gehst du und holst deine Sippelmütze. Erster, Sippelmütze. Dritter, da liegt sie. Der Landrat, verlegen sich wegdrehend, hey bitte, Herr Bürgermeister. Er nimmt ihn beiseite, gestikuliert mit ihm. Erster Kobold, hat die Mütze vom Boden genommen kaputt, und lässt sie wieder fallen, Michel, na heul nicht, Fritze. Guckt, kleine Geister, was hier liegt. Die Kobolde, Geld, Richtiges Geld. Michel, und nur ganzer Haufen. Da krapscht. Da könnt ihr zehn neue für kaufen. Während sie aufsammeln, und sagt eurer Mutter, der deutsche Michel lässt grüßen, und die alte Schlafmütze, die hat er heut Nacht zerrissen. So, nu geht zu Bette. Erster Kobold, Dankeschön. Zweiter, Hurra. Dritter, der deutsche Michel soll leben. Erster und Zweiter, Leben. Leben. Eulenspiegel, während die Kobolde verschwinden, so, Herr Vetter, nun könnten wir uns auch wohl ins Nest begeben. Die Tanzmusik macht wieder Pause. Michel, wir, ich hab meine Rechnung hier noch nicht klapp. Der Landrat, ist geschenkt. Er kann jetzt abschwirren. Ab. Man kennt ihn. Michel, man soll ihn noch mehr kennenlernen. Der Pastor, ein Diener des Friedens, rät ihnen, sich zu entfernen, Herr Michael. Wahrlich, sie missbrauchen der Landrat. Schon gut, Herr Pastor, den muss man anders anhauchen. Marsch nach Hause, Bursche. Michel zuckt auf. Und sollt er sich weiter erfrechen, dann, er gibt dem Bürgermeister ein Zeichen, der Bürgermeister, sofort, Herr Landrat. Geht eilens ab. Michel, den Hut lüftend, Herr Pastor, ich will den Herrn Bergrat sprechen, wo ist er? Der Landrat, er hat hier gar nichts zu wollen. Michel, wo ist er? Der Landrat, zurückweichend, etwas torkelnd, kreuzschwere Brett nochmal, er soll sich nach Hause trollen, verstanden? Der Rotbart, Michel, Michael, halt deine Hand im Zaum. Eckart, bleib deiner mächtig, Mann, alles André ist Traum. Michel, wo ist der Bergrat? Er wird mir Rede stehen, er versteht mit uns volkmenschlich umzugehen. Die Tanzmusik setzt wieder ein. Der Landrat, meine Herren und Damen, ich rufe sie sämtlich zu zeugen, ich habe eh alles getan, um Exzessen vorzubeugen. Hab ich, meine Herren? Chor der Herren, jawohl, Herr Landrat. Alles. Der Kaplan, fast übergebührlich. Der Landrat, meine Damen. Chor der Damen, jawohl, Herr Landrat. Die Bürgermeisterin, schon beinahe unnatürlich. Der Landrat, demnach eh warne ich den Delinquenten zum letzten Mal, derselbe hüte sich hierorts, in diesem eh städtischen Festlokal, vor Widerstand gegen die Staatsgewalt. Michael, wie? Ich erziehe ich hier nur Leute in aller Handmasken gestalt. Der Landrat, butter und necess Kann kommt dafür, wir haben sie kommt, ich bin ja auch im Parker clams collected. Field raped mit. Und ich gebe, wird es einfach fertig, Eskern wird,